Ich begrüße euch heute am Sonntag zur Fortsetzung des Bundesparteitages 2011.2 hier in Offenbach. Bitte so langsam mal um Ruhe. Ich eröffne hiermit um Punkt 10 Uhr, das ist glaube ich noch nie passiert, den Bundesparteitag wieder. Wir können doch pünktlich sein. Und ich eröffne mit einer super Nachricht, die Mate kostet nur noch 1,50 Euro, wir haben da nochmal nachverhandelt. Ich habe ja gestern nochmal so ein bisschen Nachrichten geguckt, wir waren ja medial sehr gut vertreten. Im Übrigen haben wir heute eine Konkurrenzveranstaltung, die SPD hat ja heute auch noch einen Bundesparteitag, so mit 450 Leuten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Leute, die auf dem SPD-Parteitag sind, einfach einzuladen, piraten-streaming.de. Die können sich dann einen schönen Parteitag angucken, wo auch was passiert. Und damit möchte ich die dann auch begrüßen, die den Stream dort gucken, wenn sie denn Internet auf dem Parteitag haben. Achso, ich soll freundlich sein. Ich begrüße natürlich die SPD auf ihrem Parteitag und wünsche ihnen einen ebenso produktiven Parteitag wie uns. Gut. Bernd wollte ganz kurz was sagen. Genau, da ist nämlich seine ehemalige Schatzigkeit jetzt Vorsitzigkeit. Und möchte ganz kurz was sagen. Im Grunde möchte ich sagen, dass wir, dass jetzt, es ist ja schon heute alles gesagt worden von Menschen, die noch nicht alles gesagt haben durften, so dass wir auf eine formelle Begrüßung heute Morgen verzichten, sondern Platz und Raum lassen für die inhaltliche Diskussion. Denn wir müssen wichtige Finanzordnungsanträge, Satzungsanträge heute durchsetzen, durchbringen. Und ich freue mich auf eine Diskussion mit euch. Eure Zeit jetzt. Gut, vielen Dank. Und wir fangen dann auch gleich, ich möchte mal ganz kurz das Antragsbüro fragen, welcher Antrag war zuerst, der oder der? Welcher Antrag kam zuerst, der? Das ist alles beides Änderung, Theo. Gut, dann fangen wir an. Wir lieben ja unsere Geschäftsordnung. Wir fangen an mit einem Geschäftsordnungsantrag zur Tagesordnung. Und zwar gibt es einen sonstigen Antrag, X026. Da geht es um eine Rede, also der Antrag beinhaltet einen Redeslot zu Aufgaben und Potenzialen parteinaher Werke. Der soll jetzt gleich verhandelt werden. Gibt es dazu Gegenreden, dass der Antrag verhandelt wird? Bitte, formell, dann stimmen wir ab. Soll der Antrag jetzt verhandelt werden, bitte ich um das Ja-Zeichen. Also erst die grüne Karte. Wer möchte ihn verhandeln? Okay. Wer möchte ihn nicht verhandeln? Damit ist der TO-Antrag abgelehnt. Dann haben wir einen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Der Bundesparteitag möge beschließen, die folgenden Anträge vorzuziehen, sodass sie noch heute zur Abstimmung kommen. Es betrifft die Anträge PA 011, Ablehnung von Anwendung der CCS-Technologie, PA 307, CCS-Technologie, PA 046, Offene Verträge mit der Wirtschaft, PA 132, Stadtplanung und Regionalplanung, PA 320, Feste und Femann-Beltquerung ad acta legen. Begründung. Die Anträge behandeln Themen, die für den schleswig-holsteinischen Wahlkampf relevant sind. Ihre Behandlung würde die schleswig-holsteinischen Piraten unterstützen. Dann kommen wir zu ab. Gibt es zu diesem GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung eine Gegenrede? Formell oder begründet? Begründet, Arne. Das mittlere Mikrofon bitte einschalten. Danke. Nein, noch nicht. Dankeschön. Also das sind zu viele Anträge auf einmal. Wir würden damit die Tagesordnung so stark durcheinanderwirbeln, dass wir möglicherweise viele wichtige andere Sachen nicht mehr abstimmen könnten. Deswegen bitte ich darum, dass wir die Sachen einzeln beschließen und nicht en bloc. Dieser Block ist zu groß. Es geht jetzt erstmal, ich bitte gegenredend nur auf den GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Es geht jetzt, wir müssen jetzt die Tagesordnung ändern, um die Anträge vorzuziehen. Nicht die Anträge einzeln abstimmen. Nein, es ist ein GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Nein, es ist ein GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Wir kommen zur Änderung der Tagesordnung. Möchtet ihr die, also es geht jetzt darum, diese Anträge vorzuziehen. Wer dafür ist, bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, bitte die orange Karte. Der GO-Antrag ist abgelehnt. Dann haben wir einen GO-Antrag auf erneute Abstimmung des Antrages PA 284 in Verbindung mit einem zweiten GO-Antrag. Die geheime bzw. schriftliche Abstimmung des Antrags PA 284. Es folgt eine Begründung. Begründe deine GO-Anträge. Hi, wenn ihr euch gestern erinnern könnt, wir hatten diesen Antrag mit drei Stimmen, bei über 1000 Stimmen angenommen. Drei sind es, wenn drei Ja-Stimmen zu Nein-Stimmen wandern. Das ist tatsächlich so, dann ist es keine Mehrheit mehr. Und bei so vielen Stimmen, die wir hier versammelt haben, ist das ein marginales Ergebnis. Noch dazu habe ich erfahren, dass zum Beispiel die Pressegruppe nicht abgestimmt, also nicht gezählt wurde. Und irgendwie an Tischen Probleme aufgetreten sind, sagen wir es mal freundlich. Und ich möchte euch bitten, hier eine geheime Abstimmung zuzulassen. Das bedeutet nicht, dass wir den Antrag dann ablehnen müssen. Aber ja, es wäre einfach ein demokratisches Signal, hier nochmal für ein klares Ergebnis zu sorgen. Wenn ihr das ablehnt, ist das euer gutes Recht. Ich hoffe aber, dass hier... Ich bitte um Ruhe im Saal und die Karten bitte runter. Ich bitte euch aber trotzdem um eine geheime Abstimmung. Danke. Gut, also wir kommen erst mal zu GO-Antrag 1. Gibt es da Gegenreden begründet? Was ist der erste? Was sind das für GO-Anträge? Das ist die Gegenrede. Eine Gegenrede. Könnt ihr euch... Ihr seid doch alle derselben Meinung, oder? Meine Gegenrede zu dem GO-Antrag, dass man die Wahl wiederholen soll, bezieht sich rein formell darauf, dass dann 90% der abgegebenen Stimmen wie beim gestrigen Abstimmung erforderlich sind. Und das werden wir mit 800 Leuten, die hier im Saal sind, nicht erreichen. Gut, vielen Dank. So, dann noch eine Gegenrede. Ja, ich möchte auch darauf hinweisen, dass hier jetzt einfach weniger Piraten sind als vorhin. Und wir deswegen... Nein, hatten wir nicht. Vorher war es formell. Hier geht es einfach darum, dass wir dadurch eine geringere Legitimierung haben. Und außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir nicht mit zwei Stimmen oder mit drei Stimmen Mehrheit beschlossen haben, sondern mit einer Zweidrittelmehrheit. Gut. Dann schließe ich die Rednerliste. Konrad Konrads, Herbert Konrads, möge sich bitte hier vorne einfinden. Wir haben deinen Personalausweis. Dann kommen wir zur Abstimmung des GO-Antrages. Ich werde keine ewige Diskussion über einen GO-Antrag führen. Das ist nicht zielführend. Wer für die Annahme des Geschäftsordnungsantrags ist, hebe jetzt bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, die orange Karte. Damit ist der GO-Antrag abgelehnt. Der Kegel-Club möge uns bitte verzeihen. Wir haben seinen GO-Antrag verloren. Könnt ihr uns den bitte noch mal vorbringen? Also, ich sage jetzt nicht, wie wir ihn verloren haben, weil das wäre, glaube ich, böse. Wir sind sehr traurig darüber und es tut uns wirklich leid. Also, wenn ihr uns den kurz einfach noch mal rübergebt, dann können wir den behandeln. Und dann kündige ich eine kleine Änderung des Ablaufes im heutigen Tage an. Es wurden verschiedene Beschwerden an mich herangetragen, dass wohl die Übersichtlichkeit, was jetzt als nächstes dran ist und als übernächstes dran ist, nicht mehr so gegeben ist. Wir legen uns jetzt selbst auf, dass wir die nächsten drei Anträge immer mit ansagen, also, dass wir immer ansagen, welchen wir jetzt machen, welchen Block und welcher danach und danach noch mal drankommt, dass ihr einen groben Überblick habt. Ich bitte die Wahlhelfer noch, ihre Boxen abzuholen und der Herr Urbach möchte formal Fickerei machen. Nein, da oben an den Tribünenrängen, wo ihr sitzt, da gibt es momentan, die Wahlhelfer sind noch nicht da. Und wenn wir zu einer Auszählung kommen sollten, haben wir dann Probleme, euch auszuzählen. Deswegen darf ich bitten, dass aus den Rängen dort oben bitte Freiwillige kommen, um diese Wahl... Beziehungsweise, er geht hoch und sucht Freiwillige jetzt für euch, da oben. Das Weitere möchte ich ganz kurz mitteilen, dass bei offenen Abstimmungen, die wir auszählen, natürlich für den Presseraum nicht mitzählen, sondern nur, was wir hier sehen können. Wir werden nicht für eine offene Abstimmung durch das Gebäude rennen. Bei einer geheimen Wahl sieht das anders aus, aber nicht bei einer offenen Abstimmung. Danke sehr. Genau, wir sind nämlich eine Internetpartei, deswegen nehmen wir auch GO-Anträge per Twitter an. Es gibt einen GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Ist das der obere Bereich oder der untere? Hallo, da vorne. Ist das der obere Text oder der untere? Die Rohversion oder das obere? Ich habe den Kett nicht gesehen. Hier habt ihr verloren. Ja, ich nehme den jetzt noch nicht. Ja, dann einmal verlieren. Ich habe ihn hier auch. Ja, ich habe ihn verloren. Einmal verlieren. Einmal verlieren. Ja, genau. So, wir sind auch für Umweltschutz, deswegen nehme ich statt Papier gerade einen Laptop. Es gibt einen GO-Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Es wird da gebeten, der Passus einzufügen an geeigneter Stelle. Um Menschen zu ermutigen, sich erstmalig per Redebeitrag im Plenum einzubringen, schlagen wir ab sofort folgende Lösung vor. Ab sofort sollen stets zwei Redeschlangen gebildet werden, die mehrfach Redenschlange und die erstmalig Redenschlange. Die erste Person, die in der erstmalig Redenschlange darf, beginnen und dann wechseln sich die Schlangen Person für Person ab. Erstmalig bezieht sich dabei auf den gesamten Parteitag. Es gibt eine mündliche Begründung. Also bevor ihr jetzt alle schreit Troll, 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 möchten wir kurz sagen, es hat sich gestern der Kegelclub getroffen und wir haben uns überlegt, was haben wir für konkrete Instrumente, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich hier zu beteiligen und ein bisschen zu motivieren, dass Leute, die eher zurückhaltender sind, hier Chancen haben. Ich würde euch bitten, dem einfach zuzustimmen und zu zeigen, dass wir bereit sind Vielleicht noch kurz, warum es auch eigentlich für die Veranstaltung, weil es ist ja nichts, was irgendwie bremst, es geht einfach nur darum, dass man sich halt nebeneinander stellt und dass man den Leuten, die neu sind oder die bis jetzt halt noch nicht so stark sich getraut haben, was zu sagen, sich vielleicht immer ganz hinten angestellt haben und sich dann vielleicht auch wieder aus der Schlange rausnehmen, weil dann vielleicht andere den Beitrag schon hatten, auch die Chance haben, sozusagen sich aktiv zu beteiligen. Es hat keinen Zeitimpact, man stellt sich halt einfach da nebeneinander und es hilft uns allen dabei zu sagen, hey, wir schauen ein bisschen mehr aufeinander und das ist ein ganz kleiner Schritt zur Toleranz, hat ansonsten keine Änderung für euch, es würde auch keine Kontrollen geben oder ähnliches, das wäre ja albern. Wir sind ja hier eine offene Gruppe, die dann einfach aufeinander guckt. Wir glauben aber, dass es sozusagen für den menschlichen Umgang miteinander hilfreich sein könnte und natürlich ist es nur eine ganz kleine Sache, die aber eben vielleicht trotzdem nützlich ist. Gut, vielen Dank. Gibt es Gegenreden? Ja, dann bitte Gegenrede. Begründet, nehme ich an. Glaubst du wirklich, ich verbrauche so ein kompliziertes System? Ich meine, ich bin schon lange dabei und für mich ist es ganz einfach, wenn man reden möchte, stellt man sich an und redet. Das müsste eigentlich jedem klar sein, der dieser Partei ist. Danke. Gut, vielen Dank. Darf ich noch mal Gegenrede machen? Darf ich noch mal Gegenrede machen? Denn eine Extraschlange für Leute, die zum ersten Mal reden und sich damit auch noch als Erstredner outen müssen, ist durchaus eine gute Idee. Sie können sich entweder outen, ich bin neu dabei oder in die alte Schlange einreihen und damit nichts zu erkennen geben. Also wer sich erkennen geben möchte, darf es gerne tun. Wir sind offen. Also bin ich für den Verantrag. Ich lasse noch eine Fürrede zu. Es gibt nur eine Gegenrede. Was sollte es eigentlich? Ja, das ist ja wieder von uns. Also ich glaube, dass halt der Punkt einfach ist, lasst es uns einfach mal ausprobieren. Ich bitte, ich bitte den, das liegt immer noch in meinem Ermessen, der Herr. Wenn Sie das gerne ändern möchten, dann kommen Sie hier hoch, lösen Sie mich ab und übernehmen Sie meinen Job und dann können Sie auch bestimmen, wie viel... So, ich habe wie gesagt, ich lasse eine Für- und eine Gegenrede noch zu, die Fürrede. Also uns geht es darum, es einfach mal gemeinschaftlich auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass wir das dann auf allen Veranstaltungen, die wir jemals machen, wieder machen. Wenn wir hier merken, okay, das ist blöd, dann ist es ja jetzt auch nicht dramatisch. Wir glauben, dass es einfach für den menschlichen Umgang hilfreich sein könnte und es bezieht sich eben nur auf den Versuch zu sagen, man lässt die Leute sich einordnen in eine Schlange und damit vorziehen. Wenn wir merken, das hat keinen Impact, so what? Dann macht man es halt nicht weiter, ist ja nicht schlimm. Danke, noch eine Gegenrede. Ich würde eigentlich dagegen plädieren, weil ich glaube, das Problem für die Leute ist vielleicht eher, wenn sie neu sind, eine Redezeitbegrenzung, wenn man sich nicht vorher genau überlegt hat, wie man etwas formulieren will und nicht, ob man sich in eine neue oder in eine alte Schlange eintritt. Danke. Genau. Ich setze im Übrigen noch mal gegen die Anmerkung, dass gegen die Ohrenträge nur ein Redebeitrag möglich ist. Die Geschäftsordnung sagt, jeder Pirat kann für oder gegen ein... die GO-Antrag Rede halten. Ich schließe aber trotzdem die Redeliste zu dem GO-Antrag. Wir stimmen jetzt über diesen GO-Antrag ab. Wer für den GO-Antrag ist, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Vielen Dank. Wer dagegen ist, ist jetzt die orange eine Karte. Damit ist der GO-Antrag abgelehnt. Ich bitte meine Mitversammlungsleiter, solche Wutausbrüche zu unterlassen. Dann haben wir noch zwei Gewinner. Das ist die 098-526 und 098-556. Wir haben eure Stimmblöcke. Die könnt ihr euch hier vorne abholen. Dann haben wir einen GO-Antrag. Nein, Quatsch. Dann bitte alle neuen Wahlhelfer, alle neuen Wahlhelfer hier einmal zum Wahlleiter, zur Einweisung. Dann haben wir einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Dann haben wir einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung vorziehen der Anträge PA 046, offene Verträge mit der Wirtschaft, PA 132, Stadtplanung und Regionalplanung, PA 320, feste Fehmarn-Beltquerung ad acta legen. Gibt es dazu Führ- oder Gegenreden? Eine begründete Führrede, Gegenrede oder irgendeine Rede? Es geht einfach darum, diese Anträge sind vermutlich in schneller Zeit behandelbar. Natürlich braucht Schleswig-Holstein unsere Unterstützung, überhaupt keine Frage. Aber diese CSS-Anträge würden möglicherweise Stunden pro Antrag brauchen. Wir haben die in Niedersachsen extrem ausführlich diskutiert. Deswegen können wir diese CSS-Anträge nicht vorziehen. Aber bei diesen drei Anträgen sehe ich überhaupt kein Problem. Und wir sollten da meiner Ansicht nach die Schleswig-Holsteiner schon unterstützen. Gibt es Gegenreden? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung der Änderung der Tagesordnung. Wer für die Änderung der Tagesordnung ist, hebe bitte jetzt die grüne Karte. Nur die grünen. Ja, vielen Dank. Wer dagegen ist? Die orange Karte. Der Antrag ist abgelehnt. Haben wir noch GO-Anträge oder kommen wir jetzt tatsächlich mal zur programmatischen Behandlung? Die Tagesordnung sieht vor, zu Beginn am Sonntag Satzungsänderungsanträge zu behandeln. Es gibt einen, als erstes kommt der Satzungsänderungsantrag 047, neue Finanzordnung. Antragsteller René Brosig, ich bitte dich, deinen Antrag vorzustellen. Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Wir haben in den letzten Jahren einen rasanten Anstieg unserer Mitglieder zu verzeichnen gehabt. Es gab von dem bisherigen Bundesschatzmeister Bernd Schlömer bereits zweimal den Versuch, die Finanzordnung dahingehend anzupassen, dass wir uns auf diese neue Herausforderung einstellen können. Wir haben deutliche Defizite in der derzeitigen Finanzordnung. Wir haben Regelungen, die rechtlich problematisch sind. Wir haben Positionen, die unsere Wirtschaftsprüfung zu Recht ankreidet, die wir bereinigen müssen. Und wir haben Anforderungen aus dem täglichen Leben, wie Formalitäten, die wir einfach zu erfüllen haben, die wir heute nicht mehr zur Verfügung stellen können, im Sinne von Zeit und Manpower. Und diese neue Finanzordnung versucht, dem allen gerecht zu werden und das dahingehend zu ändern, dass wir eine praktikable Lösung finden. Eine Lösung, die für uns alle mehr Sicherheit bedeutet, mehr Einflussnahme garantiert und uns vor allen Dingen auch rechtlich auf entsprechend gesicherte Positionen stellt. Es haben sich viele Verwaltungsberaten zusammengefunden, haben in einem PET auf Basis des Vorschlages von Bernd Schlömer die Finanzordnung nochmal überarbeitet, haben viele Änderungen eingebracht, die meiner Meinung nach dringend notwendig sind. Ich habe zusätzlich zu dem Antrag im Antragsportal auch eine Begründung geliefert, die jeden einzelnen Paragrafen deutlich begründet und ausführt, warum diese Änderung notwendig ist. Ich denke, ich habe eine große Unterstützung der Verwaltungspiraten, zumindest aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe. Vielen Dank. Aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, habe ich eine große Zustimmung bekommen aus der Verwaltung, die alle sagen, das ist notwendig und das ist richtig, dass wir diese neue Finanzordnung heute hier verabschieden. Ich möchte, ja ich weiß, es ist ein Verwaltungsthema, es ist ziemlich trocken und so, aber es ist schlichtweg notwendig, tut mir leid. Ich bin in seiner Zeit ja angetreten, um zu sagen, wir wollen etwas mehr Professionalisierung, wir wollen Strukturen festigen, die uns ermöglichen, eine Organisation mit heute 18.000 Mitgliedern zu steuern, zu verwalten und genau dies ist ein Schritt in diese Richtung und ist es für mich sehr wichtig, dass wir das heute hier verabschieden. Ich hoffe, jeder hat die Finanzordnung gelesen. Ich stehe gerne für Fragen zu einzelnen Punkten zur Verfügung. Danke. So, vielen Dank. Ich muss kurz hungen, was es ist. Was ist denn das für ein... Kannst du mir gerade raussuchen bitte, was das ist? Die werden auf jeden Fall nach hinten geschoben. Was das für ein Paragraph ist, habe ich jetzt nicht im Kopf. Nee, der 5.3, was das für ein Paragraph ist, was der besagt. Wir haben einen... So, Entschuldigung. Also, wir haben noch einen Gewinner, das ist die 097507, hat sein Bändchen hier. Dann gehen wir in die Rede zu diesen Anträgen. Redner stehen schon bereit. Ich bitte euch, dann eure Redebeiträge. Mittlerer Mikrofon an. Hallo, hallo. Hallo, ich bin Schatzmeister eines Stadtverbandes. Ich hatte ein paar Rückfragen zu diesem Antrag, weil in der Gänze dann doch vier Punkte drin waren, die bei mir ein paar Fragen aufriefen. Die Fragen wurden leider bis dato nicht beantwortet. Ich hatte ein paar Rückfragen zu diesem Antrag. Sie wurden leider bis dato noch nicht beantwortet. Zum einen sollte man wissen, dass unter D, Paragraph 15 steht, über die Verteilung der staatlichen Mittel entscheidet der Bundesvorstand, ohne Wenn und Aber. Das heißt, alle anderen Piraten haben da nur noch beratende Funktionen. Der zweite Punkt ist, dass unten unter §15 steht, dass der Vorstand in begründeten Ausnahmefällen eine Vergütung von ehrenamtlichen Funktionen und Tätigkeiten beschließen darf, verbunden mit dem Punkt, dass der Bundesvorstand in Eigenregie die unternehmerischen Tätigkeiten durch einen Beauftragten erledigen lassen kann. Und in dieser Kombination liest sich das Ganze für mich ein bisschen kritisch und man sollte dann tatsächlich doch wissen, wenn man für diesen Antrag stimmt, dass man auch für diese Punkte in der Kombination stimmt. Gut, danke. Du bist normaler Redner. Ich würde jetzt erst noch den nächsten Redebeitrag... Ich weise darauf hin, dass wir immer noch eine Redezeitbegrenzung von einer Minute haben, die ja noch von gestern übernommen wurde. Ich bitte auch die Technik, das dann wieder einzublenden und ich bitte den nächsten Redebeitrag. Ja, hallo, Lukas, LVU Niedersachsen. Ich wollte eine Fürrede für diesen Antrag halten, einfach weil ich es bei uns mitkriege. Es gibt Probleme, immer wieder mit einzelnen Verbänden, dass da schlichtweg irgendwelche Abrechnungen nicht eingereicht werden am Jahresende etc. Das ist an sich nur mittelmäßig schlimm. Das kann im Prinzip mit dieser neuen Finanzordnung, wenn wir die dann annehmen, worum ich ganz herzlich bitten möchte, der übergeordnete Schatzmeister machen. Das geht jetzt nicht ganz so einfach und das Problem dabei ist, dadurch kann uns die Parteienfinanzierung etc. kaputt gehen. Das ist ein wichtiger Punkt, es gibt noch viele weitere, meine Redezeit geht schon zur Neige. Dementsprechend, bitte nehmt den Antrag an. Gut, René, nächster Redebeitrag. Danke. Ich muss darauf hinweisen, auf den ersten Redebeitrag, die Verteilung der staatlichen Teilfinanzierung ist bereits heute ausschließlich durch den Bundesvorstand zu verteilen. Das liegt ganz einfach daran, dass es im Moment kein anderes beschließendes Organ für diese Verteilung gibt. Der Antrag, den ich jetzt hier eingereicht habe, diese neue Finanzordnung, regelt aber zum Beispiel die Einberufung eines Finanzrates. Und dieser Finanzrat soll die Empfehlung aussprechen, der der Bundesvorstand folgen sollte. Und in diesem Finanzrat ist ganz klar geregelt, dass die Vertreter der Länder, und zwar zwei Vertreter je Landesverband entsandt werden, die dort die Interessen des Landes vertreten. Und zwar unabhängig von der Größe. Also jedes Land hat zwei Stimmen in diesem Finanzrat. Und dadurch wird eine Mitsprache der Piraten und der Gliederhungen für diese Verteilung der Mittel gewährleistet. Danke. Gut, dann kommen wir zum nächsten Redebeitrag. Servus, ich bin der Torf aus Stuttgart. Und grundsätzlich finde ich den Antrag gut. Ich hatte aber eine Frage an den Antragsteller. Und zwar, Paragraph 11 geht es um die Höhe der Spenden, ab denen die Spenden öffentlich gemacht werden müssen. Ich hätte gerne einfach eine Begründung für diesen Betrag. Da steht 10.000 Euro drin. Ich finde den verhältnismäßig hoch und hätte da gerne gehört, wie der zustande gekommen ist. Danke. Gut. Dann der nächste Redebeitrag. Ne, das war eine Frage. Dann hast du Gelegenheit, auf die Frage zu antworten. Wie in meiner Begründung für den Finanzantrag bereits veröffentlicht, ergibt sich der Paragraph aus dem Parteiengesetz, Paragraph 25, Absatz 3. Dort ist diese Höhe von 10.000 Euro gesetzlich geregelt und wir haben die gesetzliche Regelung hier übernommen. Gut, vielen Dank. Nächster Redebeitrag. Ja, Irmgard aus Thüringen. Ich weiß, dass viele von euch Piraten diese Finanzordnung etwas langweilig und trocken finden. Ich möchte euch im Interesse aller Verwaltungspiraten, die diesen Job machen, doch sehr herzlich bitten, diesem Antrag zuzustimmen. Wir brauchen unbedingt eine neue Finanzordnung. Und wenn wessen Landesverband diese Grenze von 10.000 Euro zu hoch ist, dem ist es unbenommen, in seinem eigenen Programm eine niedrige Obergrenze festzulegen. Ja, danke. Nächster Redebeitrag. Ja, hallo. Ich habe eine Frage zu Paragraph 5. Es geht mir um Mitgliedsbeitrag. Da steht, dass Mitgliedsbeitrag am 1.1. jedes Jahres fällig ist. Also unterjährige Zahlungsweise ist nicht zulässig. Und da gibt es sehr viele Pilaten, die halbjährlich oder vierterjährlich zahlen möchten und in Lastschriftverfahren. Und hier ist mit dieser Ordnung, denke ich, ich habe nichts anderes gefunden, das ist nicht möglich. Ja, Geo-Antrag. Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenreden gegen die Schließung der Rednerliste? Formell begründet? Nein? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Rednerliste zu schließen, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Vielen Dank. Wer dagegen ist, die orange Karte. Damit ist der Antrag auf Schließung der Rednerliste angenommen. Wir schließen die Rednerliste. Ich bitte alle Redner, sich jetzt erkennbar Richtung eines der beiden Mikrofone zu bewegen. René, hast du dich auf das Mikrofon zubewegt? Nein. Dann bestehst du dich mit auf der Rednerliste. 3, 2, 1, 0. Dann endet bei dir mit dem Hut die Rednerliste. Und ich bitte dich um deinen Redebeitrag. Okay. Ich bin der Schatzmeister des Saarlandes und ich möchte an einem Beispiel klar machen, wie wichtig es ist, dass wir diesen Änderungsantrag annehmen. Wir hatten am 30.10. Landesparteitag. Dort hat jemand bar bezahlt, 9 Euro für drei Monate, hat aufgerundet 10 Euro. Für den 1 Euro Spende muss ich 50% an den Bund abführen, innerhalb von 10 Tagen. Ich habe jetzt noch keinen Kontozugriff, weil die Bank noch damit beschäftigt ist, umzustellen auf den neuen Vorstand. Ich kann es nicht überweisen und hätte es eigentlich schon vor drei Wochen überwiesen haben müssen. Es ist einfach nicht möglich und von daher, die neue Satzung regelt das sinnvoller. Das ist ein Beispiel und ich möchte, es gibt weitere Beispiele, dafür reicht nur die Redezeit nicht. Ich möchte darum bitten, dass auch wenn es vielleicht Kleinigkeiten gibt, die gegen das Ding sprechen, möchte ich darauf hinweisen, dass es insgesamt mehr Probleme löst, als es neue schafft. Und bitte darum, den anzunehmen. Dann kommen wir zum letzten Redebeitrag. Und ich bitte den Herrn Plätzchen, die Pornoseiten zuzumachen, um mich nicht abzulenken. Nein, es ist nicht die Sub, nicht mehr jetzt. So, der letzte Redebeitrag, bitte. Ja, ich bin Bernhard aus NRW und der Punkt mit der Kommission ist auch wieder so eine EU-Kommission, die eben wenig darüber, wo man wieder wenig darüber hören wird. Das ist, diese Finanzordnung ist auch ziemlich von oben nach unten geschrieben. Also das heißt, der Bund will erstmal sein Geld haben und anschließend wird die Verteilung auf die unteren Ebenen gemacht. Das finde ich definitiv falsch. Darum habe ich ja auch eigene Anträge dazu gestellt. Dieser Antrag ist allerdings umfangreicher. Ich würde auch vorschlagen, den jetzt erstmal anzunehmen. Allerdings bitte ich, wenn es so Kommissionen gibt, die eben solche großen Anträge aufstellen, die länger als fünf Stunden vor Antragsschluss einzubringen, damit man da auch noch Änderungen bringen kann. Diese zwei, also von oben herab, Subsidität, immer nach unten das Geld bitte und eben die Anträge rechtzeitig, dass man auch da dran noch Änderungen machen kann. Das wäre, wie wir auch in Nordrhein-Westfalen haben, eben nötig. Vielen Dank für den Redebeitrag. Deine Redezeit ist abgelaufen, dein letzter Satz auch. Dann sind wir am Ende der Rednerliste zum SRA 047. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrages. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, da es ein Satzungsänderungsantrag ist. Dann wer für den Antrag ist, möge jetzt, guckt ihr bitte mit, wer für den Antrag ist, möge die grüne Karte heben. Vielen Dank. Wer dagegen ist, die orangene Karte. Das ist eine Zweidrittelmehrheit. Damit ist der Antrag angenommen. Entschuldigung, ich habe das Kreuzchen vergessen. Blöde Technik. Bitte. So. Dann rufe ich auf SRA 027. Ich lasse mal die Antragskommission. Dadurch werden ja viele Anträge, die sich auf die alte Satzung bezogen, leider einfach ungültig, weil es keinen Sinn mehr ergibt, was diese Anträge machen. Es gibt noch ungefähr drei Anträge, die sich tatsächlich weiterhin gültig sind. Das ist der, der jetzt kommt, das ist der vom Kungler, der hat sich sozusagen darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Wilm hat das Gleiche gemacht. Und dann gibt es noch einen dritten, der einfach einen neueren Paragraphen einfügt. Das heißt, wir machen jetzt diese drei Anträge zum Abschnitt B und dann gehen wir zu Abschnitt A über und fangen von oben an. Das steht auch alles auf dieser Antragsgruppenseite. Bitte noch gerne mal aus, der Tag ist auch noch. So. Hä? So. Erstmal machen wir ein paar TO-Anträge und Geo-Anträge und alle möglichen Anträge. Und die Julia möchte was sagen. Und alle Infoteam-Mitglieder mögen bitte zum Infodesk. Leo, das gilt auch für dich. Auf, auf, renn. Renn, renn, Leo, lauf. Gut. Dann sortieren, sortieren, sortieren. Dann haben wir noch ein paar GO-Anträge. Dann bitte ich auch noch mal die Pressevertreter darum, dass nicht Bildschirme ohne Absprache mit dem Inhaber des Bildschirms gefilmt werden. Ja, ja, das ist meine. Ich gebe die nächste Reihenfolge bekannt. Es wird dann SRA 027 verhandelt. Dann SRA 047. Dann, ne, den hatten wir gerade eben schon, Entschuldigung. Und dann S, bitte? Die Firmenspendenmodule, soll ich sagen. Dann haben wir einen Geo-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Der war zuerst. An geeigneter Stelle möge der TO-Punkt Redaktionskommission mit folgenden Unterpunkten eingeführt werden. Eine Abstimmung, ob die Redaktionskommission vom Parteitag oder vom Vorstand eingesetzt wird. Gegebenenfalls Wahl der Redaktionskommission Begründung. Die Notwendigkeit des TO-Punktes ergibt sich aus dem gestern beschlossenen X0J0. Gibt es dazu Begründung und Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Abstimmung dieses Geo-Antrags zur Änderung der Tagesordnung. Wer dafür ist, hebt bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, die orangene Karte. Vielen Dank. Damit ist der Geo-Antrag abgelehnt. Schauen wir, ob ich treffe. Dann kommen wir zum Geo-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. In § 5 Absatz 3 Satz 2 soll geändert werden. Für diesen Antrag ist ein Unterstützungsquorum von 5% der anwesenden Versammlungsmitglieder notwendig. Der § 5 Absatz 3 Satz 2 regelt den Geo-Antrag auf geheime Abstimmung. Der Antrag würde dann quasi ein 5%-Quorum statt einer normalen Abstimmung zur geheimen Abstimmung einführen. Begründung, Minderheitenschutz 5% demokratisches Grundrecht auf eine geheime Wahl. Gibt es dazu Für- oder Gegenreden? Es gibt einen Redebeitrag dazu. Dann bitte. Ich bitte euch einfach, den Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung jetzt anzunehmen, weil es einfach, ich finde eine Abstimmung oder auch die 10%-Quorum, falls wir das gestern geändert haben, nicht dem Minderheitenschutz entsprechend und deswegen ein 5%-Quorum für sinnvoller, auch beim Antrag auf geheime Abstimmung. Gut. Du hast einen Geo-Antrag auf Alternativantrag, nehme ich an. Gegenrede. Was hast du? Gegenrede oder einen Geo-Antrag auf Alternativantrag? Also einen Geo-Antrag auf Alternativantrag, dann bitte stell deine Alternative vor. Erhöhung auf 20%. Also du möchtest ein 20%-Quorum? Ja, bitte die 20% schriftlich einreichen. Bitte beim Antragsbüro schriftlich, was möchtest du jetzt hier vorne? Dann gibt es eine Gegenrede noch zu dem Antrag. Ja, dann bitte Gegenrede. Also jede geheime Abstimmung wird uns hier ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde kosten, wenn die gefordert wird. Im Übrigen hielte ich eher das Gegenteil von Minderheitenschutz für sinnvoll. In Parlamenten ist es so, dass die Minderheit eine namentliche Abstimmung beispielsweise fordern kann und eine geheime Abstimmung mit 5 oder 20% zu fordern, halte ich für kompletten Quatsch. Gut, vielen Dank. Dann, ähm, genau, dann haben wir ja die zwei, also ich schließe die Rednerliste zu diesem Antrag. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Wir haben ja diese 5 und diese... Hey, ich stehe hier schon. Nein, das ist mir egal, ich schließe die Rednerliste. Wir haben jetzt schon drei Redebeiträge, vier Redebeiträge dazu gehabt und das reicht. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den zwei Alternativen, oder zu den zwei Anträgen. Es gibt die einmal die 5, einmal die 20. Wenn ich den schriftlich habe, habe ich nicht, ähm, hab du. Dann machen wir eine Wahl durch Zustimmung. Wir wiegen diese beiden Dinger ab. Ähm, wer... Wer wäre für die 5%? Vielen Dank. Wer wäre für die 20%? Ähm... Philipp, guck bitte mit. Ähm, wir stehen mal auf. Wer ist... Wir haben nochmal die Karten runter, bitte. Wer wäre für die 5%? Gut. Und wer wäre für die 20%? Genau. 5% hat die Mehrheit. Ich war mir bloß gerade nicht ganz sicher. Ähm, dann kommen wir zur Abstimmung des Antrags. Wer ist für die Änderung der Geschäftsordnung mit einem 5%-Quochen und geheimer Abstimmung, geheimen Wahlen? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zu einer Information. Ich möchte bitte alle Leute, alle Landesvorstände treffen sich um 11 Uhr kurz zu einem Marina Real Life treffen. Ort ist das Obergeschoss, also hier direkt da oben. Bitte um 11 Uhr die Landesvorstände dorthin. Dann kommen wir auf einen GO-Antrag. Ja, irgendeiner vom Landesvorstand. Dann kommen wir zu einem GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Die am Samstag beschlossene TO gilt auch weiterhin. Deswegen wird beantragt, ab sofort mit den Themenblöcken Wirtschaft und Finanzen. Dann mit Bauen und Verkehr und dann Energie. Das ist kein... Also, ich formuliere das mal wohlwollend dem Antragsteller gegenüber einen passenden GO-Antrag. Ich beantrage die Vorziehung der Themenblöcke Wirtschaft und Finanzen und dann Bauen und Verkehr und dann Energie und Umwelt. In der Reihenfolge, da nehme ich die TO, wie gestern abgestimmt am heutigen Samstag eine Satzungsdiskussion am Anfang vorsieht. Bitte die TO lesen. Also, es gibt diesen TO-Antrag. Gibt es da zugegenreden? Ja, dann bitte. Mikrofon in der Mitte, bitte. Nee, der TO-Antrag wird behandelt. Entschuldigung, du hast. Ja, hallo. Wir haben ja gestern eine Tagesordnung. Ins Mikrofon laut sprechen, bitte. Wir haben ja gestern eine Tagesordnung beschlossen und die gilt auch weiterhin. Deswegen bin ich überrascht, dass wir mit den Satzungsanträgen weitermachen und die Anträge, die wir gestern nicht geschafft haben, einfach überspringen. Deswegen beantrage ich, wie schon gesagt, Wirtschaft und Finanzen, Bauen, Verkehr und Energie und Umwelt vorzuziehen. Okay, danke. Nächste Redebeitrag. Borovicini, Berlin. Wir hatten eine Tagesordnung beschlossen für beide Tage. Damit auch alle Anträge herankommen können. Das heißt, was gestern unter den Tisch gefallen ist, bleibt mal drunter. Und ich bin jetzt dagegen, dauernd mit TO-Anträgen zur Tagesordnung geflutet zu werden. Ich will Anträge besprechen. Gut, vielen Dank. Weitere Beiträge? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des TO-Antrags zur Änderung der Tagesordnung vorzuziehen dieser Anträge. Wer dafür ist, möge bitte jetzt die grüne Karte heben. Vielen Dank. Wer dagegen ist, bitte die orangene. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ich habe hier nur noch zwei, also. Es gibt einen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Antrag Änderung der Tagesordnung. Der Antrag Q065, Piratenappell pro Europa soll an den Anfang des Blockes, den stelle ich zurück, den Antrag. Dann gibt es einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Den stelle ich zurück, den Antrag. Dann kommen wir weiter in den Satzungsänderungsanträgen. Ich informiere die Versammlung nur kurz über die Gründe der Zurückstellung. Der eine behandelt einen Antrag, der dann vor einem Block, der noch nicht dran ist, behandelt werden soll. Und der andere, den kann man auch nach den Satzungsänderungsanträgen unändernd behandeln. Dann kommen wir wieder zu Satzungsänderungsanträgen. Ich rufe die Anträge SEA 027 sowie SEA 052 auf. Die hast du mir hier gegeben. Achso, ich rufe nur die SEA 027 auf und sage, dass dann als nächstes auch der SEA 025 kommt. Aber erst mal zu den 27ern. Erhöhung des Bundesanteils an den Mitgliedsbeiträgen von 40 auf 50 Prozent. Ich bitte, den Antrag vorzustellen. Das vordere Mikrofon bitte an. Das vordere Mikrofon bitte an. Hey, Ton, FOH, das vordere Mikrofon an. Hört ihr mich? Gut. Matthias Schrade vom Bundesvorstand. Ich bin sozusagen der Nutznießer dieses Antrags. Hintergrund ist ganz einfach. Wir haben derzeit die Situation, dass durch die Mitgliederexplosion die Kosten auf Bundesebene, ich betone auf Bundesebene insbesondere, extrem steigen. Das beste Beispiel ist hier der Bundesparteitag. Der wird uns mehr als 40.000 Euro kosten. Wir haben auf Bundesebene allerdings momentan die skurrile Situation, dass wir finanziell quasi nichts davon haben, weil die Mitgliedsbeiträge zum einen erst später bei uns oben ankommen, zum anderen die Parteienfinanzierung zunächst an die Länder verteilt wird. Wir werden damit ab nächstes Jahr die Situation haben, dass auf Bundesebene immer weniger Geld ankommt, wir aber immer mehr Leistung quasi für euch bringen müssen. Um das zu ermöglichen, auch so Dinge wie Pressearbeit oder ähnliches, Pressetreffen, Verwaltungstreffen und so weiter, möchte ich bitten, dass wir den Antrag auf Bundesebene erhöhen, damit wir hier weiter ordentlich arbeiten können. Ich möchte betonen, ich will über dieses Thema keine längere Debatte und damit keine Zeit verschwenden. Deshalb stelle ich hiermit auch gleich einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer sich vorstellen kann, über diesen Antrag zuzustimmen, falls das nicht eine deutliche Mehrheit findet, würde ich ihn sofort zurückziehen. Also, es gibt einen GO-Antrag auf 101 Meinungsbildes. Könnt ihr diesem Antrag zustimmen? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Bitte die Ja-Karte. Wer dem zustimmen kann, kann die Ja-Karte jetzt heben. Nur die Ja-Karten werden jetzt gezählt. Vielen Dank, dann bitte jetzt nur die Nein-Karten. Ich gebe den Antragsteller zu bedenken, es geht leicht positiv aus. Ich gebe ihm aber auch gleich zu bedenken, es wäre keine zwei Drittel mehr. Also, das Meinungsbild hatte keine zwei Drittel mehr dafür. Okay, ich ziehe noch nicht ganz zurück. Mal gucken, was ihr sagt. Okay, erster Redebeitrag bitte. Guten Morgen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Finanzen nach unten ziehen und nicht weiter nach oben. Nicht der Bund entscheidet über die Politik, wir entscheiden über die Politik vor Ort. Und da muss das Geld sein. Wenn wir hier Bundesparteitage veranstalten wollen, müssen wir gucken, dass entsprechend die Kreise, die Länder aufgefordert werden, da entsprechend ihre Mittel auch mit zur Verfügung zu stellen. Und ganz wichtig auch, und Appell an alle hier, die 36 Euro reichen sicherlich nicht aus, um unsere Partei zu finanzieren. Wer also die Möglichkeit hat, mehr Geld zu spenden, sollte das bitte machen. Und entsprechendes Fundraising sollte stattfinden. Gut, vielen Dank. Es gibt erstmal, was hast du, Sekunde, erstmal gibt es einen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit, auf zwei Minuten. Habe ich das richtig so verstanden? Dann gibt es dafür oder dagegen reden. Das ist nicht, ja, formal ist okay. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Redezeitbegrenzung auf zwei Minuten ist, möge jetzt bitte die grüne Karte heben. Vielen Dank. Wer dagegen ist, die rote Karte, also die orange Karte. Der Antrag ist abgelehnt. Die Redezeit bleibt bei einer Minute. Es gibt einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wenn ich euch zunicke, im Übrigen, dann habe ich den GO-Antrag zur Schließung der Rednerliste Kenntnis genommen. Dann gibt es Gegenreden. Formal, dann kommen wir zur Abstimmung. Du hast eine begründete Gegenrede zur Schließung der Rednerliste. Immer diese Berliner. Und dann auch noch die Friedrichsdorfer. Er hat eine begründete Gegenrede. Sprich. Ja, können wir ein bisschen auf die persönliche Disziplin der Anwesenden hier setzen. Es ist eine furchtbar schlechte Diskussionsstimmung und Diskussionskultur, wenn bei jedem Antrag, der diskutiert wird, 50 Leute in der Schlange stehen und dann nach zwei Redebeiträgen die Rednerliste geschlossen wird. Wartet doch erst mal die ersten fünf Redebeiträge ab. Überlegt euch dann, ob ihr einen zusätzlichen Diskussionsbeitrag habt. Und dann können wir immer noch sehen, ob wir die Rednerliste schließen. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Gegenreden zu diesem GO-Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des GO-Antrags auf Schließung der Rednerliste. Wer dafür ist, die grüne Karte. Bitte heben. Wer dagegen ist, die orange Karte heben. Der Antrag ist angenommen. Dann möchte ich aber ganz kurz mir noch die Anmerkung gestatten. Wenn ihr merkt, während ihr auf der Schlange steht, euer Redebeitrag wird überflüssig, dann bitte wieder runtergehen. Ich schließe jetzt die Rednerliste. Die Rednerliste endet bei Arne. Dann bitte. So, schönen guten Tag, liebe Piraten. Ich bin lange Zeit Landesschatzmeister Rheinland-Pfalz gewesen. Ich finde, dass 50 Prozent viel zu viel für den Bundesverband sind. Wichtig ist, eine vernünftige Transparenz zu machen, vernünftige Landes- und Kreisschatzmeister zu finden, die vernünftig und ordentlich buchen und zeitnah die Beiträge weiterleiten an den Bund. Denn da gibt es der vier Zitte hoch fünf. Und das ist zu bedauern. Und nicht die Beiträge für den Bund erhöhen, denn das reicht aus. Aber ihr müsst auch abführen. Und ich weiß, etliche haben es nie getan. Vielen Dank. Nächste. Ja, ich möchte nur anmerken, dass nicht längst alle Landesverbände in den Genuss der Parteien Teilfinanzierung kommen und wir somit die Landesverbände benachteiligen, die die Wahlen eben noch nicht so weit gekommen sind. Und die brauchen die Finanzmittel, damit wir dort in die Parlamente einziehen. Und deswegen bin ich gegen die Erhöhung des Bundesanteils. Danke. Vielen Dank. Nächste. War das eine Frage? Als Ergänzung zum Beitrag von Ralf möchte ich noch sagen, dass gerade die Landesverbände, die noch nicht in den Genuss der Parteienfinanzierung kommen, jetzt Landtagswahlen wuppen müssen. Und ich weiß aus Hessen, das Geld ist da extrem knapp dafür. Danke. Ich möchte ergänzen zu dem, was Matthias gesagt hat, noch darauf hinweisen, dass die neue Finanzordnung auch nicht mehr vorsieht, dass 50 Prozent von Spenden an den Bund abgeführt werden. Das heißt, diese Mitgliedsbeiträge oder diese Umlage aus Mitgliedsbeiträgen ist die einzige Einnahmequelle für den Bund von innen heraus. Dann noch die Parteienfinanzierung, aber wie gesagt, so Spenden, so was gibt es nicht mehr. Okay, ich habe eine Frage an den Antragsteller. Du hast gesagt, dass durch den Mitgliederansturm dem Bundesverband Mehrkosten entstehen würden. Jetzt wollte ich fragen, wie viele Mehrkosten entstehen da vielleicht auf Landesebene? Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Ganz kurz, also du hast eine Frage gestellt. Vielen Dank. Es gibt erst mal einen GO-Antrag, bevor der beantwortet wird. Was ist es für ein GO-Antrag? Zur Stimmung im Saal, zur Unruhe. Ich höre nichts. Ich höre dich da unten nicht. Ich kann das hier nicht hören. Zur Stimmung im Saal. Es ist so unruhig und so laut, dass man Redebeiträge überhaupt nicht mitkriegt. Das ist kein GO-Antrag im Sinne der GO, aber ich nehme die Intention auf und bitte um Ruhe im Saal. Bitte lasst den Rednern ihre Ruhe, dass die Redenbeiträge von allen gehört werden können. Mir sind vorhin schon Beschwerden von Hörgeräteträgern, die durch den Hintergrundpegel die Redebeiträge nicht hören können. Also immer bitte schön ruhig. Und wenn ihr wirklich reden wollt und nur reden wollt, dann könnt ihr euch bitte vor uns für je begeben. Da könnt ihr sogar bei einer Marte reden. Danke. Es gab eine Frage gestellt. Herr Kugler darf sie beantworten. Der springende Punkt ist, dass die Kosten für eine, was ich von 50 auf 150 Mitglieder verdreifachte Teilnehmerzahl auf einem Landesparteitag nicht dazu führen, dass man plötzlich eine große Halle wie diese hier mieten muss. Man kann dann immer noch eine sehr kostengünstige Location finden. Auf Bundesebene explodieren aber die Kosten, weil wir eben schlichtweg hier dann erhebliche Mehrkosten haben, um auch nur 30% mehr Teilnehmer unterzubringen. Das ist das Grundproblem. Das zweite ist, wir haben auch extrem höhere Kosten, wie für zum Beispiel Pressetermine, Reisekosten und ähnliches. Die waren vorher sehr flach. Wir haben in den letzten zwei Monaten das Jahresbudget überschritten. Aber ich denke, es ist in unserem Sinne, dass wir unsere Leute in den Presse bei Talkshows und sowas sehen und nicht dann irgendwo sagen, sorry, wir haben kein Geld nach Berlin zu fahren oder nach Stuttgart oder sonst wohin, können also keine Pressetermine machen. Gut, vielen Dank. Ich möchte aber ganz kurz anmerken, nachdem hier die Stimmung auch der Redner eindeutig negativ ist. Ich habe gesagt, ich will keine Zeit mit diesem Thema verschwenden. Ich finde es sehr schade, dass offensichtlich dieser Antrag nicht durchgeht. Ich ziehe ihn aber trotzdem zurück. Gut, vielen Dank. Dann frage ich, möchte diesen Antrag jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall, dann ist der Antrag zurückgezogen. Dann kommen wir zu Satzungsänderungsantrag 52. Firmenspendenmodul 1a neu. Antragsteller ist Willem Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch. Okay, das sind ganz viele Module. Es werden jetzt folgende Anträge vorgestellt. Satzungsänderungsantrag 052, Firmenspendenmodul 1a, Satzungsänderungsantrag 053, Firmenspendenmodul 1b, Satzungsänderungsantrag 054, 1c, 055, 2a, 056, 2b, 057, 2c, 060, 2d, 058, Modul 3, 062, Modul 4, 9, jedes Mal Modul 9. Willem wird, wir haben einen Gewinner, 097, 507, möge bitte seine Stimmbändchen hier abholen. Willem wird jetzt alle Anträge auf Block vorstellen, danach gehen wir in eine Diskussion und während der Vorstellung von Willem gebe ich die Versammlungsleitung an einen von den beiden ab. Guten Morgen, liebe Piraten. Wie ich schon vorgestellt wurde, mein Name ist Willem und ich stelle hier stellvertretend für eine größere Gruppe von Piraten stelle ich diese Satzungsänderungsanträge vor. Das ist ein ziemlich großer Haufen, aber ich werde sie alle zusammen vorstellen und ich hoffe, dass uns das allen Zeit spart. Es sind insgesamt zwölf Anträge und ich werde sie, wie gesagt, alle zusammen vorstellen. Wir haben hier diese Anträge bezüglich der Spendenordnung eingereicht und ich möchte sie alle, wie gesagt, vorstellen. Es sind vier Module, die unabhängig voneinander sind. Das erste Modul beinhaltet eine Obergrenze für alle Spenden, jeweils vier Module, einmal eine Begrenzung auf 10.000, einmal auf 25.000 und auf 50.000 Euro, wie gesagt, für alle Spender, unabhängig, ob es eine natürliche Person ist, eine Firma oder eine Aktiengesellschaft. Das zweite Modul beschäftigt sich ausschließlich mit Spenden von nicht natürlichen Personen, das heißt, wie gesagt, Firmenspenden und Aktiengesellschaften und ähnliches. Und hier gibt es drei Obergrenzen, 1.000, 2.000 und 5.000 Euro, beziehungsweise das vollständige Verbot. Das dritte Modul behandelt die Veröffentlichungspflicht. Hier wird eine Veröffentlichungspflicht ab 1.000 Euro vorgeschlagen. Und das vierte Modul regelt Erbschaften und Hinterlassenschaften und hebt die Obergrenze für diese Form der Spende sozusagen wieder auf, was auch eine gewisse Rechtssicherheit für die Schatzmeister beinhaltet. Und wie ihr schon seht, es geht in allen diesen Anträgen, geht es um eine Obergrenze für Spenden und zum Beispiel auch für Firmenspenden. Und es geht bei diesen Anträgen eben genau darum, die Einflussnahme mit Geld auf die Partei zu beschränken. Und ich denke, dass dieser Antrag mehr als überfällig ist, denn genau diese Einflussnahme und der Lobbyismus fängt genau jetzt an. Und wir müssen uns genau jetzt dagegen wappnen. Und deswegen denke ich, dass wir diesen Antrag genau jetzt annehmen müssen in der Lage, in der wir sind. Denn die Piraten stehen ab jetzt im Fokus. Wenn ihr euch mal umschaut, wie viel Presse wir haben, wissen wir, dass wir genau jetzt uns wappnen müssen dagegen. Und genau jetzt werden die Begehrlichkeiten gegen uns beginnen. Es gibt, die Allianz SE spendet an alle Parteien des Bundestages Geld, gleichermaßen. Es kann also nicht sein, und genau das wird uns auch passieren, es wird also nicht sein, dass sie genau diese Politik oder diese Politik damit befürworten. Es geht genau um Einflussnahme. Das wissen wir alle und genau das wollen wir für uns nicht. Und deswegen können wir uns jetzt mit diesen Anträgen dagegen wappnen. Denn, ich sehe etwas, ich denke, wir kennen ja alle den Spruch von Gandhi, zuerst ignorieren Sie dich, dann lachen Sie über dich, na, es war andersrum. Und zum Schluss bekämpfen Sie dich. Und das Interessante ist bei uns, Sie bekämpfen uns nicht, indem Sie uns mit Dreck bewerfen, Sie bekämpfen uns, indem Sie uns versuchen zu vereinnahmen. Wir sollen uns etablieren und genau das möchten wir damit verhindern. Denn wir sitzen alle hier an unserem freien Wochenende, weil wir gesagt haben, dass wir es besser machen wollen als die etablierten Parteien. Also haben wir jetzt die Chance, es auch wirklich besser zu machen. Und deswegen denke ich, dass diese Anträge dahin ein guter Weg sind. Und vor allem wissen wir, dass wir das jetzt klären können und wir stehen ja dagegen, auch dass Abgeordnetenbestechung und dass Strafe steht. Wenn wir dafür wirklich stehen, dann fangen wir doch jetzt bei uns an, wo wir es beeinflussen können. Und wir wissen auch, das wissen wir sehr genau von den Antragstellern, wir wissen auch, dass dieser Antrag nicht die Welt rettet. Wir wissen auch, dass wir damit nicht das Korruptionsproblem mit den Parteien vollständig lösen. Aber es ist doch wenigstens ein Anfang. Und bevor wir gar nichts machen, können wir doch wenigstens damit anfangen. Und natürlich, und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, natürlich fehlt uns das Geld. Natürlich möchten wir mehr Spielraum haben, mehr finanziellen Spielraum. Das ist uns doch klar. Aber ich sage euch auch eins, mit Geld gewinnt man keine Wahlkämpfe. Die FDP... Applaus Die FDP, um nur eine Splitterpartei zu nennen, hat viel mehr Geld als wir. Applaus Und das auch. Das verstehe ich gerade nicht. Sie haben viel mehr Geld, Sie haben ein Budget, das um 10-faches übersteigt und hat es Ihnen genutzt. Nein. Womit man Wahl gewinnt, ist Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit kann man nicht kaufen. Und deswegen bitte ich um die Annahme, die das spenden. Dankeschön. So, danke Wilm. Das kam überraschend. Das ist die Schließung der Rednerliste beantragt. Es gibt da offenbar auch Gegenrede. Nicht, nein. Gibt es Gegenrede? Formeller Gegenrede, Gedippt ist, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, dass wir die Rednerliste schließen? Danke, wer ist dagegen? Die Rednerliste ist zu. Ich bitte euch jetzt noch zu beeilen. Genau, der Letzte mag mal bitte winken. Ich bitte meinen Versammlungsleiter. So, du bist der, nein, du bist nicht der Letzte. Herr Crackpille? Big Arne möchte auch nicht auch. Jetzt muss jeder Schatzmeister anscheinend noch mal reden. So. So. Haben wir es? Ach du Scheiße. So, wer ist jetzt da der Letzte? Big Arne, bist du das? Du bist der Letzte. Damit ist Big Arne der Letzte Redner und ich bitte meinen Versammlungsleiter, Helfer, Genosse, mit ein bisschen drauf zu achten, dass da nicht geschummelt wird. So, das hätten wir erledigt. Jetzt hast du auch noch einen GO-Antrag. Ah ja. Einen GO-Antrag auf Meinungsbild, das hätte ich auch so eingeholt, aber dann machen wir das jetzt. Du willst wahrscheinlich wissen, ob wir für oder gegen diesen Anträge sind. On Block. Okay. Oder nur Modul 1. Modul 1, was möchtest du? Ja, okay. Einzeln? Alle? Ne, das dauert mir zu lange. Okay. Wer kann grundsätzlich unabhängig von den Begrenzungen Modul 1 zustimmen, ist die Frage. Modul 1? Modul 1 ist die Begrenzung für alle Spenden, für alle möglichen Spender auf 10, 25 und 50.000. Also unabhängig. Andersrum, andersrum. 50.000 ist der erste, 25.000 der zweite und 10.000 die dritte Möglichkeit. Richtig. Unabhängig von der Höhe, wer könnte dem grundsätzlich zustimmen? Wollt. Okay. Wen könnte dem nicht zustimmen? Okay. Ich gebe den Rednern an der Rednerliste zu bedenken, dass wir über Zahlen zu diskutieren meistens eher mühselig ist und bitte jetzt in die Diskussion einzustreten. Michael Ebner hat das Wort. Die Tontechnik, bitte das Mikro anmachen. Wenn ich Ton, haben wir Ton? Okay, langsam versteht man mich. Dankeschön. Transparenz ist wichtig, aber Transparenz reicht an dieser Stelle nicht vollständig aus. Transparenz reicht an dieser Stelle nicht vollständig aus. Danke an die Tontechnik. Erinnern wir uns an diese Spende, mit der die Mehrwertsteuererniedrückung da gekauft worden ist für die Hotellerie. Das ging monatelang durch alle Medien. Das war eine Spende. Transparenz kann man eine Spende nicht machen. Das kriegen selbst wir nicht hin. Trotzdem war das damals nicht in Ordnung. Und weil das nicht in Ordnung ist, muss da eine Obergrenze rein, damit die Piraten auch künftig nicht käuflich sind. Deshalb zustimmen, über die genaue Summe kann man sich streiten. Ja, dann jetzt unser Bundesschatzmeister, bitte. Es gibt bereits eine Obergrenze, für die, die es nicht wissen. Es gibt eine Empfehlung des Bundesschatzmeisters, der Empfehlung von Transparenz international zu folgen, die automatisch den Spendenzugang ab 50.000 Euro begrenzt. Dafür ist keine Satzungsänderung notwendig. Das ist bereits heute geltende Rechtslage in der Partei. Ich bitte, den Beifall zu unterlassen. Meine Redezeit ist begrenzt. Ihr alle, wie ihr hier seid, ihr habt keine Unfallversicherung heute, wenn ihr heute hier seid. Die Unfallversicherung für jedes Mitglied in der Piratenpartei kostet 3,20 Euro. Ein Zehntel unserer Mitgliedsbeiträge. Wir haben zurzeit nicht die Möglichkeit, in der Partei dieses Geld aufzubringen und euch zu versichern. Ich sehe jetzt viele entsetzte Gesichter, aber das ist die Sachlage. Wir müssen unsere Eigenmittel deutlich nach oben schrauben. Und Unternehmen sind Bestandteil dieser Gesellschaft. Unternehmen sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir machen nicht nur Politik für die Menschen, sondern auch Politik für die Unternehmen. Wir müssen eine gemeinsame Position entwickeln, wie wir zusammen leben und zusammen wirtschaften können. Dankeschön. Danke. Das war keine Frage. So, der Nächste bitte. Also, Modul 3, die Transparenz, die Offenlegung ist, denke ich mal, auch unstrittig. Modul 1 sind wir uns auch einig, dass wir es haben wollen. Ich würde empfehlen, die Regelung von Transparenz mit 50.000 in die Satzung zu schreiben. Damit ist es sehr fest zementiert. Ich würde nicht weiter runtergehen. Einerseits würde ich Modul 2 komplett ablehnen wollen, weil es wenig Sinn macht, Firmenspenden deutlich strikter zu beschränken als Personenspenden, weil dann läuft das über irgendwelche weniger transparenten Kanäle. Ich denke, es ist, und außerdem denke ich, dass wir uns die Obergrenze von 50.000 offen halten sollten. Modul 3 sollten wir beschließen. Modul 4 auch. Ich denke mal, da besteht relativ Einigkeit. Vielen Dank. Danke. Der Nächste bitte. Ich bin auch gegen eine weitere Begrenzung, weil wir einfach nicht die FDP sind. Die FDP hat keinen Parteitag, wo die ganze Parteibasis kommen kann. Das haben nur wir. Und wenn diese Privatpersonen, Firmen meinen, uns Geld in den Arsch schieben zu müssen, sollen sie doch. Die bekommen dafür einfach nichts von uns. Wenn sie irgendwie einen Antrag haben wollen, dann müssen sie die ganze Basis bestechen. Das wird nicht klappen. Wir sind nicht die FDP. Danke, dass du dir sicher bist, in welcher Partei wir sind. Der Nächste bitte. Ich möchte als erstes sagen, wir sollten erstmal unsere eigenen Finanzen, in der Sachen Ordnung bringen, dass jeder seine Mitgliedsbeiträge pünktlich bezahlt und nicht dann sich vor dem Parteitag draußen eine kilometerlange Schlange bildet. Dann haben wir ein Problem schon mal gelöst. Und das sollten auch die Leute, ihre Nachbarn ansprechen, die nicht regelmäßig bezahlen und damit erstmal so eine Wirkung. Das war das Erste. Und zweitens bin ich gegen jede Begrenzung, außer die, die international bei Terrence P. festgelegt ist, weil einfach darum geht, ab wann sind wir denn bestechlich? Ab 5.000 Euro, ab 10.000 Euro, ab 20.000 Euro. Ist doch, welchen Wert liegen wir dort fest? Und weder sind wir selbst kontrollierend, das sind wir durch einen Basisparteitag, dann brauchen wir sowas nicht. Oder wir sind eine Masse, die sich von irgendwelchen blenden lässt. Und wir müssen eigentlich nur den Spendern klar machen, dass sie davon nichts zu erwarten haben. Und wenn wir der Meinung sind, eine Spende passt uns, dann gehen wir sie eben zurück. Wir müssen ja nicht jede Spende annehmen. Danke. Der Nächste. Also ich stimme meinen Vorredner zu und hätte noch eine Frage. Und zwar heißt es ja, dass wir auch von natürlichen Personen die Spenden begrenzen. Und das ist ja so, also es ist ja bei jedem Kaninchenzüchterverein eigentlich gang und gäbe, dass man eben zum Beispiel auch Herbschaftshinterlassen irgendwie annimmt. Und die sind in der Regel sehr, sehr hoch. Und die können ja, wenn sie tot sind, schlechten Einfluss auf die Partei ausüben. Das ist, Test, Test, kann man mich hören? Moment, Entschuldigung, Will. Kann ich bitte um Aufmerksamkeit bitten? Ich weiß, Finanzsachen sind eher langweilig, aber so geht das nicht. Ich bitte um Ruhe auch auf der Bühne. So. Ich möchte hier eine Diskussionskultur haben, wo auch alle zuhören. Und jetzt bitte ich Willem zu antworten. Die Frage war, um es nochmal zu wiederholen, es war recht leise, die Frage war, wie das mit Erbschaften und Hinterlassenschaften ist, weil da eine Begrenzung dann stattfindet, weil Tote können ja schlecht Einfluss nehmen. Ich stimme zu, deswegen ist das Modul 4, wo das geklärt ist, wo diese Obergrenze für Spenden und Hinterlassenschaften aufgehoben wurden. Würden. So, bitte. Die Anträge finde ich super. Ich meine, wir sollten die Veröffentlichungspflicht so niedrig wie möglich ansetzen und die Höhe der Spenden so hoch wie möglich, also 50.000. Und ob wir bestechlich sind, liegt ja an uns, an jedem persönlich. Das heißt, es liegt nicht an der Höhe der Spenden, ob wir bestechlich sind oder nicht. Verglichen mit den Millionen, die wir ja dann doch einnehmen, wenn wir mal in die verschiedenen Parlamente eingezogen sind. Also, die Spenden bei 50.000, bei Erbschaften gar keine Obergrenze und bei der Veröffentlichung so niedrig wie möglich. Ich glaube, das waren 1.000 Euro hier genannt. Das wäre okay. Ich werde das auch jetzt gleich zeigen. Ja, ich möchte, Moment, dass ich langsam anfange, die Argumente zu wiederholen. Möchte ich jeden in der Schlange noch mal ins Gewissen reden, ob er noch mal wirklich reden muss. Weil, ob das nicht schon alles gesagt wurde. Ja? Ich behalte mir auch vor, wenn ich nur noch Wiederholungen habe, diese Redeliste, die Redner abzubrechen. Ich möchte das sagen, dieses Recht habe ich. Weil, das ist eigentlich dem Antrag, ich finde das sehr seltsam, dass da so viel Redebedarf anscheinend herrscht, weil immer nur noch selbe gesagt wird. Jetzt bitte deinen Redebeitrag. Ich möchte zu Bedenken geben, dass es jede Menge Umgehungstatbestände gibt, wenn irgendwelche Grenzen eingeführt werden. Und dass gerade die zur eigentlichen Korruption führen, das sollte man bei der Geschichte schon im Auge behalten. Danke, der Nächste. Die Höhe sehe ich nicht als so wesentlich an. Wichtig ist, dass wir eine größtmögliche Transparenz bekommen und wir hatten es eben im letzten Antrag gehört, wir haben das Problem, dass wir solche Bundesparteitage hier nur sehr schwierig finanzieren können. Es ist das Thema Fundraising gefallen. Wie wollen wir ein Fundraising machen, wenn wir gleichzeitig sagen, naja, aber 1.000 Euro ist Maximum. Und ich möchte mich auch nicht davon abhängig machen, von dieser Parteienfinanzierung, die beschlossen wird von Parteien im Bundestag, wenn die irgendwann uns das Geld mal abdrehen in irgendeiner Form, dann stehen wir auch da. Und das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht von dieser Firma im Bund bezahlt werden, sondern ich möchte lieber viele kleine Firmen dazu animieren, uns Geld zu geben und das möglichst transparent zu machen, in der Hoffnung auch, dass nicht wie in der Vergangenheit die Firmen gleich angerufen werden und gefragt werden, warum sie denn nicht Open Software oder sowas herstellen, sondern bitte arbeitet da auch mit, dass wir möglichst viele Spenden reinkriegen und nicht nur, wie wir die begrenzen können. Danke, Pavel. So, die Erfahrungen im letzten Jahr zeigen, dass jede größere Spende einen Imageschaden verursacht, sodass wir für das Geld, was sie reinbringt, so viel Anzeigen oder Reparaturmaßnahmen gar nicht ergreifen können, um das zu kompensieren. So, und zum anderen ist es so, Firmenspenden sind nicht von der Steuer absetzbar für die Firmen. Das heißt, man muss sich fragen, warum spendet eigentlich ein Unternehmen? Also machen Sie sich dann entweder der Untreue schuldig oder versprechen Sie sich natürlich irgendwas davon, eine Einflussnahme. Also die ist immer da und gegeben. Insofern würde ich mich dafür aussprechen, aber jetzt Firmenspenden jetzt nicht komplett zu verbieten, im Sinne auch der Transparenz, die zu ermöglichen, aber die sollten meiner Meinung nach 10.000 Euro nicht überschreiten und für natürliche Personen gilt dasselbe. Willem fasst nochmal einmal kurz was zusammen, weil er glaubt, und das glaube ich auch, dass da was nicht verstanden wurde. Bitte Willem. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen, was genau diese Module bedeuten. Also die Module 1, Module 1 heißt eine Begrenzung, eine Obergrenze für alle Spender, auf jeweils irgendwelche Zahlen. Die 2 ist eine Obergrenze nur für nicht natürliche Personen, das heißt Firmenspenden. Das 3 ist die Transparenz ab 1.000 Euro und die 4 ist das mit den Hinterlassenschaften und den Erbschaften. Nur damit ihr wisst, worüber wir reden. Danke. Genau. Der nächste Redner bitte. Ja, ich halte mich auch ganz kurz, wurde schon einiges gesagt. Aber Piraten, sind wir authentisch? Sind wir basisdemokratisch? Oder sind wir korrupt? Ich glaube, keiner von euch ist korrupt. Wir sind die einzige Partei, die eben keine Delegierten in den Parteitag setzt, die keine Delegierten da hat, die gegebenenfalls irgendwelche Lobbyisten fördern. Wir sind ganz anders. Und wenn irgendeine Firma glaubt, uns Geld zu geben, um uns beeinflussen zu können, kann sie das gerne glauben. Wir lassen uns nicht beeinflussen, weil wenn hier jemand kommt, der Lobbyismus macht, der wird einfach niedergestimmt von uns. Oder seht ihr das anders? Warum siehst du das anders? Bist du Kompromiss? Na, also, ich habe zwar Verständnis für den Antrag, ich bin doch gleich zu Ende, aber ich möchte trotzdem bitten, wir brauchen das Geld, wir müssen ja nicht korrupt sein, bin ich auch nicht, und ich bin gegen den Antrag. Tut mir leid, Wilms. Ja, GO-Antrag. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, also Stimmung im Saal, in Bezug auf die Höhe der anzunehmenden Mitglieder. Ein Meinungsbild muss mit Ja oder Nein beantwortet werden. Also, da machen wir drei Meinungsbilder, wer würde 10.000 annehmen, wer würde 25.000 annehmen, und wer würde 50.000 annehmen. Da wir gleich eh eine Abstimmung haben, du kannst ein Meinungsbild, ein Meinungsbild pro GO-Antrag stellen, und du stellst jetzt keine drei, die lasse ich nicht zu. Du kannst dich jetzt auf einen festlegen, den du gerne abgefragt haben willst. Dann nicht. Sehr schön. Wir machen eh gleich Wahl durch Zustimmung, dann wissen wir es. Ja, bitte. Wer würde genau folgender Kombination zustimmen? 1a, 2 ablehnen, 3 zustimmen, 4 zustimmen. Nochmal, 1a, also 50.000 insgesamt, keine zusätzliche Beschränkung für Firmenspenden, Rest annehmen. Ja, okay, die Frage war klar, mit Ja oder Nein zu beantworten. Wem stimmt diesem Meinungsbild zu, oder wem würde das bejahen wollen? Danke, wer würde das verneinen wollen? Okay, ich teile dem Anstagssteller mit, dass das eine deutliche Mehrheit war. So. Und ich möchte nochmal bitten, die Rednerliste sich zu überdenken, ob das nicht alles schon mal gesagt wurde. Ihr seid euch offenbar sicher, dass ihr noch was Neues beizutragen habt. Also bitte. Ja, hallo liebe Piraten. Ich denke, jeder, der glaubt, dass Transparenz die Lösung für Firmenspenden ist, der kann sich ja das Gebaren in den USA angucken. Glaubt ihr wirklich in den USA, wo wirklich die stärksten Transparenzregeln gelten, dass Firmen keinen Einfluss nehmen auf die Politik? Das ist einfach nur naiv zu glauben, dass Firmen keinen Einfluss nehmen werden auf piratische Politik mit Firmenspenden von 50.000 Euro. Ich möchte euch bitten, Firmenspenden ganz klar auf maximal 10.000 Euro zu begrenzen. Ich bin für eine Ablehnung von allen Firmenspenden. Und noch eins, als Marketingfachmann höre ich immer wieder Leute, die denken, Bonuscards oder Sonstiges hat keinen Einfluss auf Kaufverhalten. Genauso ist es mit Firmenspenden. Firmenspenden werden diese Partei beeinflussen und sind deswegen grundsätzlich abzulehnen. Danke. Okay, bitte. Also es wurde eingangs richtig gesagt, mit viel Geld muss man einen Wahlkampf nicht unbedingt gewinnen. Aber das Gegenteil gilt auf jeden Fall, ohne Geld werden wir keine Wahlkämpfe gewinnen. Und bevor wir ewig an die Mitglieder, an die aktiven Mitglieder, die eh schon sehr viel Zeit und Energie in die Partei investieren, mit Spendenaktionen aufrufen, endlos und da eine Spende und hier eine Spende, sollten wir uns stattdessen auf effektives Fundraising konzentrieren. Und das bedeutet, aktiv für Firmenspenden werben. Und das geht nicht mit diesen lächerhaften Begrenzungen. So, ich höre keine neuen Argumente mehr. Deswegen möchte ich eigentlich das gerne abbrechen. Wer von den Rednern meint, dass sie noch wirklich etwas Neues zu sagen haben? Etwas, was noch nicht gesagt wurde. Etwas, was ich nicht in einem Satz zusammenfassen kann. Tatsächlich alle, bis auf Herrn Kungler. Nein, auch Herr Kungler. Nein, es sind welche gegangen. Okay, wir machen das jetzt, aber bitte Avanti. Also ein Satz nur zu den Firmenspenden. BMW spendet nicht als Firma. BMW, da spendet die Familie Quandt. Und wenn man die Firmenspenden verbietet, dann spenden halt irgendwelche Privatpersonen im Auftrag der Firma. Auch das habe ich schon mal gehört, nur als Erinnerung. So, Herr Kungler. Punkt 1. Wir haben bereits eine freiwillige Selbstbeschränkung auf Basis der Vorgaben von Transparency International. Ich denke, das reicht eigentlich völlig aus. Ja. Punkt 2. Wir haben derzeit die Situation, dass wir zwar in Parlamente einziehen und da wurde auch gesagt, wir würden ja dann künftig da Millionen bekommen. Wir reden aber hier über das Geld, das wir für Parteiarbeit brauchen. Und man darf Fraktionsgelder nicht für Parteiarbeit benutzen. Und genau da haben wir die Engpässe. Und die werden wir auch nach der Bundestagswahl noch haben. Und Punkt 3. Es kam hier mehrfach das Thema Fundraising auf. Ich habe meinen beruflichen Job zum Jahresende aufgegeben, weil ich sehe, dass es nicht möglich ist, nebenbei irgendwie noch Fundraising zu betreiben. Und genau dieses Thema so wichtig ist, damit wir uns alle nicht weiter ausbeuten müssen, dass ich genau dieses Thema nächstes Jahr machen möchte. Und ich fände es toll, wenn es möglich wäre, und ich jetzt nicht am Ende, ohne dann diese Möglichkeit zu haben, dass ich überhaupt dann den Job aufgegeben hätte. Danke euch. Danke. Das war tatsächlich noch was Neues. Herr Gerstel. Ja, guten Tag. Ich sage jetzt mal, Jehova, wir haben hier keine 2.000 Leute. Eine größere Firma mit über 2.000 Leuten könnte jedem einen Betriebsausflug spendieren. Es ist Dezember. Eintreten in die Piratenpartei kostet heute 3 Euro. Heißt für 6.000 Euro plus Fahrtkosten kann ich diesen Parteikapern. Danke. Das ist dann auch schon die Partei. So viel zum Thema. Wir können die Leute immer überstimmen. Das stimmt nämlich nicht. Dann, Firmenspenden, Transparenz ist wichtig. Auf jeden Fall. Keine Frage. Müssen wir alles ablehnen? Nein, müssen wir nicht. Wir können alles annehmen. Ich bin sogar der Meinung, wir können eine Million von Herrn Sarrazin annehmen. Die sollten wir dann auch gleich weiterleiten an irgendeinem Integrationsverein. Wir können eine Million annehmen von Lockheed Martin und können das gleich weitergeben ans Deutsche Rote Kreuz. Ich nehme alle Spenden an und wenn sie mir nicht passen, gebe ich sie weiter. Danke. Okay, danke. Thomas Hummernaurig. Vorredner hat mir sehr gut gefallen, weil alles annehmen und alles, was irgendwo ethisch, moralisch, zweifelhaft ist, weg. Damit haben wir nichts zu tun. Es gehört einfach weg. Geben wir das Rote Kreuz, geben wir die Dinger raus. Alle Spenden, die nicht nachvollziehbar sind, der Ursprung nicht 100 Prozent nachvollziehbar sind, raus. Irgendwelche Grenzen, raus. Wir sind 100 Prozent transparent. Wenn ich die Tausend ausweisen kann, kann ich auch den Cent ausweisen. Und wenn wir das haben wollen, dann können wir es auch machen. Platten und Platz ist billig. Wir können alles machen. Danke. Ich möchte zu Bedenken geben, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden sollen, dass wir hier auf irgendeine Art und Weise ein perfektes System schaffen können, denn das ist nicht möglich. Wo ein System mit Regeln besteht, kann man dieses System auch in irgendeiner Art und Weise missbrauchen. Deswegen, es geht hier nicht um eine wasserfeste Lösung, aber um ein Statement, das uns unsere Glaubwürdigkeit sichert. Danke. Ich möchte ganz grundsätzlich davon abraten, irgendwelche festen Zahlen in eine Satzung reinzuschreiben. Dann haben wir irgendwann wieder eine Satzungsänderung zu machen, damit wir die Zahlen ändern können. Die Vorredner haben deutlich gesagt, was man machen kann. Es kommt ein zweites dazu. Gerade im Modul A sind einige handwerkliche Fehler drin. Es ist nicht ganz klar, wie die Zuordnung der Spenden zu Land, zu Bund und was auch immer ist. Damit ist Unklarheit geschaffen und deshalb bitte ich auch, zumindest das Modul A abzulehnen. Das war keine Frage. Gut, dann haben wir es ja geschafft. So, Abstimmungsmodus. Sieht wie folgt aus. Ich stelle als erstes Modul 1 diese drei Alternativen, kurz nochmal, fasse sie in einem Satz zusammen und dann stimmen wir diese ab. Wieder Wahl durch Zustimmung, dann Stichwahl über die beiden Beliebtesten, dann Abstimmung Modul 1. Dann dasselbe für Modul 2, dann einfach nur Abstimmung Modul 3, Modul 4. Das hat jeder verstanden. Sehr schön. Okay, dann bitte ich jetzt durch Wahl durch Zustimmung, das geht nur mit den grünen Karten, für den Antrag, Satzungsänderungsantrag 052, Firmenspendenmodul 1a neu. Dies ist die Begrenzung auf 50.000 Euro. Wer möchte darüber abstimmen? Ja, es ist nur eine Wahl durch Zustimmung, jetzt die beiden Beliebtesten zu finden. So, danke. Jetzt Modul B. Das ist die Begrenzung auf 25.000. Wer möchte das? Okay, danke. Dann Modul C. Das ist die Begrenzung auf 10.000 Euro. Okay, nochmal für Modul B bitte hoch. Okay, das ist nochmal C hoch. Okay, ich würde sagen B war knapp mehr. Dann stimmen wir jetzt B gegen A ab. Wer ist für A? Okay, wer ist für B? Okay, wir behandeln A. Jetzt wird A abgestimmt, es ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Wer, Moment, wer ist für diesen Antrag? Okay, sind der Wahlleiter und ich uns einig, dass wir das auszählen müssen? Nochmal die Nein-Stimmen bitte. Das ist keine Zweidrittelmehrheit, sagt der Wahlmeld, damit ist das Modul abgelehnt. Sie rufen alle Auszählungen. Ich würde auch dann doch sagen, dass wir es auszählen, um sicher zu gehen. Sonst diskutieren wir es nachher wieder. Ja, dann bitte ich jetzt einen der Wahlleiter auf die Bühne zur weiteren Behandlung der Auszählerei. So, guten Morgen. Während wir jetzt die Wahl durchführen zu diesem wichtigen Antrag, einen kurzen Gruß aus unserer Heimatstadt Koblenz. Da wird jetzt gerade wild eine Bombe entschärft. Jetzt fragen sich vielleicht die Piraten, was hat das mit uns zu tun? Das kann ich euch sagen. Die Entschärfung verzögert sich massiv. Das heißt, der komplette Zugverkehr auf der Mittelrheinschiene wird bis auf weiteres Brach liegen. Das heißt, alle, die nach Westen fahren müssen und durch dieses Nadelöhr-Rheintal, ihr werdet mit dem Zug Probleme bekommen. Es tut mir wirklich sehr leid. Hoffen wir das Beste. So, jetzt bitte ich alle, sich hinzusetzen, weil ich muss nämlich meine Wahlhelfer sehen. Bitte alle hinsetzen, außer den Wahlhelfern. Und die Wahlhelfer signalisieren mir bitte ihre Bereitschaft. Bitte alle hinsetzen, bitte alle hinsetzen, Okay, ich sehe jetzt, dass alle Wahlhelfer bereit sind. So, ich bitte jetzt um die Stimmen für Ja. Jochen? ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. So, alle Wahlhelfer signalisieren mir, dass sie durchgezählt haben. Jetzt kommen die Nein-Abstimmungen. Vielen Dank. Sobald die Wahlhelfer fertig sind, können Sie Ihren Blog signalisieren, dass die Karten runtergehen können und kommen dann bitte mit einem unterschriebenen Zettel bitte, auf jeden Fall eine Unterschrift unten drunter, vorne zum Wahlbüro. Ich danke Euch. Okay, so wir haben jetzt eine Auszählpause. Die Stimmen können dann runter. Erstens möchte ich das TV-Team von Sat.1 direkt ansprechen. Mir wurde mitgeteilt, dass ihr Laptops abfilmt, die ohne Besitzer rumstehen. Bitte lasst das im Ernst. Das ist kein Parteieigentum. So, wir haben einen Antrag zur Änderung der TO. Vorziehung des Satzungsänderungsantrags 003. Keine Diskriminierung von Ausländern. An Beginn des sonstigen Satzungsänderungsblock Antragsteller ist Gregory Engels. Gregory, möchtest du das ganz kurz begründen? Achtung, Mikro bitte auf. Mann. Ich höre mich nicht. Sag mir an, wenn es an ist. Ja, nein, es ist nicht an. Hallo, jetzt. Ja, hallo. Wir haben Leute, die gerne Mitglied werden wollen, würden. Die sitzen hier, die dürfen nicht. Wir würden ihn gerne aufnehmen. Und dieser Ersetzungsänderungsantrag würde sonst nicht drankommen, weil wir sonst mit Paragraph 1 Präambel losmachen würden. Und da ist eigentlich kein Änderungsbedarf. Danke. Ja, ich habe gegründet, dass wir sonst mit nur 1 machen würden und dass es kein Änderungsbedarf sehen. So, das ist ein Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Boah, Kinder, das muss schneller gehen. Wer ist für diesen Antrag? Nochmal. Antrag, die Satzungsänderungsantrag 003 in dem Block, beginn, also an dem Beginn des Blocks sonstige Satzungsanträge zu ziehen. So. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Noch mal, die dafür stimmen? Ja, ich erkenne da keine Mehrheit. Es tut mir leid, ich lehne es ab. Die Ränge da oben mussten noch mal. Hier oben auf der Rengbahn eben kaum Rote, da sind mehr Grüne. Also das hast du nicht gesehen? Doch, das habe ich gesehen. Ja. So, ich erkenne keine Mehrheit. Ich kann das ja gerne dann nochmal wiederholen. Jetzt, ähm, ist das ein Gewinner? Ah, ein Gewinner. 0, 9, 7, 8, 2, 4. Wir haben da eine Ja-Karte. Ah, gefunden. Ein Berliner, ich bin enttäuscht. So. Jetzt, ähm, es tut mir leid, Julia. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz was Orga-mäßig sagen. Und ich bitte um Ruhe. Nur weil hier gerade nicht irgendwie abgestimmt wird, heißt das nicht, dass ihr quatschen sollt. So, jetzt bitte nochmal der Flo. Es geht um was Wichtiges. Also hört jetzt einmal zu. Liebe Piraten, ähm, ich werde hier im Antragsbüro gerade von GO-Anträgen auf Änderung der Tagesordnung gedost. Ähm, alle Themen sind wichtig. Es sind wirklich alle Themen wichtig. Wir haben uns auf eine Tagesordnung geeinigt. Nur weil euer Thema leider weiter hinten steht, es ist nicht weniger wichtig. Aber bitte überlegt euch, ob euer Thema wirklich, wirklich, wirklich so dringend ist, dass ihr den Parteitag weiter mit GO-Anträgen auf Änderung der Tagesordnung aufhalten müsst. Danke, Jochen. Nein, auf was? Das gibt es nicht. So, jetzt Julia für die Juppies. Kurzer Redebeitrag während der Auszählung. Hallo, liebe Piraten. Die meisten kennen mich hoffentlich inzwischen. Ich bin die Vorsitzende der jungen Piraten. Aber es gibt ja auch viele neue Piraten, die vielleicht noch gar nicht wissen, was die jungen Piraten sind und was wir machen. Also wir sind die Jugendorganisation der Piratenpartei. Wir stehen offen für alle Parteimitglieder oder auch nicht Mitglieder bis zum Alter von einschließlich 27 Jahren. Viele von euch fragen sich vielleicht, warum sollte ich in die jungen Piraten eintreten? Ich bin ja schon bei der Piratenpartei, bei den richtigen Piraten, sagen manche. Deshalb will ich kurz erklären, was wir machen und wozu wir da sind. Wir vertreten Interessen und Themen, die besonders für Jugendliche wichtig sind, auch gegenüber der Piratenpartei und bringen sie an junge Leute heran. Also zum Beispiel gibt es heute auf dem Parteitag den Antragsblock zum Jugendschutz, der auf einem Positionspapier der jungen Piraten beruht, der leider wahrscheinlich nicht mehr behandelt werden kann. Aber es geht uns darum, dass wir eben Interessen junger Leute bündeln und dafür sorgen, dass die auch in der Piratenpartei ihren Platz kriegen. Zwar sind die meisten von uns noch relativ jung, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir jetzt schon solche Strukturen etablieren für den Fall, dass es vielleicht die Piraten doch mal älter werden. Also die jungen Piraten sind im Schnitt um die 21 Jahre alt. Es sind wirklich im Gegensatz zu anderen politischen Jugendorganisationen Jugendliche, die sich dort engagieren. Ich möchte nur alle Neuen oder auch alle anderen unter 28, die noch nicht bei uns Mitglied geworden sind, herzlich einladen. Wir haben Mitgliedsanträge vorne am Interessen, und wir haben auch alle Parteimitglieder die Mitgliedschaft kostenlos. Außerdem wollte ich noch kurz darauf hinweisen, also die Garderobe wird heute und gestern von den jungen Piraten bestückt. Das ist selbstverständlich nicht unsere Hauptaufgabe, aber wir machen das trotzdem ganz gerne und es haben viele von euch auch schon sehr großzügig für die Garderobe gespendet und dafür wollte ich euch noch mal danken. Danke, Julia. Und jetzt noch ein kurzer Redebeitrag vom KAPA-Brief. Ein kurzer Beitrag. Danke. Dankeschön. Hallo allerseits, mein Name ist Dietmar Strauch aus Berlin und ich bin Redakteur des KAPA-Briefs. Wir haben diese Zeitung in diesem Jahr immerhin in einer halben Million Exemplaren drucken können und haben sie sehr erfolgreich in den Wahlkämpfen Berlin, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz eingesetzt. Und wir denken, dass wir diesen Ansatz verteilen einer Zeitung, um den Bekanntheitsgrad der Partei zu steigern, fortsetzen sollten. Wir haben dazu jetzt einen KAPA-Brief für diesen Parteitag hergestellt, den ihr hier findet und der ein erstes Exemplar einer neuen Serie darstellt, einer Serie, die nicht mehr regional bezogen und auf bestimmte Wahlkämpfe bezogen ist, sondern bundesweit eingesetzt werden kann und auch dies über einen längeren Zeitraum. Wir würden gerne versuchen, größere Auflagen dieses KAPA-Briefs und spätere Ausgaben zu drucken. Je größer die Auflage, desto niedriger natürlich der Einzelpreis und würden Landesverbände, Kreisverbände oder wen auch immer bitten, der Interesse zu formulieren und uns eine Nachricht zu schicken. Ob wir das vollständig aus Spenden finanzieren können oder zu einem gewissen Kostenbeitrag, das werden wir sehen. Aber wir haben hier eine zweite Aktion, die auch noch grundsätzlich das Fundraising wenigstens in bescheidenem Umfang unterstützen soll. Also ihr könnt hier, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, auf einem eleganten Wege fünf Euro per SMS spenden. Wir werden jetzt die KAPA-Briefe, die wir hier haben, drei, viertausende Exemplare, nochmal dort vorne auslegen. Wer will, kann sich dann einen Stapel oder zwei nach Hause mitnehmen und dort in seinem Verband oder wie auch immer. Ich komme bitte zum Ende und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Super, danke, lieber KAPA-Brief, du hast uns sehr geholfen in Berlin. So, jetzt haben wir da das Ergebnis. Ich bitte den Wahlleiter zur Verkündung. Was? Ich sage alles. Die Bildungspiraten treffen sich jetzt im Foyer. Okay, okay, das habe ich gesagt und jetzt das Ergebnis. So, Satzungsänderungsantrag 052 Modul A1A neu hat Nein-Stimmen, 339. Ja-Stimmen, 583 ergibt einen Prozentsatz von 63,23. Ist abgelehnt. Gut, dass wir gezählt haben, aber ich hatte recht. So, na gut, dann machen wir weiter. Wir kommen zu Modul 2. Hier gibt es auch mehrere Alternativen, wie euch bekannt sein sollte. Was? Möchtest du was sagen? Wir hatten doch schon die Vorstellung on Block. Also ich möchte nicht nochmal das vorstellen. Hier geht es um die Begrenzung von Firmenspenden. Wir machen erst wieder Wahl durch Zustimmung für alle vier, dann Stichwahl zu den beliebtesten beiden und dann die Entscheidung über den beliebtesten. Ich bitte um Ruhe und wir fangen an. Wer möchte über Satzungsänderungsantrag 055 Firmenspenden Modul 2A neu. Dies ist keine Firmenspenden. Das ist der Antrag, der keine Firmenspenden vorsieht, also komplettes Verbot von Firmenspenden. Wer möchte diesen abstimmen? Danke. Wir kommen dann zu dem Satzungsänderungsantrag 056 Firmenspenden Modul 2B. Dies ist der, der auf 500 Euro pro Jahr begrenzt. Wer möchte das? Danke. Wir haben 2C. Das ist der, der auf 1000 Euro begrenzt. Wer möchte das? Danke. Und wir haben 2D. Das ist der, der 5000 vorsieht. Wer möchte das? Ich sehe da eine Mehrheit zwischen keine und 5000. Dies würde ich jetzt in der Stichwahl abstimmen. Ich bitte dort auch mehr Leute dann teilzunehmen, egal ob ihr ihn annehmen wollt oder nicht. Für einen müssen wir uns entscheiden. Das macht die Sache einfacher. Ihr könnt auch alles ablehnen. Ja, natürlich. So, also, dann 2A. Keine. Wer möchte diesen? 2D. 5000 Euro. Wer möchte das? Okay, nochmal die Stimmen für A. Okay, ich sehe eine Mehrheit für A. Dann stimmen wir diesen ab. Also, wer möchte dem Antrag, Satzungsänderungsantrag 055 Firmenspenden Modul 2A neu, keine Firmenspendenannahme. Wer möchte das? Wer stimmt diesem Antrag zu? Wer lehnt diesen Antrag ab? Ja, der Antrag ist abgelehnt. Vielen Dank. Moment. Wir kommen zu Antrag, Satzungsänderungsantrag 058 Firmenspenden Modul 3A neu. Dieses ist das Transparenzmodul, das vorsieht, alle Einzelspenden ab 1000 Euro werden unverzüglich veröffentlicht. Darüber haben wir eben diskutiert. Wer möchte diesen Antrag annehmen? Wer möchte ihn ablehnen? Das ist eine eindeutige Zweidrittelmehrheit. Dieser Antrag ist angenommen. Wir kommen zu Antrag, Satzungsänderungsantrag 062, Modul 4. Erbschaften und Vermächtigste werden ohne Begrenzung angenommen. Da wir keine Begrenzung beschlossen haben. Egal. Wer möchte diesen Antrag vorannehmen? Wer möchte ihn ablehnen? Dieser Antrag ist angenommen. Vielen herzlichen Dank. So, es geht direkt weiter. Wir kommen zu Satzungsänderungsantrag 028, Tagung des Finanzrats, Ergänzung zur Beschlussfähigkeit. So, ja, das ist der Antrag von Matthias Schrade. Wo ist er? Möchte er seinen Antrag vorstellen? Sonst werde ich ihn verlesen. Herr Schrade möchte nicht reden. Er wollte eben die ganze Zeit. Wo ist er denn? Ich gebe ihm noch 5, 4, 3, 2, 1. Ich stelle fest, der Antragsteller möchte seinen Antrag nicht vorstellen. Ich werde ihn verlesen. § 22, Tagung des Finanzrats, Satz 1, der Sprecher oder einer der Vertreter laden zu den Tagungen ein. Die Ladung erfolgt in Textform spätestens am 15. Tage vor dem Sitzungstermin und enthält Angaben zum Anlass der Einberufung, den genauen Sitzungsort, Datum und Uhrzeit des Beginns der Tagung, sowie eine vorläufige Tagesordnung und die Angabe, wo weitere aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden. Satz 2, der Finanzrat tagt mindestens einmal jährlich, spätestens am 30. September eines jeden Jahres. Satz 3, der Finanzrat muss einberufen werden, wenn dies von A, mindestens 10% seiner Mitglieder oder B, vom Bundesvorstand oder C, vom Bundesparteitag oder D, von mindestens drei Landesvorständen gefordert wird. Satz 4, der Finanzrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 21 seiner Mitglieder anwesend sind. Satz 5, das in Absatz 4 genannte Quorum entfällt für Beschlüsse zur Tagesordnung, Ordnungspunkten, die durch Beschlussunfähigkeit vertagt werden mussten, auf der folgenden Sitzung des Finanzrats. Auf diesen Umstand ist in der Ladung ausdrücklich hinzuweisen. Satz 6, über die Empfehlung des Finanzrats ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und zeitnah zu veröffentlichen. Dann gibt es noch eine Anmerkung, diese entfällt aber. Da Herr Schrade seinen Antrag leider nicht vorstellen kann, möchte er jetzt aber darüber reden trotzdem. Er steht jetzt auf der Rednerliste, ich eröffne diese und Herr Schrade hat das Wort. Parteiarbeit ging vor. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, es sollte verhindern, dass der Finanzrat handlungsunfähig wird, indem dann eben dieses Quorum in der Folgesitzung aufgehoben wird. Ich habe das schon erlebt, in Projektgruppen, die ähnliche Regelungen hatten, beziehungsweise Korrektur, die diese nicht drin hatten. Und ich empfehle dringend, so etwas reinzunehmen, damit auch nicht einzelne Gruppen zum Beispiel den Finanzrat blockieren können. Danke. Gibt es sonst weiteren Redebedarf zu diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir darüber ab. Ich mache jetzt Abgeordnetenhaus-Style. So, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Danke. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen. So, damals war Abschnitt B, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich danke übrigens meiner hervorragenden Vorbereitung der Antragskommission. Ja, da ist Applaus angebracht. So, zwei Änderungsabträge, diese sind nicht konkurrierend, wurde mir mitgeteilt. Wir fangen an mit Satzungsänderungsantrag 63, Änderung des Abschnitts, Paragraf 1, Entschuldigung, Änderung des Paragraf 1, Abschnitt A. Antragsteller ist Florian Bokor. Moment, ach so, er soll winken. Ja, Herr Bokor, möchten Sie Ihren Antrag vielleicht vorstellen? Dann bitte ich doch. Darf ich mal kurz, du hast auch noch einen Teil B dieses Dings, oder? Sind das Alternativen, oder was ist das? Das ist eine hinzufügung. Okay, dann, ich sage, es gibt es, wir behandeln Satzungsänderungsantrag 63 und 64 gleichzeitig. 64 ist eine Zufügung zu Abschnitt 1 und kann eigentlich zusammen verhandelt werden, deswegen bitte ich den Antragsteller, der ebenfalls Florian Bokor ist, also seine beiden Anträge zusammen vorzustellen, um es ein bisschen zu straffen. Es geht mir in diesem Antrag um eine Konkretisierung des Paragrafen 1. Ich komme aus Sachsen, wir haben in Sachsen ein Problem, wir haben in Sachsen ein Problem mit Nazis. Wir haben in Sachsen ziemlich viele Nazis und wir als Piraten würden uns in Sachsen wahnsinnig gerne gegen Nazis engagieren. Leider haben wir Piraten, die der Meinung sind, dass jedes Engagement gegen Nazis gleich linksradikal ist. Aber ich hätte das ganz gerne in der Satzung. Ich bitte die Zwiesprache zu unterlassen aus dem Raum dort rechts. So, bitte. Ich bin in Sachsen im Landesvorstand und ich verbringe ungefähr 30% meiner Arbeitszeit, die ich für den Landesvorstand mache, damit mit irgendwelchen Leuten darüber zu diskutieren, ob ich linksradikal bin oder nicht. Ich bin nicht linksradikal, ich bin gegen Nazis. Danke, Flo. Willkommen zur Diskussion des Antrags. Bitte Redner, sich zum Mikrofon zu begeben und teile der ersten Rednerin das Wort. Bitte. Moment, das Mikro ist nicht auf. Jetzt. Ja, also ich bin dagegen, dass dieser Abschnitt aufgenommen wird. Unsere Satzung, wir sind nicht vorwiegend dazu da, Antifa-Politik zu machen. Es ist für mich selbstverständlich, dass wir uns gegen diese Tendenzen einsetzen. Es ist selbstverständlich, dass Holocaust-Leugnen, schon weil es ja sogar strafbewert ist, bei uns völlig untolerierbar ist. Aber ich möchte nicht eine Satzung, in der die vorwiegend sich damit beschäftigen, dass wir hier Antifa betreiben. Danke, ich sehe, Herr Siegel hat einen Antrag und ich tippe mal darauf, dass er darauf will, dass die Redeliste geschlossen wird. Ah, ein Meinungsbild über den Antrag. Welchen Teil? Beide zusammen oder einen von beiden? Okay, Herr Crackpille fragt, wer kann beiden Anträgen grundsätzlich zustimmen? Es gelten hier nur die Ja-Karten. Okay, wer kann das nicht? Okay, ich sage, es ist eine sehr deutliche Mehrheit. Und bitte jetzt zur weiteren Diskussion und möchte nochmal darauf hinweisen, dass bei Wiederholung von Argumenten ich mir vorbehalte, diese auch abzubrechen. Ah, ein GO-Antrag. Schließung der Rednerliste. Alles klar. Ja, dann gibt es dagegen Rede? Ja, formell, ich habe es gehört, danke. Gut, dann stimme ich darüber ab. Wer ist dafür, die Rednerliste jetzt zu schließen? Wer ist dagegen? Die Rednerliste ist geschlossen. So, wer ist der Letzte? Ektige Winkbewegung, falls noch jemand reden möchte. Herr Boris, möchtest du? Ah, er möchte. So, Boris winkt einmal. Er ist der Letzte. So, dann ist die Rednerliste jetzt geschlossen und ich bitte den nächsten Redner zu reden. Ja, mach du mal. Ja, hallo. Ich, Entschuldigung, nochmal, ich übergebe kurz, weil ich muss mal ein bisschen Pause machen. Ich komme zur Abstimmung dann wieder. Wahrscheinlich, weil ich zu blöd dafür bin, da kommt der Plätzchen dann wieder. Du hast gesagt, zur Abstimmung kommst du wieder. So, können wir die Uhr nochmal bitte auf eins machen, damit wir da... Okay, bitte. Ja, hallo, ich habe einen Kritikpunkt. Nationalistisch ist mir zu undifferenziert. Es gibt einschließenden Nationalismus, es gibt ausschließenden Nationalismus und es gibt völkischen Nationalismus. Man muss das differenzierter betrachten. Für mich ist das Wort Faschismus ausreichend. Ich möchte auf einen Antrag hinweisen, den ich gestellt habe, X042, zur Begriffsdefinition Faschismus. Da kommt der völkische Nationalismus drin vor, etc. Ich würde gerne diesen Antrag ablehnen und dafür den sonstigen Antrag X042 abstimmen. Danke. Dankeschön. Der Oliver, bitte. Dankeschön. Ja, stimmt bitte beiden Anträgen zu. Ich muss da nochmal kurz widersprechen, da haben wir die zwei Personen vor mir war. Natürlich findet antifaschistische Arbeit in demokratischen Parteien statt. Das soll bitte auch in der Satzung stehen. Danke. Dankeschön. Moment bitte. Wir haben einen Antrag auf Beschränkung der Gesamtzeit aller Redner zu einem Beitrag auf 20 Minuten für den restlichen Bundesparteitag hier in Offenbach. Das weiß ich. Vielen Dank. Das geht leider nicht. Wäre auch sehr undemokratisch. Ich wollte nur damit jetzt vermitteln, dass wir den TO zur Kenntnis genommen haben, aber nicht berücksichtigen können. Bitte, du hast das Wort. Ich möchte zur Unterstützung dieser Anträge aufrufen, denn gerade Nazis bedienen sich dem Spiel mit diesen Terminologien, explizit Nationalismus und Nationalsozialismus und Faschismus und dem rechtzeitig den Boden zu entziehen, halte ich für sehr wichtig. Vielen Dank und bitte schön. Ich bitte diesen Antrag dringend zu unterstützen. Wir sollten uns ganz klar positionieren. Die NPD wird aus Steuergeldern finanziert, gebe ich zu bedenken. Wir alle unterstützen eine meines Erachtens kriminelle und gewalttätige Vereinigung. Also bitte unterstützt diesen Antrag. Guten Tag, ich habe eine Frage. Da sind zwei Anträge gestellt. Könntest du vielleicht nochmal die Anträge differenziert darlegen, also wo die Unterschiede zwischen beiden Anträgen sind? Also die Frage ist, wie sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Anträgen? Also was spricht für den einen und was für den anderen? Frage an den Antragsteller. Dankeschön. So, Entschuldigung, wir mussten hier ein bisschen Verordnung suchen. Wenn du dir das anschaust, das eine ist eine Änderung des ersten Satzes, das zweite ist eine Anfügung an den ersten Absatz. Ich habe die getrennt gestellt, weil ich mir gedacht habe, dass sozusagen die Änderung ist vollkommen unstrittig, meines Erachtens nach. Und mit der Anfügung an den ersten Absatz würden wir einen Schritt weiter gehen. Sozusagen würden wir mit dem SEA 63 eine Position, die wir haben, konkretisieren. Und mit dem SEA 64 würden wir noch einen Schritt weiter gehen. Deshalb sind das auch zwei Anträge. Ich finde es ein bisschen traurig, dass alles, was das Wort national enthält, heutzutage absolut abgewertet wird. Wir sind nicht die NPD. Es ist richtig, dass man gegen solche Tendenzen vorgehen muss, aber allein das Wort nationalistisch hier komplett im negativen Kontext zu haben, ist schrecklich. Ich möchte es nicht als verwerflich finden, die deutsche Nationalhymne singen zu können. Ich möchte es nicht als verwerflich sehen, eine Deutschlandfahne besitzen zu dürfen. Und ich finde es sehr traurig, dass es Tendenzen in dieser Partei gibt, so etwas abzuwerten. Danke. Vielen Dank. Du bist dran. Ja, ich möchte eigentlich grundsätzlich sagen, dass wir dem Antrag zustimmen sollten. Die Piratenpartei sollte sich gegen alle Bewegungen, die gegen unser freiheitlich-demokratisches Grundprinzip verstoßen, wehren. Aber ich plädiere dafür, den Antrag zu ändern und wirklich das Wort nationalistisch rauszustreichen. Weil man muss es differenziert betrachten. Historisch gesehen ohne Nationalismus keine französische Revolution. Ohne Nationalismus gäbe es viele Dinge, auf die wir uns heute berufen, einfach nicht. Und deswegen wirklich bitte ich den Antragsteller darum, den Antrag dahingehend zu ändern. Dazu müsste er ihn zurückziehen und neu stellen. Ich mache nochmal darauf aufmerksam, die Rednerliste ist hinter Boris geschlossen. Können wir nicht mehr berücksichtigen, tut mir leid. Bitteschön, du hast das Wort. Ich möchte nur alle aus rein praktischen Gründen bitten, mindestens einem dieser Anträge zuzustimmen. Die Schiedsgerichte brauchen eine praktikable Handhabung aus der Satzung heraus, um solche, nur ich sag's mal, dezent missliebigen Mitglieder auch ausschließen zu können. Ich finde das einfach ein bisschen doof, dass man so konkrete Sachen in die Satzung schreiben muss. Wir haben bestimmt viele Organisationen, die wir ausschließen möchten, möglicherweise Scientology, möglicherweise irgendwelche anderen. Und ich finde es doof, dass man immer diese Ausnahme für die rechten Organisationen macht, obwohl wir die natürlich ablehnen. Vielen Dank, bitte. Eine alte Hamburg, ich finde es auch doof, so etwas in die Satzung schreiben zu müssen. Aber erstmal, es ist schon richtig, durch Nationalismus wäre in Europa vieles nicht entstanden. Es ist aber auch vieles durch Nationalismus entstanden, was wir heute eigentlich nicht mehr so gerne möchten. Und Ismen sind immer negativ konnotiert. Das möchte ich bitten, nicht zu vergessen, es hat nichts mit dem positiven Nationalgefühl zu tun, wie immer sich das definiert. Außerdem, solange hier ein Holocaust-Leugner und jemand, der von Helsing als Lektüre empfiehlt, mit Stimmkarten steht, der angeblich gestern disakkreditiert wurde, solange möchte ich da noch viel mehr drin stehen haben. Könnt ihr mal die Uhr zurücksetzen? Also zunächst mal, das Zeigen der schwarz-rot-goldenen Flagge oder das Singen des Deutschlandliedes, das hat nichts mit Nationalismus zu tun, das wird auch weiterhin erlaubt sein. Und dann möchte ich noch sagen, oberstes Gebot im Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und wir sind die Partei des Grundgesetzes. Und Faschismus ist eine Ideologie, die die Würde des Menschen mit Füßen tritt. Und deswegen möchte ich da auch rufen, die Änderungsanträge zu unterstützen. Dankeschön. Sagt ihr mir, ah, ihr seid, bitte. Paragraf 1 unserer Satzung ist der Teil der Satzung, der höchstwahrscheinlich am meisten gelesen wird und es ist der, der uns auch am abstraktesten beschreiben sollte, meines Erachtens. Deswegen halte ich diese Änderungen des Paragrafen 1 nicht für zielführend, da hier Spezialitäten genannt werden, die meines Erachtens durch den Begriff der faschistischen Tendenzen, die wir ablehnen, bereits vollumfänglich darin stehen. Ich würde mich also dafür aussprechen, diesen Anträgen nicht zuzustimmen, gleichwohl aber zu prüfen, inwiefern man das, was damit gewollt ist, eventuell an anderer Stelle im Parteiprogramm oder in der Satzung in einer unserer folgenden Parteitage aufzunehmen. Vielen Dank. Dankeschön. Nationalsozialismus ist keine Meinung, es ist ein Verbrechen. Nationalsozialismus als Wegbereiter dafür ist abzulehnen und zwar in all seinen Spielarten. Ich finde es gut, wenn Leute das differenziert betrachten, weil man es differenziert bekämpfen muss, aber als Ganzes hat es bei uns nichts zu suchen. Es gehört in die Satzung als Mittel für die Schiedsgerichte und es gehört ganz klar, dieses Ding abzulehnen ist eine große Einladung an die Rechten für die Piratenpartei, das abzulehnen, wäre eine Katastrophe. Danke. Wir haben gestern den hervorragenden Antrag gemeinsam gegen Rassismus beschlossen, der die Problematik in deutlich besserer Tiefe und Ausarbeitung und auch an der richtigen Stelle, nämlich im Parteiprogramm aufgreift. Was die Satzung angeht, da ist es fehl am Platze und da ist die jetzige Auslegung ausreichend. Deshalb bitte, Butter bei die Fische im Parteiprogramm haben wir es stehen und dass Nazis bei uns nichts zu suchen haben, war auch vor der Programmänderung klar und nach der Programmänderung ist es noch klarer und der Antrag ist überflüssig. Vielen Dank, damit ist die Rednerliste geschlossen. Wir haben ja jetzt hier zwei kommunizierende Anträge vorliegen. Komm, habe ich gesagt, kommunizierend, bitte. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag auf geheime Wahl zu diesem Thema. Ja, Abstimmung, ja, Entschuldigung. Ich bitte jetzt für die Ja-Stimmen für eine geheime Wahl. Das sind... Ja, wer möchte diesem Geschäftsordnungsantrag zustimmen auf geheime Abstimmung zu diesem Antrag, der hebt jetzt bitte die grüne Karte. Wer lehnt eine geheime Abstimmung ab? Das ist sehr deutlich. Ich gehe, glaube ich, mit der Versammlung einher, dass... 10 Prozent? Ja, da müssen wir auszählen, Leute. Das können wir ja so nicht jetzt... Okay. So, in der Zeit macht der Philipp noch was und dann sind wir weiter. Danke. Moment, bitte. Ich habe leider eine traurige Mitteilung für den Besitzer eines Ford Fiesta mit dem Kennzeichen Offenbach ER69. Gelesen, Offer 69. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Moment, das ist jetzt ernst. Stopp, nein. Ich finde das Kennzeichen auch sehr lustig. Aber der Besitzer dieses Fahrzeugs... Die Scheibe wurde eingeschlagen und es wurde vielleicht etwas entwendet. Bitte begib dich zu einem Auto. Dringend. Ach so, und der Reifen ist kaputt. Ja, gut. Also das Auto wurde beschädigt und wir brauchen ihn. Ah, der Zeuge... Wir haben auch einen Zeugen. Komm mal nach hier vorne am besten erstmal. Also, der Besitzer des Fahrzeugs oder Fahrer, nicht oder Eigentümer, je nach Definition. OFER69, bitte dahin zu dem Mann mit dem roten T-Shirt. Dann haben wir das jetzt geklärt und wir können dann weitermachen mit dem Formal-Fu. So, wir haben jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf geheime Abstimmung. Da habt ihr gestern irgendwie eine ganz großartige Geschäftsordnungsstelle beschlossen. Und zwar brauchen wir jetzt 10% der abzugebenden Stimme. Können wir nochmal die Abstimmung so wiederholen, ohne auszuzählen? Vielleicht wird es irgendwie ersichtlich, dass es deutlich über 10% sind. Oder wir müssen die Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auszählen. Das dauert dann halt alles wieder ein bisschen länger. Und wir haben eine kleine Unterbrechung. Also, bitte alle Ja-Stimmen jetzt mal hoch. Also, wer ist für eine geheime Abstimmung? Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt mal grob aus. Achso, und auch um das Ganze zu beschleunigen, kann ich bitte die aktuelle akkreditierte Zahl bekommen? Ich weiß, der abgegebenen Stimmen, aber wenn 10% der Akkreditierten jetzt Ja sagen, dann sind wir auf jeden Fall über 10% der abgegebenen. Bei der letzten Abstimmung waren es noch 100 Millionen von Stimmen. Also, ich komme auch auf 2 Millionen von Stimmen. Ich komme auch auf etwa 2 Millionen von Stimmen. Ich komme auch auf 2 Millionen von Stimmen. Ich komme auch auf 2 Millionen von Stimmen. Ich komme auch auf 2 Millionen von Stimmen. Der halbe Tisch da hinten wurde zum Beispiel heute Morgen gar nicht akkreditiert, woher wollte ich wissen, wie viele wir sind. Das kann gar nicht. Ich bin vollkultig ohne ein paar Kultus rein, aber das kann sich nicht eigentlich kriegen. Ich muss auf jeden Fall noch die Abkreditierten schon ausziehen. Das kann man nicht. Ich glaube, wenn wir die Zahl der letzten Stimmen nehmen, dann müssen wir die Zahl, dass wir 9 Millionen von Stimmen nicht nehmen. Nee, aber das kannst du nicht nehmen. Das kannst du nicht nehmen. Das kannst du nicht nehmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir gestern bei dem Beschluss zum BGG zwei Drittel der hier anwesenden, abstimmenden Piraten hatten. Und jetzt verletzt du... Ja, aber das hat jetzt 10 Prozent auf der Akkreditierten gerade. Wir müssen uns schon entscheiden, nach welchen 10 Prozent der akkreditierten Stimmen. Das ist nur so. Jochen, wir müssen jetzt eigentlich mal was hier. Da meint. Ja, wir müssen schon kommen. So, ja. Nein, Stimmen jetzt auch. Das kann man auch... Also, ich habe Pisschen gefällt. Gut, danke. Jetzt die Nein-Stimmen, bitte. Und bitte oben lassen. Nein-Stimmen sind keine Jacke. Nur die rote Taten, bitte. Die rote Taten, bitte. Ich stehe hinten den Rang komplett durch. Jetzt dauert ein bisschen lange, bis sie sammelt. Wir arbeiten. Gut, tut mir leid, das ist absolut verworren. Gerade wir müssen über diesen GO-Antrag abgezählt abstimmen. Ich habe hier den Vorschlag, dass wir es einfach so geheim machen, weil der Zeitaufwand für die Abstimmung über einen GO-Antrag auszuzählen einfach echt zu groß ist. Vielleicht kann irgendjemand einen Antrag stellen, die Geschäftsordnung mal wieder zu ändern. Vielen Dank. Ich bitte jetzt erst einmal, dass sich alle hinsetzen, die keine Wahlhelfer sind. Tersales, kannst du bitte dein Interview außerhalb meiner Sicht machen? Ich muss hier arbeiten. Tut mir leid. So, bitte alle hinsetzen, die keine Wahlhelfer sind, Wahlhelfer irgendwie kenntlich machen, dass ich weiß, ob ihr alle da seid. Ich habe das auch. Ich habe das auch. Gut, wir geben Sie die Wahl zu schlagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bitte auch, also wie so ein Durchsag geht jetzt nicht hier in den Saal, sondern oben in das Pressebüro. Wenn ihr mit abstimmen möchtet, möchtet ihr bitte runterkommen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer Nein für 064 stimmen will, kreuzt die 4 an. Hat das jeder verstanden? Bima-Team, könnt ihr das irgendwie dahin projizieren? Das Streamen muss noch nicht aussehen, weil die Abstimmung noch nicht begonnen hat. Bima-Team, könnt ihr die Verteilung 1 bis 4 auf die Leinwand beamen? Also momentan ist meiner Meinung nach kein weiterer Redebedarf und auch GO-Anträge gehen jetzt erst einmal nicht. Und die Wahl ist übrigens noch nicht eröffnet. Und die Wahl ist übrigens noch nicht eröffnet. Die Nummer 4 bezüglich des Satzungsantrags, die Nummer 4 bezüglich des Satzungsänderungsantrags 064. Ich hoffe, das hat jetzt jeder begriffen. Vielleicht bekommen wir es noch an die Wand. Und dann bitte ich jetzt meine Wahlhelfer, die leeren Urnen hochzuheben, dass jeder sehen kann, dass sie leer sind. Jetzt bitte ich das Streaming-Team für die Dauer der Abstimmung, den Stream auszuschalten und die Presse für die Dauer der Abstimmung auszuschalten. Hey, Wahlhelfer! Wenn kein Kreuz ist, ihr macht euch eine Strichliste für 1, 2, 3, 4. Wo ein Kreuz ist, macht ihr einen Strich als Zählung. Wo kein Kreuz ist, macht ihr einfach kein Kreuz. Eine Enthaltung ist eine verdammte Nullstimme. Auch wenn mein gelehrter Kollege anderer Meinung ist, ihr könnt bitte mit dem Auszählen beginnen. Macht das bitte an euren Plätzen. Hinweis an das Streaming-Team und die Presse, ihr dürft jetzt wieder. Hinweis an alle, die den Auszählungsvorgang beobachten wollen. Bitte drängelt die Wahlhelfer nicht. Gebt ihnen Platz, damit diese arbeiten können. Nachdem der Wahlgang, Abstimmung beendet ist, übergebe ich wieder an die Versammlungsleitung. Ich danke unserem kompetenten Team. Und jetzt kommt die Rede. Können wir? Lüften. Ja, den GO-Antrag auf Lüften haben wir leider nicht eingeführt. Ich bitte, dass der Orga-Leitung, die ja auch gleichzeitig die Versammlungsleitung ist im Moment, das zu veranlassen, dass bald gelüftet wird. Und jetzt begrüßen wir unseren Gast der Piratenpartei Russland. Heißt Sie herzlich willkommen. Applaus Friends, citizens, pirates. As you gather here, you are not a German party. You are the flagship on the international community of freedom fighters. Applaus The enemies of liberty, free ideas and culture and the net must know that the price of that policy is being kicked out of the office, being fired, being fired for incompetence toward the office and the public. No people in the world have shown that better than you who are sitting here today. And I think, is it something you should be proud of? But paradoxically, the net is not only liberating of ideas. At the same time, it is the greatest equalizer that humankind had ever invented. The ability to tell your own story means that nobody is able to hijack your interests and claim to speak in your name ever again. Applaus What this means is that a nine-year-old girl in Paris in Paraguay with her first laptop is unequal to all of us sitting here in the rich parts in the world. That is, I think that is something fantastic and something worth defending. Applaus So, ironically, we are better at liberty than those who would prefer. And we are better at equality than those who would previously call themselves socialists. And we are better at equality than those who would previously call themselves socialists. This is why the net changes world more than the printing press did. Applaus But there are those who would prevent this liberty, participation, and equality. Those who see that it removes their privileges. Privileges of interpretation, of telling lies, and of deceiving the world for profit. The battle has only just begun, and they have won many victories. It is us, and only us, who have discovered their critical weakness, their very political power. We are one of the last lines of defense, of all that we believe in. Applaus The world is watching, but the world is not watching to see when we trip over for the opportunity to laugh at us. No. No. Not anymore. They are watching us in respect. They are watching us so they can copy us. Applaus I have a hard time thinking of a finer and more honest way to show us respect. Fair wins, my friends. The decisions you have made yesterday, and will make today, will be wise. I am proud to call myself a pirate. The own cleanerss. I am proud to call myself a pirate. Applaus Ja, danke, vielen lieben Dank für diese schönen Worte und jetzt kommt Torge, Spitzenkandidat Schleswig-Holstein für die Landtagswahl mit einer ganz kurzen Ansprache und dann kommen wir zu den Ergebnissen hoffentlich. Torge, bitte. Ja, moin, da hat mir jemand gerade ganz schön die Show gestohlen. Also, eigentlich hätte ich Ihnen eine richtig wunderschöne Rede vorbereitet, aber ich habe das jetzt mal spontan auf den Haufen geschmissen. Ich halte mich kurz. Ich bin Torge, ich bin Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein. Ich wollte eigentlich nur ein paar Worte zum Wahlkampf sagen. Es wurde schon viel erzählt darüber, aber ich denke, es ist einfach die Wahl nächstes Jahr in Schleswig-Holstein. Wir sind die Einzigen, die wirklich nächstes Jahr wählen. Die einzige Landtagswahl, dem sprechen sie wichtig für uns Piraten. Das bedeutet, wenn wir in Schleswig-Holstein abschneiden, wirklich gut abschneiden, dann können wir beweisen, dass wir auch in einem konservativen Flächenland wirklich stark sind, auch wirklich gewählt werden können und auch wirklich bereit sind für die Bundestagswahl. Wir sind nämlich nicht nur ein urbanes Phänomen in Berlin, sondern uns gibt es tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, sogar auch in Russland, wie wir gerade gesehen haben. Daher meine Bitte an euch, wir brauchen Hilfe, ganz, ganz, ganz dringend. Wir brauchen zum Beispiel jemanden akut, der uns eine richtig geile Wahlkampfseite baut. Da fehlt uns im Moment echt die Ressourcen. Wir brauchen an allen Ecken und Kanten Hilfe. Von daher bitte ich euch, wenn ihr uns wirklich helfen wollt, und das ist sau wichtig, dass ihr das macht, schreibt eine Mail an koordination.atpiratenpartei-sh. Danke. Tja, ein DE fehlt da natürlich noch. Haben wir Ergebnisse? Nein, wir haben ein Ergebnis. Leere Umschläge werde ich jetzt mal nicht zu. Ah, wir haben auch noch Stimmkarten gefunden. Irgendjemand, der nicht an der Wahl eben teilgenommen hat, mit der Nummer 097654, hat seine Ja-Karte verloren. Das bist du. Wie immer unten beim Antragsbüro abzuholen, genauso wie die Nummer 097656, das ist die Nein-Karte. So, wir haben jetzt noch einen Vertreter der Deutschen Bahn AG hier, der uns kurz was zum öffentlichen Personennahverkehr sagen will, da das ja alles hier noch etwas dauert. Viel Spaß. Ahoi, liebe Piraten, ich bin Zugschaffner vom IC 2254 Berlin, Offenbach. Ich kann euch gleich was zum Thema sagen. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Nazis in unsere Züge unterwegs sind. Den würde ich die Fahrausweise ungültig machen und rausschmeißen, wenn sie sich irgendwo zusammenrotten wollen. So, ansonsten, bei unserem Vorstand gibt es gewisse Bedenken den Piraten gegenüber. Vorsichtshalber wurden schon mehrere Fährschiffe in der Ostsee verkauft. Ich selber bin eigentlich ja eine Pirat, weil ich so für den fahrscheinlosen Nahverkehr natürlich bin. Dann müsste ich ja nur noch die Leute kontrollieren, die darauf bestehen, unbedingt einen Fahrausweis vorzeigen zu wollen. Das wären aber dann nur noch die Idioten übrig, wahrscheinlich FDP-Wähler. Auf dem Weg hierher, allerdings gestern früh im Zug, waren mehrere Piraten in ihrem Abteil drinne von Berlin aus schon und empörten sich, dass die Bahn jetzt die Fahrpreise erhöht wegen der gestiegenen Stromkosten und meinten, bei sich zu Hause würde auch kein anderer den Strom bezahlen. Und was haben die denn gemacht? Dann haben die im Abteil angeschlossen, eine Mikrowelle, ein Einschweißgerät, zwei Plattenkocher und meinten, bis Offenbach hätten sie für drei Wochen vorgekocht. Dann habe ich meine Frau noch angerufen, weil ich jetzt doch hier länger geblieben bin. Die wollte wissen, wie stehen die Piraten zur Religion. Da sage ich, du, wisst ihr, alle drei Weltreligionen sind hier vertreten, also Christentum, Islam und BGE. Wobei, ich meine, für die, die jetzt dann den Kürzeren gezogen haben bei der Abstimmung, seht es sportlich. Wenn ihr glaubt, ihr habt eine zu dicke Kröte geschluckt, könnt ihr ins nächste Dschungelcamp und dann spenden wie Rainer Lankhans. Vielleicht noch, es gibt eine Meldung, die kam über einen Bahnticker, das ist noch nicht bestätigt. Der Karl Theodor von Judenberg soll jetzt in Bayern bei den Piraten sich gemeldet haben, weil er unsere Position zum Urheberrecht so interessant findet. Ob sein Aufnahmeantrag echt ist oder Plagiat, ist aber noch nicht raus. So, dann hatte ich mich eigentlich auf, ich habe gehört, sonst gibt es immer Kandidatengrillen bei den Piraten. Das findet bei diesem Parteitag nicht statt. Dann habe ich mir eine Frau wieder gesagt, du wirst, auf den Nerzmantel musst du noch warten. Ciao. Ja, herzlichen Dank. Du hast ja auch schon unsere Wahlparty mit dem BVG verschönert. Ich hoffe, die Stimmung steigt. Wir kommen jetzt mal wieder zu was Ernsten. Der nächste ist Vorratsdatenspeicherung. Warst du das? Nein. Nein. Was möchtest du? Auf was? Also, nochmal für den Dritten. Es gibt keinen GO-Antrag, ein TV-Team aus dem Saal zu verwenden. Und selbst wenn du es beantragen würdest, ich würde es nicht behandeln, weil ich das nicht gut finde, die Presse einfach Einzelne rauszupicken. Also, nein. Jetzt kommen wir zu was Wichtigen, nämlich Aktionstag gegen Vorratsdatenspeicherung. Der Nächste, der sich mit einem Redeslot bei mir gemeldet hat. Dann kommen noch zwei andere. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt Vorratsdatenspeicherung, Kernthemen und so. Vielen Dank. Mein Name ist Patrick Breyer, stolzer Pirat und Mitglied im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Leider ist vor sechs Jahren die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen worden, und zwar am 14.12. Und zum Jahrestag wollen wir eine Protestaktion machen, und zwar auch wiederum am 14.12., das ist ein Mittwoch dieses Jahr, und zwar vor Büros von Abgeordneten, die für Vorratsdatenspeicherung sind, Spinnen und Spinnennetze aufhängen, um zu symbolisieren, was alles im Netz hängen bleiben würde, wenn man völlig ohne Verdacht unsere Verbindung, unsere Bewegungen von der ganzen Bevölkerung protokollieren würde. Ich bitte euch, euch den Piratenstammtischen anzuschließen, die schon mitmachen bei dieser Protestaktion, und alle am 14.12. zu zeigen, dass wir genauso wie zwei Drittel der Bevölkerung nicht damit einverstanden sind, dass völlig ohne Verdacht unser Verhalten hier protokolliert und aufgezeichnet werden soll. Weitere Infos zu diesem Aktionstag findet ihr auf Vorratsdatenspeicherung.de. Vielen Dank. Lieben Dank. Nächster Redebeitrag, wenn die Wahl... Wie lange braucht ihr noch Wahlleitung? Ihr braucht noch. Zwei bis drei Minuten. Die hat jetzt der Kegelklub, die wollten mich noch eine Umfrage bekannt geben, und dann kriegen wir hoffentlich die Ergebnisse. Der Kegelklub, meine Damen und Herren. Wir sind nur Teile des Kegelklubs, hallo, und es geht auch ganz schnell, wir wollen euch gar nicht so viel erzählen. Es geht um die Frage nach dem Geschlecht und Gender, Popenda und Tralala, ein ganz großes Thema. Alle reden darüber, die Presse kann gar nicht aufhören, darüber ganz viele Dinge zu schreiben, die ganz oft nicht wahr sind. Ja, Entschuldigung. Und wir haben deswegen uns überlegt, was kann man tun, und eine Umfrage entworfen, um mal sachliche und objektive Fakten festzuhalten. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wer fühlt sich diskriminiert? Wer fühlt sich wie, welchem Geschlecht zugeordnet? Und wie ist eigentlich die Situation? Und das ist auch eine gute Umfrage. Wir haben da gestern Flyer für verteilt. Es wäre super, wenn ganz viele daran teilnehmen. Je mehr daran teilnehmen, desto fundierter und objektiver werden die Ergebnisse hoffentlich sein. Die sind auch nach empirischen Standards, ist diese Umfrage entstanden. Laura kann ja noch mal ganz kurz was dazu sagen, aber ich bitte euch wirklich alle daran teilzunehmen. Ja, hallo. Nein, auch verheiratete, auch transsexuelle Eichhörnchen, die Umfrage ist für alle da. Miriam hat es gerade schon gesagt, die Umfrage ist relativ ausführlich, deshalb, weil wir ein objektives Bild einfangen wollen. Wir wollen wirklich mal die Sachlage einfach in der Partei erheben. Diese Umfrage ist nach wissenschaftlichen Standards erstellt. Ihr findet diese Umfrage, und jetzt ist wichtig, unter www.kegelclub.net ab Ende nächster Woche. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sich einfach ganz viele von euch beteiligen und auch einfach noch mal eure Meinung zu diesem Thema reinkippen. Es geht weder für noch gegen eine Quote. Es geht darum, einfach wirklich diese Gender-Pupenda-Diskussion ein bisschen zu versachlichen. Danke. Kegelclub.net Kegelclub.net Ja, so, dann habe ich noch zwei Sachen. Dein GO-Antrag kommt gleich, wenn es fertig ist, aber er ist zur Kenntnis genommen, Pavel. Und die Presse braucht noch zwei Leute mit Auto, die gerne fahren würden für die Presse als Shuttle-Service. Die mögen sich bitte wo melden? Bei ihm, da vorne an der Bühne, von euch gesehen aus links der Bühne. Jetzt läuft er Richtung rechts und steht bei Willen. Da bitte melden. So, und wir haben noch eine Danksagung der Polizei in dieser Stadt. Offelbach, genau, die Polizei Offelbach. Dankt uns, nämlich diesen aufmerksamen Piraten, die das Auto, das ich eben durchgesagt habe, beobachtet haben. Dieses Auto war gestohlen und wurde hier gestern Abend abgestellt. Sie haben gerade ein gestohlenes Auto gefunden. Ja, Piraten sorgen für Recht und Ordnung in Hessen. Ich hoffe, da kann die Bundespresse was draus machen. Ja, statt Kameras brauchen wir jetzt also Piraten. So, wie lange braucht ihr noch? Noch vier Wahllokale, da gebe ich noch einmal Fabio das Wort. Bitte Fabio, Herr Abgeordneter, Entschuldigung. Ja, danke, Plätzchen. Fabio Reinhardt, mein Name, ich bin aus Berlin. Und wir haben jetzt als Fraktion in Berlin natürlich auch viele Verpflichtungen, aber auch viele Ressourcen und Möglichkeiten bekommen, unsere politische Arbeit auf breitere Füße zu stellen. Und eines der ersten Themen, die wir jetzt ein bisschen umfangreich auch angehen wollen, ist das Thema, was auch sehr intensiv diskutiert wird, und zwar Integration. Wir haben auch ein integrationspolitisches Programm schon geschrieben, mit dem wir, also ein Grundsatzprogramm, was wir in Berlin auch schon verabschiedet haben. Aber da sind natürlich noch nicht irgendwie, ja, sehr viele Details drin. Das ist erstmal eine grundsätzliche Herangehensweise an das Thema. Und deswegen wollen wir jetzt im Januar eine Konferenz zu dem Thema abhalten, also eine Integrations-Inklusionskonferenz. Der Schwerpunkt liegt auf dem Themenbereich Migration. Und das wird eben am 2. Januar-Wochenende stattfinden. Wir werden die Konferenz zum großen Teil auch im Abgeordnetenhaus stattfinden lassen können. Und uns aber wahrscheinlich auch noch extra Räume dafür anmieten. Ja, also ich, für die Arbeit, die wir in Berlin leisten wollen, sind wir natürlich sehr stark eben auch auf euch angewiesen. Wir können natürlich viel rumrödeln und irgendwelche Dinge tun, die wir für richtig halten. Aber gerade für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir viele Impulse von außen bekommen. Von Experten, von unabhängigen Gruppen, aber eben auch aus der Partei. Und deswegen seid ihr eigentlich alle ganz herzlich eingeladen, auch an dieser Konferenz, an diesem Workshop-Wochenende teilzunehmen. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann meldet euch einfach bei mir oder schaut mal in den nächsten Wochen auf den Fraktionsblog. Da werden wir noch ein bisschen was dazu schreiben. Und ansonsten markiert euch schon mal das, wenn ihr an dem Themenbereich Integration irgendwie Interesse habt, markiert euch schon mal das 2. Januar-Wochenende. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Einfluss nehmen wollt auf unsere Fraktionsarbeit, könnt ihr zum Beispiel auch das Liquid-Feedback auf Bundesebene benutzen. Da hören wir im Regelfall auch drauf. Danke, Fabio. Ich habe ihr inzwischen einige GO-Anträge vorliegen. Diese werde ich behandeln, sobald die Ergebnisse vorliegen. Das Problem ist, langsam häufen sich die Doppelungen. Und ich werde diese, weil sie alle denselben Sinn haben, größtenteils dann zusammenfassen, in einen, das sei mir mal gestattet, das dürfte die Sache vereinfachen, Sie meinen fast alle dasselbe. Noch einen anderen zur Geschäftsordnung, aber auch der kommt dann später dran. Den habe ich ja schriftlich vorliegen, der soll begründet werden, kein Problem. So, ich frage nochmal, dass die Wahlleitung... Jochen? Gut, das Ergebnis wird noch nicht verkündet, höre ich. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Redebeitrag, und zwar von der Flaschenpost der anderen Veröffentlichungsplattformen. Wo ist er denn? Da rennt er. So, dann jetzt bitte deine zwei Minuten rum, und dann hoffen wir, dass wir Ergebnisse haben. Moin. Jetzt bin ich froh, doch noch was sagen zu können. Ich freue mich ein bisschen über das Gemurmel hier, denn es zeigt, dass die meisten hier im Saal die Flaschenpost schon kennen. Trotzdem bitte ich um etwas Ruhe, um die wenigen, und den wenigen, die es noch nicht kennen, eine Chance zu geben, was zu hören. Du darfst ganz kurz. Es fehlt noch Wahllokal 3. Wahllokal 3 hat noch nicht das Ergebnis abgegeben. Können wir die Folien bitte haben? Gut. Was ist die Flaschenpost? Anders als die anderen Parteien, Zeitschriften wie Vorwärts oder Bayernkurier, sind wir im Online-Format. Wir lügen also nicht wie gedruckt. Die Flaschenpost ist das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei. Wir berichten aus den Medien, wir berichten Internationales, wir berichten von Bundes- und Landesparteitagen, wir berichten Kommentare, Piratige 5 Minuten als Kolumne und Specials auch zur Bundestagsparteitag-Vorbereitung. Wir hatten auch viele Specials hier zu diesem Parteitag und einzelne Anträge vorgestellt. Was gibt es für die Piraten bei uns zu lesen? Es gibt Ankündigungen und Berichte über Aktionen. Wir machen Bannerwerbung, die sehen wir gleich noch. Wir stellen AGs vor oder Servicegemeinschaften und wir haben natürlich auch Gastartikel. Wir als Redaktionsteam verstehen uns auch als Dienstleister für die Piratenpartei. Das heißt, wenn eine AG was in die Öffentlichkeit, in die Piraten tragen möchte, sind wir froh, wenn wir angesprochen werden, kommt auf uns zu. Wir sitzen auch hier vorne am Pressetisch und sprechen gerne mit euch und bringen eure Artikel bei uns raus. Die Flaschenpost erscheint in mehreren Erscheinungsformen. Es gibt unter flaschenpostpiratenpartei.de unsere Online-Zeitung. Man kann es natürlich auch abonnieren als E-Mail und es gibt noch ein PDF-Format, das man ebenfalls abonnieren kann und hat dann eine schöne Printvorlage davon. Zurzeit haben wir über 7.000 Abonnenten. Wir haben sehr, sehr viele Klicks. Der beliebteste Artikel, der geschrieben wurde, hatte den schönen Titel, wie die Piratenpartei wirksam bekämpft werden kann und der beschrieb dann solche Dinge wie Handreichungen, kleine Tipps für die anderen Parteien, wie man gegen die Piratenpartei vorgehen kann. Beispielsweise schafft die Studiengebühren ab, schwört der Vorratsdatenspeicherung ab, solche Dinge. Und der wurde sehr, sehr oft angeklickt. Hat mich persönlich sehr gefreut. Der Kompass und der Kaperbrief, von dem wir auch schon gehört hatten, übernehmen auch gelegentlich Artikel für uns. Alle Artikel, alle Bilder auch stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Was bieten wir unseren Lesern als Service an? Es gibt auf Facebook eine Seite für die Flaschenpost. Wir kündigen neue Artikel auch via Twitter an. Das heißt, es lohnt sich, den Flaschenpost-Account zu folgen, weil man gleich erfährt, wann in der Flaschenpost, also in der Web-Ausgabe, ein neuer Artikel erscheint. Wenn man die Flaschenpost jetzt lesen möchte, wie macht man das? Man geht auf flaschenpostpiratenpartei.de und abonniert beispielsweise den E-Mail-Newsletter oder auch das PDF. Und einen Link zum Abonnieren gibt es auch auf www.piratenpartei.de, also auf unserer Hauptseite eigentlich. Der Leser und die Flaschenpost, wir freuen uns über jeden neuen Leser, wir freuen uns auch über neue Autoren und Lektoren. Wir freuen uns, wenn es Interesse gibt von Piraten, die uns mit der Technik unterstützen möchten. Technik bedeutet für uns die Webseite, das bedeuten aber auch die Podcasts, die mit dabei sind. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über Spenden, das kann man für jeden einzelnen Artikel über Flatter machen. Kontakt zur Flaschenpost findet man an die Redaktionsadresse, an die man schreiben kann, redaktionsflaschenpostpiratenpartei.de und ganz kurz möchte ich mich noch beim Team für die ganz hervorragende Arbeit bedanken, vor allem bei Gevion Thürmer, die die Chefredaktion übernommen hat und das ganz fantastisch macht, aber auch die einzelnen Autoren, die Autoren, die Lektoren, die quasi diejenigen sind, die die Sache mit der Rechtschreibung und der Kommasetzung beherrschen. Die Autoren tun das nicht immer, ich bin da ganz weit vorne. Die kümmern sich um den Satz, um die Grammatik, auch um die Grafiken. Wir haben den Fotografen, der für die schönen Bilder sorgt und für die Grafiken sorgt. Es ist eine ganz tolle Sache und natürlich auch für den PDF-Auftritt. Schaut mal rein, begeistert euch davor. Dankeschön, höre ich von hinten. Und ich hoffe, wir lesen uns. Tschüss. So, wir haben ein Ergebnis. Zunächst, weil bereits Widersprüche getwittert wurden. Diese haben wir ausgeräumt. Wenn sich, ich glaube, es war Doro 23, sich bei mir meldet, dann erkläre ich ihr das gerne, wie und warum dieser Wahlgang rechtmäßig und mit der Wahl- und Geschäftsordnung im Einklang abgelaufen ist. Die Ergebnisse des Wahlgangs bezüglich des Satzungsänderungsantrags Nummer 63 506 Ja-Stimmen, 501 Nein-Stimmen. Der Antrag erreichte 50,25% und ist damit abgelehnt. Bezüglich des Satzungsänderungsantrags 064 487 Ja-Stimmen, 519 Nein-Stimmen. Der Antrag erreichte 48,41% und ist damit abgelehnt. Danke. Gut. Jetzt kommt ein bisschen GO. Und ich, ähm, das, bitte Ruhe. Danke. So. Wir haben zwei, Moment. Änderung der, äh, okay. Also, ich habe zwei GO-Anträge, die quasi dasselbe sagen. Ähm, und erstmal machen wir die zur Tagesordnung. Einer. Äh, nein, wir machen es anders. Okay. Also, erstens, die Zwei-Stunden-Grenze ist gerissen für die Satzungsänderung. Um 12 Uhr wäre das gewesen. Nach der Tagesordnung machen wir jetzt gleich weiter wieder mit Programmen. Möchte jemand, möchte jemand, dass das nicht so ist, er könnte jetzt, er könnte dann schriftlich einen Änderungsantrag auf die Tagesordnung stellen. Dieser ist mir allerdings nicht eingereicht worden, deswegen machen wir jetzt erstmal mit Programmen weiter. So. Dann machen wir jetzt weiter, und zwar einen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung von Nineberry. Antrag. Nach Ende des Blockes Satzungsanträge werden Programmanträge und Positionspapiere in der Reihenfolge der Top 42 abgearbeitet, nicht mehr in den großen Themenblöcken wie gestern vorgesehen. Moment, bitte. Außerdem erreichte mich ein Antrag, der, es geht um die Drogenpolitik, dass PA 23 vorgezogen wird. Dieser GO-Antrag, ich möchte den Antragsteller, der hier auch nicht draufsteht, bitten, diesen zurückzuziehen, beziehungsweise, es würde es vereinfachen, denn das wäre der zweite Antrag, den wir dann behandeln, nach Welt und Religion. Du ziehst zurück. Danke. Super. Dann hätten wir das. Also wir fangen gleich mit der Top 42 an. Ich bitte die Antragskommission, das vorzubereiten. So, jetzt haben wir, ich muss in der Reihenfolge vorgehen, erstmal ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung möchte wie folgt geändert werden. Am Ende von Paragraph 13, Abschnitt 1, wird der Satz eingefügt, GO-Anträge, die nur schriftlich gestellt werden dürfen, bedürfen, bedürfen der Unterstützung von insgesamt 10 Piraten. Dies betrifft die Anträge zur Änderung der GO und TO. Antragsteller ist eine längere Liste. Gibt es da eine Fürrede? Eine Gegenrede wurde mir angekündigt. Eine Fürrede gibt es nicht. Doch. Gut, dann jetzt schnell, bitte. Mikro bitte auf. Hallo. Es ging uns darum, dass wir nicht mit Änderungsanträgen zur GO oder zur TO geflutet werden. Mit 10 Leuten als Quorum kriegt man immer noch alle Anträge auch behandelt, die eine ernsthafte Chance haben, durchzukommen. Aber wir haben ganz viele Anträge in der Richtung jetzt schon gehabt, die eine große Mehrheit gegen sich hatten. Und deswegen würden wir gerne das Quorum erhöhen. Okay. Dann gibt es eine Gegenrede, bitte. Ich halte das nicht für sinnvoll, aus dem einfachen Grunde, dass man auf die Idee kommen könnte, dass eventuell 10 Unterschriften ein gewisses Recht auslösen würden, diesen TO jetzt zu behandeln. Unser Antragsbüro entscheidet da auch ein bisschen nach Sinnigkeit oder auch nicht. Und die machen das sehr gut. Also das halte ich für nicht nötig. Was ist das? Eine Für- oder eine Gegenrede? Gegen. Wir hatten schon eine Gegenrede. Ganz kurz. Ja, ein Satz. Ja. GO ist auch Antrag auf Schließung der Rednerliste. Das muss ja auch ein Einzelner stellen können. Das, dann hast du nicht aufgepasst. Es geht nur um die, die schriftlich gestellt werden müssen. Das sind die zur Änderung der GO und TO. Ich bitte doch um Aufmerksamkeit. Gut, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Der ist gegen diesen Antrag. Der ist abgelehnt. Danke. So, wir haben noch. Okay, danke. Das ist jetzt was anderes. Wir haben noch zwei Änderungen der GO. Einen von Pavel und einen ohne Namen. Sie meinen aber beide dasselbe. Nämlich, ich lese jetzt den von Pavel vor. Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung wird auf den Stand zu Beginn der Versammlung zurückgesetzt. Also der Vorschlag von SB. So steht er auch im Wiki. Und ich habe noch einen GO-Antrag ohne Namen, der vorsieht, dass das 10%-Quorum gestrichen wird. Das wäre dasselbe. Denn wir haben das, glaube ich, die einzige Änderung, die wir gemacht haben. Ah, Entschuldigung, ich habe das, ja, Entschuldigung. Okay, dann sind das verschiedene. Dann ist erst Sekor dran, der wurde eher eingereicht. Also dann Sekor, du möchtest begründen. Bitte. Ja, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es notwendig ist, dass man seine Meinung hier auch sagen kann, ohne dass man damit in der Öffentlichkeit steht. Wir sind Mitglieder und keine Politiker. Und deswegen ist es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, eine Abstimmung auch mit Stimmzettel zu machen. Wenn wir das über das 10%-Quorum machen, das wir jetzt haben, haben wir das Problem, dass wir zum Ermitteln der Notwendigkeit dieser Abstimmung länger brauchen, als wenn wir die Abstimmung einfach gleich machen und weitermachen. Deswegen ist mein Vorschlag, herzugehen und zu sagen, es reicht, wenn einer das will. Wenn einer tatsächlich das zweite oder dritte Mal den Antrag stellt, um diesen Parteitag zu sprengen, dann werden wir schon eine Möglichkeit finden, wie er aufhört, uns damit zu nerven. Aber lasst uns eine Möglichkeit sein, einfach eine Möglichkeit suchen, einfach basisdemokratisch miteinander zu arbeiten. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, ohne Öffentlichkeit abzustimmen. Danke. So, danke. Ja, ich habe eine Gegenrede, eine begründete Gegenrede von Christopher Lauer. Bitte. Also, unser Bundesvorsitzender hat gestern gesagt, dass die Piratenpartei in der Realpolitik angekommen ist. Dies ist teilweise der Fall. Nämlich für alle Mandatsträger und Mandatsträgerinnen dieser Partei, die das, was auch auf diesem Bundesparteitag beschlossen wird, in Parlamenten vertreten muss. Wenn ich oder die Fraktion in Berlin oder Fraktionen in anderen Ländern und Städten, wenn wir dort Entscheidungen treffen müssen, dann will ich auch wissen, dass die Leute auf diesen Bundesparteitagen das offen gemacht haben. Ich werde nicht irgendeine anonyme und diffuse Meinung, Masse irgendwie vertreten. Kinder, wir müssen in der Realität ankommen. Und die Realität ist, dass man öffentlich zu seiner politischen Meinung steht. Wir sind Politiker. Danke. Ich möchte da jetzt keine lange Diskussion über diesen Antrag führen. Zumindest hätte ich gerne vorher ein Meinungsbild über diesen Antrag. Wer würde diesen Antrag annehmen? Wer würde ihn ablehnen? Seht ihr wirklich noch Diskussionsbedarf? Okay. Was? Was möchtest du? Ich möchte noch kurz eine Ergänzung machen und zwar sagen, ich will nicht fotografiert werden. Ich möchte eine Ergänzung machen, damit es einfach wird, statt einer Person mindestens 20 oder 10 Prozent, das ist ganz schnell festzustellen. Ja. Möchte der Antragsteller das übernehmen? Nein. So, nein, ich keine weiteren Diskussionen jetzt bitte. Ich möchte das jetzt abstimmen. Okay. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. So. Nächster Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Und das ist der von Pavel Mayer, den ich eben schon vorgelesen habe. Reset der Geschäftsordnung auf den Stand am Anfang der Versammlung. Pavel möchte auch dies kurz begründen. Bitte. Ja, also wir haben ja gesehen, dass das, was wir beschlossen haben, diese eine Änderung offenbar nicht praktikabel ist, mit dem 10-Prozent-Forum, weil das zu umständlich ist. Das zweite Problem ist, dass man die aktuelle Fassung nirgendwo auch nachlesen kann. Das könnte man sicherlich fixen, aber es ist halt ein Riesenproblem, mit einer GO zu arbeiten, die nicht schriftlich vorliegt. Insofern würde ich dafür votieren, dass wir die GO, die auch wir zu Anfang der Versammlung beschlossen haben, jetzt sozusagen wieder für gültig erklären, um halt zügiger voranzukommen. Danke. Okay, danke. Ich möchte jetzt eine kurze Gegenrede. Alles klar, dann bitte. Bitte das Mikro öffnen. Du musst das Mikro direkt vor deinen Mund nehmen, und zwar so, dass es auf deinen Mund zeigt, es handelt sich um ein Richtmikrofon. So, jetzt besser. Ja. Gut, wie man an der Abstimmung gerade eben gesehen hat, macht es offensichtlich einen Unterschied, ob die Leute geheim abstimmen oder offene abstimmen. Von daher plädiere ich dafür, dass die Möglichkeit einer geheimen Abstimmung erhalten bleiben muss, dass aber die einfache Mehrheit dazu notwendig sein soll. Das wäre der Stand, den Pavel vorschlägt. Genau. Keine Gegenrede, du machst gerade eine Fürrede. Nein, 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 nein. Moment. Ich lehne das ab, wieder auf die einfache Mehrheit zurückzugehen, weil diese einfache Mehrheit für eine geheime Abstimmung so viel ist, dass es schwierig ist, für eine kleine Gruppe, die geheim abstimmen möchte, das zu erreichen. Wow. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich bitte aber auch nicht da von der Seite mich anzubrüllen, das kann ich nicht leiden. So, ich möchte jetzt keine weitere Diskussion. Ich möchte jetzt erstmal ein Meinungsbild. Wer ist für diesen Antrag? Wer wäre für diesen Antrag? Entschuldigung, das ist ja ein Meinungsbild. Wer ist dagegen? Okay, das Meinungsbild ist sehr eindeutig. Möchte jetzt noch jemand von euch wirklich reden? Nein. Gut. Stehen wir jetzt darüber ab. Wer ist für diesen Antrag? Für. Das sind grüne Karten. Oh, ey, Farbenblinde. So, danke. Wer ist dagegen? Okay, danke. Der Antrag ist ebenfalls abgelehnt. So. Nein. Tut mir leid, Pavel. Nein, aber ich möchte dann davor sehen, dass das ganze Geld nicht aufgenommen wird mit dieser GO, kann man so nicht arbeiten. Okay, danke. Also er bittet darum, dass das Wiki geändert wird. Das kriegt ja wohl jemand hin, oder? Danke. Vielleicht können wir das Protokoll als Grundlage dafür nehmen. Finden wir sicher einen Freiwilligen für. Wir können ja alle Internet. So. Danke. Es gibt jetzt... Wir kommen jetzt zu einem Antrag auf Änderung der Tagesordnung. dieser liegt mir schriftlich vor. Antragsteller ist Stefan Urbart. Als nächsten Satzungsänderungsanträge werden behandelt. Satzungsänderungsantrag 016, passives Wahlrecht bei anderer Gliederung. Satzungsänderungsantrag 017, aktives Wahlrecht bei anderen Gliederung. Und SA, das kann ich nicht entziffern, was das so bedeuten soll. Egal. Möchte er seinen Antrag begründen? Ja. Ja, möchte er, bitte. Also es geht um eine ganz wichtige Satzungswidersprüchlichkeit, die viele Mitglieder an der Piratenpartei betrifft, die in irgendwelchen Vorständen aktiv sind, gerne mal umziehen und dann in Rechtsunsicherheit sind, ob sie überhaupt noch stimmberechtigt sind. Da gibt es nämlich von 2008 eine unsaubere Satzungsänderung, die uns zu einem Schiedsgerichtserfahren veranlasst hat, um das überhaupt klären zu können. Wir mussten praktisch über die Satzung entscheiden, weil die nicht eindeutig ist an der Stelle. Um Rechtssicherheit für alle Piraten, die aktiv in Vorständen sind, herzustellen, bitte ich diese kurzen, einfachen Änderungsanträge einfach mal anzunehmen. Okay. Nein. Gut dann. Gut, ich sehe, da gibt es keinen Redebedarf, gibt es formelle Gegenrede, ich tippe mal drauf. Ja. Okay, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dafür. Danke. Danke. Wer ist dagegen? Nochmal dafür. Ich erkenne da eine Mehrheit für dafür. Wie behandeln diese Anträge jetzt? Oh, nö, nö. Wie behandeln? Allerdings. So. Es sind zwei konkurrierende Anträge. Nein. Ist das richtig? Nein. Nein. Das ist ja noch schon. Das ist der SA 016. So, du möchtest, sagst es einfach, 16 und 17 sollen behandeln werden. Die 16 und 17, ich weiß nicht, ob er jetzt den 18 noch dabei hat. Es geht um 16 und 17, das steht hier. 16 und 17. Okay. Ruhig bleiben. So. Die Anträge liegen mir jetzt vor. Es geht um zwei Satzungsänderungen. Wir fangen an mit Satzungsänderungen, Antrag 16. Das Ganze ist relativ schnell erklärt. Ich fange schon mal an. Wir haben es so. Wir haben in unserer Satzung die Möglichkeit, oder grundsätzlich ist es so, man wird dort Mitglied, wo man wohnt. Man hat aber auch die Möglichkeit mit Begründung zu sagen, ich möchte in einer anderen Gliederung Mitglied sein. Whatever. Ich ziehe in eine Nachbargemeinde und wechsle dadurch das Gebiet des Kreisverbandes, möchte aber weiter in dem Kreisverband halt aktiv sein, wo ich eben bisher gelebt habe. Und wir haben aber in diesem Paragrafen 4 drinne stehen, dass ein Pirat nur in dem Vorstand eines Gebietsverbandes gewählt werden kann, indem er seinen Wohnsitz hat. Das heißt, ich kann zwar Mitglied in einem Gebietsverband sein, werden, wenn das genehmigt wird von der nächsthöheren Gliederung, ich darf dort aber nicht in den Vorstand, weil ich dort nicht wohne. Und deswegen ist mein Vorschlag, dass wir dort sagen, ein Pirat kann nur in den Vorstand eines Gebietsverbandes gewählt werden, dessen Mitglied er ist. Ganz simpel. Also den Wohnsitz durch Mitgliedstreich ersetzen. Okay. Gibt es dazu einen Redebetrag? Okay, ich sehe jemanden auf der Redeliste und erteile dir das Wort, bitte. Bitte das hintere Saalmikro anmachen, Technik. Lasst es uns in Gottes Namen so machen und wieder Politik machen. Danke. Sehr schön. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Es ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Angenommen. Meine wichtigste Waffe der Kugelschreiber. So, Moment, ich muss das eben bekannt geben. Wir kommen zu Satzungsänderungsantrag 17. Bitte vorstellen. Antragsteller ist ein gewisser Lars M., das bist du aber nicht, oder? Ja, das bin ich. Ach, das bist du. Entschuldige, ich erkenne dich nicht, da ist ein Notebook. Okay, bitte. Lars aus Sachsen-Anhalt. Rheinland-Pfalz. Sachsen-Anhalt war früher. Ja, das selbe Spiel in grün, nur geht es hier darum, dass eben das Mitglied, das nicht in diesem Gebietsverband wohnt, dort kein Stimmrecht hätte. Das heißt, ein Mitglied, was sein Gebietsverband wechselt mit Begründung, der soll dort bitte schön auch ein Stimmrecht haben. Also dort geht es darum, den Satz war, bin aufgeregt, die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat Mitglied des Gebietsverbandes ist und mit seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monaten im Rückstand ist. Die alte Fassung war, ist nur möglich, wenn der Pirat seinen angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat. Dasselbe in grün. Okay, dasselbe. Okay, ich sehe keinen Redebedarf, dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Gefixt. Danke. Super, ich danke den Antragstellern. Wir kommen jetzt zu dem ersten Programmantrag des Tages. Ich freue mich darüber aus. Es sind insgesamt vier konkurrierende Anträge. Und zwar PA001, Grundsatzprogramm Staat, Religion und Weltanschauung. PA004, Grundsatzprogramm Verhältnis von Staat und Religion. PA012, Grundsatzprogramm Gleichstellung von Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen. und PA41, Grundsatzprogramm für die Trennung von Staat und Religion. Diese Anträge, diese vier sind alle konkurrierend zueinander, hat die Antragskommission festgestellt. und möchte, dass wir möchten eigentlich, dass jetzt erstmal alle vorgestellt werden und dann für über alle diskutiert wird. Das sollte die Sache etwas straffen. Deswegen bitte ich jetzt den Antragsteller von PA001, mir vorliegend als EA3321, wer auch immer das ist, jetzt seinen Antrag vorzustellen, wenn er da hier ist. Okay, er ist nicht da, sehe ich, stelle ich das richtig fest? Okay, dann bitte ich Antragsteller von PA004, Roland Validom-Jungnickel, LV Bayern, ist er da, den habe ich schon gesehen, kommt er? Ja, kommt er. Bitte stelle ich den Antrag vor und danach kann ich schon mal Jamasi aufrufen und Martin Hase, Neinberry und Eberhard, die für den anderen beiden da sind und ich übergebe derweil die Versammlungseite an meinen Kollegen. Ich brauche mal wieder Pause, danke. Also zuerst mal danke, dass ich meinen Antrag hier vorstellen darf oder unseren Antrag, das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ja, das Thema Staat und Religion ist ein heißes Thema, es ist heiß umkämpft, wird sehr emotional geführt und ich habe versucht mit anderen dort eine Antragsform zu finden, der unterstreicht, dass wir deutlichen Reformbedarf haben, dass wir sehr viel ändern müssen in dem Bereich, dass wir die Bevorzugung der traditionellen Kirchen aufheben müssen und dass wir eben die Trennung von Staat und Religion deutlicher herausstreichen müssen. Da gibt es im Grundgesetz einen Artikel, der uns dessen schon unterstreicht, nämlich der Artikel 140. Da steht drin, dass bestehende Regelungen, da sind diese Konkordate gemeint, die finanziellen Alimentierungen gemeint, dass diese abgelöst werden sollen. Das heißt, wir haben im Grundgesetz schon einen Auftrag und was ich nicht verstehe ist, dass die anderen Parteien, die diesen Auftrag ja sicherlich auch irgendwann mal gelesen haben, den bis heute nicht wahrgenommen haben und die FDP, die das in den 70er Jahren mal aufgegriffen hat, es irgendwie vergessen hat, dass sie das mal beschlossen haben. Wir sollten das wirklich tun, wenn wir die Chance dazu erhalten, in den Parlamenten diese Ablösung in Angriff zu nehmen. Dabei ist mir aber auch etwas wichtig, dass dieser Antrag der einzige ist, der ohne Grundgesetzänderung auskommt. Ich habe in dem Positionspapier, was dazu auch anhängig ist, konkrete Schritte beschrieben, was gemacht werden soll. Da steht auch zum Beispiel drin, dass die Kirchensteuer nicht mehr eingetrieben werden soll. Da steht drin, dass die direkten Finanzierungen von Bischöfen nicht mehr möglich sein sollen. Aber das ist der einzige Antrag, der tatsächlich ohne Grundgesetzänderung vor allem von § 7 und der Religionsfreiheit auskommt. Alle anderen benötigen genau genommen eine Grundgesetzänderung. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich in einer Partei eingetreten bin, die Grundrechte schützt, in eine Partei eingetreten bin, die 2009 auf Plakaten geschrieben haben, das Grundgesetz ist unser Programm. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, ich möchte einfach mal einen Beifall bilden, ob ihr das immer noch so seht, ob das Grundgesetz unser Programm ist. Danke. Und wie gesagt, nochmal, das ist der einzige Antrag, der keine Änderung im Grundgesetz erfordert. Und ich möchte hier bitten, dringend entweder den Antrag anzunehmen oder von mir aus auch alle abzulehnen, wenn das für euch kein wichtiges Thema ist. Okay, vielen Dank. Das war der Roland zum Antrag 004, Verhältnis von Staat und Religion. Bevor wir einen Schritt weiter gehen, Thomas Gaul. Thomas Gaul bitte zum Akkreditierungstisch hier vorne rechts, also von euch aus gesehen links. Jetzt spricht zum Thema Staat, Religion und Weltanschauung, Programmänderungsantrag 001, EA 3321. Bitte. Ja, relativ vielen Dank. Ich möchte mal ganz kurz meinem Vorredner widersprechen. Also natürlich stehen wir alle zum Grundgesetz. Wir diskutieren jetzt nicht, sondern du stellst deinen Antrag bitte vor. Ja genau, weil er in Konkurrenz ist. Das Grundgesetz muss natürlich auch angewandt werden und das ist leider nicht so. Im Grundgesetz wird zum Beispiel ja auch die Ablösung der Staatsleistungen gefordert, die ja die ganze Jahre, Jahrzehnte lang nicht erledigt wurde. Mein Antrag der PA 001, der immerhin fünf Sätze umfasst, weil ich mag es eher lieber knapp, kann man eigentlich auf drei Worte zusammenfassen. Die drei Worte sind, Religion ist Privatsache. Nicht mehr, aber auch nicht weniger bedeutet Laizismus. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Moment. Nur für den Beifall. Deutschland wird ja immer als säkularer Staat bezeichnet. Das ist ein Witz und auch gar kein guter. Ein Staat, der die Kirchen jährlich mit 19 Milliarden Euro Steuergeldern finanziert, wo Bischöfe über die Ernährung und Absetzung von Universitätsprofessoren bestimmen, der ist nicht säkular. Wenn kritische Menschen wegen Blasphemie und Gotteslästerung angeklagt werden und dann in Gerichtssälen mit Kreuzen an den Wänden verurteilt werden, der ist nicht säkularer. Wenn die Kirchen bestimmen können, ob und welche Partner eine Million Menschen, nämlich die abhängig Beschäftigten der kirchlichen Unternehmen nehmen, dass ihre Beschäftigten für ihre Rechte nicht streiken dürfen oder wie sie sich in ihrer Freizeit zu verhalten haben, dann ist das keine freie Gesellschaft. Deshalb bitte ich euch, lasst uns ein klares Zeichen setzen. Wir stehen für eine klare Trennung zwischen Staat und Religion. Für Laizismus. Religion ist Privatsache. PA 001. Danke. Okay, vielen Dank. Das war E3, irgendeine Zahl. Entschuldigung. Dann haben wir jetzt den Antrag PA 012, Gleichstellung von Kirschen und gemeinnützigen Vereinen. Da spricht der Jamassi bitte zu. Also die Intention meines Antrags ist, das Ganze möglichst kurz und kompakt zu verfassen. Ich stimme meinen Vorrednern zu, die ganzen Argumente sind super. Und ich wollte aber noch eine Alternative bieten, falls dem Parteitag das Ganze zu ausführlich ist in den Anträgen. Und ich denke, die Gleichstellung mit entsprechend gemeinnützigen Vereinen erreicht auch die Ziele, die man erreichen möchte. Einfach dadurch, dass die Rechtsgrundlage im Prinzip vereinfacht wird und das Ganze in geordnetere Bahnen läuft. Das war's. Okay, vielen Dank. Dann spricht jetzt zum Thema für die Trennung von Staat und Religion. Grundsatzprogramm Eberhard Zastrau, Martin Hase oder der Nineberry. Ich bitte doch, dass ihr euch einigt, dass einer dazu spricht. Bitte. Ja, also 1791 ist der erste Verfassungszusatz in den Vereinigten Staaten beschlossen worden. der gilt immer noch als Grundlage der Menschenrechte, ist dann ja auch aufgegriffen worden, vielfach und ins Grundgesetz eingepflegt worden. Dort ist die Rede von Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Religionsfreiheit steht sogar an erster Stelle. Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit gehen einfach zusammen. Das ist dort ganz deutlich und das ist doch was, was im Grundgesetz steht und das muss man auch ernst nehmen. Da geht es nicht um irgendwelche Privatmeinungen, sondern um die öffentliche Nennung von Meinungen und eben auch um die öffentliche Nennung von Religion. Also ich möchte nicht in einem Staat leben, in dem religiöse Symbole verboten sind. Das will man nicht. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Das ist auch in unserem Antrag ganz prominent. Aber um Religionsfreiheit herzustellen, braucht man natürlich noch mehr. Das ist auch in diesem ersten Zusatzantrag drin. Aber das ist in Deutschland nicht so richtig umgesetzt. Und das ist nämlich der Punkt, dass man natürlich auch keine Religionsgemeinschaften privilegieren darf. Und das geschieht in Deutschland. Das ist hier schon erwähnt worden. Es ist nicht nur so, dass der Staat die Kirchensteuer von den Amtskirchen einnimmt. Das kann er gut machen. Da wird er auch dafür nochmal bezahlt. Aber er finanziert auch die Bischöfe. Also eine halbe Milliarde Euro jedes Jahr gehen für die Gehälter der Bischöfe raus. Das geht nicht aus Kirchensteuern, sondern aus unserer aller Steuern. Das ist ein Privileg. Dann, das Streikrecht ist schon angesprochen worden. Das ist auch ein Privileg, dass man bei der Kirche immer rausfliegen kann und man sich da nicht richtig gegen wehren kann. Das ist natürlich auch ein Privileg, was nicht mehr zeitgemäß ist und was abgeschafft werden sollte. Wir haben letztes Jahr hier, also in Chemnitz, abgestimmt darüber, dass wir die freie Selbstbestimmung von unseren Lebensweisen haben wollen. Dazu gehört natürlich auch, dass die freie Selbstbestimmung von Religion geschehen muss. Und wir können nicht zulassen, dass der Staat irgendwelche Lebensweisen privilegiert. Das haben wir im letzten Jahr schon entsprechend entschieden. Und wir können natürlich auch nicht zulassen, dass der Staat irgendwelche Religionen privilegiert. Deshalb stimmt für unseren Antrag. Dann gibt es auch noch im letzten Jahr den Antrag, gab es den Antrag, dass wir nicht wollen, dass der Staat unser Geschlecht erfasst. Das ist im letzten Jahr verabschiedet worden. Jetzt steht aber immer noch zur Debatte, dass der Staat die Religion erfasst. Das ist doch inkonsequent. Also auch das Erfassen der Religion muss abgeschafft werden. Jetzt werden einige sagen, das ist ja sehr konkret, das ist ja eher was für das Wahlprogramm. Nein, wir müssen da sehr dicke Bretter bohren. Wir müssen nicht das Grundgesetz ändern, aber wir müssen sehr dicke Bretter bohren. Und deshalb ist das auch ein Generationenprogramm und muss ins Grundsatzprogramm. Ich denke auch, die Piraten sind die einzige Partei, die das machen können. Die christlichen Parteien machen das nicht, weil sie eben christlich sind. Die linke Partei macht es nicht, weil sie eben irgendwie religionskritisch ist. Und wir sind die Einzigen, die das machen können. Deshalb lasst uns das hier heute beschließen. Bitte. Okay, vielen Dank. Ich habe da einen GO-Antrag. Bitte. Ja, das ist auch so vorgesehen. Wir holen das Meinungsbild jetzt ein. Wer möchte über diesen Antragsblock thematisch jetzt besprechen und abstimmen? Dann bitte die grünen Karten zeigen. Der GO-Antrag auf die Einigung eines Meinungsbildes. Wer kann einem der Anträge prinzipiell zustimmen? Wer das mit Ja beantworten kann, jetzt bitte die grüne Karte. Vielen Dank. Wer das mit Nein beantworten kann, bitte jetzt die orangene Karte. Ich gebe dem Antragsteller zur Kenntnis, dass das Meinungsbild stark positiv ausgeht. Danke. Okay, dann eröffnen wir jetzt die Diskussion. Die Redezeit ist dann wieder eine Minute pro Teilnehmer. Können wir das haben, bitte? Technik? Wir fangen aber trotzdem schon mal an, machen wir es per Gefühl. Bitte, du hast das Wort. Ja, ich möchte zwei Dinge sagen. Einmal, diese Übersicht ist nicht korrekt. Mein Antrag hat zwar nicht direkt diese Abschaffung von Kirchensteuer genannt, aber nur deshalb, weil das mir schon zu sehr ins Detail geht und in meinem Positionspapier ganz klar als konkrete Forderung vorgesehen ist, wie auch vieles, was der Martin gerade gesagt hat. Ich möchte mich halt in meinem Grundsatzprogrammantrag auf die generelle Ausrichtung, dass der Staat neutral sein soll, beschränken und dann die konkreten Forderungen dem Positionspapier überlassen. Das Zweite, was gesagt worden ist, Laizismus zu fordern. Ich möchte euch vor dem Begriff dringend warnen. Laizismus ist viel, viel mehr als einfache Trennung von Kirche und Staat. Laizismus heißt, dass der Staat die Nichtreligion bevorzugt. Das ist genauso nicht neutral, wie dass der Staat eine Religion bevorzugt. Also bitte unter allen Umständen diesen Antrag nicht anzunehmen. Danke. Dankeschön. So, jetzt die Uhr bitte nochmal auf die 1. Danke, du hast das Wort. Ja, ich habe zwei Verständnisfragen. Einmal zur Weltanschauung. Das Wort kommt ja auch in den meisten Anträgen vor. Die Frage ist, ist eine politische Weltanschauung damit auch gemeint? Also Antisemitismus und Rassismus, werden die damit quasi toleriert mit diesen Anträgen? Ist die eine Verständnisfrage. Und die andere Frage ist, beziehungsweise Anmerkung zu den Symbolen in den öffentlichen Gebäuden. Ich bin jetzt nicht mehr ganz, habe ich nicht ganz auf dem Schirm, ob das mit drin steht. Also meine Meinung ist, man soll den Leuten die Religionsfreiheit nach Gesetz haben. Auch da gehört noch ein bisschen Religionsausübung, freie Religionsausübung dazu. Und da gehört also auch dazu, dass die Leute sich Kreuze oder was auch immer in den öffentlichen Bürogebäuden ruhig aufhängen sollen. Ich meine, warum brauche ich da eine Regelung für? Ich bin ja nicht in Frankreich. Dankeschön. Es gibt einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer stimmt dem zu, die Rednerliste zu schließen? Ich bin auf der Rednerliste. Wer ist dagegen, die Rednerliste zu schließen? Damit ist die Rednerliste geschlossen in 5, 4, 3, 2, wo kommt Leute? Das ist aber jetzt wirklich sehr viel. Also ich bitte jetzt die Teilnehmer der Rednerliste sehr genau zuzuhören, ob ihr Argument vielleicht nicht doch schon gefallen ist. Sollte sich das wiederholen, müssen wir das dann versuchen anders zu regeln. Mach mal weiter. Du hast das Wort. Also ich möchte die Frage beantworten nur. Ja, ja. In dem Antrag, wo der Laizismus genannt wird, ist das, was du gesagt hast, nicht mehr möglich. In dem Antrag von mir ist es möglich, zumindest eingeschränkt, weil ich dort erwähne, zumindest im Positionspapier, dass religiöse Symbole nicht von Amts wegen angebracht werden sollen und sie auch entfernt werden sollen dort, wo es möglich ist. Das ist auch, glaube ich, eine ähnliche Formulierung wie von Martin Hase, wenn ich mich richtig erinnere. Dankeschön. Jetzt bitte ich mal kurz den mutmaßlich letzten dieser Rednerliste. Ah, okay. Hab ich gesehen. Wir holen jetzt noch mal ein Meinungsbild ein. Bitte. Ein Gehohrentrag auf Einung. Ja, genau. Ein Gehohrentrag auf Einung eines Meinungsbildes. Habt ihr euch bereits so eine Meinung gebildet, dass ihr wisst, über welchen Antrag ihr annehmen oder ablehnen würdet? Die grüne Karte, wer das mit Ja beantworten kann? Vielen Dank. Die orange Karte, wer das mit Nein beantworten kann? Ich gebe dem Antragsteller mit, dass es stark positiv ausgeht. Es gibt einen Gehohrentrag auf Einung eines der Reduzierung. Da das Meinungsbild... Das ist nicht zulässig, weil er zu kurz ist. Also der Antrag auf die Reduzierung der Redezeit auf 30 Sekunden ist nicht zulässig, weil das ist auch einfach zu kurz. Da das Meinungsbild ja jetzt ergeben hat, dass die überwiegende Mehrheit der Versammlung sich mit diesen Anträgen anfreunden kann, im Detail muss man es dann noch sehen. Frage, sollen wir jetzt die Diskussion weiterführen? Weil das ist ja wirklich jetzt sehr viel... Ja, ja, weiß ich. Also, bitteschön. Ich denke nur dran, nicht, dass wir uns dauernd wiederholen. Bitte. Ja, also, prinzipiell diskutieren wir nicht darüber, ob wir Kirche und Staat trennen wollen. Ich denke mal, da sind wir uns relativ einig. Es geht eher um die Umsetzung. Und da würde ich vorschlagen, den P001 abzulehnen, denn Laizismus bedeutet auch, dass Leute in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt werden. Doch, das würde insofern bedeuten, dass Leute, die beispielsweise ein Amt innehaben, kein Kreuz oder irgendetwas tragen dürfen. Das ist ihre persönliche Freiheit. Damit beeinträchtigen sie keinerlei Menschen irgendwo anders. Und ich denke, dass wenn wir Laizismus hier weiter vorantringen, heißt das nicht, dass in jeder Kirche ein Kreuz hängt, aber dass in jeder Schule ein Kreuz hängt. Das heißt es nicht, das wäre auch mit allen anderen Anträgen abgegessen. Aber es bedeutet, dass ein Lehrer auch Religionssymbole tragen kann. Und wer legt denn bitte schön fest, welche Religion dann getragen werden darf oder bin ich? Also das ist im Nachhinein sehr, sehr schwer festzustellen. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, hallo. Der Alios aus NRW. Ich möchte als Pirat und protestantischer Christ irgendwie sehr dafür werben, einen der Anträge zu unterstützen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was der Maha eben gesagt hat zur Religionsfreiheit. Durch die ganzen Verwebungen, die ja ganz offensichtlich sind und alle schon genannt wurden, ist es halt sehr, sehr schwer, das was zum Beispiel jetzt für mich im christlichen Kontext irgendwie da relevant ist, zu kommunizieren, weil ich permanent damit beschäftigt bin, sozusagen diese ganzen Sachen zu sagen, ja, sehe ich auch so, ja, sehe ich auch so. Und ich komme gar nicht vielleicht dazu, mich über die Inhalte zu unterhalten, die da interessant sind. Also mich würde es sehr freuen, wenn wir da ein bisschen mehr Freiheit schaffen. Also lasst uns ein bisschen mehr Religionsfreiheit wagen und votet für einen der Anträge bitte. Dankeschön. Bitte. Der Olaf aus Lüneburg. Also Religion privatisieren hört sich erstmal knackig an. Aber jeder von uns hat sicher zu den großen Fragen des Lebens und möglicherweise auch den Fragen nach einem Leben oder nach der Zeit eines Lebens seine eigene Antwort gefunden. Und diese Antwort finde ich im Dialog mit anderen Menschen. Und da gibt es eben Angebote von anderen Religionen, von Konfessionen. Privatisieren geht gar nicht. Ich kann nicht eine solche Gruppe privatisieren und sagen, du Gruppe bist jetzt nur Privatperson. Von daher lehne ich eine Privatisierung, den Begriff von Privatisierung von Religion strikt ab. Okay, vielen Dank. Moment, wir haben einen Losgewinner, die 097745. Hat ihr Stimmblöckchen verloren, kann vorne an der Rezeption abgeholt werden. Bitteschön. Ja, ich kann gleich an meinen Vorredner anschließen. Hier wurde schon teilweise absurder Quatsch behauptet. Zum Beispiel, dass Laizismus Religionsausübung behindern würde, dass Laizismus eine Nichtreligion bevorzugen würde oder es in der Öffentlichkeit unmöglich machen würde, Religion auszuüben. Das ist eine Wiederholung. Nein, danke. Danke, das ist eine Wiederholung. Also meine Lieben, in der Geschäftsordnung des Bundesparteitags 2011 Punkt 2 steht drin, Redebeiträge müssen kurz, prägnant, frei von Wiederholungen sein. Er hat auf mehrfachen Hinweis, dass es eine Wiederholung ist, nicht die Wiederholung eingestellt. Damit ist der Redebeitrag beendet. Der Nächste bitte. Bitte schön. Hallo, wir haben faktisch eine Trennung von Staat und Kirche. Da aber Religionsausübung im öffentlichen Raum stattfindet, ist sie in Deutschland als öffentliche Angelegenheit, als Körperschaft öffentlichen Rechts entsprechend definiert, also für anerkannte Glaubensgemeinschaften. Ich denke, dass man es nicht trennen sollte, also nicht zu stark. Also es bedeutet, der PA 004 Verhältnis von Staat und Religion zu befürworten, da nämlich eine Regelung stattfinden muss, das ist klar. Aber wir müssen überlegen, es gibt auch politische Religionen, die damit möglich werden. Wenn ich eine komplette Trennung vollziehe, öffne ich den politischen Religionen Tür und Tor. Religion ist die Werte Rückbesinnung. Und wie gesagt, wenn wir politische Religionen damit in die Parlamente holen, wird es lustig. Dankeschön. Du hast einen GO-Antrag. Bitte trag ihn vor, am Mikrofon, da will ich mir das auch mitkriegen. Ich habe den Redner, der eben abgebrochen wurde, so verstanden, dass er auf dem Podium falsch verstanden war, indem er verneinte, worüber er sprach. Nein, das war ganz klar eine Wiederholung. Das ist kein Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Nächster Redner. Ich möchte die Versammlung daran erinnern, dass die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sich gegen das Kopftuchverbot in Frankreich gewendet hat, als es beschlossen wurde. Und zwar hat sie gesagt, dass ein Staat, der Frauen verbietet in der Öffentlichkeit, Kopftücher zu tragen, eigentlich auch nichts anderes ist, als ein Staat, der Frauen dazu zwingt. Deshalb würde ich mich gegen PA001 wenden, weil mir der Verbot jedes religionsbezogenen Kleidungsstückes an Schulen zu weit geht. Also über Kruzifixe und so weiter können wir diskutieren, aber ein völliges Verbot des Tragens religiöser Symbole an Schulen durch Schüler ist für mich zu weit. Dankeschön. Das war was Neues. Bitte, du bist dran. Guten Tag. Ich würde auf ein Problem hinweisen, was ich mit dem Antrag 12 habe. Da wird explizit gefordert, dass sich Religionsgemeinschaften demokratisieren sollen, im Sinne von Vereinsrecht beispielsweise. Wenn man sich das mal anschaut, der Dalai Lama wird durch Seelenwanderung bestimmt, das ist wahrscheinlich kein demokratischer Prozess. Das heißt, hier versucht man im Prinzip in die Religion reinzuwirken. Das ist genau das Gegenteil von Trennung und Staat und Kirche, wenn ich sage, wie Religion passieren soll und wie das gemacht werden soll. Also würde ich explizit verwahren. Dankeschön. Die Rednerliste bitte auch aufschließen und wir freuen uns, wenn sie sich etwas lichtet. Bitte. Thema weltanschauliche Tendenzbetriebe. Hier wurde gefördert, dass Kirchen gefälligst nicht zu entscheiden haben, welche Religion ihre Angestellten zu haben. Dabei bedenke man, dass auch die Piratenpartei ein weltanschaulicher Tendenzbetrieb ist. Kann sich die Piratenpartei erst vorstellen, jemanden einzustellen, der akut sagt, ich habe mit der Piratenpartei nichts am Hut, ich möchte gegen die Piratenpartei arbeiten. Nein, muss sie nicht, denn sie ist ein Tendenzbetrieb. Sie kann also jederzeit sagen, wir wollen nur Piraten oder der Piratenpartei nahestehende Leute bei uns einstellen. Kann sich eine Kirche vorstellen, kann sich ein katholischer Kindergarten vorstellen, jemanden einzustellen, der sagt, ich möchte keine Weihnachtsfeiern mit den Kindern machen, sondern ich möchte ganz akut dagegen wirken. Nein, der katholische Kindergarten darf mit vollem Recht sagen, ist nicht. Wir wollen jemanden, der unsere Tendenzen mitträgt, so was die Piratenpartei will, so was die CDU will, so es jede Kirche und jede Moschee will, soll es auch gelten. Ich möchte vor einem Problem mit PA 001 warnen, dazu muss man einsehen, wie in Deutschland die Diskussion zurzeit geführt wird. Von rechtskonservativer Seite wird immer wieder betont, dass die Glaubensgemeinschaft der Muslime sich an das Grundgesetz zu halten habe, und zwar wird das nur der Glaubensgemeinschaft der Muslime jemals vorgelegt. Der PA 001 fordert explizit alle Religionsgemeinschaften auf, sich an das Grundgesetz zu halten. Das ist zum einen redundant, weil wir an anderer Stelle im Grundsatzprogramm schon fordern, dass das Zusammenleben durch die Rechte im Grundgesetz bestimmt wird, und zum anderen ist es im politischen Kontext dieser Gesellschaft ein Mittelfinger an die Glaubensgemeinschaft der Muslime, und das brauchen wir nicht. Dankeschön. Der Nächste, bitte. Religionsfreiheit bedeutet auch, dass ich als praktizierender Gläubiger Teil dieser Gesellschaft bin und hier genauso wahrgenommen werde wie jede andere auch. Ich sehe das als katholischer Christ ausschließlich durch die Anträge 004 und 041 gegeben und möchte für diese beiden werben. Dankeschön. Vielen Dank. Kurz und knackig. Ich möchte, nachdem mehrfach Laizismus kritisiert wurde, dafür werben, weil bei Laizismus das so ist, wir treten für die persönliche Handlungsfreiheit ein, wir treten aber auch für die staatliche Beschränkung ein, und in dem Moment, wo ein Mensch als Teil des Staates oder für den Staat handelt, als Lehrer zum Beispiel, in dem Moment hat er sich religiös zu beschränken, in dem Moment, wo er das Schulgelände verlässt, ist er wieder in seiner Handlungsfreiheit vollkommen frei. Aber solange er Staat ist, muss er sich beschränken. Vielen Dank. Also mir kommt in allen Anträgen der Begriff der negativen Religionsfreiheit ein bisschen zu kurz. Daran soll es aber nicht scheitern. Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall einen dieser Anträge heute wählen, weil es ein wichtiges Thema ist. Kirchen in Vereine umzuwandeln, wird das Problem nicht lösen, weil, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, als Napoleon hier durchgezogen ist im 19. Jahrhundert, gab es ein bisschen Sekularisierung nach französischem Vorbild. Und dabei haben die Kirchen auf Besitz verzichtet und im Gegensatz dazu bekommen sie sowas wie eine jährliche Rente. Das sind Verträge, die sind immer noch gültig und die sind meines Wissens auch nicht kündbar. Und da müssen wir ran, das sind die eigentlichen Probleme. Die Privilegierungen, die strukturell da sind, seit 200 Jahren da sind, die schon vor unserem Grundgesetz gemacht wurden. Und aus denen müssen wir irgendwie raus. Wie man das konkret macht, können wir, glaube ich, jetzt hier nicht entscheiden und ausdiskutieren. Deswegen sollten wir einen Antrag nehmen, dem man generell zustimmen kann. Ich bin für PA041, weil er einfach am besten alles auf den Punkt bringt, was jetzt wichtig ist. Vielen Dank. Die Rednerliste bitte aufrücken und gut zuhören, ob nicht was doppelt gemoppelt ist. Bitte schön. Ich muss Validom widersprechen. Auch Validoms Antrag kommt nicht ohne Änderung des Grundgesetzes aus. Und zwar allein deshalb, weil er mit der Umsetzung der Übergangsregelung im Artikel 140 Grundgesetz natürlich dann auch eine Anpassung des Grundgesetzes braucht. Anders geht das nicht. Zweiter Punkt. Im Antrag PA041 wird sehr deutlich auf die Rolle von Religion in der Gesellschaft eingegangen. Es wird die Freiheit zur Religionsausübung genannt und gleichzeitig die Freiheit von religiöser Bevormundung. Ich finde das notwendig. Es scheint mir im Antrag PA04 so nicht zu sein. Die Laizismusanträge sagen zu diesem Thema der gesellschaftlichen Beeinträchtigung durch Religionen nichts. Da geht es nur um die Rolle des Staates. Und zum dritten, ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Danke, deine Redezeit ist rum. Okay, bitte den Satz noch. Komm, sag den Satz noch, bitte. Ich finde es ganz wichtig anzuerkennen, dass Menschen aus ihrer Religion heraus auch die Kraft gefunden haben zum Widerstand im Nationalsozialismus. Und das ist ein Punkt, den möchte ich nicht vermissen. Okay. Bitte schön. Jörg Witzel, Hesse Evangelisch. Ich kann mich nicht zwischen 004 und 0041 entscheiden, habe deswegen zwei Fragen an die Antragsteller. Erste Frage an den Antragsteller von 004. Wie begründest du, dass dein Antrag der einzige ist, der ohne Grundgesetzänderung auskommt? Also im Vergleich zu 0041, das andere ist mir egal. Ich frage jeweils an beide, wie grenzt ihr euch gegen den jeweils anderen Antrag ab? Danke. So, was gibt es da? Zum einen, die Grundgesetzänderung ist bei mir nicht notwendig, weil selbst wenn man den Auftrag wahrnimmt in 140, dann braucht man ja den Auftrag... Die Gegenrede ist nicht zulässig, du hast gar keine... Das war eine Frage. Nein. Ach, von dir. Entschuldigung. Ich dachte, du sprichst auf den vorherigen. Ich habe den validoben Namen nicht vergessen. Entschuldigung. Nicht gehört. Okay. Also ich fange nochmal an mit Erlaubnis. Also, selbst wenn man 140 Grundgesetz da den Auftrag wahrnimmt, diese Trennung wahrzunehmen und die Konkordate abzulösen und so weiter, dann ist man ja nicht gezwungen, diesen Auftrag danach aus dem Grundgesetz rauszulöschen. Deshalb ist es nicht notwendig, das Grundgesetz zu ändern. Zu Sauberkeit vielleicht, aber das ist... Ja. Woran sich das unterscheidet? PA041 will auch die Religion aus dem öffentlichen Bereich... Und ich meine öffentlich, nicht der öffentliche Raum der Straße, sondern ich meine öffentliches Handeln. Ja. Möchte das zurückdrängen. Und ich habe öfters in der Piratenpartei erlebt, was es bedeutet, wenn du hier sagst oder in solchen Diskussionen sagst, dass du Christ bist. Dann kriegst du einen Shitstorm ab. Das ist unglaublich. Und ich möchte einfach mal die Lanze brechen für Leute, egal welcher Glaubensrichtung. Und sagen, wir brauchen in Religion, auch im öffentlichen Leben, dass das zugelassen ist. Dass der Staat Vereine auch fördern kann, die sich in den Bereichen einsetzen, was mit den anderen Anträgen schwierig wird. Oder unmöglich wird. Okay. Vielen Dank. Ist eine Frage damit beantwortet? Ja, das... Weiter. Das gibt jetzt ein Zwiegespräch. Das kann ich leider nicht zulassen. Der war doch... Achso. Dann habe ich den Namen nicht verstanden. Jetzt sprich doch ins Mikrofon. Ich hatte beide Antragsteller gefragt, wie sie sich hier in den jeweils anderen Antrag abgrenzen. Okay, es tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Er steht da unten in der Ecke. Bitte, du hast das Wort. Entschuldigung. Ja, also, ich kann nicht erkennen, was Validom sagt, dass bei uns irgendwie die Religion zurückgedrängt werden soll. Das ist da sicherlich nicht der Fall. Im Gegenteil, es geht um Religionsfreiheit. Das ist auch da klar formuliert, während der Antrag 004 ein bisschen schwurbelt, um es so zu sagen. Also, ich bitte euch einfach nochmal, P041 durchzulesen. Ich kann nicht erkennen, dass da Religion irgendwie zurückgedrängt werden soll. Das ist sicherlich nicht der Fall. Und deshalb finde ich einfach die klaren Worte von 041 besser und würde euch bitten, dafür zu stimmen. Vielen Dank. Bitte, du hast das Wort. Ja, also, ich möchte eine klare Lanze für den Antrag 1 brechen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder in der Schule oder sonst irgendwo mittels eines christlichen Symbols darauf hingewiesen werden, dass nur über diesen Weg, nämlich eine monotheistische, andere ausschließende Religion, irgendeine Errettung oder sonst etwas möglich ist. Ich möchte eine strikte Trennung von Staat und Kirche und gerade dann, wenn Menschen sich im öffentlichen Raum in Ausübung ihrer Exekutive oder einer öffentlichen Aufgabe auftreten, dass dann Religionssymbole nichts verloren haben. Okay. Dankeschön. War zwar eine Wiederholung, aber wir machen das jetzt mal ein bisschen flott. So, komm. Ja, in aller Kürze, ich empfehle den PA041 aus zwei Gründen. Erstens, ich kann mit Religion nichts anfangen, aber ich bin auch nur ich. Und ich finde es wichtig, dass in 41 klargestellt wird, dass wir nicht religionsfeindlich sind, sondern dass wir die Religionsfreiheit bejahen. Zweiter Punkt, es gibt einen Grund für die Trennung von Staat und Kirche. Der Staat fokussiert sich auf das Leben hier und wie das hier geordnet sein soll. Die Religion fokussiert sich auf das Leben nach dem Tod im Wesentlichen und wie wir hier darauf hinarbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese zwei Sphären trennen, dass die Religion nicht das Leben hier bestimmt und der Staat nicht das Leben nach dem Tod oder wie das gedacht werden soll, sondern, dass wir das klar trennen und das gilt in beide Richtungen. Das gilt, dass die Religion sich nicht in den Staat einmischt, aber auch, dass der Staat sich nicht in die Religion einmischt, weil nur so kann das friedlich miteinander funktionieren. Danke. Dankeschön. Ja, mein Name ist Martin aus Frankfurt. Wir haben in Frankfurt Verwaltungsbeamtinnen beim Bürgeramt oder Straßenbahnfahrerinnen, die ein Kopftuch tragen und das ist auch gut so. Ich fühle mich davon überhaupt nicht bevormundet und wir sollten hier Politik machen für Menschen und nicht einfach nur eine Symbolpolitik. Deswegen habe ich überhaupt keine Probleme damit, wenn Leute an ihrem Körper Symbole ihrer Religionszugehörigkeit tragen. Ich fühle mich davon überhaupt nicht beeinschränkt. Auf der anderen Seite, wir sind nicht die CDU, CSU, dass wir auf einmal Kopftuchverbot fordern. Der Antrag 4 ist mir persönlich zu zwammig. Der Antrag 12, der die Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen gleichstellen soll, finde ich, funktioniert so nicht, weil Religionsausübung ist ein Menschenrecht und hat ein Privileg und Kleintierzuchtverein ist kein Privileg. Deswegen bin ich für die PA 41. Okay, vielen Dank. Wir haben einen Antrag auf ein Meinungsbild. Offensichtlich scheint ja der Programmänderungsantrag 041 für die Trennung von Staat und Religion Grundsatzprogramm favorisiert zu sein. Frage, 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 Meinungsbild, wer kann sich vorstellen für die Programmänderung 41 zu stimmen? Bitte die grünen Karten nehmen, das ist einfacher. Wer kann sich mit diesem Antrag überhaupt nicht anfreunden? Okay, das scheint die überwiegende Mehrheit zu sein. Das heißt jetzt was? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich teile jetzt dem Antragsteller mit, dass sein Antrag offensichtlich positiv beschieden wird, das Meinungsbild positiv beschieden wird. Und jetzt? Ja, machen wir weiter. Du hast das Wort. Ja, FJ aus Berlin. Liebe Piraten, ich bin doch einigermaßen verwundert. In bestimmten Bereichen, wo wir ganz klare Verquickungen haben zwischen Staat und Institution, sage ich mal, im Wirtschaftsbereich, nämlich, da wird kaum eine Aussage gemacht, da hält man sich sehr zurück. Man will sich nicht irgendwie falsch positionieren. In einem anderen Bereich hier, Staat und Religion, werden ganz, ganz klare Positionen bezogen, ohne dass wir wirklich durchschauen können, wie die Menschen mit ihren Religionen leben und wo sie die Werte herbekommen, die ihnen vermittelt werden. Ich bin trotzdem, weil ich das auch im Wirtschaftsbereich bin, klar für eine Trennung, aber ich möchte mich dafür aussprechen, sehr vorsichtig zu sein, zu bewerten, wie diese Trennungen genau laufen sollen. Wir sollten hier mit einem sehr kleinen Antrag anfangen und in meinen Augen PA041 ist sehr lang, aber er greift nicht sehr weit. Und PA012 wäre vielleicht sogar ein kleinerer Anfang, dass man erst mal nicht, sage ich mal, den Leuten da zu viel vorschreibt. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Die Rednerliste bitte wieder ein bisschen aufschließen und du hast das Wort. Ich kann keinem der vier Anträge zustimmen, weil es für mich Finanzierung der aktuellen staatlichen Kirche, evangelisch und katholisch, mit einem Statement der Piratenpartei, wie man grundsätzlich zu Religion steht, vermischt. Und meiner Meinung nach muss das, was momentan als Kirchensteuer zerträgt, als Forderung der Abschaffung, zu dem getrennt werden, wie wir grundsätzlich zu Religion stehen. Und wenn wir, bitte nicht klatschen, ich habe nur noch 36, und wenn wir fordern, Staaten und Religion zu trennen, dann ganz oder gar nicht. Ich selber bin evangelischer Christ in einer Freikirche. Wer mich jetzt schittstormen will, bitte at Twitter, at Liebse. Und das wird aber für mich auch bedeuten, kein Religionsunterricht mehr und vor allem auch christliche Schulen müssten dann dicht machen, weil die sich aufgrundsätzlich christliche Werte berufen. Vielen Dank. Der nächste Redner, bitte. So, mein Name ist Christoph, ich bin ganz neu hier. Ich möchte auf den Punkt PA12 eingehen. Da wird über die Abschaffung der Kirchensteuer entschieden. Man muss sich mal überlegen, wenn wir die Kirchensteuer abschaffen in Deutschland, wer dann die Kindergärten finanziert, Nachmittagsprogramme, dass die Kirche durch die Kirchensteuer finanziert. Ruhe, bitte. Ruhe. Bei dem Punkt 41 bin ich dafür, dass das durch den Staat eingetrieben werden muss. Das muss nicht sein. Das kann die Kirche selbst tun. Aber definitiv PA12 kann ich nicht zustimmen. Danke. Vielen Dank. Moment. Jetzt. Okay. Ja, Roman Schillings aus Monheim. Und zwar geht es um Folgendes. Meinem Vorredner möchte ich fast zustimmen. Es stimmt, gerade bei der evangelischen Kirche bricht dann wirklich diese Kindertagesstättenbetreuung ein. Die katholischen Kirchen, das wird sehr wahrscheinlich, das wird noch machbar sein, da die ja durch den Vatikan gestützt werden. Aber die evangelische Kirche hat da sehr viele Probleme mit. Und wenn wir eine Trennung von Staat und Kirche haben, dann besteht das Problem, wie wir es in Amerika haben, dass sich sehr viele Freikirchen entwickeln, die dann anfangen könnten, Sektencharakter zu entwickeln. Und ich finde, das sollte auch nicht sein. Dankeschön. Vielen Dank. Gegenrede PA004. Begründung, dass die behauptete Grundgesetz Kontormität ist als Argument hinfällig, weil man ein Grundgesetz ändern kann. Konrad Adenauer ist nicht mit zwei Steinplatten vom Berg Sinai herabgestiegen. Man kann so weit was anpassen. Das ist ein Scheinargument. Punkt zwei. Der vierte Punkt in Artikel AA004 gefällt mir nicht, weil er sehr schwammig formuliert ist. Nur bitte. Er ist sicherlich gut durchdacht, aber er liest sich implizit für mich so, als würden gewisse allgemeinmenschliche Werte einzig und allein durch Religionsgemeinschaften vermittelt. Diese Religionsgemeinschaften haben diese allgemeinmenschlichen Werte, egal ob Islam oder Christentum oder Judentum oder was weiß ich. Aber sie haben damit keinen Alleinanspruch. Okay. Dankeschön. Und bitte schön. Ja, Thorsten aus Freising. Die Kirchen in Deutschland oder kirchliche Organisationen erbringen meines Erachtens nach eine hohe gesellschaftliche Leistung. Nicht nur im Bereich der Kinderbetreuung, auch schaut man in die Bereiche Rettungsdienste, Schuldnerberatung und solche Dinge. Und ich denke, dass wenn wir jetzt mit einem dieser Anträge sozusagen auch die Legitimität der Kirchensteuer in Frage stellen, brechen diese Leistungen weg. Das sollten wir irgendwo überdenken. Dankeschön. Und bitte. Ich habe drei Sachen zu sagen. Erstens, ich empfehle Antrag 1, weil der die sauberste Formulierung hat aus meiner Sicht für die Trennung von Staat und Kirche. Man kann von Laizismus halten, was man will. Die Formulierung im Antrag ist, er tritt für strikte Trennung zwischen Staat und Kirche im Sinne des Laizismus ein. Das heißt, worum es da geht, ist die Trennung von Staat und Kirche. Punkt. Und die gehören getrennt. Zweite Sache. Natürlich gibt es überall Kinderbetreuung von Kirchen und so weiter und so fort. Und zwar mit Geld, das die Kirchen vom Staat bekommen. Mit dem gleichen Geld kann man die Kinder auch betreuen, ohne sie gleichzeitig zu indoktrinieren. Und der letzte Punkt ist, eben wurde gesagt, dass Antrag 41 der offentliche Favorit ist vom Versammlungsleiter. Auf welcher Grundlage das war mega fällt? Ja, das nehme ich zurück. Das war unglücklich formuliert. Tut mir leid. Kann im Eifer des Gefechts passieren. So. Moment. Jetzt hängt die Uhr. Mach trotzdem weiter. Ich habe hier noch eine analoge Uhr. Also, ich möchte jetzt kurz nochmal darauf zurück. Es wird immer nur gesagt, dass Kindergärten unterstützt werden. Es ist egal, ob das jetzt nun eine Kirche ist oder ob es ein freier Träger ist. Wichtig ist, dass diese ganzen Jugend, Kinder und sonstige sozialen Leistungen nicht allein vom Staat, sondern sehr viel auch von freien Trägern gemacht werden. Momentan sind Kirchen der größte Träger. Der würde, wenn ihr sagt, einfach das ganze Geld streichen, würde das wegfallen. Das ist, also, mir ist jetzt egal, welcher Antrag, bitte denkt nur an eins. Bitte sagt nicht einfach, dass die Kirche kein Geld mehr kriegen soll. Alles andere, macht, wie ihr wollt. Aber bitte... Letzter Satz. Ja. Denkt an eine Sache. Ich hoffe, ihr kommt mit nur zwei Feiertagen im Jahr aus. Kurze... Okay, die Uhr läuft wieder. Hallo, ich bin Mitglied einer Gemeinde. Kurze Info aus der Regie. Ich habe die Uhr deshalb angehalten, weil du reingeredet hast, lieber Versammlungsleiter. Man sollte dem Redner auch die Zeit zugestehen. Okay, möchte ich jetzt nicht kommentieren, ist in Ordnung. Bitte jetzt aber los. Ich bin Mitglied einer Gemeinde, die das Recht hat, Kirchensteuern einzufordern, die aber freiwillig darauf verzichtet, weil sie das für unsozial hält. Weiterhin möchte ich, dass in dem Bereich Bildung und frühkindliche Bildung der Staat den Kirchen keinerlei Rückfinanzierung für ihr Engagement bietet, weil dieses Engagement ist eigennützig. Ich habe nichts gegen eigennützige Dinge, aber dann sollen diese auch nicht vom Staat rückfinanziert werden. Wenn der Staat der Meinung ist, dass es wichtig ist, diese Dinge stattfinden zu lassen, dann soll er bitte auch die Verantwortung nicht delegieren, sondern selber übernehmen, dass das passiert. Danke. Dankeschön. Und bitte. Die katholische Kirche ist größter Arbeitgeber Deutschland. Das kann so nicht bleiben. Die Strukturen müssen umorganisiert werden, damit auch die Arbeitnehmer, die Rettungsdienst fahren. Die gleichen Rechte haben wie andere normale, in Anführungszeichen, Arbeitgeber. Okay, vielen Dank. Moment bitte, Christoph. Ich möchte auch noch mal... Moment, ich schmappe noch eine Durchsage. Die Presse bräuchte noch mal Leute, die sie fahren würden. Mitfahrzentrale gibt auch so eine Taxi-App. Ich finde vor dem Hintergrund diverser Missbrauchsskandale sehr interessant, dass wir hier gerade eine Latze für die Kinderbetreuung durch Kirchen brechen. Das war das populistische Argument. Jetzt kommt noch ein anderes. Es geht nicht darum, dass wir Religion verbieten wollen. Es geht darum, dass wir denen sagen, wenn ihr Geld wollt, dann holt es direkt von den Leuten, aber nicht von uns. Es geht einfach darum, an der Stelle klare Verhältnisse zu schaffen. Und noch mal, die sitzen in den Rundfunkräten, die sitzen in vielen anderen Vereinen drin. Und wir alle wissen, wie tolerant die Positionen des Papstes zum Beispiel sind. Ich verstehe auch nicht, dass ein Verein wie die Piratenpartei, der so basisdemokratisch organisiert sein möchte, auf einmal für so eine monolithische Organisation, die seit 2000 Jahren besteht, die Finanzierung sicherstellen will. Das sollen die bitte alleine machen. Danke. Dankeschön. Ja, ich gehöre keiner Konfession an. Trotzdem habe ich so festgestellt, wenn ich mich mal so umgucke, den meisten Applaus kriegen die populistischsten Argumente. Bisschen unglücklich. Okay, ihr wollt mich widerlegen, hat leider nicht geklappt. Der zweite Punkt ist, das sind sehr weitreichende Anträge. Ich persönlich glaube, es wäre umsichtiger, zuerst mal mit einer Axt ein bisschen die Äste zu lichten, als die Kettensäge anzusetzen und gleich den ganzen Waldplatz zu machen. Okay, Dankeschön. Ja, das größte Problem, das ich mit der Kirche, beziehungsweise mit den meisten monotheistischen Religionen habe, ist der sehr beeinflussende Charakter dieser. Und ich möchte, dass die Leute frei denken, eine freie Entwicklung haben und selbst entscheiden. Deswegen bin ich für PA 001. Vielen Dank, der letzte Redner in der Liste. Ja, vielen Dank. Danach war die Liste geschlossen. Nein. Falsch, weil ich habe gesagt, dass ich dran stehe. Okay, danke, weiter, dann mach deine Rede. Okay, vielen Dank. Ich wollte nochmal darauf eingehen, Laizismus als Religionsfeindlich ist völlig falsch. Wir haben allein in Europa, haben wir auf der westlichen Seite mit Portugal und Frankreich laizistische Länder und auf der östlichen Seite mit Tschechien und der Türkei. Das darf man nicht vergessen und nirgendwo ist die Religion ausgestorben. Die zweite Sache, Freikirchen. Es gibt viele Freikirchen, viele evangelische Freikirchen, die genau diesen Laizismus fordern und praktizieren. Die wollen gar keine Staatsleistung, weil in der Bibel steht, gib Gott, was Gottes ist und Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist eine klare Ansage und so sollen wir das auch fordern. Das dritte ist, was im Einser explizit erwähnt ist, bei den anderen nicht, dass der Einser fordert, wenn es zur Zusammenarbeit kommt, sowohl die religiösen wie die nicht-religiösen Vereine und Verbände gleich zu behandeln. Also Humanistische Union, Giordano Bruno Stiftung, genauso, wenn es um Verträge geht, wie die Freikirche, wie eine evangelische, wie eine katholische, wie einen islamischen Verein. Genau das muss gefordert werden. Danke. Bitte schön. Also zu einer solchen Zusammenarbeit kann es in einem laizistischen Staat nicht kommen, weil in einem laizistischen Staat Vereine, die religiösen Hintergrund haben, kein Geld mehr vom Staat bekommen können und auch nicht mehr als gemeinnützig gelten können. Das bitte ich zu bedenken. Als nächstes wurde darüber gesprochen, dass die Finanzierung von Schulen und Kindergärten für Kirchen nicht mehr gewährleistet sein soll. Jeder freie Träger, egal wo der herkommt, kann einen Kindergarten oder eine Schule aufmachen und kriegt dann öffentliche Fördergelder. Ich frage euch, warum soll das eine Kirche nicht dürfen? Das verstehe ich nicht. Und als nächstes aus der Religionsfreiheit. Denn Religionsfreiheit ist nicht nur ein individuelles Recht, es ist auch ein Recht auf Gruppen bezogen, also auf Versammlungen. Und wenn Sie sie auf sich beziehen und sagen, wir wollen eigene Schulen betreiben, dann muss die Religionsfreiheit mit der Schulpflicht in Einklang gebracht werden, was zum Schluss kommt, und das sind die Urteile des Verfassungsgerichts in der Richtung, dass Religionsgemeinschaften Schulen betreiben dürfen, der Staat darf Regeln für die vorgeben und er muss sie finanzieren. Also ich bitte euch bitte, den 004 anzunehmen oder sonst gar keinen. Danke. Vielen Dank, damit ist die Debatte beendet. Wir haben jetzt hier vier konkurrierende Anträge vorliegen, das heißt, wie werden wir jetzt erstmal vor Zustimmung eine Wertung vornehmen. Wer kann sich vorstellen, den, ist das wieder, Herr Lauer, wie soll ich sagen? Geprobelt? Ja. Ich weiß nicht, was geprobelt heißt. Achso. Okay. Wer würde für den PA 041 stimmen? Bitte das Handzeichen. Okay. Moment, ich muss mal zurücknehmen, wir sind hier ein bisschen durcheinander gekommen. Wer stimmt für den 001, würde, dann sagt er, das muss anders heißen, so. Wer stimmt für den 004, würde, wollen können wir vielleicht den 012 in Erwägung ziehen, eventuell. Wer wäre für den 041? Damit ist er in der direkten Konkurrenz zum 001. Das heißt, wer wäre für den 001? Okay, wer wäre für den 041? Das ist die überwiegende Mehrheit. Das heißt, wer stimmt jetzt für den Programmänderungsantrag 041 für die Trennung von Staat und Religion im Grundsatzprogramm? Die Gegenstimmen, bitte. Damit ist der Antrag für Trennung von Staat und Religion im Grundsatzprogramm angenommen. Kommen wir jetzt wieder zum spaßigen Teil. Gibst du mir mal den Zettel da, bitte. Ja. So, wir haben Lost and Found. Es gibt eine rote Thermoskanne zu gewinnen. Hallo. Bitte, ein GO. Ich beantrage, dass ihr euch da auf der Bühne während der Abstimmung jegliche Äußerungen für und wieder einzelne Anträge enthaltet. Das ist kein GO-Antrag und das haben wir auch nicht getan. Diese abfällige Bemerkung zwischendurch, ich bin gegen 12 gewesen, aber diese abfällige Bemerkung, kann sich eventuell irgendjemand vorstellen, für 12 zu sein? Also das hatte sich jetzt aus dem Bild ergeben, ich wollte auf gar keinen Fall irgendjemand in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Also, sollte sich jemand von mir persönlich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst gefühlt haben, kann er mir das gerne per Twitter. Düsenberg mit UE-Unterstrich mitteilen. Oh, rote Thermosflasche mit Räubus-Tees zu gewinnen, dürfte sogar noch warm sein. Zwei weiße Steckdosenleisten, ein Netzwerkkabel in gelber Tüte, ein blauer Schirm, eine blaue Fließjacke, einen grünen Pulli, ein Ecomoto-USB-Kabel, eine Weihnachtsmannmütze und sechs Schals in verschiedenen Farben und Mustern. Man sollte dann zur Auswahl seine Jacke mitnehmen, dann kann man das dann abstimmen. Und ich habe hier oben noch was stehen, aber das kann ich nicht wirklich lesen. Blauer Rucksack. Bitte? Gibt es dazu einen GO-Antrag zu dem blauen Rucksack? Nein. Ob wir das überhaupt besprechen? Moment bitte. Nein, das geht nicht um diesen Antrag. Ich habe jetzt mal vollkommen zu viel. Ja, du, das ist der Ablaufkanz. Ja, dann gib mir den doch. Dann brauche ich den auch. Also wir haben jetzt zu dem Themenkomplex Staat und Religion noch einen Antrag, der nicht konkurriert und nicht kommuniziert und den suchen wir jetzt. Man ist sich da uneinig. Die Antragskommission ist da noch uneinig. Ich bitte festzuhalten, dass ich da jetzt nichts für kann. Also wir haben einen Antrag, PA062, Staat und Religion. Der Antragsteller ist Gebhard. Ist der da? Bitte schön, du hast das Wort. Ja, ich habe mich etwas abstrakt ausgedrückt. Ich möchte, dass Toleranz geschützt wird und gebe zwei Beispiele. Derzeit darf der Papst behaupten, dass sämtliche Opfer von Adolf Hitler direkt von der Gaskammer in die Hölle gefahren sind, weil sie keine Katholiken sind. Das nenne ich Volksverhetzung. Zweites Beispiel. Der Papst darf behaupten, dass Schwule ins Fegefeuer kommen. Voraussetzung ist, sie sind Katholiken, sonst kommen sie in die Hölle. Und ich bin der Meinung, dass wir auch Kinder schützen müssen, besonders in den Kindergärten, in den Christlichen, denen man suggeriert, sie kämen ins Fegefeuer. Unter der Voraussetzung natürlich sind Katholiken und nicht in die Hölle, wenn sie ihr Geschlechtstrieb befriedigen. Und wir müssen aktiv werden, um Minderheiten oder Andersdenkenden oder überhaupt normalen Menschen zu schützen vor dem Einfluss beispielsweise. Das ist ja nur ein Beispiel der katholischen Kirche. Und wir brauchen einen entsprechenden Ansatz. Vielleicht reicht der, den ich geschrieben habe, aus, nachdem ich ihn jetzt verständlich gemacht habe. Danke sehr. Vielen Dank. Du hast jetzt da eine... Ich möchte das nur kurz richtig stellen. Der Papst hat das Fegefeuer abgeschafft. Das sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Und Jesus Christus hat es nach katholischer Lehre alle erlöst. Das schließt alle Menschen ein. Alles andere sind Minderheitenpositionen von christlichen Fundamentalisten. Ich habe da einen GO-Antrag. Oder war das jetzt nur eine... Gut. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Bitte kurz ums Zeichnen. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen zu diesem Themenblock? Wer ist... Ja, bitte schneller. Und wer ist dagegen? Okay, die Rednerliste ist jetzt geschlossen in 5, 4, 2, 3, 1. Bitte schön. Ja, wenn man das so hört. Es ist ja so, dass wir alle in die Hölle kommen. Denn jede Religionsgemeinschaft meint ja, dass die jeweils anderen in die Hölle kommen. Also diejenigen, die in keiner Religionsgemeinschaft sind, da meinen alle anderen Religionsgemeinschaften. Die kommen auch in die Hölle. Also sind wir alle dort. Das passiert aber außerhalb der Politik. Ich meine, wir treten ja für die Trennung von Staat und Kirche ein. Sollen die Kirchen noch meinen, was sie wollen? Ich bin dafür, dass wir diesen Antrag ablehnen. Okay, danke. Ich schließe mich dieser Einschätzung an, denn wenn der Papst sagt, ich komme in die Hölle, dann fühle ich mich nicht derartig in meinen Grundrechten verletzt. Ich finde es ein viel zu offensiver und eigentlich auch unnötiger Antrag nach dem, was wir bisher zu Kirche und Staat gesagt haben. Danke. Okay, Boris ist dran. Okay, also zuerst mal möchte ich bitten, den Antrag abzulehnen. Ich bitte aber die Versammlungsleitung um eine Auskunft, warum wir den überhaupt behandeln. Weil laut GO hatten wir heute nicht die Themenblöcke dran, sondern nur die direkten Konkurrenzblöcke. Und die haben wir gerade abgehandelt und damit ist das Thema durch. Damit sollten wir zum Drogenantrag kommen. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Ich kann die Frage jetzt auch nicht so beantworten. Und ich würde sagen, sie ist berechtigt, aber wir stellen sie einfach mal hinten an. Bitte, du hast das Wort. Ganz klipp und klar. Jeder hat eine Meinungsfreiheit, die Kirche darf das meinen. Ich meine was anderes. Aber der Antrag ist überflüssig. Okay. Vielen Dank. Die Debatte ist damit geschlossen. Kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PA 062, Staat und Religion. Wer nimmt den Antrag an? Wer lehnt den Antrag ab? Das ist eine Zweidrittelmehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Oder? Ja, wir haben einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Und zwar geht es jetzt um mehrere Anträge. Das ist der PA 155, Streichung von Zuwendung an die römisch-katholische Kirche 002, Positionspapier zum Verhältnis von Staat und Religion 009 und noch ganz viele andere. Stehen die jetzt schon da? Regie kann ich die bitte haben oder muss ich die alle auflesen? Also die Antragskommission ist sich gerade nicht einig. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Die Antragskommission regelt das und wir machen weiter mit den drogenpolitischen Anträgen. Seid ihr da einverstanden? Okay, danke. Es steht zur Debatte der Antrag PA 023, drogenpolitischer Antrag der AG Drogen und der Antrag PA 299, suchtpolitisches Programm der Piratenpartei Deutschlands, die zwei Anträge konkurrieren. Ich gebe jetzt dem ICHO 40 für die AG Drogen das Wort. Bitte. Oder der jetzt dafür spricht. Okay. Ja, einen schönen guten Tag nochmal an die Versammlung. Ich bin glücklich, dass wir jetzt einmal nach dem fünften Versuch sozusagen dran sind. Ich möchte kurz unseren Antrag vorstellen in Stichworten. Zum einen, wir haben festgestellt, die Drogenpolitik, die derzeit von der Bundesregierung verfolgt wird, ist unsinnig und völlig unwirksam. Es gibt keinen vernünftigen Grund für die Trennung zwischen legalen und illegalen Drogen. Das ist absurd. Daher möchten wir diese Trennung aufgehoben sehen. Wir wollen aber keine Regellosigkeit. Wir wollen klare Regeln, die sich aus diesen Substanzen heraus selbst bestimmen. Das heißt, wir brauchen Schutz für die Verbraucher. Das ist weitgehend machbar mit dem derzeitigen Arzneimittel- und Lebensmittelrecht. Wir brauchen Schutz auch für Nichtkonsumenten. So ähnlich wie zum Beispiel bei im Verkehr. Wir sagen, okay, fahren unter Alkoholeinfluss ist nicht drin. Wir brauchen des Weiteren eine saubere und ordentliche Präventionsarbeit. Und das lässt sich auch nicht mit Verboten machen. Denn schlussendlich, das weiß jeder von uns, der irgendwas mit Kindern zu tun hat, Kinder erzieht, Lehrer ist oder sonst was, wenn ich einem Kind etwas verbiete, dann geht es erst recht ran. Wir wollen eine kontinuierliche, die ganze Schulzeit begleitende Prävention haben. Eingebettet in den Unterricht, genauso wie eingebettet in die Freizeitarbeit, die wir ja auch mit Jugendfreizeitheimen und Ähnlichem finanzieren. Es gibt noch einen Punkt, der recht wichtig ist. Wir haben derzeit größte Probleme. Medizinische Versorgung mit, Anführungszeichen, illegalen, Anführungszeichen, Drogen zu ermöglichen. Das ist etwas, was aufgehoben gehört. Der mündige Patient und sein Arzt sollen selber bestimmen, im Rahmen des medizinisch sauberen, was sie machen. Das sind die Grundzüge dieses Antrags. Wir haben ja noch einen konkurrierenden Antrag. Wir sehen uns gar nicht so sehr konkurrent von der AG Sucht. Ich möchte nur eines sagen. Wir sehen den ausschließlich auf Drogen beschränkten Antrag so, dass wir sagen, der Umgang mit Drogen, der Umgang mit psychisch aktiven Substanzen, das betrifft uns alle. Jeder von uns muss mehrfach, vielfach im Leben entscheiden, ob er und was er nehmen will. Und das betrifft nicht nur Erwachsene, das betrifft schon die Kinder und die Jugendlichen. Das heißt, wir suchen einen Antrag für alle und bitten euch, das auch so abzustimmen. Gut, wir haben beide Anträge, sind im Kern sehr, sehr ähnlich. Wir haben einen etwas anderen Ansatz. Das ist also jetzt unser Beitrag. Okay, vielen Dank. Das war jetzt von der AG Drogen die Vorstellung vom Drogenpolitischen Antrag. Das suchtpolitische Programm stellt jetzt der Benni vor. Steht er jetzt auch hier vorne? Ja. Okay, bitte, du hast das Wort. Hallo, ich würde gerne kurz nur Georg einmal korrigieren. Wir nennen uns IG Suchtpolitik und das kommt daher, dass wir auch mit Externen zusammengearbeitet haben bei Erstellung des Antrags. Und ich gehe Medias in Rees, weil wir haben ja wenig Zeit. Die inhaltlichen Ziele sind, wie Georg schon sagte, recht identisch. Also das gemeinsame Ziel ist definitiv das Ende der Prohibition. Der Unterschied liegt in erster Linie darin, dass bei uns der Fokus mehr auf den Menschen und sein Verhalten ausgelegt ist und weniger auf Substanzen, weil die Ursache einer Abhängigkeit in unserer Meinung nicht das Genussmittel ist, sondern das Konsumverhalten des Einzelnen. Also das ist sehr individuell. Und gerade in der heutigen Zeit haben eben auch die nicht stoffgebundenen Süchte wie Internetsucht, Kaufsucht, Magersucht, Fernsehsucht zugenommen. Und auch die sollte man, wenn man das Ganze ganzheitlich betrachten möchte, sollte man das auf jeden Fall mit einbeziehen und nicht vergessen. Da eben alle Suchterkrankungen oftmals ähnliche oder sogar dieselben Symptome aufweisen, kann man diesen ganzheitlichen Ansatz auch gehen. Und zwar geht es uns auch nicht um die Masse der Genusskonsumenten, sondern um die Vermeidung von riskantem Konsum und damit der Sucht. Also der richtigere Begriff für unsere Politik wäre Suchtvermeidungspolitik. Wir wollen also keine Sucht fördern. Und deshalb beschäftigen wir uns mit der Ursache von Sucht und möchten realistisch und pragmatisch den Zustand in unserer Gesellschaft beleuchten und verbessern. Nur so können wir die Abhängigkeit ursächlich bekämpfen und das Herumdoktoren an Symptomen hört endlich auf. Ich werde jetzt noch kurz die Meta-Ebene unseres Denkansatzes noch ein bisschen genauer ausführen, damit euch klar wird, warum es so wichtig ist, Suchtpolitik und nicht mehr Drogenpolitik zu machen. Es gibt nämlich kein drogenfreies Leben. Unser Gehirn produziert täglich Drogen. Es gibt kein Leben ohne Schmerz und Liebe und Angst und Ekstase. Es gibt kein Leben ohne Gefahr und Risiko und Hingabe. Leben bedeutet Bewusstsein und Bewusstheit. Es spielt sich im Gehirn ab. Und jeder Mensch mixt sich seinen ganz eigenen Drogencocktail, um für sich zu befriedigen, den Resultaten zu kommen. Drogen, also ein ziemlich gängiger Drogencocktail, besteht zum Beispiel aus Kaffee und Alkohol, Fernsehen, Schmerzmitteln, Schlaftabletten, Autobahnfahren mit mindestens 180 Stundenkilometer pro Sekunde, das Besuchen von Massenveranstaltungen und intensives Angucken von Pornoseiten im Internet. Nicht alles auf einmal, manches zusammengenommen, aber regelmäßig und häufig. Drogen können Sucht erzeugen. Jede Droge, sei es nun eine Substanz, die man einnimmt, oder eine, die das Gehirn produziert, kann das und sie tut das. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Sucht entsteht, wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden. Eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen ist es, ein sinnvolles Leben führen zu können und sich zu entwickeln, zu wachsen, zu lernen und sich einzubringen. Wie viel Raum, wie viele Möglichkeiten hat ein Individuum in unserer Gesellschaft das zu tun? Von frühester Kundheit an werden wir konditioniert zu funktionieren. Wir haben zu lernen, was man uns vorschreibt. Wir haben zu konsumieren, was man uns einredet. Und unser Gehirn dient höchstens dazu, unsere Körperfunktionen zu koordinieren. Moment, ich kriege mein blödes Ding hier nicht runter. Damit ich weiß, wo ich gerade stecke. Herrje, echt. Kann mir mal jemand kurz helfen und es runterscrollen? Danke, danke, okay. In einer solchen Gesellschaft ist Sucht die logische Konsequenz, denn wir finden keine Erfüllung und wenden uns den Substituten zu. Und solange unsere Süchte den gewünschten Umsatz und die gewünschten Verhaltensweisen hervorbringen, werden sie nicht nur toleriert, sondern verharmlost und sogar gefeiert. Wir wünschen uns eine Gesellschaft ohne Prohibition. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der ein sinnvolles und erfülltes Leben möglich ist. Und ein Leben wird nicht zwangsläufig sinnvoller, wenn man sich mit erlaubten pharmazeutischen Erzeugnissen konditioniert und kontrolliert. Substanzen zu verbieten oder Substanzen zu erlauben, steuert nur, welche Abhängigkeiten und Verhaltensweisen gesellschaftlich opportun sind. Wir müssen uns von dieser Sichtweise verabschieden. Und das funktioniert am besten, wenn wir unsere eigenen Verhaltensweisen reflektieren. Wir plädieren mit unserem suchtpolitischen Antrag, den selbstbestimmten Menschen in den Mittelpunkt von Suchtpolitik zu stellen, von der Substanzenpolitik wegzukommen und diesen ganzheitlichen und neuartigen Denkansatz ins Grundsatzprogramm aufzunehmen. Danke. Vielen Dank. Muss ich mal schauen. Habt ihr jetzt da jetzt noch jemand zu dem Antrag, der spricht? Ja. Du wolltest noch internationalen... Gut. Also... Ja, gut. Mein Name ist Andi Rohde, bin auch in der AG Drogen aktiv und ich möchte noch mal kurz das Thema Drogenpolitik aus internationaler Sicht anreißen. Der ein oder andere wird mitbekommen haben, was für schlimme Zustände wir beispielsweise in Mexiko haben, wo dort Jahr für Jahr eine fünfstellige Personenzahl meist unbeteiligter Menschen diesen Kartellkriegen zum Opfer fällt. Diese Kriege sind im Grunde finanziert und gefördert, dadurch, dass überhaupt der Konsum in den USA in diesem speziellen Fall verboten ist. Dann haben wir für unsere Politik im Moment ein wunderbares Beispiel. Zwei eigentlich. Eins, das schon länger existiert, das ist nämlich Portugal. Die haben 2001 angefangen, die Endkonsumenten konsequent zu entkriminalisieren. Haben dann in Abstufungen von 2003, 2006 und 2008 von der WHO, von der EU, von diversen offiziellen, also das ist jetzt nicht der Handverband, der hier ist, der dafür spricht, sondern es sind die offiziellen Gutachten unserer Regierungen, unserer Ausschüsse auf EU-Ebene, die uns belegen, das, was in Portugal gemacht wurde, hat auf allen Ebenen funktioniert. Es gab weniger, eigentlich fast gar keine Kriminalität mehr, die dadurch begründet war. Die gesundheitlichen Probleme, die der Konsum gestreckter und in der Qualität überhaupt nicht kontrollierter Stoffe hat, ist auch gegen Null verschwunden. Die Jugendprävalenz, sprich die Neigung der Jugend, überhaupt erst mit härteren Sachen anzufangen, überhaupt etwas auszuprobieren, ist deutlich zurückgegangen. Entgegen aller Unkenrufe, wo nämlich 2001 die UNO den Portugiesen noch prophezeit hat, ihr werdet euch dort ein Drogenparadies schaffen. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Was ist das? Wir haben dann noch, gerade ganz breit aktuell, vor zwei Tagen beschlossen worden, in Kopenhagen, die Stadt Kopenhagen hat für sich und ihr Umfeld, hat es endlich die Cannabiskonsumenten entkriminalisiert. Es werden 40 Shops eingerichtet und man geht dort endlich auch den richtigen Weg. Die nächste Stelle nach der Tschechei, nach Portugal und vielen anderen, selbst in Großbritannien wird es liberaler gesehen. Wir müssen diesen Weg gehen, um endlich die gesellschaftlichen Probleme, die durch die Verbote selbst überhaupt erst erzeugt werden, abzuschaffen. Okay. Vielen Dank. Damit ist der Antrag vorgestellt. Ich habe gleich zu Beginn der Debatte einen Antrag auf Schließung der Rednerliste. Ich bitte kurz darüber abzustimmen. Wer ist dafür, die Rednerliste jetzt zu schließen? Ich bitte um die grünen Karten. Okay. Wer ist dagegen? Damit ist die Rednerliste geschlossen in 5, 4, 2, ich habe dich gesehen, 3, 1, er noch. Dann gehen wir jetzt in die Debatte. Was hast du für einen GO-Antrag, bitte? Ich wollte kurz fragen, wie es mit der Begrenzung der Redezeit gerade ist. Das wird so bleiben, weil weniger macht keinen Sinn. Weil die noch nicht war. Es gibt auch noch den Antrag auf ein Meinungsbild. Die Anträge sind konkurrierend. Wer stimmt für den 023 Drogenpolitischer Antrag der AG Drogen? Okay. Wer würde für 299 Suchtpolitisches Programm der Piraten stimmen? Das ist die Mehrheit. Ich teile dem Antragsteller mit, dass sein Antrag bevorzugt zu sein scheint. Und was hast du jetzt noch für einen GO-Antrag? Antrag auf noch ein Meinungsbild. Wer könnte beidem zustimmen? Okay. Wer könnte beidem zustimmen? Wer kann sich das nicht? Okay. Ich teile dann also auch dem anderen Antragsteller mit, dass man sich vorstellen kann, beide anzustimmen. Wir steigen ein in die Debatte. Die Redezeit bleibt bei 60 Sekunden. Bitte schön. Drogenpolitik und Drogen- und Suchtpolitik ist ein kontroverses Thema. Trotzdem hoffe ich, dass einer dieser beiden Anträge hier bei diesem Parteitag eine Zweidrittelmehrheit bekommt. Und ergänzend zu dem, was die Antragsteller gesagt haben, noch zwei Argumente. Drogenkonsumenten sind Menschen, die genau dieselben Menschenrechte und Konsumentenrechte haben wie alle anderen. und dementsprechend kann es nicht sein, dass aktuell Heroin wirklich am laufenden Band mit zum Beispiel Rattengift gestreckt wird. Und die Junkies einfach keine Instanz haben, die sie davor schützt. Und auch ehemalige Drogenkonsumenten, Leute in dem Methadonenprogramm, von Arbeitgebern diskriminiert werden. Und der zweite Punkt ist, dass auch die Trennung von legalen und illegalen Sachen, zahlreiche wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass die Substanz mit dem höchsten Suchtpotenzial neurologisch gesehen kalorienreiches Essen ist. Okay, vielen Dank. Bevor der nächste Redner sprechen kann, bitte ich mal kurz zu zeigen, wer der letzte in der Rednerreihe ist. Das geht nicht darum, irgendwie. Okay, das war von hier aus nicht zu erkennen. Vielen Dank. Bitte, du hast das Wort. Ja, also ich wollte sagen, ich finde es schade, dass wir keine Trennung machen zwischen harten und weichen Drogen, weil es gibt einfach den Unterschied. Das eine sind Drogen, die wachsen im freien Land an, die gibt es schon seit tausenden von Jahren, die werden auch schon seit tausenden von Jahren konsumiert, wurden dann irgendwie verboten, aus irgendwelchen Gründen, die mir auch schleierhaft sind. Und das andere sind neuartige Drogen, wie Heroin zum Beispiel. Leute, die Heroin konsumieren, das sind keine normalen Leute, die sich so denken, oh ja, ich nehme halt mal ein bisschen Heroin, sondern das sind Leute, die sind krank geworden dadurch. Die sind krank geworden durch diese Stoffe und denen muss man helfen, da rauskommen und die darf man nicht dadurch unterstützen und sagen wie, okay, wenn du gestrecktes Heroin nimmst, dann gebe ich dir jetzt halt normales, dass das ungestreckt ist. Das ist genauso schlimm und man sollte beides verbieten. Also man sollte harte Drogen auf jeden Fall verbieten und weiche nicht. Dankeschön. Und der Nächste bitte. Ja, danke, liebe Piraten, für die Anträge, die sind wirklich super. Ich denke insbesondere, also ich bin Biophysiker und es ist zum Beispiel ein bekanntes Fakt, dass bei dem Verdienen oder auch Unverdienten bekommen größerer Mengen Geld die gleichen Hirnregionen aktiviert sind wie beim Konsum von Kokain. Auf der einen Seite, spricht man von einer kriminellen Droge, auf der anderen Seite haben wir einfach einen ähnlichen Erfahrungswert. Natürlich die Suchtpolitik, die hier mit aktiviert wird, wird auch die Krankheitsgefahren besser in den Fokus rücken als die bestehende Prohibition. Insbesondere sehe ich aber eine Möglichkeit mit solchen Anträgen und da bitte ich einem zuzustimmen, ich habe da jetzt im Moment keine Präferenz, diesen schreienden Ungerechtigkeiten auch innerhalb Deutschlands Rechnung zu tragen, dass in Berlin die Polizei beispielsweise nicht bereit ist, sich auf diesen Schwachsinn einzulassen, während in Bayern da ein Spielchen mit den Menschen gespielt wird, ein Katz-und-Maus-Spiel und jeder kriminalisiert wird, egal welche Substanz er konsumiert. Dankeschön. Der nächste Redner, bitte. Ja, ich finde beide Anträge sehr gut, insbesondere weil Prohibition abgeschafft werden soll und Prohibition ist an der freien Gesellschaft einfach nicht würdig. Ich denke, dass auch Sucht ein Problem für eine freie Gesellschaft ist, denn Sucht nimmt Freiheit. Das ist eben auch der Grund, warum ich den zweiten Antrag für leicht besser finde. Ich habe da auch schon einen Klabauter-Gast drüber gemacht, kann man hören, jetzt bleibt wahrscheinlich die Zeit dafür nicht. Aber was wichtig ist und was hier leider noch nicht genannt worden ist, ist die Prävention. Denn ich meine, man muss Prävention betreiben, man muss Leute informieren, man muss Leute aufklären und das ist sehr prominent in 299. Da geht es wirklich auch um sogenannte Rauschmittelkunde. Das klingt jetzt reißerisch, ist aber ganz, ganz wichtig und das ist genau der Grund, warum ich vor allen Dingen für PA 299 bin. Vielen Dank und der nächste Redner bitte. Ja, ich freue mich jetzt schon auf, jetzt vorab schon auf die Schlagzeilen, Piratenpartei, die Drogenpartei oder ähnliches, das wird schon mal ein Spaß für uns. Auf jeden Fall. Also, zudem muss ich jetzt, es richtet sich besonders an die Leute, die jetzt unseren Stream schauen und natürlich an die Medien noch zu Bedenken geben, dass es natürlich auch wirtschaftliche und, hallo, wirtschaftliche und umweltpolitische Auswirkungen hat. Viele sind sich dessen gar nicht bewusst, denn Hanf ist zum Beispiel, nehmen wir Hanf als Beispiel, eine sehr tolle Pflanze, mit der man Papier produzieren kann. Ach, die Verfassung der USA ist auf Hanfpapier geschrieben worden, bestes Beispiel. Textilien werden aus Hanf gefertigt und das muss man einfach bedenken und der umweltpolitische Hintergrund ist der, dass Hanf wesentlich besser für die Umwelt ist, als zum Beispiel Bäume zu fällen. Letzter Satz, bitte. Das war er. Das war er schon. Dankeschön. Es war keine Frage. Der nächste Redner, bitte. Ja, ich habe eigentlich eine Frage an die Antragsteller und zwar, inwieweit, also jetzt wird jetzt mal gesagt, die sind gar nicht konkurrierend, eigentlich könnten sie ja sogar ergänzend sein, das bedeutet, man könnte über beide Anträge abstimmen, inwieweit sie sich ergänzen, das würde ich gerne noch mal erläutert wissen und würde dann auch vielleicht das Konkurrenzverhältnis einfach aufheben und es könnten Gänze abstimmen. Die andere Sache ist die, dass ich mir überlege, wo fängt Sucht an, wo hört Sucht auf, wer bestimmt darüber, was Sucht ist, wann es halt, sage ich mal, wenn interveniert werden muss, das würde ich auch gerne noch wissen. Danke. Okay, vielen Dank. Könnte die Rednerlist, du bist nicht dran, das war eine Anfrage, Könnt ihr bitte aufrücken, damit wir das ein bisschen besser im Blick haben, du hast das Wort, der AG Drogen, bitte. Gut, ganz kurz, wo die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten liegen, ich denke, wir sagen eben Drogenpolitik, weil es sich an alle wendet und Suchtpolitik wendet sich an einen Teil dieser Menschen. Deshalb finden wir unseren Ansatz etwas weiter gefasst. Ich sage auch, als vom Beruf her Sozialarbeiter damit zu tun hat, die Akzeptanz von Sucht ist politisch gegeben, auch die Behandlung von Sucht ist politisch gegeben, die Probleme in der Suchttherapie sind viel stärker regionalisiert, wie die Probleme der allgemeinen Drogenpolitik. Deshalb spreche ich mehr für unseren Antrag. Okay, vielen Dank. Ich möchte dazu sagen, zu der Frage, wo fängt Sucht an, das ist für jeden Menschen eine ganz persönliche Entscheidung, wo er sich nämlich beeinträchtigt fühlt, durch ein Verhalten, was immer wiederkehrt und das ihn in seiner freien Entscheidung, irgendetwas anderes zu tun oder sich anders zu verhalten, einschränkt. Da fängt dann für ihn Sucht an und da sollte jeder darauf achten. Ich glaube allerdings, dass unser Antrag weit gefasster ist, weil wir tatsächlich den Ansatzpunkt haben. Ich möchte dich jetzt ungern unterbrechen, mache ich aber trotzdem, weil wir haben einen Antrag auf ein Meinungsbild, das feststellen soll, ob diese beiden Anträge überhaupt konkurrieren. Deswegen, für wen konkurrieren diese beiden Anträge nicht? Für wen konkurrieren diese beiden Anträge nicht? Für wen ist das quasi ein Antrag? Der hebt jetzt die grüne Karte, die konkurrieren nicht zueinander. Okay, für wen konkurrieren die beiden Anträge? Das scheint die Mehrheit zu sein. Somit ist dieses Meinungsbild. Der hat ausgegangen, dass die beiden konkurrierenden Anträge so in Konkurrenz stehen bleiben. Ja, okay. In dem Fall nicht anders zu machen. Wir gehen weiter in der Rednerliste. Bitte, du hast das Wort. Also ich finde beide Anträge gut. Der eine ist mehr für Drogen und die wirtschaftliche Seite und der andere mehr für die Sucht und die Krankheit. Aber okay. Was ich aber noch bitte vielleicht zu beachten, aufnehmen können wir es nicht annehmen, würde ich hier trotzdem, ist die Internalisierung der externen Kosten. Also es ist so, dass derzeit die Erkrankungen, die durch Drogen verursacht werden, durch die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden und somit werden auch nicht Konsumenten verpflichtet, durch ihre Beiträge die Folgen von einem Rausch anderer zu bezahlen. Eine Krankenkasse, die sich aus Gebühren finanziert, die auf den Preis der Droge aufgeschlagen wird, würde die Kosten tragen, falls der Arzt einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Drogenkonsum diagnostiziert. Und so würden auch die Drogen produzierenden Unternehmen den Anreiz erhalten, weniger schädliche Drogen zu produzieren. Ja. Das war's? Ja. Dankeschön. Dann bitte ich die Rednerliste etwas aufzuschließen und den nächsten Redner das Wort zu geben. Ja, ich wollte mal kurz erwähnen, dass wir den PA-023 in nahezu dieser Form vor zwei Wochen in NRW schon angenommen haben. Das heißt, wir haben diesen Shitstorm, der jetzt vermutlich dann aufziehen wird, schon hinter uns. Aber ich möchte mal, ich denke auch, dass die beiden jetzt angenommen werden oder einer von den beiden und danach wird es wieder einen Shitstorm geben von irgendwelchen konservativen, zum Tode verurteilten Holzmedien. Da möchte ich mal drauf hoffen, dass wir dann nicht wieder beschämt zu Boden schauen und uns dafür schämen, was unsere Leute hier gesagt haben, sondern dass wir mit stolz gestellter Brust sagen, das ist richtig. Okay, vielen Dank. Der nächste Redner. Bitteschön. Ich halte das Problem, das wir hier adressieren, für ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr großes in der Politik. Prohibitive Drogenpolitik hat versagt. Sie ist unmenschlich, sie ist teuer. Ein paar kleine Beispiele. Ich hatte mal eine Nachbarin, junge Studentin, schrieb an ihrer Diplomarbeit, war eines Tages tot, war opiumabhängig, heroinabhängig und es gab mal saubereren Stoff aus. Sonst hat sich aus Versehen eine Überdosis gesetzt. Mexiko wurde schon erwähnt, 80 Prozent aller Bundestroja in der Fälle sind Drogen. Selbst die Kriminalpolizei beschwert sich drüber, dass sie da sinnlose Arbeit macht, statt echte Kriminelle zu jagen. Wir sollten, also es ist dringend, dass da was passiert und wir sollten den Mut haben, auch kontroverse Themen anzugehen und in der Öffentlichkeit auszudiskutieren. Und Entschuldigung, wenn wir die Kinder-Porno-Netz-Sperren-Debatte gewonnen haben, dann werden wir doch auch eine Drogendebatte gewinnen können in der Öffentlichkeit. Ein Satz noch, bitte. Ein Satz noch. Ich finde den suchtpolitischen Ansatz besser. Er hat uns in Berlin eine Wahl gewonnen. Ich würde aber beiden zustimmen. Okay, vielen Dank. Du hast das Wort. Ja, guten Tag, hallo. Ich muss dem Vorredner erst mal recht geben und muss sagen, dass das aber vor allen Dingen in dem 023 umgesetzt wird, weil der das entscheidende Problem seiner verstorbenen Freundin oder Nachbarin angeht, nämlich die Prohibition, die schlechte Qualität der Drogen. Und das ist das eine Problem, wenn wir die Prohibition trockenlegen, dann wird sich das Drogen- und Suchtproblem völlig anders gestalten. Und ich würde den 299 euch dafür sozusagen noch mehr lieben, wenn er ihn ablehnt, weil er mir zu wenig zwischen Sucht und Rausch trennt, zwischen diesen Problematiken und weil er zu sehr, wie sage ich das, es klickt zu sehr nach Leuten, die einfach nur in Ruhe Haschisch rauchen wollen. Das ist es aber nicht. Das heißt also, wir müssen eine ganz konkrete Politik machen, die sich auch ganz konkret und vernünftig umsetzen lässt und das ist der 023. Dankeschön. Okay. Bitte an die Redner, in der Rednerliste hört genau zu, ob sich noch etwas wiederholt und ob der Beitrag, den man bringen möchte, jetzt die Debatte weiterbringt. Ich persönlich möchte keinen Piraten abwürgen. Ich denke, jeder sollte sprechen dürfen und seine Minute in Anspruch nehmen. Aber im Sinne für die Allgemeinheit, bitte zuhören. Bringe ich da jetzt noch was wirklich dazu oder halte ich eigentlich nur den Verkehr auf? Bitte, du hast das Wort. Nicht Sucht nimmt Freiheit, sondern mangelnde Freiheit begründet Sucht. Das wurde vorhin falschrum wohl gesagt. Ansonsten bin ich absolut für den Paragrafen 023, für den Parteiänderungsparagrafen, weil wir auf dem Wege sind, auf diese Art und Weise Drogen total zu entkriminalisieren und das ist der einzige Weg. Siehe Portugal. Danke. Okay, vielen Dank. Und die Uhr bitte auf 1. Okay, fang einfach an. Ich möchte niemanden beleidigen, aber die vorhin behauptete Unterscheidbarkeit zwischen weichen und harten Drogen ist Unfug. Das wollte ich nur sagen. Und das Zweite, ich bevorzuge PA 299, aber ich wollte die Anwesenden fragen, ob Sie sich darüber bewusst sind, dass das Wort Genusskultur natürlich in den Medien uns sehr einen Shitstorm einhandeln wird und ob nicht ein neutraleres Wort wie Konsumkultur oder so angemessener wäre in dem Antrag. Danke. Okay. Bitte. Darf ich antworten? War das eine direkte Frage? Ich glaube nicht, oder? Ja. Okay. Entschuldigung, aber kurz bitte. Ich frage kurz. Ganz kurz. Gut, danke. Wir haben im Berliner Wahlprogramm auch den Begriff Rauschkunde verwandt. Der hat auch sehr viel Aufruhr gemacht und zwar im positiven Sinne. Einer der meistgenannten Begriffe im Wahlkampf, wenn es um Suchtpolitik ging. Und ich denke, wir können uns das erlauben, etwas provokanter und progressiver zu sein. Und deswegen bleiben wir dabei. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, dann darfst du, wenn du noch was sagen möchtest, einen Satz noch, bitte. Ich finde es durchaus richtig und wichtig, dass wir uns um Sucht- oder Suchtvermeidungspolitik kümmern und dabei auch nicht stoffgebundene Süchte einbeziehen. Ich finde es aber jetzt erst mal wichtig, dass wir uns um die gescheiterte Drogenpolitik der letzten Jahrzehnte, vielen Jahrzehnte kümmern und tatsächlich eine konsequente Aufhebung der Prohibition vorantreiben. Und dazu gehört vor allem auch, und das wird häufig nicht so sehr beachtet, die Freigabe des, oder nicht die Freigabe, die Möglichkeit des Handelns mit den Stoffen. Weil nur so können wir sie reglementieren, den Handel, nur so können wir wirklich Jugendschutz gewährleisten, nur so können wir Qualitätsgarantien geben oder Qualität überhaupt kontrollieren und eine garantierte Qualität den Konsumenten zur Verfügung stellen. Denn die meisten Menschen, die an Drogen sterben, sterben nicht an den Drogen, sondern sie sterben an den Umständen der Drogensucht. Und die ist halt mit der Prohibition verbunden. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Alle Drogen freigeben. Alle. Ausnahmslos. Und wir müssen die Sucht eindämmen können. Das heißt, jeder, der Suchtaufzeichen hat, dem muss geholfen werden. Jeder, der irgendeine Suchterscheinung hat, braucht Hilfe. Punkt. Und damit haben wir es auf den Punkt gebracht. Gebt die Drogen frei. Lasst die zu dopen bis unter die Schädelbasis. Wenn die 80 Kilometer am Stadion laufen, 10 Meter hoch springen, 200 Meter weit turnen, ist vollkommen egal. Was auf dem Markt da ist, es wird genommen, es wird angenommen, es wird in den Körper geschmissen, der Körper reagiert drauf. Legalisiert es alles. Das ist ein Wirtschaftszweig. Dieser Wirtschaftszweig wird weitere Arbeitsplätze schaffen. Legalisiert das ganze Spiel. Das ist positiv. Zieht einfach die Leute raus. Wir haben keine Dealer mehr, wir kriegen Staatsdealer. Die verteilen die Drogen, die werden bezahlt, die kommen rein. Das, was wir den anderen abnehmen können, können wir auch ganz legalerweise verteilen. Und das ist ein sauberes Zeug. Es muss keiner dran sterben. Macht es einfach legal und versucht einfach die Menschen, die darunter leiden, von ihrem Leid abzuholen. Sucht einfach Eliminierung. Vielen Dank. Dann bitte ich den nächsten Redner. Du hast das Wort. Ferenc Sachs, Piraten Regensburg. Ich bin es einfach müde, mir seit über 20 Jahren anzusehen, wie effektive Medikamente verhindert werden, dadurch, dass sie zu illegalen Drogen deklariert werden. Der Zugang zu effektiven und vor allem patentrechtsfreien, kostengünstigen Medikamenten soll für alle Erkrankten möglich sein. In dieser Hinsicht finde ich den Antrag PA 023 etwas besser strukturiert. Prinzipiell würde ich aber beide unterstützen. Danke. Vielen Dank. Der nächste Redner, bitte schließt auf, damit wir das ein bisschen besser im Blick haben. Die Schlange wird auch kürzer. Bitte schön. Ich bin Biophysiker, ebenso wie der Mitpirat von vorhin. Ich bin nicht Mitglied der AG Drogen, der Piratenpartei. Ich weiß aber, dass über 100 wissenschaftliche Studien in diesen Antrag eingeflossen sind. Und als Wissenschaftler imponiert mir so was. Was die AG Drogen da geleistet hat, war eine wissenschaftliche Grundlagenarbeit. Und ich reite da dringend zur Annahme des PA 023, auch wenn er ein wenig provokante Floskeln vermisst. Ich würde aber beiden Anträgen zustimmen. Danke schön. Danke schön. Hallo, Sebastian Borg. Bitte, du hast das Wort. KV Karlsruhe. Ich finde beide Anträge gut. Ich würde aber den PA 023 bevorzugen, weil ich finde, er geht besser auf die massiven Bürgerrechtseinschränkungen ein, sowohl für die Abhängigen als auch für die nichtabhängigen Konsumenten und auch für Patienten. Danke. Irmgard, Thüringen. Ich möchte euch bitten, für den PA 299 zu stimmen, denn er geht mir viel weiter als der PA 023. Es geht nicht nur darum, alle Drogen freizugeben, sondern auch den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ihm die Präventation, Aufklärung, Hilfe zu bieten. Und das ist das, was ich in PA 92 viel mehr verwirklicht finde als in dem PA 23. Danke. Ich muss kurz noch mal in eigener Sache unterbrechen. Wir müssen das Meinungsbild wiederholen. Es war wohl meine Schuld, da ich ja von 25 Seiten angebrüllt wurde und jeder eine andere Meinung hat. Also, die korrekte Frage ist, sieht die Versammlung... Ja, dann sagt mir, das ist ein Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, der Tagesordnung. So ist das. Man steht hier, kriegt von 25.000 Seiten was zugebrüllt und versteht nachher gar nichts mehr. Ein Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Sieht die Versammlung diesen beiden Anträgen in Konkurrenz zueinander? Die Frage ist mir jetzt so vorgegeben worden. Ja, ich sehe den in Konkurrenz. Nein, ich sehe die nicht in Konkurrenz. Das Ergebnis wäre, dass wir die entweder in Konkurrenz zueinander sind. Genau. Entweder stimmen wir die dann in Konkurrenz ab, gegeneinander, oder wir stimmen sie zueinander ab. Also noch mal die Frage, sieht die Versammlung diese beiden Anträge als konkurrierend an? Ja. Erst die Ja stimmen bitte. Also das sind die ganzen grünen Kärzchen, wo Ja drauf steht. Jetzt die Nein stimmen, das sind die orangenen Kärzchen. Knapp positiv, das heißt, die stehen in Konkurrenz zueinander. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Okay. Ist damit das jetzt geheilt? Okay, wir haben ein GO. Antrag auf Auszählung. Nein. Trage ich ihn? Nein, 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 nein. Ich möchte ein Meinungsbild darüber, ob der Versammlungsleiter besser eine Pause machen soll. Genau, ich mache eine Pause. Ich mache das freiwillig. Es ist sehr schwer. Ich muss sagen, die Versammlung macht es heute den Versammlungsleitern nicht einfach. Kurz noch in eigener Sache. Die Entschärfung der Bombe in Koblenz konnte eine Stunde früher angesetzt werden. Das heißt, wenn alles gut geht, was wir hoffen, wird es keine Beeinträchtigung in dem Bahnverkehr und im Straßenverkehr mehr nach 18 Uhr geben. Ich bedanke mich. Viel Spaß noch. Bis dann. So. Wir machen jetzt gleich mit der Rede. Das war eine Ansage noch. Wir haben inzwischen mehrere Stimmkarten und Blöcke gefunden. Wer was vermisst, findet es immer noch unten beim Antragsbüro. Willst du mit einem Gegenstand, wo eure Nummer draufsteht, dann auch ankommen? Ein GO-Antrag. Auf Auszählung von was? Von dem Tagesordnungsantrag. Okay. Okay. Wir haben einen Antrag auf Auszählung des eben, des TO-Antrags eben. Wer möchte dem zustimmen, dass das so ist? Jetzt bitte die Ja-Stimme mit der roten Karte. Das war ein TO-Antrag. Ruhe jetzt. Okay. Cool bleiben. Wir wiederholen das Ganze noch einmal. Diese Abstimmung und zählen jetzt erstmal nicht aus, weil es offenbar nicht allen klar war, um was es dagegen ist. Es war ein Antrag zur TO, zur Tagesordnung. Diesen haben wir zugegeben diskutiert, aber wir haben ihn zulässig betrachtet, ob diese Anträge in Konkurrenz zueinander stehen. Es ist tatsächlich kein Meinungsbild, sondern eine Änderung der Tagesordnung. Stehen diese beiden in Konkurrenz zueinander? Oder wollen wir beide abstimmen, und damit theoretisch auch beide annehmen? Okay? Deswegen frage ich, wer sieht diese Anträge in Konkurrenz zueinander? Ja. Wer sieht das? Okay. Danke. Wer sieht das nicht so? Okay. Was? Es war die Mehrheit für... Ja. Immer noch. Gut. Der Wahlleiter ist sich einig. Besteht immer noch der Antrag auf Auszählung? Ja. Steht er. Okay. Wer... Moment. Wo ist denn jetzt die Dame, die gerade einen Antrag gestellt hat? Steht die dahinter irgendwo? Ist die jetzt weg? Du hast ihn zurückgezogen. Okay. Stellt jemand jetzt noch den Antrag auf Auszählung? Dann machen wir jetzt weiter. Du. Okay. Es steht der Antrag auf Auszählung. Danke. Sind wir alles beim Weichen? So. Wer stimmt diesen Antrag zu? Wer möchte auszählen? Wer möchte das nicht? Ja, danke. So. Haben wir das auch. Alles klar. So, dann machen wir jetzt weiter mit der Rednerliste, damit wir das durchkommen und endlich abstimmen können. Bitte. Du hast das Wort und ich bitte weiterhin um Ruhe in der Versammlung. Hallo zusammen. Beim Antrag 299 muss den Antragstellern Fehler unterlaufen sein, denn bei dem Punkt 5 steht unter anderem drin, dass Drogentests beim Arbeitsumfeld nicht erlaubt sein sollen, verboten sein sollen. Ich frage mich dann, wie macht man das dann? Darf dann die Polizei nicht mehr die Busfahrer kontrollieren, weil es da ja ihr Arbeitsumfeld ist? Und zweitens zum Beispiel, wie ist es bei Sportlern? Dürfen dann dort keine Drogentests beziehungsweise auf Substanzen überprüft werden und somit ist den Sportlern praktisch Haus und Tür geöffnet, um zu betrügen. Das war eine Frage. Habe ich das so richtig verstanden? Ist ein formaler Fehler unterlaufen? Und entweder zurückziehen und rausstreichen, neu einreichen oder... Okay, danke, ich glaube, deine Frage wurde verstanden. Änderungen gehen übrigens nicht mehr an gestellten Anträgen, das nur zur Info, aber das sollte eigentlich allen klar sein. Benni möchte antworten auf die Frage. Also es ist so, dass wir Drogentests bei gefährlichen Tätigkeiten und gefährdenden Tätigkeiten nicht ablehnen. Es geht aber darum, dass wenn ich mich um einen Job bewerbe, bei dem es egal ist, ob ich am Abend nach der Arbeit Drogen konsumiere oder nicht, ist es ein Einschnitt in meine Persönlichkeitsrechte, wenn ich alle vier Wochen irgendwo zum Pinkeln gehen muss. Und das kann einfach nicht sein, dass die Polizei weiterhin im Straßenverkehr, was eine gefährdende Tätigkeit ist, wenn ich Autofahrer und andere gefährde und das unter Drogeneinfluss tue, ist das weiterhin strafbar. Und es steht auch so im Antrag. Also nochmal bitte nachlesen, den Absatz. Danke. Möchtest du jetzt auch noch darauf antworten? Ich möchte dazu auch nochmal aus unserer AG-Sicht etwas sagen. Wir haben in NRW ja jetzt gerade etwas Textgleiches beschlossen und wir hatten im Wahlprogramm dazu genau diesen Punkt einmal angesprochen, nämlich diese Möglichkeit für Drogentests auch als Voraussetzung für Einstellungstests zu machen. Dem haben wir eigentlich vor anderthalb Jahren in NRW schon eine klare Absage erteilt und der harmoniert halt sehr gut mit dem Grundsatzprogrammtext, weil der wiederum keine Einzelmaßnahmen regelt, weder in der Substanz noch in der Sache, sondern nur unsere grobe Richtung vorgibt. Es sind jede Menge Positionspapiere in der Pipeline, die dann genau diese einzelnen Problematiken innerhalb des Themenbereichs genau abarbeiten werden. Das ist genauso wie eben diese politische Abstufung von Grundsatzprogrammantrag und den Detailregelungen darunter in den Positionspapieren, wir uns eben so vorstellen. Danke. So, du? Einmal ist 23 aus Darmstadt. Ich wollte auf den Punkt eingehen, die generelle Freigabe. Also ich arbeite in einer Firma, die durchaus Heroin und andere Sachen für medizinische Weckung und Angebot hat. Und man kann darüber verstärkt nachdenken, weiche Drogen freizugeben, bin ich voll dafür. Und ich bin für den 23er, weil er darüber nachdenkt, das wissenschaftlich zu bewerten. Es ist aber keine so gute Idee zu sagen, alles, was man irgendwie herstellen kann, kann man auf den Markt bringen. Also einmal muss man sich die Toxikologie anschauen, das ist reguliert durch das Stichik-Karling-Gesetz. Das kann ja sehr gefährlich sein, auch nebenher gesagt. Und es ist absolut denkbar, Stoffe herzustellen, die bei einmaligem Konsum dauerhafte Stoffwechselveränderungen vornehmen. Und das ist überhaupt keine Freiheit mehr, das zweite Mal zu entscheiden. Und deswegen würde ich sagen, einfach alles freigeben ist keine gute Idee. Das ist ein gutes Geschäftsmodell, aber keine gute Idee für diese Gesellschaft. Deswegen geht mir der 299, der das nach meinem Verständnis, man kann nicht durchaus korrigieren, fordert, zu weit an der Stelle. Okay, dann der Nächste bitte. Ja, mein Name ist John Banse. Ich bin nicht Pirat, weil die Piratenpartei jetzt seit ein paar Jahren so glücklich aufwichtig ist, sondern ich war schon Pirat in 1969 und ich kiffe seit 1969 und mich umgeben Drogen seit 1969. Ich habe dafür im Gefängnis gesessen, bin ausgeschlossen worden, diffamiert worden, gekränkt worden und, ja, weggeschlossen worden, weil ich Kiffer bin. Ja, und ich will euch was sagen. Mir ist wichtig, dass ihr heute versteht, dass wenn ihr dafür stimmt, dann müsst ihr auch dafür arbeiten, nicht wie die Grünen, die sagen, oh, Kiffer, kommt alle her, gebt uns eure Stimmen und uns dann irgendwo über den Kudamm laufen lässt und Christian Ströbele ganz alleine in seiner Hanffrage gibt das Hanffrei sein lässt. Und, also, wenn ihr dafür seid, dann arbeitet auch dafür und ich bitte euch, das zu beschließen. Nehmen wir der Mafia die Milliarden aus den Händen und schaffen Krankenhäuser! Okay. Danke. So, der Nächste bitte. Geht's? Alles klar. Also, es ist klar, wenn wir ein Drogenprogramm beschließen, müssen wir erstens alle damit sehr einverstanden sein, weil es ein sehr komplexes und heikles Thema ist. Beide Anträge, wenn man die genau gelesen hat, schließen sich nicht gegenseitig aus, meine Nachricht. Ich weiß nicht, wie man zu der Einstellung kommen kann. Das sind Komplementäranträge, ganz klar. Und beide zusammen ergeben ein wunderbares Drogenpolitikprogramm, das wir alle vertreten können, weil, wie sich in den Abstimmungen gezeigt hat, ist für jeden was bei diesen Anträgen dabei. Also, lasst uns doch irgendwie gucken, dass wir es hinkriegen, dass ihr euch zusammen tut und einen gemeinsamen Antrag macht und wir ein komplexes Programm haben. Ein komplettes, ja? Ja, ich möchte noch finden, das würde bei dieser Versammlung nicht gehen. Okay. Also, wir könnten beide beschließen, dazu müssten wir eine Änderung der TO haben, die haben wir eben abgelehnt. So, jetzt bist du dran. Ja, die Freiheit des Einzelnen kann ihre Einschränkung nur in der Freiheit des jeweils anderen finden. Das, was im Moment stattfindet, ist, dass der Konsum von Drogen als opferfreie Straftat bestraft wird. Das ist pure Repression. Es gibt kein Opfer beim Konsum von Drogen. Des Weiteren ist es so, dass diejenigen, die sagen, wir müssen diese Drogen verbieten, weil wir die Leute schützen müssen, ihr schützt die Leute nicht. Das Einzige, was ihr macht, ist, dass ihr sie kriminalisiert und einen Schwarzmarkt geschaffen hat, der keinen Verbraucherschutz kennt und keinen Jugendschutz. Damit macht ihr Leute krank. Und als letzten Punkt, welcher von diesen Anträgen zu bevorzugen ist, es ist der suchtpolitische Antrag zu bevorzugen, weil er den Fokus auf das eigentliche Problem stellt. Das Problem sind doch nicht die Drogen an sich, sondern der dauerhafte Kontrollverlust. Wenn Leute sich nicht mehr kontrollieren können, nicht mehr wissen, wie die Kontrolle darüber verlieren und einfach sich nicht mehr beherrschen und halt süchtig sind. Es ist nicht das Problem der verantwortungsvolle Umgang mit Drogen, sondern die unkontrollierten Süchte. Und dieses Problem muss endlich mal in den Fokus gestellt werden. Und deswegen ist dieser Antrag richtig und wichtig. Letzter Satz. Danke. So, Fu, als letzter. Ja, ah, genau. Dummerweise haben... Höre das Mikrofon. Höre. Danke, Fu. Dummerweise haben alle meine Vorredner mir meine Argumente weggenommen. Eins habe ich noch. Wir haben mit diesem suchtpolitischen und es heißt halt suchtpolitisches Programm in Berlin auch diese Wahl gewonnen. Okay, danke. Dann bitte ich in Ruhe. Wir kommen jetzt zuerst zur Stichwahl der beiden Anträge. Ich möchte darauf hinweisen, dass es schön wäre. Es ist ein Improval Voting. Ihr könnt für beide stimmen. Wenn natürlich alle für beide stimmen, wird es schwierig. Dann müssen wir ein paar Mal mehr losen. Also entscheidet euch am besten. Das ist nur jetzt ein Hinweis. Ich bitte den anderen Wahlleiter vielleicht nochmal auf die andere Seite der Bühne. Ja, alles klar. Danke, Hase. So, dann rufe ich auf. Wer ist für Antrag PA023 Drogenpolitischer Antrag? Ihr habt euch ein Bild gemacht? Ja? Dann jetzt bitte PA229 Suchtpolitischer Antrag. Okay, nochmal bitte Drogenpolitischer Antrag. Moment, bitte Ruhe bewahren. Was möchtest du? Das ist kein GO-Antrag. Ja? Wenn alle diejenigen, die beide stimmen, die Karten unten lesen, könnte man den Unterschied erkennen. Okay, der Wahlleiter bietet es euch jetzt. Wir haben zwei Stimmkarten. Bevor wir auszählen müssen, ein anderes Verfahren einzugehen. Jetzt könnt ihr euch nur für einen entscheiden. Grüne. Ihr könnt auch für beide euch entscheiden, okay. Grüne Karte führt PA23 hoch, Orange für PA299 hoch. Gleichzeitig heben. Gleich. Zeit. Tich. Okay, das ist uns. Wir zählen aus. Okay, ich stelle fest, wir zählen aus. Es war ein Versuch wert. Und übergebe das Wort an den Wah... Ah, da ist noch ein TO. Was willst du? Okay, wir haben einen Stopp. Das ist kein GO, das ist ein TO. Ja, das lassen wir gut. Okay, ich habe jetzt nochmal den selben Tagesordnungsantrag, den wir eben schon bekommen haben, schriftlich in wunderschöner Form vorgelegt bekommen. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, und zwar die Konkurrenz zwischen PA023 und PA299 aufzuheben. Stopp! Ja, und dann beide nacheinander abzustimmen. Das wäre das übliche Verfahren. Wer ist... Stopp! Ruhe, bitte! Ruhe! Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gesend in diesen Antrag? Ja, danke, das ist angenommen. Dann machen wir das so. Da hat die lange Diskussion ja was gebracht, das ist schön. Wir haben... Gut, dann stimmen wir jetzt erst PA023 ab, drogenpolitischer Antrag der AG Drogen. Was? Cool, dann. Okay, Moment, hältst du deinen Antrag aufrecht? Steh auf, wenn du einen GO-Antrag stellst, bitte. Okay, leise, bitte, die Herren. So, was ist dein Antrag? Dein Antrag ist auf geheime Wahl. Okay. Geheime Abstimmung. Geheime Abstimmung. Warum? Zwei hintereinander. Wir stimmen erst den einen ab, dann den anderen. Du möchtest also eine geheime Abstimmung über den drogenpolitischen Antrag. Okay, das kann er fordern. Dann stimmen wir darüber jetzt ab. Stopp! Noch, nee, was? Nein, erst der eine GO-Antrag, der an der andere. So. Alternativ-Antrag. Alternativ-Antrag. Bitte sprich in das Mikrofon. Schriftliche Abstimmung, Akzeptanzwahl, beide. Parallel. Das ist ein GO-Antrag. Das ist kein GO-Antrag, korrekt. Das ist kein GO-Antrag. Nein. So, wir stimmen jetzt das ab. Read the fucking GO. Genau, RTF-GO. So, also. Das gilt für alle, nicht nur für Herrn Kungler. So, also. Wer... Stopp! Ruhe, bitte. Es wird jetzt wieder kompliziert. So. Wer möchte es geheim abstimmen? Wir sind immer noch bei 10 Prozent. Richtig, Herr Wahlleiter? Ja. Wer möchte darüber geheim abstimmen? Jetzt nur die Ja-Karten in grün. Eins, zwei. Jetzt die Gegenstimmen. Der Wahlleiter ist sich sicher, dass es keine 10 Prozent waren. Ist sich sehr sicher. Es wird nicht geheim abgestimmt. So, jetzt Abstimmung PA 023. Drogenpolitischer Antrag, der AG Drogen. Wer ist für diesen Antrag? Danke. Wer ist gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Cool bleiben. Wer ist für Antrag PA 299? Danke. Wer ist gegen diesen Antrag? Der Antrag ist... Nochmal die Fürstimmen. Er ist angenommen. Wir möchten noch eine... Nein. Ich habe dir nicht das Wort erteilt. So. Nein. Nein. Ich habe jetzt erst noch einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Antragsteller Fabio Reinhardt, Matthias Schrade und Fotios Amantides. Änderung der Tagesordnung. Nach dem jetzt kommenden Antrag Q 065, Piratenappell für Europa, das ist der nächste kommende Antrag, sollen die Anträge Q 026 und Q 027 behandelt werden. Die Antragsteller wollen den Antrag mündlich begründen. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist Fabio, der diesen Antrag jetzt kurz bitte begründet. Warum du das willst? Also es geht um die Änderung der Tagesordnung in dem Sinne... Fabio, das Mikrofon muss auf deinen Mund zeigen, wie im Abgeordnetenhaus. Es geht, ja, es geht um die Änderung der Tagesordnung in dem Sinne. Wir haben jetzt als nächsten Punkt den Piratenappell pro Europa. Der ist ein sehr guter Antrag, den wir auch unterstützen, aber da ist ein bisschen wenig Fleisch dran. Also er ist halt sehr grundsätzlich. Es wäre sinnvoll, dass wir von den europapolitischen Anträgen auf jeden Fall noch die beiden, die die beste Chance haben, auch verabschiedet zu werden. Und wo wir uns jetzt als AG Europa und als andere Leute, die sich mit den europapolitischen Anträgen beschäftigt haben, gesagt haben, die würden wir auf jeden Fall unterstützen. Und von denen wir auch glauben, dass die hier eine Mehrheit finden. Das sind die beiden Q 026 und Q 067. Willst du ganz kurz nochmal kurz vorlesen, welche das sind? Ich habe sie hier jetzt gerade im Wortlaut nicht vorliegen, den Titel. Also es geht um die Neufassung der Währungsunion und dann geht es um die Ablehnung des ESM-Vertrages auf Grundlage mangelnder Legitimation und mangelnder Transparenz. Okay, danke. Q 026 und Q 027 brauche ich bitte. Okay, Moment bitte. Diese beiden Anträge. Q 026 und Q 067. So, okay. Ich habe sie jetzt noch nicht vorliegen, aber die Nummern wurden jetzt ja mehrfach genannt. Das sind Positionspapiere, diese sind eingereicht. Q 026 und Q 067. Moment bitte. Da haben wir Q 026, das ist der falsche, doch das ist der richtige, Entschuldigung. Q 026, Titel Neugestaltung der Europäischen Währungsunion, Antragsteller Alexander Spies und Q 067, Ablehnung des ESM-Vertrags. Das sind die beiden, die danach behandelt werden. Wir diskutieren jetzt nicht über diese Anträge, sondern nur, ob sie nach dem Positionspapier Q 065 behandelt werden sollen. Wer stimmt dafür? Okay, wer stimmt dagegen? Damit ist das angenommen, wir werden diese danach behandeln. So, und jetzt kommen wir, ach, wir haben noch einen GO-Antrag, ja, das ist ein bisschen seltsam, jetzt den zu stellen, aber gut, den müssen wir jetzt behandeln. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, Vorziehung der Programmeanträge, Umwelt- und Energiepolitik. Antragsteller Hartmut Ernst möchte er es begründen. Ja, es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich euch jetzt ein bisschen frustriere. Ich fühle mich auch ein wenig frustriert, denn nach der ursprünglichen Tagesordnung wäre dieser Punkt rangekommen. Und ich habe keine Mühen gescheut, aus Rosenheim hierher anzureisen. Ich hätte es sonst trotzdem getan, macht nichts. Aber es ist ja schön und gut, dass man die Tagesordnung nach Beliebtheit wählt, aber es ist nicht nur Beliebtheit, was zählt, es sollte auch das, was wichtig ist, zählen. Und es kommt noch was dazu, dieser Antrag ist jetzt das vierte Mal hier in Bingen und überall, immer wieder fliegt es hinten raus. Unter anderem ist daran auch Schuld, dass die Anträge, die nicht behandelt werden, beim nächsten Mal wieder ganz unten anfangen. Die sollten, meine ich, einen gewissen Bonus kriegen. Ich rechne nicht damit, dass die Tagesordnung geändert wird. Aber ich möchte, dass man auch mal zur Kenntnis nimmt, dass wir auf das, was gewünscht wird, reagieren. Moment, kurze, kompakte Rede war die Ansage. Das war doch kurz und kompakt, meine ich. Ja, Piraten-Mannstab, danke. So, wir stimmen darüber jetzt ab, weil ich Gegenrede eh sehe, wahrscheinlich zigfach schon. Gut, dann stimmen wir darüber ab, wer ist dafür. Erst die Ja-Stimm, dann die Nein-Stimm-Bekennerspiele. Für die Änderung der Tagesordnung, die Programmänderungsanträge Umwelt- und Energiepolitik vorzuziehen. Sie würden dann als Allernächstes drankommen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit ist das abgelehnt. Danke. So, wir kommen dann jetzt zur Vorstellung des Positionspapiers Nummer 65 Q065, Piratenappell Pro Europa. Der Antragsteller ist Craig Pille, der seinen Antrag jetzt bitte vorstellt. Ja, ich bin der Antragsteller von Piratenappell Pro Europa. Ich möchte den kurz begründen. Der ist im Nachklang der Potsdamer Konferenz der AG Außenpolitik und AG Europa entstanden. Es geht darum, eine grundsätzliche Positionierung der Piratenpartei zu Europa zu erreichen, weil sich zumindest bei der Potsdamer Konferenz und auch sonst in meinen Gesprächen herauskristallisiert hat, dass es zwar einen gewissen Dissens darüber gibt, wie Europa institutionell aussehen soll, aber ein großer Konsens dafür besteht, sich hinter die europäische Idee zu stellen. Und ich habe zuerst einen Antrag eingereicht, der institutionelle Probleme, das Demokratiedefizit der Europäischen Union angegangen hat. Ich bin davon zurückgeschreckt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Art und Weise, wie Deutschland inzwischen in Europa agiert, für mich nicht mehr angemessen ist. Damit kann ich nicht leben, wenn man sich hinstellt und jubilierend sagt, in Europa wird wieder Deutsch gesprochen. Dann ist das eine nationalistische Entwicklung, die ich so nicht mittragen kann. Der Piratenappell Pro Europa ist deshalb keine Aussage, wie Europa strukturiert sein soll, aber es ist ein grundsätzliches Bekenntnis zu Europa und ein Appell an die europäischen Piratenparteien und an die europäischen Bürger, sich darüber Gedanken zu machen, wie Europa zukünftig aussehen soll. Und gerade im Kontext der europäischen Krise, der Finanzkrise, ist es einfach notwendig, auf eines der Kernthemen der Piraten aus meiner Sicht ganz klar hinzuweisen, nämlich Demokratie. Und aus diesem Grund appelliert dieser Antrag an die europäischen Piratenparteien, Grundlagen zu schaffen, um gemeinsam diskutieren zu können, wie Europa aussehen soll. Es ist wie gesagt, weil ich darauf schon angesprochen wurde, keine inhaltliche Aussage damit verbunden. Ich persönlich bin für ein föderalistisches Europa, aber das ist lediglich, auch wenn es, es ist zwar erwähnt, aber es ist nur eine Diskussionsgrundlage und es soll nicht vorwegnehmen, wie Europa aussehen soll von der deutschen Piratenpartei aus, sondern das will ich gemeinsam in Europa diskutieren und appelliere deshalb daran, diesen Antrag mit möglichst breiter Mehrheit anzunehmen. Danke. Danke. Ich habe GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Dieser ist ein, zur Erinnerung, das ist ein Positionspapier, nur wegen der Mehrheitsverhältnisse. Wer ist für diesen Antrag? Wer wäre für diesen Antrag? Ist ja noch keine Abstimmung. Vielen Dank. Wer wäre gegen diesen Antrag? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das eine sehr kleine Minderheit ist und er angenommen wäre noch damit. Jetzt kommen wir zur Diskussion. Ich sehe noch niemanden am Mikrofon, aber schon eine lange Schlange. Ah, ein GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Das kam überraschend. Gibt es da Gegenrede? Gibt es keine Gegenrede? Doch, da hinten. Ah ja. Dann, wer ist dafür, die Rednerliste jetzt zu schließen? Danke. Wer ist dagegen? Damit ist die Rednerliste geschlossen in fünf, vier, drei, ja, ich habe dich gesehen, zwei, eins. Eins. So, jetzt. Du, Big Arne geht noch hin. Big Arne ist der letzte. Na, du bist auch noch, ah, diese langen Wege. Okay, ja, du darfst auch noch, äh, Michael, bist du Michael? Ja, dann stell dich bitte aber auch hinter Big Arne. Ja, sonst ist das alles etwas verwirrend. Also eine Schlange sollte nicht mehrere Enden haben. Gut, damit ist Michael jetzt der Letzte. Pavel auch noch. Na ja, jetzt ist zu. Schluss. So. Also. Pavel ist der letzte Redner. Es sei denn, es gibt dann halt noch Aufgaben. Jetzt, Kungler, bitte, dein erster Redebeitrag. Dieser Antrag ist offenkundig, mehr oder weniger, fast einstimmig konsensfähig. Ich bitte deshalb alle, die sich hier noch angestellt haben, lasst uns das Ganze ohne lange Diskussion abstimmen. Machen wir hier. Lasst uns heute noch ein bisschen Programm machen und nicht einfach alle MeToo-Anträge, äh, Beiträge hier am Mikro machen. Danke. Danke. Der Nächste. Also ich werde jetzt inhaltlich nicht über den Antrag reden, der wird eh angenommen. Allerdings ein dringender Appell an alle, die dann im Parteitag nachbearbeiten werden, eben zu beachten, der Parteitag, indem er diesen Antrag annimmt, ist nicht für einen europäischen Rechtsstaat, um föderalistisch oder irgendwie sonst, sondern für eine Diskussion zu dem Thema. Also bitte beachten. Ansonsten, ja. Ja, danke. Der Nächste. Ich finde, dieser Beantrag sehr wichtig. Für die Entwicklung von Außenpolitik, für die richtige Investition in Zukunft von Ländern, dann kann in Europa dringen, in eine Union, ein Kapital, eine Gesellschaft zu erreichen, besser, nicht nur investieren in, ja, in Politik basiert, in nicht grünen Endungen. Ich finde es wichtig, pro Europa zu mehr, größer bringen. Dankeschön. Die Europäische Union ist für mich ein wohlstandschauvinistisches Konstrukt mit Organisationen wie Frontex und deswegen ist für mich ein Appell pro Europa automatisch ein Appell kontra Welt und deswegen muss ich das leider ablehnen. Danke. Der Nächste. Hi. Der Antrag spricht von einem europäischen Verfassungsstaat. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass die EU in der momentanen Form nicht nur ein Defizitproblem hat, sondern ein Demokratiedefizitproblem. Wir haben eine riesige Verwaltung, die intransparent ist. Wir haben eine übermächtige Kommission, die nicht direkt demokratisch legitimiert ist. Wir haben einen übermächtigen Rat, in dem nur die nationalen Regierungen, aber nicht die Oppositionen vertreten sind. Und deswegen sage ich, wir müssen erst für die Demokratisierung der bestehenden EU eintreten und dann können wir über den Ausbau zu einem europäischen Staat sprechen. Ja, darf ich ja mal ganz kurz unterbrechen. Bist du sicher, dass du den richtigen Antrag gelesen hast? Denn ich lese das hier nicht. Es ist Q065. Q065. Es steht Verfassung und Verfassung ist ein Staat. Gut, dann der Nächste. Also ich kann dem Antrag wirklich nur zustimmen. Wir als Piraten, wir müssen nicht nur bundesweit agieren, wir müssen wirklich europaweit zusammen agieren. Vor allen Dingen müssen wir da auch auf die nächsten Europawahlen achten, dass wir da zum Beispiel auch ein gemeinsames Programm entwickeln und gemeinsam als Gemeinschaft arbeiten. Andere Parteien tun das bisher noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Und das wäre eine Sache mehr, die uns von den anderen Parteien abhebt. Dankeschön. So, noch eine kurze Info, bevor wir weitermachen. Die Veranstaltung ist heute ums bis 18 Uhr geplant, für alle, denen das nicht klar war. 18 Uhr. Ja? Okay. Danke. Dann bitte. Danke. Ich möchte mich kurz fassen. Ich möchte mich meinem Vorredner inhaltlich genau anschließen und auf Folgendes hinweisen, dass wir uns natürlich als internationale Piratenbewegung verstehen und dieser Antrag überhaupt nicht, so wie das hier eben unterstellt wurde, sich gegen diese Idee stellt, sondern dieser Antrag ist Ergebnis offen und ich würde es eher so sehen, dass hier Europa als Brückentechnologie verstanden wird, hin zu einer zu einer weltoffenen Gesellschaft. Dankeschön. So, war das eben ein GO-Antrag oder wolltest du zu mir beten? Ein Meinungsbild. Wir hatten ja bereits ein Meinungsbild zu dem Antrag. Dieses war stark positiv. Daran kann ich noch mal erinnern, aber danke. Wir machen jetzt nicht noch eins. Bitte, Stefan. Also zunächst mal zu einem meiner Vorredner. Wenn man über ein Vertragswerk, das die Struktur einer multinationalen Organisation schreibt, Verfassung drüber schreibt, wird daraus nicht automatisch ein Staat. Also das möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich auch den Antrag unterstütze, wohl wissentlich, dass natürlich so Unsinninstitutionen wie Frontex abgeschafft gehören und dass wir ein starkes europäisches Parlament und eine echte Demokratie brauchen, und keine Umwegmaschine, die dazu dient, nur Dinge durchzusetzen, die national dort nicht gegangen wären, wie Vorratsdatenspeicherung. Danke. Dann Julia als Nächste. Mir ist bei dem Antrag vor allem wichtig, dass wir das im Geiste machen, dass wir uns die Politik als den Gestaltungsrahmen zurückerobern. Wir machen Politik und wir lassen uns nicht treiben von Menschen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Wir müssen gestalten, wir müssen uns dazu bekennen und wir müssen uns zu Europa als Idee bekennen. Es geht hier nicht darum, natürlich ist es viel zu undemokratisch und natürlich gibt es ganz viele Defizite, aber die Idee ist, eine Gemeinschaft zu bilden für Frieden und Wohlstand. Und das ist das, wofür wir als Piratenpartei eintreten müssen und zwar international. Scheiß auf Nationalismus. Danke. Bitte. Ich stehe für Europa, also bin ich auch dafür für diese Idee, aber mit dem ersten Satz habe ich erhebliche Probleme. Hier steht, dass die Europäische Einigung uns Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit gebracht hat. Wenn ich die letzten 20 Jahre sehe in Deutschland, dann sehe ich diesen Wohlstand nicht. Wir haben sinkende Löhne, sinkende Einkommen und das ist kein Wohlstand. Und wenn man über Rechtsstaatlichkeit spricht, wir haben einen Lissaboner Vertrag, der überhaupt nicht nach demokratischen Prinzipien beschlossen wurde. Wir haben eine europäische Kommission, die überhaupt nicht demokratisch gewählt ist. Wie kann man von Rechtsstaatlichkeit sprechen? Ich nehme das mal als rhetorische Frage auf und nicht als Frage an den Anstrengsteller. Der nächste bitte. Jürgen Nowak aus Berlin. 1864 haben wir Dänemark angegriffen, 1866 haben wir Österreich angegriffen, Deutsch-Französischer Krieg, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Ich möchte, dass uns unsere Nachbarn kontrollieren und in Schach halten und wir nicht wieder von Deutschland aus irgendwelchen Krieg anfangen oder Holocaust machen. Deshalb bin ich für als Europäer, aber es muss demokratisch sein, ein offenes Europa gegen Frontex und ein europäisches Parlament, was Macht hat und nicht die Exekutive in Brüssel. Danke, der nächste bitte. Alexander, das Mikrofon bitte auf deinen Mund richten. Ja, ich habe mich sehr über diesen Antrag gefreut, denn die europäische Einigung kann nur gelingen, wenn die jungen Leute und die Bürger aktiv an dieser Idee interessiert sind und dafür eintreten. Es kann nur ein Europa der Bürger geben, was von unten demokratisch legitimiert ist und kein Europa der Regierungen, die die Parlamente entmachten und die die Bürgerinteressen dort nicht vertreten. Als nächster Redner, der bitte Pavel, ist er auch der letzte Redner. Ja, also die europäische Einigung ist ein Born wirklich ganz, ganz dicker Bretter gewesen, wer sich das anschaut, welchen Umfang, wie viel Zeit das gebraucht hat und es ist tatsächlich das Ende von nicht nur jetzt 100 Jahren, sondern eigentlich fast von 2000 Jahren Krieg in Europa und es ist das Erste und es ist auch ein Beispiel meiner Meinung nach für die ganze Welt, nämlich ein Beispiel, wie sich verschiedene Länder, Völker, die verfeindet waren, einfach friedlich zusammenschließen und so zusammenschließen, dass sie sogar keine Landesgrenzen mehr brauchen, dass man sich frei bewegen kann und das ist verglichen mit dem, was jetzt an Krise da ist und was an Defiziten da ist, einfach so eine große Geschichte, dass ich der Meinung bin, das müssen wir mit aller Kraft unterstützen. Danke, wir kommen zur Abstimmung dieses Positionspapiers, dieses braucht eine einfache Mehrheit, wer ist dafür? Danke, wer ist dagegen? das ist angenommen, das ist angenommen, danke. So, wir kommen zu Q067, Ablehnung des ESM-Vertrags. Antragsteller ist Natascha Jougel-Villon oder irgendwie so, kann ich leider nicht ganz aussprechen. Natascha, bist du da und möchtest deinen Antrag vorstellen? Nummer 67, Positionspapier Nummer 67 ist nicht da, stelle ich fest. Okay, ich lese den Antragstext verlesen, es ist sehr kurz. Der Parteitag möge beschließen, die Piratenpartei lehnt den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM ab, da dieser nicht demokratisch legitimiert ist. Wir treten ein in die Diskussion des Antrags, ich möchte die Menschen, die reden wollen, bitten, schon mal zum Mikrofon zu kommen. Okay, GO-Antrag auf Meinungsbild vorher, danke. Dann, wer würde diesem Antrag zustimmen? Okay, wer würde ihn ablehnen? Das Meinungsbild ist ja durch Wachsen aus, stelle ich dem Antragsteller mit, teile ich dem Antragsteller mit. Gut, jetzt Matthias und ich übergebe die Versammlungsleitung wieder an den Jan. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass ich auch inhaltlich starke Kritik an unserer Regierung habe, Stichwort Rettungsschirm und dergleichen, Stichwort Scheffler-Antrag, brauchen wir nicht vertiefen. Das Mindeste aber, was man über all diese Maßnahmen, speziell den ESM-Vertrag, sagen muss, ist, dass er ein Schlag ins Gesicht der Demokratie ist. Und wenn man schon nicht inhaltlich den Vertrag ablehnt, dann auf jeden Fall, weil er undemokratisch ist, bis ins Mark. Gut, vielen Dank. Wir haben einen Video-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Ich nehme an, es gibt formellen Widerspruch. Wer ist für die Schließung der Rednerliste? Möge jetzt mit die grüne Karte heben. Vielen Dank. Wer dagegen ist die orangene Karte? Damit wird die Rednerliste geschlossen. Ich bitte Redner, sich erkennbar Richtung das Mikrofon zu bewegen und Redner, die sich mit Richtung Mikrofon bewegen, einfach den Arm erheben, dass ich das zuordnen kann. Ihr habt noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich schließe die Rednerliste. Die Rednerliste endet mit dir, der du da gerade oder der du da gerade genau, du bist der Letzte auf der Rednerliste. Dann noch ganz kurz eine Ankündigung. Ich wurde gebeten, da ich ja gestern schon die Heute-Show begrüßt habe. Ich habe die Anmerkung. Also nachdem ich gestern die Heute-Show so nett begrüßt habe, Caro Corneli von Extra 3 ist heute hier. Auch sie ist natürlich herzlich gegrüßt. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu sagen, dass ich mich freue, dass die seriösen Medien da sind. Und wir kommen in die Rednerliste. Steven Maas, RV Hannover. Ich habe die Anträge PA 199 und PA 200 gestellt. Ich möchte sagen, dass der Q067 der kleinste gemeinsame Nenner ist und ich bitte um Zustimmung. Und im gleichen Atemzug möchte ich sagen, dass ich beide Anträge 199 und PA 200 zurückziehe, weil ich einfach die Angst sehe, dass die Gefahr, dass die falsch verstanden werden können, zu groß ist. Und ich bitte um Zustimmung für Q067. Vielen Dank. Kannst du mir bitte gerade noch mal, geh noch mal ins Mikrofon. Du hast den PA 199 und PA 200 der Schaeffler-Antrag zurückgezogen. Dann frage ich gerade formell, möchte diesen Antrag jemand übernehmen oder diese Anträge für den Fall, dass sie noch behandelt werden. Das ist nicht der Fall, damit gilten Sie als zurückgezogen. Vielen Dank. Und Boris hat das Wort. Ja, also ich möchte wiederum zu Bedenken geben, da es die Begründung zu dem Antrag etwas kurz ausgefallen ist. Der ESM ist ein Paradebeispiel für gerade diese Klüngelpolitik, für gerade dieses Europa der Regierungen statt Europa der Bürger, das wir in der Aussprache zum vorherigen Antrag so kritisiert haben. Und es ist auch absolut kein Widerspruch, wenn wir jetzt eine deutliche Ablehnung des ESM-Vertrages in seiner jetzigen Form beschließen, obwohl wir uns ja pro Europa ausgesprochen haben, weil der Appell pro Europa richtet sich auf Demokratie, auf Europa der Bürger und der ESM-Vertrag ist alles, aber bloß kein demokratisch legitimiertes, transparentes Gebilde. Gut, vielen Dank. Dann nächste Redner, bitte. Ja, also ich hatte mich ja auf meinem Blog auch schon mehrfach zu der Thematik geäußert und gesagt, dass gerade die Anträge von Frank Schäffler zu uns nicht passen, weil sie als nationalistisch beziehungsweise wirtschaftschauvinistisch ausgelegt werden können. Und ich denke aber, dass es unter der Rahmenbedingung, dass wir jetzt den Piratappell pro Europa auch angenommen haben, durchaus sinnvoll ist, uns jetzt nochmal auf die demokratische Legitimation und die mangelnde Transparenz des ESM-Vertrages auch zu stützen und uns dann auch deutlich für die 67-Ablehnung des ESM-Vertrages auch auszusprechen. Es ist wichtig, dass wir diesen Antrag annehmen und den ESM-Vertrag ablehnen. Eben bei dem vorangegangenen Appell pro Europa gab es kritische Stimmen, die im Grunde genommen sich gegen die derzeitige Gestaltung der Europäischen Union gewendet haben. Das war nicht Gegenstand dieses Europa-Appells, sondern da geht es um die europäische Einigung insgesamt und mit diesem Antrag unterstreichen wir genau das, dass wir die derzeitigen Zustände in der EU aufs Schärfste kritisieren und die antidemokratische Gesinnung kritisieren und der ESM-Vertrag ist nicht nur antidemokratisch, sondern in seinem Kern würde dazu führen, dass auch ein antisoziales Europa entsteht und dagegen müssen wir uns wenden. Gut, vielen Dank. Der nächste Rednerbeitrag. Ja, die Europäische Währungsunion existiert jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Die war damals eigentlich verbunden mit dem weiten Versprechen, dass dem auch eine politische Vereinigung folgt. Das ist nicht passiert. Die Politik hat das verschlafen, sie hat 20 Jahre gepennt, sich lieber um nationale Sachen gekümmert, um Hartz IV gekümmert, weiß ich nicht. Jetzt haben wir eine Krise, jetzt ist diese Krise eigentlich ein Tritt in den Arsch dieser Regierung, die machen nichts, die retten ein bisschen rum. Wir bräuchten eigentlich jetzt ein Europa, was zusammenrückt und sich gegenseitig wirklich hilft. Das Einzige, was ging, ist offensichtlich dieser ESM-Vertrag. Schade, dass der undemokratisch zustande gekommen ist, aber ihn jetzt kaputt zu machen und damit wieder ein Signal gegen Europa zu senden, halte ich für völlig falsch. Was wir brauchen, ist ein wirklich starkes, gemeinsames Europa und dann im nächsten Schritt natürlich auch internationale Vereinigung. Gut, vielen Dank. Ja, ich bin natürlich auch gegen den ESM-Vertrag, der ist undemokratisch, das ist natürlich richtig, der ist undemokratisch, aber in dem Text steht was lächerliches drin, nämlich es steht, er ist nicht demokratisch legitimiert, das ist was anderes. Der Vertrag ist undemokratisch, die Mechanismen sind undemokratisch, aber die Legitimation ist letztlich demokratisch, denn es ist zustande gekommen durch den Europäischen Rat und wir können den zwar nicht gut finden, aber bisher ist es so in den Verträgen drin, dass dieser Entscheidungen treffen kann, also die Legitimation ist nicht das Problem, sondern der Vertrag ist undemokratisch, also bitte das Wort legitimiert streichen, dann stimmt es und dann ist es gut, aber so mit dem Wort legitimiert ist es schlecht. Gut, vielen Dank, der nächste Redner bitte. Also ich wäre gegen den Antrag stimmen aus dem einfachen Grund, wir haben uns für Europa entschieden, ich bin auch für Europa und wir müssen natürlich auch die Rechnung tragen, und wir sind ja auch für eine Selbstbestimmung, das heißt, dass Länder selber bestimmen können, wie sie handeln und regeln können, jetzt müssen wir natürlich auch mal die Rechnung dafür tragen und deswegen bin ich gegen den Antrag. Ja, also ich würde ganz kurz sagen, ich bin kein Europäer, ich bin Weltbürger und ich möchte nicht nur, wie jetzt schon oft angesprochen, in einer Demokratie leben, ich möchte auch in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben, haben, dieser Vertrag verstößt gegen jede Rechtsstaatlichkeit und deswegen ist dieser, diesem Antrag zuzustimmen und der Europäische Rat hat meiner Meinung nach keine demokratische Legitimation. Gut, vielen Dank, der nächste Redner bitte. Ja, hallo, ich möchte noch mal aufzeigen, wie dieser Vertrag nicht demokratisch ist, weil in einer freien Gesellschaft, wofür wir einstehen, in einer freien Gesellschaft, wofür wir einstehen, ist ganz wichtig, dass der freie Bürger für seine Handlung Verantwortung übernimmt. Die Gläubiger von den verschuldeten Staaten übernehmen aber keine Verantwortung, denn wir, die Steuerbürger von Europa, müssen das jetzt ausbaden und nicht die Gläubiger von diesen Staaten. Die kriegen alle ihre Gewinne, aber nicht, stehen nicht dafür ein, für das, was sie getan haben. Danke. Gut, vielen Dank, nächste bitte. Also, ich lehne ganz klar diesen Antrag ab, nicht wegen, weil ich irgendwie ein Schäfflerfreund wäre oder so. Ich kann zwar viele seine Argumente teilen, aber ich kann aber auch keinen Vertrag, ich kann auch nicht sagen, Entschuldigung, dass es nicht legitimiert. Das ist absoluter Schwachsinn. Und des Weiteren, wir haben auch die Situation, der ESM ist zwar, ist ein beschissenes Konstrukt, keine Frage, aber ich weiß nicht, was die Alternativen sind. Gut, vielen Dank. Der nächste Redner bitte. Ich bin ziemlich überrascht, dass wir sozusagen diesen komplexen Mechanismus des ESM in einem Satz abbügeln wollen, auch wenn wir grundsätzlich inhaltlich kritisch sehen. Und darüber hinaus waren alle Argumente bisher überwiegend bezogen auf die die demokratische Legitimation dieses Inhalts, aber es ging überhaupt nicht um den ESM-Vertrag an sich. Also wir lehnen hier was ab, nur aus formalen Gründen, obwohl der Inhalt eigentlich den meisten wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt ist in seiner Komplexität. Deswegen spreche ich mich gegen die Annahme des Positionsfassiers aus. Ich möchte die Redner noch einmal darauf hinweisen, dass die Wortbeiträge frei von Wiederholungen zu haben seien. Ich möchte mich auch noch einmal dagegen aussprechen, diesen Antrag anzunehmen, aus wirtschaftlicher Sicht. Wir haben eben dazu entschieden, Europa zu unterstützen und wenn gleich auch ich gegen die Formalien des ESM-Vertrages bin, müssen wir die wirtschaftlichen Folgen hier auch absehen wollen können. Und die wirtschaftliche Kompetenz fehlt hier uns aktuell leider noch, weil wenn dieser Vertrag nicht zustande kommt, würde es faktisch zu einem Zusammenbruch der Europäischen Währungsunion führen und vor allem möchte ich darauf hinweisen, dass Deutschland einer der Hauptgläubiger von vielen dieser leider aktuell bedrohten europäischen Staaten sind, die jetzt Probleme haben in der Anschlussfinanzierung durch Spekulationen und ähnliches. Wir sollten hier keine Schnellschüsse machen, sondern uns darauf berufen, Spekulationen vielleicht einzudämmen und abzuschätzen, wie die Folgen dieses Positionshafte hier aussehen würden. Danke. Nächster bitte. Ich kann mich beim Vorredner inhaltlich noch voll anschließen, möchte aber auch anmerken, dass in der aktuellen Situation man eh nicht weiß, was in zwei, drei Wochen wirklich gut ist und was richtig ist, als wenn wir es jetzt wüssten. Dementsprechend bitte ich auch darum, den Antrag abzulehnen und nichts zu entscheiden, wo wir nicht wissen, ob das nicht beim nächsten Parteitag schon wieder völlig über den Haufen geworfen werden müsste, weil sich die Situation eh wieder komplett auf den Kopf gedreht hat. Vielen Dank. Nächster bitte. Ich hasse zwar das Wort alternativlos, aber tatsächlich ist jetzt vielleicht nicht der ESM-Vertrag alternativlos, aber wir haben tatsächlich, wir selbst haben keine bessere Alternative, sondern es geht darum, also es ist das Einzige, was wirklich im Moment auf dem Tisch liegt und zu sagen, nein, wollen wir nicht, aber nicht wirklich gleichzeitig eine Alternative zu haben, fällt mir schwer und die Alternative nichts zu tun, halte ich einfach für schlimmer tatsächlich. Und vielleicht auch noch, wenn wir jetzt diesen Antrag ablehnen sollten, heißt das nicht automatisch, dass wir uns für den ESM-Vertrag aussprechen, sondern einfach nur, dass wir keinen besseren Vorschlag haben und deswegen halt die Zähne zusammenbeißen, ja. Gut, vielen Dank. Eine Frage mal so an die von mir aus gesehen linke Seite so des Plenums, wenn euch kalt ist, dann lassen wir die Türen wieder zumachen. Ist euch kalt? Dann machen wir die Tür wieder zu. Meinungsbild. Also jetzt stehen alle mal auf, die auf der Seite sitzen, laufen jetzt nach hier rüber und lassen sich nieder, dann mischen wir das. Nein. Wir lassen sie noch ein paar Minuten auf und dann machen wir sie zu, dass wieder gut Luft ist. Ich weiß, da ist noch ein GO-Antrag. Ein GO-Antrag, ein GO-Antrag. Stell dir bitte einen GO-Antrag vor. Ja, bitte. Ich beantrage ein Meinungsbild. Ist irgendjemand, also, beziehungsweise seid ihr der Meinung, dieser, dieses Positionspapier hat Auswirkungen auf den ESM-Vertrag? Gut. Ein Meinungsbild. Ich bitte die, habe ich die Karten schon aufgerufen, Herr Lauer? Was? Habe ich die Karte schon aufgerufen, Herr Lauer? Ich stehe immer so rum. Ja, genau. Wer das Meinungsbild mit Ja beantworten kann, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Los, hoch mit den grünen Karten. Wer das Meinungsbild mit Nein beantworten kann, hebt die orangene Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild negativ ausgeht. Es gibt einen GO-Antrag, auf Einholung eines Meinungsbildes wahrscheinlich. Nein. GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste. Das ist kein GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Ich hatte da mal so ein tolles T-Shirt, das habe ich mal zum letzten Bundesparteitag drucken lassen. Read the fucking Geschäftsordnung. Also es steht nicht drin. Dann der nächste Redebeitrag, bitte. Ja, ich beziehe mich auf den Absatz 12 und 13 in der Begründung dieses Positionspapiers und möchte einfach mal darauf hinweisen, dass wenn sich von außen in die Wirtschafts- und Sozialpolitik eines Staates eingemischt wird, dass dort Maßnahmen beschlossen werden können, die den Bürgern vor Ort einfach nur wehtun. Und es ist die Frage, wollen wir wirklich soziale Unruhen durch solche Maßnahmen innerhalb von Europa heraufbeschwören? Und deswegen, ich bitte euch wirklich darum, dieses Positionspapier zu beschließen. Gut, vielen Dank. Der nächste Redner, bitte. Ja, hallo, Sam aus Berlin. Mein Vorredner hat völlig recht. Wir müssen diesem Antrag zustimmen. Der ESM ist völlig undemokratisch, da hat Mauer auch recht. Ich weiß auch, Wiederholungen. Der ESM will eigentlich ein System retten oder ein System bewahren, das schon abgestürzt ist. Und die Noobs in der Politik klicken jetzt die ganze Zeit auf dem Programm rum und warten, dass was passiert. Und wir wissen, was man macht, wenn ein System nicht funktioniert, nämlich Steuerung alt entfernt. Deswegen für diesen Antrag stimmen. Gut. Fondo? Ja, der ESM mag Mängel haben. Der ESM mag nicht gut sein. Jedoch wird die Europäische Union und die Währungsunion nicht so differenziert von der Bevölkerung unbedingt gesehen. Das heißt, sollte die Währungsunion zerfallen bzw. abstürzen, wird das auch als große Niederlage der Europäischen Union gesehen. Deswegen bin ich dafür, den ESM-Vertrag bzw. 47 abzulehnen, weil es ist eine gefährliche Ebene. Danke. Ja, dann bitte den nächsten Rednerbeitrag. Ja. Okay. Hier steht den ESM-Antrag ablehnen. Wer hat den gelesen? Wer von euch hat den ESM-Antrag gelesen? Wer hat den Vertrag gelesen? Okay. Okay. Wir plakatieren, vertraue keinem Plakat, informiere dich selbst und jetzt wollen wir hier was ablehnen, was wir nicht gelesen haben. So. Und dann wurde in der Begründung gesagt, wir kritisieren irgendwie den demokratischen Prozess. Warum steht da nicht, die Piratenpartei kritisiert den demokratischen Prozess beim ESM-Vertrag? Da steht, wir lehnen den Vertrag ab. So. Wenn wir die mangelnde Demokratie bemängeln, dann können wir sicher noch einen Alternativantrag stellen, wenn das nach GO möglich ist. Und dann noch eine Frage. Hört Solidarität an den Landesgrenzen auf? Also auch den deutschen Landesgrenzen? Auch innerdeutsch? Also, bitte, und nach dem Meinungsbild hier, dass wir selber alle der Meinung sind, das hat überhaupt keinen Effekt, was wir hier tun. Und die Frage falsch gestellt ist, wollen wir das wirklich schließen? Bitte Nein. Letzter Satz, genau, danke. Dann gibt es eine weitere Redemeldung und die Bitte. Ja, Europa ist nicht nur Wirtschaft. Der Punkt ist, ja, der Punkt ist, wir dürfen nicht an Fragen der Wirtschaft dieses große Projekt zerbrechen lassen. In dem Fall, und auf diesen Antrag bezogen, heißt das für mich, dass wir der Q667 nicht zustimmen sollten, auch wenn wir hier demokratische Mängel sehen, die wir noch beseitigen müssen, aber das ist ein langfristiger Prozess, den man nicht jetzt schnell mal dadurch in Gang bringt, dass wir einen Vertrag ablehnen, der die Stabilität gefährden könnte. Wenn wir das Wirtschaftssystem in Frage stellen, ist das legitim. Aber deswegen dürfen wir nicht gleich den ganzen Bunde in Frage stellen. Gut, vielen Dank. Wir haben das Ende der Rednerliste erreicht. Willkommen. Geo-Antrag auf Alternativantrag. Ich hätte dann gerne deinen Antrag. Bitte stelle die, genau. In der Zwischenzeit, wo das aus dem Drucker kommt, die IT-Orga. Was willst du denn? Moment, ich habe erst mal eh hier Listen ansagen. Erst mal wundert euch bitte nicht, die bauen hier nur zwei, ein paar Sachen ab, die wuseln jetzt hier mal kurz rum, nicht stören lassen. Die IT-Orga sucht einen großen Lagerraum im Rhein-Main-Gebiet. Warum sagt ihr mir das nicht? Kommuniziert mit mir. Der Versammlungsleiter sucht seine Currywurst. So. Das habe ich erledigt. Dann, wie lange braucht ihr noch, liebes Antragsbüro? Achso, fertig. Dann, Herr Lauer, stellen Sie Ihren Alternativantrag vor. Also, nachdem schon erklärt worden ist, dass die demokratischen Defizite kritisiert werden sollen und es gar nicht um den ESM geht, kann ich ja gut nachvollziehen, wurde halt falsch formuliert. Die Piratenpartei kritisiert die demokratischen Defizite bei der Entstehung des ESM-Vertrags. Dann haben wir das kritisiert, dass uns das nicht demokratisch genug ist. Dann haben wir den Vertrag, den wir alle nicht gelesen haben, nicht abgelehnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinem Alternativantrag dort zustimmen würdet. Vielen lieben Dank. Herr Lauer, ich hätte den Antrag ja mal im Wortlaut bei mir. Den Antrag im Wortlaut bei mir. Also. Sie sind konkurrierend. Ich eröffne die Rednerliste zur Diskussion des Alternativantrages, weil wir können jetzt nicht einfach abstimmen, ohne dass wir den diskutiert haben. Dann hatten wir einen GO-Antrag. Nee, den GO-Antrag war die Debatte. Das finde ich gut, dass wir nochmal darüber diskutieren. Also, ich eröffne so und so die Rednerliste, weil wir jetzt einen neuen Antrag haben, neue Situation, da müssen wir neu diskutieren. Dann, bitte, auf. Dann gibt es einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit wird die Rednerliste geschlossen. Ich bitte Redner, sich erkennbar Richtung Mikrofon zu bewegen. Und ich möchte dazu anmerken, dass wir jetzt nicht die gesamte Diskussion von vorne beginnen und sich die Diskussionsbeiträge auf explizit den Alternativantrag beziehen. Andere werde ich wegbügeln. Drei, zwei, eins. Die Rednerliste ist geschlossen und endet bei dem Herren mit dem Hut. Dann ein GO-Antrag. GO-Antrag auf Meinungsbild zwischen Christopher Lauers und diesen. Also, wir haben ein GO- Nein, das geht nicht. Ein GO-Antrag muss eine Frage enthalten, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. GO-Antrag darauf, wer würde Christopher Lauers Alternativantrag zustimmen, wer nicht, und wer würde diesen zustimmen, und wer nicht. Ich nehme deine Intention. Zwei GO-Anträge, auch zwei Meinungsbilder. Der erste Antrag, wer würdet ihr, Christopher Lauers Alternativantrag, zustimmen, wer das mit Ja beantworten kann, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Vielen Dank. Wer das mit Nein beantwortet, hebt jetzt die orangene Karte. Vielen Dank. Dann ein zweites Meinungsbild, wer würde den Q067, Ablehnung des ESM-Vertrages, zustimmen, der hebt jetzt bitte die grüne Karte. Wer das nicht kann, die orangene Karte. Vielen Dank. Dann gebe ich den Antragsteller der Meinungsbilder mit. Meinungsbild 1 geht stark positiv aus, Meinungsbild 2 geht stark negativ aus. Dann kommen wir jetzt zu Redenbeiträgen. Ich bitte. Also ich würde anmerken wollen, dass ich ganz klar gegen den ESM-Vertrag an sich bin, nicht nur gegen sein Demokratiedefizit. Das Demokratiedefizit ist nur ein Problem des EMM-Vertrag. Der ESM-Vertrag sichert und rettet vor allen Dingen die europäischen Banken. Und das ist auch eine sehr schlechte Methode. Wir müssen die Banken leider, ja wir leben in so einem schrecklichen System, wahrscheinlich retten, damit nicht das komplette Finanzsystem und uns das Chaos und die Anarchie ausbricht. Allerdings, wenn wir die Banken retten, sollten wir das ordentlich tun und die Aktien dieser Banken aufkaufen, sodass wir sie später nach der Verstaatlichung wieder mit Gewinn verkaufen können. Also das amerikanische Modell. Die Rettung der europäischen Banken über die Griechenland, also über den Umweg Griechenland-Rettung, ist eine verkappte Aufstockung des Kapitals dieser Banken. Also bitteschön den ESM-Vertrag als Ganzes ablehnen und nicht nur die demokratische Legitimierung. So, der nächste Redebeitrag, bitte. Ich möchte auch ganz dringend darauf hinweisen, dass der Demokratiedefizit in Verbindung mit dem ESM-Vertrag sich nicht nur auf die Entstehung und auf die Legitimierung bezieht, sondern auch ganz besonders auf den Inhalt des Vertrags selber. Weil er sieht nämlich vor, dass die Rechte der demokratisch gewählten Organe in den einzelnen europäischen Staaten massiv eingeschränkt werden, dass in die nationale Souveränität, in die demokratische Selbstbestimmung der europäischen Staaten in vielen Fällen eingegriffen werden kann. Und das darf einfach nicht sein. Deshalb bitte für den ursprünglichen Antrag stimmen und den ESM-Vertrag ablehnen. Danke. Vielen Dank. Die Gewinne des heutigen Abends sind die 097856 und kann sich seine Stimmkarten hier abholen. Vielen Dank. Der nächste Redebeitrag. Ich schließe mich meinem Vorredner an und möchte ergänzen, was glauben wir denn, kommt dabei raus, wenn wir ein solches Konstrukt beschließen und dann hingegangen wird und in den Kernbereich der Nationalstaaten von außen hinein reagiert wird, mit Sozialkürzungen beispielsweise, die eklatant sind. Der ESM ist in seiner Form Futter für jede nationalistische Bestrebung in allen Mitgliedstaaten, die dann sagen können, guckt, da kommen die aus Europa und streichen uns unsere Sachen zusammen. Wir müssen uns dagegen wehren. Wir müssen unsere Souveränität wieder bekommen. Ich bitte die Diskussion, auf die Unterschiede zu führen. Den ESM-Vertrag in seiner Gänze haben wir gerade epischer Länge diskutiert. Ja, die Legitimation und die Entstehung, aber ich bitte trotzdem die Beiträge auf die Unterschiede und warum das eine und warum das andere. Bitte. Ja, gut, der Legitimation, denke ich, der fehlenden kann man ohne Frage zustimmen. Das ist gar keine Diskussion. Der große Unterschied ESM-Vertrag selber ist ja der, dass es implizit doch um eine Kritik an den Inhalten gehen soll, auch wenn man sie nicht genau formuliert, die Inhalte, dass sich die Staaten gegenseitig unbeschränkten Kredit einräumen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber aus einem ganz anderen Grund, weil es dieses verfilzte und kaputte Finanzsystem schneller und damit früher und mit besseren Möglichkeiten, ihm entgegenzusteuern, zu Fall bringen wird. Vielen Dank. Nächster Redbarak. Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich nicht nur um diese Legitimation geht, sondern dass um das Recht des Nationalstaates und des Parlaments eingegriffen wird und nicht zugunsten einer demokratisch legitimierten Versammlung wie zum Beispiel des Europaparlaments, was natürlich eine Alternative gewesen wäre zu dem ESM, wie er jetzt dasteht. Man hätte genauso gut diese Gelder nehmen können und dem Europaparlament als Verfügungsmasse zur Nutzung der nationalen Demokratien zur Verfügung zu stellen. Aber nein, stattdessen wird ein undemokratisches, rechtlich nicht angreifbares Konstrukt geschaffen, das sich schon selbst, wenn man sich diesen Vertrag durchliest, in zehn Stellen rechtlich absichert, dass die Leute, die daran mitarbeiten, nicht belangt werden können. Das heißt, die Leute, die den ESM zusammengeschrieben haben, die waren sich sehr bewusst darüber, dass irgendwer mal auf die Idee kommen könnte, dass das total illegal ist, was da gerade getan wird. So, das war auch mein Punkt. Gut, bitte weitere Redebeiträge. So, wir haben einmal die Sache, dass diese Sache illegitim ist. Da sind wir uns einig. Und das können wir jetzt beschließen. Wenn wir aber nur beschließen, dass wir ablehnen, dass es illegitim ist, ja, dann beschweren wir uns halt, dass es illegitim ist. Ich bin der Meinung, wenn ein Vertrag illegitim ist, dann hat das Konsequenzen. Und die Konsequenz ist in diesem Fall, dass wir den Vertrag aufgrund seiner illegitimen Entstehungsweise ablehnen und nicht nur die Entstehungsweise kritisieren, sondern, weil er illegitim entstanden ist, den Vertrag ablehnen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollen den ersten Antrag und nicht den Alternativantrag beschließen. Weitere Gründe wurden ja auch genannt. Es gibt hier viele Leute, die den ESM als Ganzes ablehnen. Es steht in dem Antrag explizit drin, wir lehnen ihn wegen der Entstehungsweise ab. Aber ich denke, damit können auch ganz gut die Leute leben, die ihn aus anderen Gründen ablehnen. Und ich glaube, die sind hier auch sehr zahlreich vertreten. Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste Redebeitrag. Ja, schönen guten Tag. Ich würde auch da in jedem Fall dafür stimmen, diesen Vertrag als Ganzes abzulehnen. Also, ich fand das Plakat draußen unheimlich klasse, trau klein, ein paar klart. Das denke selbst so, da bin ich absolut der Meinung, da stimme ich voll zu. Und ich kann aber so einen ESM-Vertrag nicht lesen. Da krempelt sich mein Hirn um. Das geht nicht. Also gucke ich mir an, was so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist mit diesem ESM-Vertrag. Und da sehe ich ganz eindeutig, dass der Mittelstand in den betroffenen Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal etc. zerstört wird. Und dass das letzte im Volkseigentum befindlichen Güter in private Hände, also Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Brücken, Häfen etc. Das wird in private Hände umgelegt. Also wird in diesem Vertrag, ist meine Schlussfolgerung, wird dieser Vertrag regeln, dass das alles so möglich ist. Also Sozialkürzungen bis zum nicht mehr Ertragbaren und der Übergang vom privaten... Letzter Satz. Er hat doch... Hey, hallo. Nicht alles abdrehen. Letzter Satz hat er noch. Ja, das... Genau. Okay. Und wie gesagt, ein Grund dieser ganzen Geschichte ist der Verwaltung. hat das das Volkseigentum in private Hände gelegt. Gut, vielen Dank. Der Nächste. So, ich werde für den Lauer-Antrag stimmen, weil Herr Lauer ja vorher abgefragt hat, wer den ESM-Vertrag gelesen hat. Den haben ja kaum welche gelesen. Das ist bedauerlich, weil der ESM-Vertrag den Weg in die Finanzdiktatur, in die europäische Finanzdiktatur ebnet. Und deshalb ist der Vertrag selbstverständlich abzulehnen. Bloß bevor wir ihn deshalb nicht ablehnen, weil wir ihn nicht kennen, würde ich den Lauer-Antrag unterstützen und dann würden wir erst mal das Zustandekommen ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster. Also rein prinzipiell fände ich beim ESM-Vertrag sowohl den Inhalt als auch die Entstehungsgeschichte abzulehnen. Beim Inhalt ganz besonders ist darauf hinzuweisen, was viele Leute nicht so richtig mitbekommen haben. Es wird da ein Gremium geschaffen, was den ESM verwalten soll, was vollständige Immunität hat. Und diese Immunität kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit innerhalb des Rates aufgehoben werden. Das ist also ein Mechanismus, der sich vollständig jeglicher demokratischen Kontrolle entzieht. Vielen Dank. Nächster. Ja, ich habe mich eben falsch gemeldet. Ich habe den Vertrag nicht komplett gelesen, sondern nur den Antrag. Aber lieber Christopher, mehrere Leute, die ich kenne, deren Urteil ich vertraue, lehnen das ab. Mir wurde zugetragen, dass auch 47 VWL-Professoren in Deutschland den Vertrag ablehnen. und da ich denen vertraue an den Stellen, wo ich nicht kompetent bin, werde ich diesen Antrag ablehnen. Der zweite Punkt ist folgendes. Spanier, Italiener, Portugiesen, das sind unsere Freunde. Und ob Mitte oder ohne Vertrag, wir helfen ihnen einfach. So, dann letzter Redenbeitrag, bitte. Zwei Sachen. Wir haben heute oder gestern auch über Sozialgesetzgebung abgestimmt. Da könnte man jetzt auch kätzerisch fragen, wer von euch hat denn alle Sozialgesetzbücher gelesen? Absolut absurd. Und natürlich geht es entgegen von Christopher Lauer nicht nur um den Prozess der Entstehung des ESM-Vertrages. Nein, es geht hier um die inhaltliche Kritik an diesem Vertragswerk, die halt undemokratisch ist. Das kann ich auch kurz erläutern. Das ist vielleicht noch nicht so rausgestellt worden. Es geht darum, dass hier Souveränität von den nationalen Parlamenten hin auf eine supranationale Ebene gehoben wird. Dagegen hätte ich per se ja gar nichts. Wir sind ja für ein einigeres Europa. Dann muss das aber auch entsprechend legitimiert werden. Und demokratisch unterfüttert. Und ich halte es für absolut schizophren, wenn wir uns im Antrag vorher einen Pro-Europa-Appell auf die Brust heften und jetzt hier eine antidemokratische EU fördern. Das geht nicht zusammen. Wir müssen diesen ESM-Vertrag ablehnen. Letzter Satz. Danke. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Rednerliste angekommen. Wir haben jetzt... Wollen wir jetzt einer zurückgetreten? Darf ich das... Nein, ich habe gesagt, der mit dem Hut ist der letzte auf der Rednerliste. Es gab auch dann gar keinen Widerspruch, dass sich noch mal einer gemeldet hat und es war lang genug Zeit, sich aufzustellen. Vielen Dank. Gut, wir haben einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Seid ihr der Meinung, diese Anträge sind konkurrierend? Wer das Meinungsbild mit Ja beantworten kann, hebt bitte die grüne Karte. Wer das Meinungsbild mit Nein beantworten kann, bitte die orange Karte. Ich gebe dem Antrag still damit, dass das Meinungsbild leicht positiv ausfällt. Was? Nein? Komm mal, komm mal her, komm mal her. Hey, du, komm mal her, komm mal hoch, komm mal hoch auf die Bühne. Komm, los, auf jetzt. Auf, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Los, auf, 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 auf. Du bist zwar dicker Pirat, aber kannst rennen. So, wir machen einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Seid ihr der Meinung, dass diese Anträge konkurrierend sind? Denn, wenn ihr das mit Ja beantworten könnt, die grünen Karten, die Q111 und der Q067, also der Antrag von Herrn Lauer und der, den wir diskutiert haben. Ob die konkurrierend sind? Vielen Dank. Wer das mit Nein beantworten kann? Und es ist gleich positiv. Es wird nicht aufgezählt. Also, es ist gleich positiv. Also, ich gebe dazu, dass Meinungsbilder auch nicht ausgezählt werden. So. Ich erkläre kurz, warum ich auch der Meinung bin, dass das positiv ist. In dem einen lehnen wir es ab, in dem anderen kritisieren wir es nur. Und es wäre blöd, wenn drin steht, wir lehnen es ab und wir kritisieren es. Das ist konkurrierend. Entweder ich lehne es ab oder ich kritisiere es nur. Dann haben wir zwei Anträge, die gegeneinander abgestimmt sind. Das wird jetzt per Akzeptanzwahl gemacht. Der Sieger wird dann abgestimmt. Das ist ein Positionspapier, also einfache Mehrheit. Ich lese die Anträge gerne nochmal vor. Der Q067, Ablehnung des ESM-Vertrages. Der Text, die Piratenpartei lehnen den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM ab, da dieser nicht demokratisch legitimiert ist. Antrag Q111. Die Piratenpartei kritisiert die demokratischen Defizite bei der Entstehung des ESM-Vertrages. Wir stimmen jetzt ab. Ich rufe die Anträge jetzt auf. Wer diesem Antrag zustimmt, hebt bitte die grüne Karte und der Gewinner wird dann abgestimmt. So. Q067. Wer würde diesem zustimmen? Vielen Dank. Wer würde Q111 zustimmen? Ich bitte den Wahlleiter direkt zu mir. Ich rufe bitte nochmal neu an. Der Q067. Wer würde diesem zustimmen? Und der Q111. Und der Q111. Also Q111 hat minimal mehr. Wir sind uns zu dritt einig. Der zweite Wahlleiter kommt noch und wird das auch nochmal gucken. Ich nehme das Mikrofon. Wir machen nochmal. Wer würde Q067 annehmen? Genau. Geh du mal mit da rüber. Wir verteilen uns jetzt mal auf dieser Bühne. Gut. Vielen Dank. Wer würde Q111? Also wir sind uns einig. Q111. Dann kommen wir zur Abstimmung. Dann kommen wir zur Abstimmung von Q111. Wer stimmt diesem Antrag zu? Hebt jetzt bitte die grüne Karte. Nein, nicht während einer Abstimmung. Die Akzeptanz. Liebe Wahlleiter, wird die Akzeptanz ausgezählt? Nur die Abstimmung wird ausgezählt, oder? Sekunde. Wir klären das gerade ganz kurz. Gut, es gibt einen GO-Antrag auf Auszählung. Ich übergebe zur Auszählung an den Wahlleiter. Ja, Entschuldigung. Abstimmung, die Auszählung. War mein Fehler. Wir stimmen über die Auszählung ab. Wer ist für die Auszählung? Hebt jetzt bitte die grüne Karte. Die orangenen Karten bitte nach unten. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Ist abgelehnt. Okay. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung. Wir stimmen ab über Q111. Wer möchte diesen Antrag annehmen? Hebt jetzt bitte die grüne Karte. Die Piratenpartei kritisiert die demokratischen Defizite bei der Entstehung des ESM-Vertrages. Wer wird diesen Antrag annehmen? Vielen Dank. Wer würde ihn ablehnen? Damit ist der Antrag angenommen. So. Nächster Antrag ist... Ne. Aha. Wo sind meine ganzen... Ah, hier. Wir kommen zu GO-Anträgen. GO-Antrag auf... Bitte ein bisschen ruhiger. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Einfügen PA-039 in Ergänzung zu Q065. Ja, aber der soll jetzt behandelt, also vorziehen des Antrags PA-039 zur sofortigen Behandlung. Darf ich dazu was sagen kurz? Ja. Und zwar in dem Antrag geht es darum, dass wir hier in Europa momentan erleben, wie Merkel und Sarkozy sich ins Hinterzimmer verziehen und einfach an uns vorbei Entscheidungen treffen und keine Demokratie machen. Und der Antrag geht darum, Bürgerentscheide zu fällen, wenn nationale Hoheiten innerhalb der EU auf supranationale Ebene verlagert werden sollen. Das ist Bottom-up, das ist Basis-Demokratie und ich bitte jetzt diesen Antrag zum Wahlprogramm zuzustimmen. Gut, wir stimmen jetzt noch nicht über den Antrag zum Wahlprogramm ab, sondern erst mal, ob wir den vorziehen möchten. Gibt es weitere Gegenreden? Das ist nicht der Fall. Das habe ich doch gerade vorgelesen, dem PA-039. Das steht so auf diesem Antrag. Ich stimme das ab, was auf meinen Zetteln steht. Und da steht vom Antragsteller, er möchte den PA-039 vorziehen. Jetzt dann sofort PA-0, das ist dieser Kreis, die 3, das ist das, was man über das größer Gleichzeichen macht und die 9. Kleiner Gleichzeichen, Entschuldigung. So, wir stimmen jetzt über die Änderung der Tagesordnung ab, ob wir diesen Antrag vorziehen möchten. Wer dafür ist, möge jetzt bitte die grüne Karte heben. Wer dagegen ist, die orangene. Vielen Dank, der TO-Antrag ist abgelehnt. Wir haben einen Gewinner, die 0,9, 8, 8, 9, 9. Ah, der war jetzt da. Der war gerade eben da. Was willst du denn? Wir haben gerade von der Rhein-Zeitung direkt mitgeteilt bekommen, diese beiden Bomben sind entschärft. Der Bahnverkehr rollt jetzt wieder an. Das heißt, ihr kommt wahrscheinlich alle gut nach Hause. Macht das auch, kommt gut nach Hause, wir brauchen euch. Welche Bomben? Ach, eure Bomben Stimmung hier. So, wir haben einen Antrag, ein GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Anfügen eines Absatz 4 an § 14 mit folgenden Wortlaut. Der Antrag auf Ende der Rednerliste kann frühestens gestellt werden, wenn fünf Redebeiträge gehalten wurden. Gibt es dazu Für- oder Widerreden? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für die Änderung der Geschäftsordnung wie vorgelesen? Der hebt jetzt die grüne Karte. Vielen Dank. Bitte nur die grünen Karten. Wer dagegen ist, hebt jetzt bitte die orangenen. Der Antrag ist abgelehnt. Dann haben wir einen Geschäftsordnungsantrag zur Änderung der Tagesordnung. Behandlung des Punktes PA 048. Familienprogramm der Piratenpartei Deutschland als nächsten Punkt nach dem Block Bernhard. Gibt es dazu Gegenreden? Ja, dann rede bitte. Wie schon gesagt, alle Anträge sind wichtig. Und umso mehr Tagesordnungsänderungsanträge hier gestellt werden, umso weniger Anträge werden wir behandeln können. Ich weiß, dass einigen von euch Anträge wichtiger sind als andere Anträge. Aber jeder Antrag ist für irgendeinen Piraten der aller, aller, aller wichtigste Antrag. Genau. So, noch bitte Wortmeldung im kurzen Maße. Wir haben jetzt ziemlich lange über eine Sache diskutiert, von der wir trotzdem der Meinung sind, dass sie kaum Auswirkungen haben kann. Wir sollten auch die normalen Menschen, die Menschen auf der Straße nicht vergessen und ein Familienprogramm uns geben. Gut, vielen Dank. Dann haben wir eine führende Wiederrede. Wir kommen zur Abstimmung der Änderung der Tagesordnung. Wer möchte die Tagesordnung wie vorgelegt ändern, möge bitte die grüne Karte heben. Wer dagegen ist, die orangene. Damit ist der Antrag abgelehnt. Eine Frage von mir an die Versammlung. Wisst ihr, was auf dem Zettel steht? Wir haben einen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Bitte die Anträge PA 302, PA 381, Staatsrujane in der Tagesordnung vorziehen. Begründung, ein wichtiges Thema innerhalb unserer Kernkompetenzen, welche unbedingt heute noch behandelt werden müssen. Gibt es dazu Gegenreden? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, hebt die grüne Karte. Wer dagegen ist, die orangene Karte. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir gehen weiter in unserer Tagesordnung. So, ich rufe auf Q029, Neugestaltung der Europäischen Währungsunion. Antragsteller Alexander Spieß. Entschuldigung, 026. Jetzt habe ich die Zahl nicht gelesen. Q026, Antragsteller Alexander Spieß. Ich bitte dich, deinen Antrag vorzustellen. Die Zeit ist knapp, machen wir es kurz. Ihr habt hoffentlich den Antrag und die Begründung gelesen. Ihr habt hoffentlich den Antrag und die Begründung gelesen. Es ist unerträglich, wie eben das Krisenmanagement vor allem unserer Bundesregierung gemeinsam mit CERCUSI, Frankreich, die Europäische Währungsunion in immer schwerere Schieflage gebracht hat. Die Art und Weise, wie diese Rettungsverträge verhandelt werden, ist nicht mehr hinnehmbar. Deswegen fordern wir das Europäische Parlament auf, der Europäischen Währungsunion eine neue vertragliche Grundlage zu geben. Dabei sollen Vorschläge aller verfügbaren Experten und die Vorstellung der europäischen Bürger einfließen. Dieser ausgearbeitete Vertrag ist dann mit breiter Beteiligung der Bürger unverzüglich in Kraft zu setzen. Danke, ich höre auf die Rednerliste. Macher. Ja, die anderen Parteien wurschteln immer nur mit Symptomen rum. Das sieht man jetzt sehr deutlich bei der FDP. Die macht einen Mitgliederentscheid. Man kann sich nur entscheiden, ESM ja oder nein. Ein bisschen ähnlich wie gerade bei uns. Und das war es dann schon. Ich finde deshalb Alexander Spieß Antrag sehr gut, dass wir uns jetzt entscheiden, dass da was Neues entstehen soll. Das wäre eine klare Position. Und dann versuchen wir das im nächsten Jahr umzusetzen. Und in unserem Wahlprogramm steht dann, wie die EU in Zukunft aussehen soll. Deshalb bitte für diesen Antrag stimmen. Danke, Johan. Aufschließung der Rednerliste. Gegenreden. Erkenne ich keine. Dann schließe ich die Rednerliste. Ich bitte Redner, die sich jetzt auf die Rednerliste setzen möchten, erkennbar Richtung Mikrofon zu begeben. Am besten während des Ganges Richtung Mikrofon. Mal kurz den Arm zu heben, dass ich sehen kann. Dann endet die Rednerliste nach dem, nach dir, 3, 2, 1, 0, nach dir endet sie. Dann bitte der erste Redner. Ja, Frank vom LV NRW. Ich meine, das ist als Positionspapier eingereicht. Ich sehe das als Auftrag an uns selber. Wir sind die Partei. Wir müssen sowas ausarbeiten. Ich verstehe hier nicht, wie man das hier als Positionspapier verabschieden kann. Wir müssen es selber machen, was da gefordert wird. Ja, was mein Vorredner sagte. Warum fordern wir das Europäische Parlament auf, da was zu machen? Soweit ich weiß, hat das Europäische Parlament auch keine Kompetenz, die Verträge einfach zu ändern. Das heißt, die könnten auch nur irgendwie sich was Lustiges ausdenken. Und das können wir auch selber machen. Also dann bräuchten wir ein Positionspapier, was wir wollen, wie die EU aussehen soll und wie die Verträge aussehen sollen. Und nicht das Parlament irgendwie dazu auffordern. Gut, Nächster. Hallo, Carsten Gutgesell, Hessen. Ich finde, wir diskutieren viel zu viel über Tagespolitik und vergessen dabei Visionen, für die wir eigentlich stehen sollten. Danke. Das Hauptproblem, das wir haben, ist doch A, die Demokratie in Europa. Das heißt, wir brauchen ein Europa, das eine wirklich parlamentarische Demokratie im Sinne einer Bundesrepublik Europa ist. Und das Zweite ist, wir vergessen das Problem des ungedeckten Geldsystems. Das sollten wir mal angehen und auch mal ansprechen den Menschen in Deutschland gegenüber. Nicht die Wall Street und die City of London mit ihren Bedrucken von ungedeckten Papierwerten, die alle Werte zerstören. Das ist das Problem, das wir heute in der Welt haben, auch in Europa. Sondern wir brauchen wieder ein wertgedecktes Geldsystem als Tauschmittel. Und insofern sollten wir auch im Grundsatzprogramm etwas machen und eine Neugestaltung fordern, auf jeden Fall. Aber viel programmatischer und auch etwas konkreter werden. Danke. Danke, der Nächste. Also, wir können das Europäische Parlament nicht auffordern, etwas zu tun, was es gar nicht kann, nämlich die Verträge ändern. Dafür sind immer noch die Einzelstaaten zuständig, deren Regierung und Parlamente. Also, theoretisch hätte man die auffordern müssen. Wir können uns natürlich überlegen, für das nächste Mal, da einen besseren Antrag auszuarbeiten, der vielleicht beschreibt, wie eine piratige EU eigentlich aussehen soll. Und ansonsten möchte ich noch alle Antragsteller bitten, sich doch mit der Materie etwas näher zu befassen, bevor sie Anträge einreichen. Denn der Antragsteller hat offensichtlich überhaupt keine Ahnung. Nächster bitte. Der EU-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Zur Abstimmung dieses Positionspapiers. Wer das mit Ja beantworten kann, bitte die grüne Karte heben. Wer das mit Nein beantworten kann, bitte die orange Karte heben. Ich teile dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild geht negativ aus. Der nächste Redner bitte. Ich komme mir ein bisschen seltsam vor, weil ich habe den Eindruck, ich bin auf dem falschen Bundesparteitag. Hier werden dauernd Anträge gestellt, die in die Richtung gehen, oh, wir machen ein Symbol, wir fordern etwas, von dem wir keine Ahnung haben. Also, ich bin Pirat geworden, weil ich den Eindruck hatte, die Piraten, das sind die Nerds, die sich mit etwas beschäftigen, die einen Vorschlag machen, der Hand und Fuß hat. Und diesen Vorschlag, den bringt man dann ein. Und nicht, indem man hier symbolhafte Handlungen vollzieht, Vorschläge macht, die Schwachsinn sind, siehe hier Vorschlag EU-Parlament, keine Wirkung oder ESM. Lassen wir nur Anträge durch, die auch etwas bewirken und nicht nur einfach ein Symbol setzen. Wir sind hier auf dem Piratenparteitag und nicht bei einer anderen Partei. Danke für den Hinweis, dass wir hier bei den Piraten sind. Ja, ich möchte mich meinem Vorredner im Prinzip völlig anschließen, möchte aber nur anmerken, dass mich in dem Positionssorger auch stört. Es wird zum einen ein transparenter Prozess gefordert, auf der anderen Seite in der Expertenkommission. Das beißt sich für mich ein bisschen. Und für das Symbol, dass wir pro Europa und Demokratie in Europa sind, da haben wir bereits den Q5, 6 beschlossen. Und der deckt das meiner Meinung nach völlig ab. Die Grundrichtung von dem Papier ist okay, aber das Papier an sich finde ich einfach zu schlecht, um es jetzt abzustimmen. Gut, vielen Dank. Nächste. Wenn wir ein piratiges Europa haben möchten, dann müssen wir es selbst gestalten. Ein derart inhaltsloser Vorschlag ist von dem Bundesparteitag abzulehnen. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ich kann den nächsten Redner leider nicht ansagen, weil ich jetzt die Fresse halten soll. Nein, du bist dran. Danke. Ja, ich wollte sagen, wir haben genau das gleiche Problem bei diesem Positionspapier wie bei dem vorherigen. Und zwar, dass es Tagespolitik aktuell ist. Und da sollten wir uns ein bisschen besser mit beschäftigen, weil es wirklich aktuelle Auswirkungen hat, auch auf das Bild, was auf die Partei fällt. Das ist ganz wichtig, dass wir Kompetenz ausstrahlen und nicht irgendwas Verantwortungsloses einfach hier beschließen. Deswegen einfach mal die Fresse halten. Das war eine komplette Repost. Wie war das denn mal? Repost New Fact, ne? Der nächste Redner, bitte. Das größte Problem ist, glaube ich, dass 99,9 Prozent keine Ahnung von der europäischen Finanzwirtschaft haben. Und inklusive aller Parteien. Bitte keine Wiederholungen. Das Problem ist, wenn wir irgendwas vorschlagen, müssen wir uns auch das Know-how aneignen, um auch ein wichtiges Konzept zu erschaffen. Okay, danke. Danke, nächster. Q26 macht wenig Sinn, da schließe ich mich an. Ich würde gerne eine Alternative stellen. Mache ich das jetzt oder gleich? Du möchtest die Alternative stellen? Machst du das jetzt oder gleich? Ja, ein Alternativantrag. Ja, dann müsstest du ihn sofort stellen. Soll ich ihn vorlesen oder vorbeibringen? Hast du ihn schriftlich? Ja, dann gib ihn mir. Dann bitte der Nächste. Also zum einen finde ich es bedauerlich, wenn Leute, die keine Ahnung haben, Leute kritisieren, dass andere keine Ahnung haben. Weil natürlich weiß auch Alexander, dass die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments begrenzt sind. Nichtsdestotrotz gibt es keinen besseren Adressaten dafür. Sollen das nach wie vor dann der Europarat unsere Regierungen machen oder sollen wir alle anderen Regierungen auf? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Aber vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo einen besseren Antrag. Und es bedeutet auch der Antrag, dass wir das Europäische Parlament ernst nehmen und stärken. Und natürlich ist es symbolisch, aber es ist auch nicht nur eine Kommunikation nach außen, sondern auch eine Kommunikation nach innen. Das wollte ich auch noch bemerken in die Partei, solche Positionspapiere. Und deswegen bitte ich darum, diesem Antrag zuzustimmen, falls wir nicht noch einen besseren bekommen. Danke. Gut, vielen Dank. Es gibt einen EU-Antrag, beziehungsweise ist ein neuer Antrag eingereicht worden, der alternativ zu dem ersten steht. Ich verlese ihn. Der wird auch gleich nochmal in Papierform eingereicht. Die Piratenpartei Deutschland kritisiert. Das ist die europäische Regierung. Unbekannter Teilnehmer. Ich drücke jetzt ablehnen. Wer ihn anrufen lässt. Oh, du hast Pech. Okay. So, die Piratenpartei Deutschland kritisiert, dass es die europäischen Regierungen und insbesondere die diversen deutschen Regierungen in den letzten 20 Jahren nicht ausreichend auf eine demokratische Einigung Europas hingewirkt haben. Wir sehen unter anderem die aktuelle Krise. Der ist hartnäckig. Wir sehen unter anderem die aktuelle Krise als unmittelbare Folge dieses Unvermögens. Und appellieren an die momentanen Regierenden, das politische Vakuum auf europäischer Ebene so schnell wie möglich zu beheben. Die Piratenpartei steht für die Vision eines politisch vereinten und demokratischen Europas und für ein menschenwürdiges Miteinander in Europa und über die Grenzen Europas hinaus. Das ist der Antrag Q112. Ich würde dem Antragsteller empfehlen, da mal irgendwann ans Telefon zu gehen. Der kommt gleich nochmal auf Papierform an uns ran. Ich eröffne die Rednerliste. Entschuldigung, ich bitte den Antragsteller, die Unterschiede seines Antrags zu dem vorherigen herauszuarbeiten in einer mündlichen Vorstellung. Möchte er das? Hallo, Antragsteller, möchtest du die Unterschiede deines Antrags vorstellen? Also ich bin der Meinung, dass hier halt wieder an Symptomen gedoktert wird, was ja auch vorher schon gesagt wurde, dass die falschen Adressaten genannt werden. Und es gibt keine richtigen Adressaten. Es gibt europaweit momentan nur die Kommission, die Gesetzesentwürfe überhaupt einbringen kann und die ist eben kontrolliert von den Nationalstaaten. Und wir brauchen eben ein Europa, was ein europäisches Parlament hat, was auch ein Parlament im wahren Sinne des Wortes ist, also die auch handlungsfähig sind. Das sind sie momentan nicht, weil sie überhaupt nichts einbringen können. Und die Initiative, dies zu tun, liegt halt nun mal noch demokratisch bei den Nationalstaaten. Und deswegen müssen wir an die Nationalstaaten legitimieren. Und wenn sie das wollten, könnten sie das innerhalb von wenigen Jahren tun. Also wir könnten in eins, zwei, drei Jahren ein vernünftiges, demokratisches Europa haben, was wir ja wollen, glaube ich. Gut, vielen Dank. Dann bitte ich, Wortbeiträge. Ganz kurz dem Antragsteller. Alles markieren und per E-Mail versenden. Geht schneller. Wortbeiträge. Also erstens finde ich es eine grundsätzlich wirklich sehr, sehr schlechte Idee, auf einem Parteitag spontan Anträge zu stellen. Und bitte davon, alle weitere abzusehen. Bitte Wortbeiträge zum Inhalt des Antrages. Und der inhaltliche Beitrag ist, dass ich möchte gerne von allen Regierungen und alle Regierungen der letzten 20 Jahre solche Anträge habe ich im Studierendenparlament gestellt. Das war immer total super. Das interessiert aber wirklich niemanden. Wir, die Piraten, sind für. So sollten Parteianträge anfangen. Dann weiß der Wähler, wofür wir stehen. Und so irgendwelche anderen Regierungen sollten, hat leider keine Wirkung und würde ich schon sozusagen ausgrund der Formulierung ablehnen. Gut. Die Ohrentrag, Aufschließung der Rednerliste. Gibt es Gegenreden? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Rednerliste. Ich bitte alle Redner, sich erkennbar Richtung Mikrofon zu bewegen und kurz den Arm zu heben, dass ich das einschätzen kann. Ja, dann hinter dem Friedrich seiner ändert die Rednerliste. Alexander vorzuwerfen, dass er in seinem Antrag irgendwie unkonkret ist und dann selber was schreiben, was Schafelfaktor hoch 2 hat, finde ich schon echt gewagt. Und zum Zweiten, inhaltlich, der Antrag von Alexander dreht sich konkret um die Währungsunion. Der Alternativantrag macht irgendwas, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also man kann den Antrag von Alexander gerne ablehnen, wenn man das möchte, aber der Alternativantrag ist dazu definitiv keine Alternative. Vielen Dank. In der Nächsten. Ich möchte erstmal sagen, ich finde die Idee in dem Alternativantrag gut. Ich finde es schade, dass auf diesem Parteitag Positionspapiere den Programmanträgen vorgezogen wurden. Daraus entspringt der Gedanke, dass ich es kritisch finde, Positionspapiere zu haben, ohne eine programmatische Rückendeckung und würde dann doch eher dagegen stimmen. Und das machen beide diese Anträge nicht. Und ich bin auch Mitglied der Piratenpartei geworden, weil ich denke, dass wir den Grundsatz vertreten, wovon wir noch keine Ahnung haben, halten wir auch gefälligst unseren Mund und bilden uns erstmal eine gescheite Meinung und legen dann Konzepte vor. Danke. Vielen Dank. Das Meer der Wirtschaft ist rau und volle Überraschung. Keiner, nicht wir, nicht die da draußen wissen die Lösung von diesem Problem. Geben uns einfach mal zu. Was wir hier machen müssen, ist ein, was wir wollen, eine Vision erarbeiten, die eine Funktion eines Leuchtturms hat. Denn wenn wir einen Leuchtturm haben, dann wissen wir, wo wir hinwollen, ohne das wie zum Ziel festzulegen. Denn wir Piraten sind keine Sklaven auf einer großen Galere, die im Rhythmus eines merklichen Trommners rudert. Nein, wir bestehen aus vielen Arbeitsgemeinschaften, AGs und Crews, die alle ihr kleines Bötchen haben. Und das ist gut so, denn die Arbeit, die Zeit arbeitet für uns. Denn wenn die große Galere mit Kompass gesteuert im Zickzackkurs irgendwann untergeht, wissen wir dann, welches Bötchen es zum Leuchtturm geschafft hat. Das heißt, ich bitte, das wie abzulehnen, sondern dann klarer zu tun, was wir erreichen wollen. Deswegen, das haben wir vorhin entschieden. Danke. Danke. So, jetzt nochmal Alexander. Ja, also es ist wirklich kein Alternativantrag. Ich möchte nochmal klar sagen, wir werden in den nächsten Monaten erleben, wie die Verträge auf den Kopf gestellt werden, ohne Beteiligung der Bürger, ohne Beteiligung der Parlamente. Das Europäische Parlament ist im Moment das einzig demokratisch legitimierte Gremium, was hier Abhilfe schaffen kann. Es kann die besten Experten vorladen in einer Kommission. Es kann alles, die Möglichkeiten, die man hat, die Währungsunion zu gestalten, offenlegen und die Bürger beteiligen. Deswegen bitte ich noch einmal um Unterstützung für meinen Antrag. Danke. Der Nächste. Ich finde, dass die Piraten ein Positionspapier brauchen und zwar nach dem Euro, weil der Euro wird kaputt gehen. Wenn ich eine Familie habe, der Grieche sitzt und mein Bruder, ich habe ihn lieb, der hat sein ganzes Geld Verwandten und Freunden gegeben und pumpt mich jetzt an, damit er die weiterfinanzieren kann. Mein italienischer Bruder macht das genauso. Dort hat es die ganze Familie schon. Er steht vorne weg. Das gilt gleiche für Spanien, möglicherweise Portugal und Irland. Das heißt, die Europäische Union, der Euro ist tot, de facto. Bitte nimmst du hin, es wird so kommen. Wir werden einfach jeden Euro, den wir garantiert haben, zahlen. Jeder Euro, der bisher gezahlt worden oder garantiert worden ist, ist weg. Den müssen wir erbringen. Das wird der Fakt sein und keiner traut sich, diesen Fakt wirklich in die Augen zu sehen. Wir werden keine Staaten, Griechenland, Italien fahren, darum dahin bringen, damit sie ihre Mentalität ändern. Wir haben dort 50% Inflations gehabt innerhalb von 10 Jahren am Mittelmeer. Die haben wir heute auch noch, nur sie können nicht mehr abwerten. Der Euro ist tot. Ich bin persönlich zwar nicht der Meinung, dass es um eine komplette Neugestaltung der Europäischen Währungsunion gehen muss, sondern eher um eine Stärkung der bestehenden Regime, die wir haben. Wir haben ein europäisches Parlament, wir haben eine Kommission. Diese beiden Instrumente müssen demokratisch belebt und genutzt werden. Und da müssen wir uns halt einfach als Partei überlegen, ob wir das jetzt lieber in dieser parlamentarischen Form über das Parlament haben wollen oder über eine Organisationsform, ob es jetzt Versicherung oder Bank ist wie den ESM. Und da müssen wir uns einfach fest positionieren und nicht einmal hier auf der einen Seite pro Parlament, auf der anderen Seite hätten wir doch lieber ein namenloses Gremium, was in der verschlossenen Türen entscheidet. Danke. Der als Letzter jetzt Oliver. Muss ich jetzt die ganze Minute oder darf ich schneller? Du darfst, du kannst alles, was du willst. Ah, cool, danke. Ja, nichts, was in diesem Antrag drinsteht, ändert irgendwas. Lehnt bitte in diesem Blog alles ab und alles, was so im Bereich Wirtschaft kommt auch. Danke, tschö. So, ich habe jetzt leider noch einen Satzungs-GO-Antrag. Ich danke der Technik für ihren humoristischen Beitrag, möchte jetzt aber doch darum bitten, diesen wieder auszublenden. Aber ich teile ihren Humor durchaus. Ich verlese jetzt einen Antrag und werde danach eine Erklärung abgeben. GO-Antrag auf Redezeitbegrenzung für 30 Sekunden. Die Satzung GO legt keine Untergrenze für Redezeitbegrenzung fest. Eine Ablehnung durch die Versammlungsleitung entspricht nicht der Satzung GO. So, dazu stelle ich fest, stimmt. Aber, also es stimmt, dass es nicht festgelegt ist. Ich halte es aber trotzdem für nicht gut, das so stark zu reglementieren auf 30 Sekunden. Das möchte ich nicht. Und ich sehe es als Verlangungsleitung nicht wohl und uns da legitimiert, auch so etwas abzulehnen, weil wir glauben, dass dann der Parteitag nicht ordentlich arbeiten kann. Ich werde das jetzt, stopp, ich werde das jetzt trotzdem abstimmen. Ja, damit wir die Sache jetzt erledigt haben. So, wer ist für diesen Antrag? Ah ja, wer ist dagegen? So, ich bitte dem Antragsteller, das zur Kenntnis zu nehmen, dieses Bild. Danke. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter. Wir kommen jetzt erst noch zur Abstimmung. Und zwar jetzt gegeneinander die beiden Anträge. Das heißt, es ist einmal Q026 und der Alternativantrag, der die Nummer Q112 haben müsste. Ja, okay. Gut, dann jetzt erst bitte die Stimmen für Q26. Nur Ja-Stimmen. Danke. Dann jetzt Q112, also der Gegenantrag. Wer wäre für den... Ich sehe eine sehr große Beteiligung. Ja gut, dann stimmen wir bei Q26 ab. Das waren immerhin ein paar mehr. Wer möchte diesen Antrag annehmen? Wer möchte diesen Antrag ablehnen? Ja, abgelehnt. Danke. Wir haben... Danke. So, wir kommen zur Änderung, Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Wir haben ein paar... Ja, ich weiß. Nervt dich auch, aber geht nicht. So, also. Okay, ich möchte nochmal an die Worte von unserem Mitversammlungsleiterhelfer erinnern, was Anträge zur TO geht. Ich habe hier jetzt ein paar vorliegen. Der GO und der TO. In diesem Fall aber viele der TO, eine zu GO. Wir fangen jetzt mal an. Was? Ja, wir lesen... Ich lese sie jetzt vor. Cool, beiden, ja? Also, GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Paragraf 13, Absatz 7 wird geändert. Der Punkt GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung nur schriftlich wird gestrichen. Das ist ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Wer möchte ihn ablehnen? Ist abgelehnt. So, jetzt ein paar Anträge zur Änderung der Tagesordnung. Matthias Schrade beantragt. Abstimmung des Q067. Antragsteller möchte mündlich begründen, bevor wir dazu kommen, möchte ich allerdings sagen, dass wir uns uneins sind, ob dies überhaupt möglich ist, weil dieser eigentlich schon abgelehnt wurde. Wir lassen es jetzt aber trotzdem zu. So, und jetzt begründe bitte und dann stimmen wir darüber ab, ob wir das machen. Kurz und bündig, wir haben einen Alternativantrag angenommen oder einen Alternativantrag, der ein Mimimi zur Gründung gemacht hat. Wenn wir einen Arsch in der Hose haben, dann lehnen wir den ESM-Vertrag als Ganzes, aber nicht nur das Zustandekommen. Es gab eine klare Mehrheit vorhin für diesen Antrag. Ich bitte darum, den ergänzend zu der Kritik an der Gründung anzunehmen. Danke. Moment. Ja, der Unmutsbekundungen sind zu Protokoll genommen und ich möchte jetzt bitten, die Abstimmung über diesen Antrag. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ja, abgelehnt. So, außerdem haben wir noch einen Gewinner, 097745. Wir haben einen Stimmblock vorne am Antragsbüro, da liegt auch noch einiges anderes rum. Wer da was vermisst, bitte. Ein weiterer Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Es wird beantragt, die Themenblöcke Umwelt- und Energie- und Urheberrecht vorzuziehen und als nächstes zu behandeln. Besteht da Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Abgelehnt. Noch ein TO-Antrag, ebenfalls zum selben Antragsteller Jan Hemmel. Die Programmanträge PA 011 und PA 307 CSS mögen die hinter den Gesamtanträgen Energie behandelt werden, da PA 158 ebenfalls die Ablehnung von CSS enthält, im Absatz Nummer 16, Satz 3. Ja, ich lese das so, dass wenn wir PA 011 und PA 307 behandeln, wer ist für diesen Antrag, wer ist gegen diesen Antrag, auch dieser Antrag zur Änderung der Tagesordnung abgelehnt? Vielen Dank. Ich bitte um Ruhe. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ja, also, wir kommen jetzt Top 8 ÖPNV, Klammern Fahrschein los. Es gibt dort zwei Anträge in der bekannten Tagesordnung, das ist einmal Q070. Positionspapier Fahrscheinloser ÖPNV und PA 311, Wahlprogramm Fahrscheinloser ÖPNV. Ich möchte am liebsten, dass diese jetzt vorgestellt werden und dann gleichzeitig diskutiert werden. Sie schließen sich nicht aus, das sind also keine konkurrierenden Anträge. Das eine ist ein Wahlprogrammantrag, das andere ein Positionspapier. Ich glaube aber, dass man sie durchaus zusammen diskutieren kann. Deswegen bitte ich als erstes den Antragsteller das Positionspapier, Eberhard, zu einer kurzen, knackigen Begründung und danach Jürgen Stemke für die Begründung des Wahlprogramms. Eberhard, ich erteile dir das Wort. Ich bin zum einen davon überzeugt, dass wir nicht zuletzt durch das Berliner Wahlprogramm eine Dynamik in dieses Thema hineingebracht haben, die dafür sorgt, dass wir an dieser Stelle Diskussions- und Programmbeschlussbedarf, wie das so schrecklich bürokratisch heißt, haben. Ich möchte also, dass wir zu diesem Thema etwas beschließen. Ich sehe zum anderen, dass wir nicht so weit sind, hier eine konkrete Forderung für ein Bundestagswahlprogramm zu überschließen, denn mit Verlaub, das, was hier auf der Bundesebene zu machen ist, sind alles Dinge, die wir erst noch erarbeiten müssen. Deshalb habe ich einen Antrag auf ein Positionspapier eingereicht, um die Position, die da bislang möglich ist, schon mal zu kodifizieren. Und ich hoffe, dass bis zu dem Parteitag, der über das Bundestagswahlprogramm befinden wird, dann auch eine ausführlichere, bessere und qualifiziertere Position möglich ist. Ich glaube, dass die Diskussionen, die in Berlin und in Bremen begonnen worden sind, uns da weiterhelfen können, gerade auch, was die Frage der Finanzierung betrifft. Und deshalb, ich finde das Thema wichtig. Ich glaube, wir müssen heute dazu etwas beschließen. Und wir sollten das so tun, wie das in meinem Positionspapier beantragt ist. Danke. So, jetzt Jürgen, bitte, deine Antragsbegründung. Ja, ich kann Eberhard nicht so viel dazu fügen, außer, dass ich eben der Meinung bin, wir sollten das ins Wahlprogramm aufnehmen. Es haben auch schon mehrere Länder im Wahlprogramm aufgenommen, also nicht nur Berlin, auch Niedersachsen hat das aufgenommen. Und ich glaube, einige andere auch. Und ich finde, das ist ein gutes Thema für das Wahlprogramm. Und bitte deswegen um Zustimmung. Danke. Gut, ich eröffne die Diskussion. Und Moment, stehst du in der Liste der Redner? Bist du, stehst du selber in der Liste der Redner? Ja, nein. Achso, okay, ja. Du hast den Antrag auf Schließung der Rednerliste? Nein. Dann bitte kommt zum Mikrofon. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, Frage, wer könnte sich im Moment vorstellen, wenigstens einem der beiden Anträge zuzustimmen. Okay, bitte die Ja stimmen. Danke, bitte die Nein stimmen. Ich stelle fest, das war eine deutliche Mehrheit für die Zustimmung. Jetzt kommt der GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Das kam überraschend. Das kam schnell. So, dann stimmen wir darüber ab, weil Gegenrede hat ja eh jemand. Wer ist dafür? Ich möchte bitten, da auch die Diskussion am Rand etwas leiser zu führen. Danke, wer ist dagegen? Die Rednerliste ist geschlossen. Wer jetzt noch drauf will? Drei. So, Herr Popp, laufen Sie. Drei. Zwei. Eins. Null. Herr Popp ist der Letzte und ich bitte wiederum um nur ein Ende der Schlange. Hier wird nicht geforkt. Ja, sehr schön. Du bist dran. So, ich versuche mal die wichtigsten Argumente zusammenzufassen, damit sich das nicht langwierig wiederholen muss. Und zwar, ich denke mal, das wichtigste Gegenargument wird die Finanzierung sein. Die ist in der Tat etwas problematisch. Dem stehen starke Vorteile gegenüber. Aber das Aufheben der Fahrscheinautomaten, die Fahrscheinkontrollen, auch wenn man die Gefängnisse dazu nimmt, die durch Schwarzfahrer überlastet sind, werden die Finanzen nicht zusammenkommen. Trotzdem denke ich, dass es vielen Bürgern, gerade den Ärmeren, eine deutlich höhere Mobilität gibt, die Stadt von Autos entlasten kann und dadurch auch Vorteile bringt, die man nicht direkt in Geld messen kann. Einfach Lebensqualität für die Bürger. Ich hoffe mal, dass es die wichtigsten Argumente waren und ich bitte, nicht zu wiederholen während der Diskussion. Vielen Dank. Darauf werde ich achten. Danke für die Wiederholung. So, ich möchte dann die Versammlung nochmal um etwas mehr Ruhe bitten. Dankeschön. Herr Hendrik aus Wiesbaden. Ich bin Stadtverordneter in Wiesbaden und es steht jedem Amtmarzträger im lokaler Ebene oder kommunaler Ebene frei, diesen Antrag in der Stadt zu stellen und ich halte dieses Thema für ein kommunales Thema, auch wenn ich es sehr gut finde. Ich würde es hier nicht unterstützen wollen. Danke. Boroviceni Berlin. Wir haben diesen Antrag in Berlin wunderbar auch im Wahlkampf nutzen können und wir wollen ausdrücklich einen Fahrscheinlosen und kein gratis ÖPNV, das kann man jedem sagen und dann ist es klar, dass es auch finanzierbar ist, das haben wir auch in groben Zügen durchgerechnet, überwiegend zu 70% bezahlen bereits jetzt schon die Kommunen den ÖPNV und der Rest ist dann individuell, wenn man das noch auf mehr Schultern, also nicht nur auf die Fahnden, sondern auf alle verteilt, wird es insgesamt noch günstiger. Also ich bin dafür, dies tatsächlich als Wahlprogramm für die ganze Bundesrepublik zu nehmen, damit dann jede Gemeinde, jeder Pirat in der Gemeinde darauf zurückgreifen kann. Danke. Der Nächste und ich bitte weiterhin die Wiederholungen zu vermeiden und werde das auch stärker forcieren ab so dem zehnten Redner. Ja, ich bin der André Reichelt aus Kreuzheim, das ist Landesverband Baden-Württemberg, bin auch in der BAG Bauen und Verkehr. Wir haben den Antrag schon 2009 ausgearbeitet, er ist oft nochmal verändert worden, aktualisiert worden und ich möchte mich ausdrücklich dafür aussprechen, dass dieser Antrag ins Wahlprogramm reinkommt. Wir haben in Berlin gesehen, dass es sehr erfolgreich ist. Wir haben selbst auch ausgerechnet und ich glaube, es gibt auch eine Statistik von den Berliner Verkehrsbetrieben. Es würde wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, 11 Euro pro Person kosten, haben die ausgerechnet. Ich sage jetzt mal 20 in Berlin und das ist durchaus auch in anderen größeren Städten finanzierbar. auf dem Land muss man dann noch schauen, aber ich plädiere trotzdem dafür, dass man diesen Antrag annimmt. Danke. Danke, der Nächste. Ich plädiere auch für das Annehmen dieses Antrags. Ich möchte als Ergänzung noch empfehlen, bis zum nächsten Bundesparteitag, wenn die Details ausgearbeitet werden, auch daran zu denken, wie sichergestellt wird, dass auch die entsprechenden Angebote dann geschaffen werden und nicht aus Kostengründen gestrichen werden. Danke, ich möchte noch mal darauf hinweisen, möglichst keine Wiederholung am Mikrofon. Danke, der Nächste. Okay, das Thema finden wir alle gut, haben wir eben mein Meinungsbild abgestimmt, deswegen möchte ich jetzt auf die Unterschiede zwischen den beiden Anträgen eingehen. Der PA 311 nimmt das kurz ins Wahlprogramm auf, dann haben wir das bundesweit drinstehen, dass wir das unterstützen und wenn wir bundesweit dann was zu sagen haben, unterstützen wir Kommunen, die das machen, das finde ich gut. Q070 ist, so wie ich das verstehe, ein Positionspapier, was dann untergeordnete Gebietsverbände als Anleitung nehmen können, wie sie ein eigenes Wahlprogramm schreiben. Das finde ich nicht sinnvoll, dass wir das hier verabschieden müssen, weil der Text ist im Wiki, das können untergeordnete Gebietsverbände auch so übernehmen, wenn sie den gut finden. Und abgesehen davon finde ich, dass die Beschränkung, die da drin steht, auf kleinere Kommunen, in denen das irgendwie ausgetestet werden soll, die Landesverbände oder andere Gebietsverbände von großen Städten einschränkt in ihrer Möglichkeit fürs Wahlprogramm. Danke, der Nächste. Die Idee des fahrscheinlosen ÖPNVs ist absolut klasse, für Bremen und Berlin natürlich ohne Frage, aber ich gebe zu bedenken, in sehr dünn besiedelten Gebieten werden die Menschen davon nicht so stark profitieren können, wie in dicht besiedelten Gebieten und deswegen sehe ich den Antrag zumindest skeptisch. Danke. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Wiederholungen etwas zu vermeiden sind. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich bin auch Kommunalpolitiker und im Gegensatz zu meinem Vorredner möchte ich eigentlich dafür sprechen, dass es aufgenommen wird, weil wir ja nicht nur kleine Kommunen haben, sondern auch Länder wie Berlin oder Bremen, wo gleichzeitig auch kommunale Politik auf Länderebene gemacht wird. Es ist ein Leuchtturmthema. Das hat so noch keine andere Partei. Das muss man immer wieder sagen. Mit dem Thema können wir punkten. Das können wir offensiv nach vorne stellen und das sollten wir dann auch machen. Das ist gerade für die ganzen anstehenden Kommunalwahlen eine ganz wichtige Sache. Danke. Danke. Jetzt muss ich leider die Redefluss unterbrechen. Wir haben einen GO-Antrag. Änderung der GO. Es soll ein Quorum für TO-Enderungsanträge eingeführt werden und zwar zehn Bestimmberechtigte müssen unterschreiben und dann wird es behandelt. Das hatten wir schon mal, diesen Vorschlag. Das ist mir bekannt. Wer ist für diesen Vorschlag? Wer ist gegen diesen Vorschlag? Noch mal die Fürstimmen bitte. Ja, das war abgelehnt, würde ich auch sagen. Da hat mir der Wahlleiter auch noch mal mitgeteilt, dass das abgelehnt wurde. Danke. Ich erteile dir wieder das Wort. Ja, mit diesen beiden Anträgen wird die Piratenpartei zur modernsten Partei Deutschlands und nach 30-jähriger Diskussion, siehe Atompolitik, werden wir das modernste Land bezüglich des öffentlichen Verkehrs werden auf der Welt. Ich freue mich. Danke. Der Nächste. Du hast schon, ach, es hört jemand zu. Herr Bokor. Hallo. Bokor, eigentlich hauptsächlich bundespolitisch unterwegs. Folgendes. Kleine Nachhilfe im Staatsrecht. Es gibt verschiedene Verwaltungs- und Entscheidungsebenen in diesem Land. Das Thema, was hier gerade an der Wand steht, hat nichts mit Bundespolitik zu tun. Wir sind hier ein Bundesparteitag. Wenn alle Landesparteitage, alle Kommunalparteitage einstimmig, übereinstimmend dieses Thema beschließen, begrüße ich das wahnsinnig. Ich bin ein riesen Fan von diesem Thema. Aber ich finde, dieses Thema hat hier in dieser Versammlung nichts zu suchen. Ablehnen, Diskussionen abbrechen, aus. Herr Bokor, ich teile darauf, ich teile allerdings mit, dass das schon mal gesagt wurde. Gut, jetzt Eberhard, bitte. Dem muss ich natürlich sofort widersprechen. Das Mikrofon bitte direkt auf deinen Mund zeigen lassen. Das, worum es hier geht, ist natürlich etwas, das auch mit Finanzierung zu tun hat und das geht ohne den Bund nicht. Wir brauchen also auch eine Basis für die Forderung, die wir hier auf der Bundesebene beschließen müssen. Das Positionspapier, das ich eingereicht habe, soll eben genau dafür sorgen, dass es Modellversuche gibt, dass diese begleitet werden und dass wir damit auf der Basis dieser Modellversuche und der wissenschaftlichen Begleitung dazu kommen, eine Position zu erarbeiten, die im Ergebnis dann umgesetzt werden kann in den Regionen, unabhängig davon, ob es sich um Großstädte oder um mittlere Städte oder um ländliche Regionen handelt. Für den ländlichen Raum braucht es und völlig unabhängig von der Forderung nach einem Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr ganz neue Ideen und ganz neue Vorschläge, wie man den öffentlichen Nahverkehr dort organisieren kann. Ich glaube, da ist es völlig sinnfrei, wenn zweimal am Tag ein Omnibus mit 60 Sitzplätzen heiße Luft durch die Gegend fährt. Da müssen andere Dinge gefunden werden. Danke, das war, ja. So, der Nächste. Ich möchte darauf hinweisen, der Programmantrag PA 311 ist offensichtlich für ein kommunales Wahlprogramm geschrieben worden, enthält unter anderem die Formulierung, in anderen Städten ohne sich auf eine Stadt zu beziehen und gehört deshalb nicht in ein bundespolitisches Programm. Auch wenn ich... War es das oder... Das war es. Okay. Ich könnte es jetzt auch noch erklären, was damit gemeint ist, aber gut. Darf ich aber nicht. Genau. So, wir kommen erst zur Abstimmung. Q 0 7 0, Einführung eines Nulltarifs im ÖPNV, Positionspapier, Antragsteller Eberhard Zastraum. Dieses braucht eine einfache Mehrheit. Ich bitte jetzt um die Abstimmung, wer ist für diesen Antrag, um das für das Positionspapier, wer ist dagegen, das Positionspapier ist angenommen, herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu PA 311, fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr, Wahlprogrammsantrag von Jürgen Stemke, wer ist für diesen Antrag? Dieser braucht eine Zweidrittelmehrheit, darauf weise ich hin. Danke, wer ist dagegen? Das ist keine Zweidrittelmehrheit, er ist abgelehnt. Ach ja, GO-Antrag, Entschuldigung, GO-Antrag von Nineberry, Änderung der Tagesordnung. Ja, ich weiß schon. Ja, ja, mäßigt euch, er möchte das gerne begründen, es geht darum, dass die Top 10 Wirtschaft allgemein auf das Ende der Tagesordnung verschoben wird. Er begründet dies jetzt kurz. Okay, die Begründung ist ganz einfach, das sind acht konkurrierende Anträge, die inhaltlich zum großen Teil sehr ähnlich sind. Die Antragsteller konnten es, haben es einfach vorher nicht zustande gebracht, sich mal zu treffen, weil es vernünftig ist, zusammen auszuarbeiten. Ich finde es unsinnig, jetzt eine Stunde zu verplempern vom Parteitag, um acht konkurrierende Anträge zu besprechen, wo es nur um Formulierungen geht und irgendwelche philosophischen Debatten und gar keine konkreten Ziele und Forderungen drinstehen. Danke für diese Begründung. Ich nehme an, dass es da zumindest formelle Gegenrede gibt. Ja, formell, danke. Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Ich glaube es nicht, wir haben gerade die TO geändert mit einem Antrag. Aber es gibt ja noch Wunder. Ja, okay. Herr Schrade bittet mich nochmal auf die Umfrage zum Thema Niedersachsen hinzuweisen. Er hat jetzt für 30 Sekunden das Wort. Exakt 30 Sekunden. Schleswig-Holstein ist die nächste Wahl. Die erste Wahl in 2012 und auch die einzige. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch vor Ort als Helfer. Für Unterbringung und Fahrtkosten wird gegebenenfalls gesorgt. Einzige Bitte ist, füllt diese Zettel aus. Wenn ihr dort vor Ort helfen könnt, irgendwann im März, April, Anfang Mai nächsten Jahres, dort drüben findet ihr noch massenhaft davon. Es sind bereits 50 da. Unter 100 gehe ich hier nicht raus. Das waren 23 Sekunden. Ja, danke. Ich habe hier Analogtechnik, die ist genauer. So, wir kommen zu Top... Nee, Entschuldigung, das ist Top 11. Wir brauchen Top 9. Weil das hier eben Top 8 war. ÖPNV fahrscheinlos. Was ist mit Top 9? Ach, Top 9 hatten wir gestern schon. Okay, Entschuldigung. Passt schon alles. Die Leute arbeiten noch besser als ich und kriegen dafür weniger Kommentare auf Twitter. Danke. So, dass ihr aufpasst. So, Top 11. Transparenz in der Verwaltung. Hier gibt es zwei Anträge. Einmal PA 046 und PA 088. Allerdings möchte ich diese nicht zusammen diskutieren. Also ich stark unterscheiden. und rufe als erstes auf PA 046. Antragsteller ist Daniel Pölzleitner. Pölzi. Ist der hier und möchte seinen Antrag vorstellen? Er ist nicht hier. Okay. Ich werde diesen Antrag dann kurz verlesen. Dann sind wir uns einig. Das war es dann. Also, es wird beantragt, im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen. Verträge zwischen öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Regierungen etc. und Privatfirmen müssen im Sinne des transparenten Staates öffentlich sein. Erstens, Geheimverträge mit Privatunternehmen sind generell abzulehnen. Zweitens, bisher getroffene Verträge sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Drittens, alle Ausschreibungen sind transparent und öffentlich durchzuführen. Nach der Vergabe sind alle Angebote zu veröffentlichen, sowie die Begründung für die Zuschläge. Ausschreibungen sind so zu gestalten, dass sie nicht nur von einem schon vorher unbestimmten Unternehmen erfüllt werden können. Verträge sind so zu gestalten, dass von den Auftragsdurchführungen keine größere Gefahr für Menschen und Umwelt ausgehen, als wenn der Staat sie selbst übernehmen. Und letzter Punkt, Informationen über Verträge, die mit dem Staat, Bürger, Steuerzahler abgeschlossen werden, müssen grundsätzlich öffentlich sein und nicht nur einem sehr begrenzten Kreis der Staatsvertreter zugänglich. Auf angebliche Firmengeheimnisse, wie zum Beispiel Kosten-Gewinn-Versprechen, die in Verträgen eingegangen werden, kann keine Rücksicht genommen werden. In begründeten Fällen, wie bei Arbeit für Leib und Gefahr für Leib und Leben, kann eine zeitlich begrenzte Ausnahme, zum Beispiel maximal zehn Jahre definiert werden, in denen bestimmte Informationen von Verträgen unter Verschluss gehalten werden können. Das ist der Antrag. Ich sehe da etwas Diskussionsbedarf. Und bitte jetzt zur Eröffnung der Diskussion, der Teilherr Stefan Urbach, das Wort. Danke sehr. Ja, Schließung der Rednerliste. Okay, ich möchte allerdings selber vorher ein Meinungsbild anhören zu dem Antrag. Ist mir lieber. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Okay, das ist ein sehr positives Meinungsbild. Wer möchte, dass die Rednerliste geschlossen wird? Wer möchte das nicht? Die Rednerliste ist geschlossen. Drei, zwei, eins. Ja, ich sehe Leute, die noch hinlaufen und sich erkenntlich zeigen. Da bin ich natürlich nicht so. Okay, der letzte ist der Mann in dem grauen Kapuzenpullover mit der schwarzen Nerdbrille. Und ohne viel Haare. Herr Urbach darf jetzt reden. Danke, danke sehr. Mein Problem mit dem Antrag ist an geeigneter Stelle. Ich weiß nicht, was die geeignete Stelle ist. Ich weiß auch nicht, wer es bestimmen soll. Das soll mir der Antragsteller sagen. Der Rest ist mir scheißegal. Mein Problem mit dem Antrag ist folgender. Es gibt Verträge mit der freien Wirtschaft, die geheim bleiben müssen. Das betrifft die innere Sicherheit, das betrifft die Verteidigung. Das müssen wir im Auge behalten. Dann ist es gut. Ja, ich weise auf den letzten Punkten, den ich eben vorgelesen habe. Ja, bitte der nächste. Ja, der Kollege hat eigentlich recht. Es gibt Betriebsgeheimnisse, die müssen in den Betrieben bleiben. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Ich arbeite selber bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und wir sind gezwungen, Ausschreibungen zu machen. Praktisches Beispiel, wir wollten ein E-Learning-Produkt einkaufen. Dafür habe ich dann eine Internetrecherche gemacht, habe ganz viele Angebote eingeholt. Und weil die Anschaffung mehr als 12.500 Euro war, müssen wir das deutschlandweit ausschreiben. Dann haben wir das ausgeschrieben und es haben sich drei Firmen gemeldet, die alle den Kriterienkatalog nicht erfüllt haben. Aus praktischen Gründen sind aber viele Features notwendig gewesen, um dieses Produkt einzukaufen. Und wenn man gezwungen ist, diese Ausschreibungskriterien so zu gestalten, dass sie total offen sind, dann kriegt man irgendwann vielleicht ein Produkt, das man gar nicht haben will. Und das kann ich keiner Firma zumuten. Danke. So, du bist dran. Die offenen Verträge sind ganz wichtig. Wir müssen uns daran erinnern, als das Mautsystem in Deutschland eingeführt worden ist, da sind europaweit entsprechend die Firmen ausgeschrieben worden. Man hat gesagt, es müssten ganz riesige Konventionalstrafen gezahlt werden, wenn das Mautsystem nicht funktioniert. Als man damit dann zum Beispiel auch das Schweizer Konsortium verprellt hat, indem die dann ihre Ausschreibungen zurückgezogen haben, wegen dieser riesigen Summen, die die nicht aufbringen konnten, hat Siemens die ganze Geschichte bekommen. Und wir haben alle gesehen, das Ding hat monatelang nicht funktioniert. Siemens musste keine Konventionalstrafe zahlen. Damit sind also Wettbewerbsregeln richtig außer Kraft gesetzt worden. Und das ist kaum dann in der Öffentlichkeit richtig publiziert worden. Die Schweizer hatten damals noch versucht, eventuell dagegen in Europa zu klagen. Der EuGH hat, soweit ich weiß, glaube ich, dann die Klage nicht zugelassen. Von daher Transparenz in der Wirtschaft ist unheimlich wichtig. Dankeschön. Danke, der nächste Redner. Ja, wenn wir mal Joppeti spielen. Die Frage zu diesem Antrag lautet, was ist ein Informationsfreiheitsgesetz? Also inhaltlich finde ich das vollkommen okay, was dort gefordert wird. Aber wir haben es halt in allen bis auf vier Bundesländern schon in Informationsfreiheitsgesetzen, die unterschiedlich weit gehen. In Berlin haben die das gerade reformiert. Das ist von daher sehr modern und schließt auch städtische GmbHs mit ein. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber man sollte es nicht so detailliert formulieren, sondern einfach sagen, die Piraten setzen sich für ein Informationsfreiheitsgesetz auf Länderebene ein und für Informationsfreiheitssatzung auf kommunaler Ebene. Und damit haben wir das erledigt. Danke, der nächste. Das, was das Bundesinformationsfreiheitsgesetz und die Informationsfreiheitsgesetze der Länder sind, geht viel, viel weniger weit als das, was in diesem Antrag hier gefordert wird. In Hamburg läuft zurzeit eine Volksinitiative, initiiert gemeinsam von Mehr Demokratie e.V., Transparency International und dem Chaos Computer Club. Wenige Piraten haben einige tausend Unterschriften dafür gesammelt. Es sieht sehr gut aus, dass dieses als Volksbegehren angenommen wird und mit der Bundestagswahl abgestimmt. Der Inhalt dieses mehrseitigen Gesetzentwurfs überblickt auch von einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter in der Initiative entspricht fast genau dem, was in diesem Antrag steht, deckt sich also mit unseren Aktivitäten und ist genau das, was wir für ganz Deutschland brauchen. Ich kann mich dem nicht ganz anschließen, denn hier wird unterstellt, dass Firmen grundsätzlich nur korrupt sind und ich denke, das geht ein bisschen weit. Und diese Punkte, die da aufgezählt werden, die hätte ich eher bei einer regelungswütigen SPD vermutet als bei der Piratenpartei, denn wir wollten doch da ein bisschen offener sein. Und vergesst bitte nicht, Firmen stehen in Wettbewerben miteinander. Wenn all das veröffentlicht wird, dann werden viele Firmen hier solche Angebote nicht mehr abgeben, nicht mehr abgeben können, weil sie nun mal Betriebsgeheimnisse nicht an die große Glocke hängen. Und ja, sorry, ich habe auch eine Firma und wenn das durchgesetzt wird, was hier drin steht, werde ich keinen öffentlichen Antrag mehr mitbieten. Ein bisschen Ruhe bitte bei dem Zwischenruf, mehr Abgeordneter Lauer. So, der Nächste. Ich habe auch eine Firma und würde eigentlich dies befürworten. Alles offen, alles rein, damit man wirklich sehen kann und die Vergleichbarkeit wirklich da ist, weil wenn das so wäre, hätte ich vielleicht mal einen öffentlichen Auftrag bekommen. So ist es mir unmöglich, weil es wird immer minimalst angeboten. Das heißt, hier braucht auch der öffentliche Bereich Unterstützung in der Vertragsgestaltung, weil ich biete minimal an, bekomme den Auftrag und kann nachchargen ohne Ende. Opa, jetzt in Hamburg, Studiat 21, es wird überall riesig nachgescharcht. Erstmal klein zugreifen und so groß nachchargen. Das ist das, wie es im Augenblick funktioniert und läuft. Das wollen wir nicht. Danke. Der Nächste bitte. Ich kann allem zustimmen, was da steht, außer bei der Option 10 Jahre Geheimhaltung. Maximal 10 Jahre habe ich Bedenken. Es kann ja sein, dass nach 10 Jahren die Gründe für Geheimhaltung noch fortbestehen und dann möchte ich da nicht eine harte Grenze drin haben. Okay, dein Letzte und ich möchte mich korrigieren, du hast natürlich nicht wenige Haare, sondern sehr kurze. Bitte für deinen Bergebeitrag. Dankeschön. Ich möchte nur kurz sagen, das Argument auf die Geheimhaltung von Betriebsgeheimnissen finde ich ein bisschen sinnbefreit, weil ganz ehrlich, diese Verträge werden in unser aller Namen geschlossen und ich persönlich würde für mich privat keinen Vertrag schließen, den ich nicht vollständig gesehen habe. Wir haben gesehen, wir haben beim Cross-Border-Leasing gesehen, was passiert, wenn Kommunen, also Gemeinderäte, Verträge schließen, die sie nie in ihrer Gesamtheit gelesen haben, mit einem Gerichtsstand im amerikanischen Ausland. Das kann einfach nicht funktionieren so. Das ist nicht die Art, wie unsere gewählten Vertreter mit unseren Steuergeldern und mit unserem Allereigentum umgehen sollen. Danke. Danke für diesen letzten Redebeitrag. Wir kommen zur Abstimmung über den Grundsatzprogrammsantrag PA046, offene Verträge mit der Wirtschaft. Dieser braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist für diesen Antrag? Vielen Dank. Wer ist gegen diesen Antrag? Damit ist dieser Antrag angenommen. Ich möchte nochmal an unsere TO, ich wollte das Wort Trolle nicht sagen, doch ich sag's, TO-Trolle sagen, dass nach diesem letzten Antrag Urheberrecht kommt. Wenn wir also schnell damit durchkommen, kommen wir zur Urheberrechtsdiskussion. Als Hinweis an die Leute, die immer am Mikrofon stehen. So, ihr dürft gerne reden, ich hab damit auch kein Problem. Nur als Hinweis. So, jetzt kommen wir zu Antrag PA088. Freier Zugang zu öffentlichen Inhalt. Antrag ans Grundsatzprogramm. Antragsteller. Aha, das ist ein Kombi-Antrag. Wir sind ja wieder modern. Es ist ein Antrag ans Grundsatzprogramm, ans Wahlprogramm und gleichzeitig auch noch ein Positionspapier. Alles in einem Antrag. Und da halt braucht er auch eine Zweidrittelmehrheit auch für das Positionspapier. Es ist ein Antrag. Selbst schuld. Selbst schuld. So, Antragsteller ist Sine Gravitate. Bist du das? Ingo, ja. Das bist du, super. Dann stelle jetzt mal deinen Antrag vor. Also, der ist bewusst so gestellt, einfach um Zeit zu sparen. Der Antrag ist schon in Heidenheim durchgegangen als nur Grundsatzprogramm und dann ist der rechtzeitig runtergefallen. Hier ist jetzt der Teil für das Grundsatzprogramm nur etwas gekürzt und dann, und in dem steht halt drin, dass öffentlich finanzierte Informationen frei sein sollten. Das heißt Open Data, Open Access, so diese Stichwörter sind da kurz definiert. Und dann kommt ein Wahlprogramm, der das ein bisschen genauer ausführt und auch entsprechende Ausnahmeregelungen stellt. Und dann kommt Positionspapier, was in erster Linie Begriffsdefinitionen hat und nochmal ein Beispiel bringt. Wie gesagt, in Heidenheim ist der Grundsatzprogrammanteil beschlossen worden und der ist natürlich so ein bisschen nach offen, weil diese ganzen Definitionen fehlen. Und ich würde mich freuen, wenn das dann hier noch fertig gemacht würde. Danke. Danke. Danke auch für deine Rücksicht auf die Zeit der Versammlung. Sehe ich da Redebedarf? Es hat sich bis jetzt keiner angestellt. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Da gibt es offenbar keinen Redebedarf. Danke. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Zwei Drittel mehr hat wie gesagt. Wer ist gegen diesen Antrag? Diese, ach niemand? Diese Anträge sind angenommen. So. Ruhe. Bitte. Ja, der junge Franz-Josef Strauß hätte gerne etwas Ruhe. Das habe ich eben zumindest gehört. So. Wir kommen jetzt zum Urheberrecht. Top 12. Starten wollen wir mit Antrag PA 49, äh, Entschuldigung, PA 149, PA 151 und PA 331. Diese stehen alle drei in Konkurrenz zueinander. Fangen wir an mit PA 149. Anstagssteller ist Christian Hufgard. Wo ist er? Da kommt er. Wollen wir mal reinlassen? Ja. Bitte, deinen Antrag jetzt vorzustellen. Und außerdem können Sie sich schon mal bereit machen für PA 151, Andi Popp, Alex und Friedhoff und für PA 331, Tobias Rudert. Bitte, kommt schon mal her. Und Christian, ich erteile Ihnen das Wort zur Vorstellung des Antrags. Okay, hallo. Also der Antrag, den habe ich eigentlich nur eingereicht, erarbeitet worden, ist der von sehr, sehr vielen Leuten unter der Koordination von Daniel Neumann. Das ist ein ziemlich komplexer Antrag, der Punkt für Punkt Änderungen am Urheberrechtsgesetz beschreibt und dabei ein neues Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen der Allgemeinheit, der Urheber und der Verwerter vorschlägt. Eine Frage in die Runde. Haben alle diesen Antrag gelesen und würden gerne darüber abstimmen? Ich hätte mir mehr erwünscht. Also du kannst gerne noch einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild stellen, aber... Nein, ich denke, das ist nicht notwendig. Ich denke, in der Diskussion nachher, vor allem im Gegenzug zu Andis Antrag, wird da eher noch Klarheit kommen. Okay, ich weise nur darauf hin, dass du da nur direkte Fragen beantworten darfst. Gut, dann kommen wir zu PA 151, Antragsteller Andi Popp, Alex Fridjof. Andi stellt vor. Sehr schön, dann Andi, bitte eine kurze Begründung deines Antrags. Ja, ich versuche es mal, erlaube mir kurz eine Minute zur Historie. Vor fünf Jahren haben sich ein paar Leute zusammengefunden und gesagt, die Durchsetzung von Verwertungsrechten gegen Privatleute funktioniert nur durch eine Überwachung und Kontrolle von privatem Datenverkehr. Da sie das nicht wollten, haben sie die Piratenpartei gegründet. Die Grünen haben das vor einer Woche auch kapiert, also herzlichen Glückwunsch, Stand nach Kiel, das war gar nicht so schlecht. Was uns aber von den Grünen unterscheidet ist, diese Kultur-GEZ zeigt das tiefe Misstrauen der Grünen gegenüber dem Nutzer. Wir hingegen wissen, dass der Nutzer nicht der böse Raubkopierer ist, der den Urhebern ans Leder will, sondern dass der Nutzer sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Urhebern bewusst ist und bereit ist, seinen Beitrag zu leisten, wenn man ihn nur lässt. Wir sind angetreten, das Urheberrecht zu reformieren und zwar wollen wir ein Urheberrecht, das Wissen und Kultur schützt und nicht Geschäftsmodelle. Wir sind angetreten, unsere Grundsatzpositionen, die seit Gründung im Grundsatzprogramm der Piratenpartei stehen, mit Fleisch zu füllen und wir sind dabei bereit, die heiligen Kühe der Medienindustrie zu schlachten. Unser Antrag fordert deswegen die Entkriminalisierung privater Nutzung von Werken, schlägt ein Laufzeitmodell vor, dass so ein bisschen angelehnt an das Positionspapier von Chemnitz einen Ausgleich schafft zwischen dem Interesse der Urhebern an ihren Monopolrechten und dem Interesse der Allgemeinheit, dass die Werke wieder zurück in die Gemeinfreiheit kommen und wir wollen, dass öffentlich finanzierte Werke auch endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, die sie bezahlt hat. Wir haben drei sehr gute Anträge dazu. Ich glaube, wir können mit dem PA 151 da eine Grundlage für ein Wahlprogramm schaffen, das dem Namen Piratenpartei würdig ist. Vielen Dank. Danke für die Vorstellung. Ich erlaube mir jetzt etwas Produktwerbung, aber die meiste Presse ist ja auch schon weg. Und bitte jetzt PA 331 zur Vorstellung. Antragsteller ist Tobias Rudert. Ist er da? Du holst ihn. Okay, das lasse ich jetzt mal ausnahmsweise zu. Es ist immer besser, wenn er das Ding vorstellt. Bei mir dauert es lange. Es sind nämlich auch viele Seiten, die möchte ich auch gar nicht vorlesen. Ja, es ist im Prinzip eine allgemeinere Fassung von Andis Antrag. Ich möchte aber trotzdem ihm noch die Möglichkeit geben. So, was geben wir ihm? Sind wir mal großzügig? 20 Sekunden gebe ich ihm noch. Ich bin ja ein netter Mensch, ne? Ah, das mit der IT hatten wir noch gar nicht. Das können wir jetzt... Hatten wir? Ja. Hat sich erledigt. Super, ich war ja auch mal weg. So, haben wir Tobias Rudert. Ich habe dir 20 Sekunden gegeben. Drei, zwei, eins. Ja, schade, nicht am Mikro gewesen, blöd gelaufen. Nein, bitte stell deinen Antrag vor. Der Antrag ist ein Derivat vom Antrag von Andi Pop. Und der wesentliche Unterschied ist, dass der mittlere Teil etwas verändert ist. Und dass einmal die Regelung mit der Gemeinfreiheit und die abgestuften Laufzeiten des Urheberrechts allgemeiner gefasst sind. Weil ich den Eindruck hatte, dass die beiden Konzepte oder die beiden Punkte bei uns in der Partei noch nicht so angekommen und diskutiert sind. Und ich finde den Antrag vom Andi Pop ganz gut. Ich werde ihm auch zustimmen. Und wollte eben, dass der nicht absäuft wegen diesen beiden Punkten. Ja, das ist das Wesentliche dazu. Vielen lieben Dank. Ich sehe da einigen Redebedarf. Gibt es vorher irgendwie GO-Anträge, bevor ich jetzt Leute zum Reden aufrehe? Schließung der Rednerliste. Ich möchte vorher gerne ein Meinungsbild einholen. Und zwar ein ganz einfaches. Wer kann sich vorstellen, einem dieser drei zuzustimmen? Grundsätzlich. Super. Danke. Wer ist dagegen? Jetzt mal pro forma. Ja, keiner. Okay, alles klar. Dann. Also, wenn direkte Fragen an euch gestellt werden, dürft ihr darauf antworten. Sonst keine Zwiegespräche. Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wurde schon gestellt. Ihr wurdet also fortgewarnt. Da rennen Leute, ich bitte wie immer um nur ein Ende der Schlange. Oh Gott. Okay. Die Rednerliste, jetzt stimmen wir darüber ab, wie immer. Oder hat jemand keine Gegenrede? Ist das eine Gegenrede? Das ist keine Gegenrede. Ja, dann müssen wir das ja nicht abstimmen. Oder hat da jemand ganz große Probleme mit? Nein. Okay, ist zu. Der Letzte möge jetzt bitte winken. Der steht hinter dem ARD-Mann. Nein, du bist das Letzte, Jan. So. Als Orga-Chef. So. Okay. Du, der Juppie mit dem Telecomic-Shirt. Du bist der Letzte auf der Rednerliste. Und ich bitte jetzt, in die Diskussion einzusteigen. Ah, Herr Kollege, bitte. Der Herr Kollege. Wir stehen hier an einem sehr interessanten Punkt in der Piratenpartei. Ich finde alle Anträge eigentlich gut, favorisiere aber aus reinen persönlichen Gründen. Ich bin nämlich ein Urheber, den Antrag 149, weil es ist einmal so, uns Urhebern, gerade im musikalischen Bereich, ist durch die restriktive GEMA jeglicher Handlungsbedarf und vor allem freie Verfügung über das Werk unmöglich. Ich kann nicht sagen, was ich mit meinem Werk mache. Es muss über die GEMA abgewickelt werden. Und dadurch habe ich große Nachteile, renne immer und ewig meinem Geld hinterher. Und meine Bitte an die CC-Leute, ich finde CC auch ganz toll, aber der springende Punkt ist, wir haben 26.000 von der GEMA zum Beispiel abhängige Musiker in Deutschland und können, nein, Karl Valentin sagte, Kunst kommt von Können, würde sie vom Wollen kommen, würde sie Wunst heißen. Vielen Dank. Danke. Danke. Andreas. Wir haben ja heute ja das Grundeinkommen beschlossen. Das finde ich eine gute Sache. Ein Grundeinkommen heißt, dass eins der Argumente für das Urheberrecht, nämlich die Künstler verhungern sonst, wegfällt. Nichtsdestotrotz, bis wir das Grundeinkommen haben, bin ich der Meinung, dass die Künstler noch diejenigen sein sollten, die vom existierenden Urheberrecht profitieren. Und nicht die Medienkonzerne, die dazwischen sitzen. Also die meisten Künstler hängen echt an Knebelverträgen. Insofern bin ich für PA 149. Ich denke, der ist auch deutlich ausgearbeiteter, detaillierter und konkreter. Also das ist eine bessere Handlungsanleitung für das, was die Politik dann tun soll, wenn wir dann irgendwann mal gewählt werden. Dankeschön. Ja, danke. Dirk. Ich bin ja nun schon sehr lange Mitglied dieser Partei, fast seit ihrem Anfang. Und einer der Punkte dafür ist für mich eben genau diese Urheberrechtsfrage. Deshalb ist es für mich erstmal wirklich fantastisch, dass wir dieses Thema jetzt heute wirklich und endlich mal hier kriegen und ihm den Punkt geben, den Platz geben, den es hier meines Erachtens benötigt. Ich persönlich favorisiere von den drei dort vorgetragenen Anträgen den PA 151, weil er zum einen eben genau sagt, was ich denke, was unser Programm sein muss und wie es da rein muss. Er beschreibt dieses mit eigenen Worten und er tut in seinen Text auch noch Fristen hinein, die meines Erachtens nötig sind, um ihm den entsprechenden Nachdruck zu verleihen, damit wir in der zukünftigen politischen Diskussion eine vernünftige Grundlage haben. Vielen Dank. Danke, das war eine Punktlage. Enno. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Was ich für ein Problem mit fast allen Anträgen habe, ist, dass da so eine Schwarz-Weiß-Malerei ist zwischen den großen Medienkonzernen und den armen Künstlern, was zum Teil so sein mag. Aber wenn man zum Beispiel einen kleinen Verlag hat, dann kann man nicht sagen, ich werfe Bücher umsonst raus und zahlt mal, wenn ihr wollt. Das geht nur, wenn man eine große Reichweite hat. Und umgekehrt fallen solche Werke sonst einfach weg, die man für nicht wenig Geld erstellen lassen muss und für die ich nicht glaube, dass zum Beispiel in meinem Verlag genug Leute freiwillig zahlen würden, einfach, weil ich nicht die Reichweite habe, eine große Userbase zu erreichen. Vielen Dank. Danke. Nick Haflinger. Das Urheberrecht, nicht nur das Deutsche, ist eine heilige Kuh. Und wer sich da dran wagt, muss zwei Tugenden unter einen Hut bringen, nämlich Mut und Vorsicht. Deswegen möchte ich erstmal allen drei Antragstellern danken für ihre Anträge. Die haben damit Mut bewiesen und Besonnenheit. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, ich persönlich bin Unterstützer und favorisiere den Antrag von Christian Hufgard, Daniel Neumann aus der AG Urheberrecht, den 149er, weil er detaillierter ausgearbeitet ist, meiner nach, weil in ihm besser mein persönliches Verständnis, ich bin auch ein Mensch, der ab und zu mal Uhren hebt, ein Stück weit stärkt, nämlich die Ausgewogenheit zwischen Urhebern und Nutzern. Das ist ein Punkt und daraus folgt eine Schwächung der Verwertungsgesellschaften. Und darüber hinaus haben wir längere Schutzfristen, die vor allen Dingen den kleinen Urhebern zugutekommen. Nur 151 wäre einem Dieter Bohlen egal. Dem Andreas Wagner aus Neuss, der vor zehn Jahren ein Musikstück geschrieben hat und heute damit anfängt Geld zu verdienen, ist das nicht egal. Bitte stimmt für den 149er. Danke. Danke. Es ist lustig, dass ich alle eure Namen kenne in der Schlange. Besser hätte ich es nicht sagen können, deswegen verlasse ich jetzt das Podium. Okay. Marcel? Ja, also ich habe mich mit den Anträgen beschäftigt. Die 149 finde ich sehr gut als Sofortmaßnahmenpaket. Da stehen sehr viele schöne konkrete Sachen drin. Die kann natürlich nicht unser Ziel sein für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, weil da muss man, glaube ich, noch mehr umbauen. Als Arbeitsgrundlage finde ich ihn sehr gut. Bei der 151 schöne Sachen drin. Ein Problem sehe ich bei der Unterscheidung zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Wir sind alle mittlerweile Prosumer. Wir erstellen Inhalte. Wir nutzen sie selber. Die Grenzen verschwimmen immer mehr. Es gibt den Flatter-Button. Gut, das kann man alles vielleicht regeln. Aber diese starke, klare Trennung zu machen, wo eigentlich Graustufen da sind, könnte uns vielleicht in Zukunft noch Probleme machen. Ich freue mich, wenn einer der drei Anträge durchkommt. Vielleicht auch erst mal die 149 und in Zukunft dann ein weitergehendes Konzept. Ja, der Nächste bitte. Moment, ja. So, wir haben jetzt einen GO-Antrag von dem Andi Popp und von den Antragstellern von der 149, die Konkurrenz rauszunehmen aus den beiden Anträgen. Die Ergänzung sagt, es konkurriert weiterhin. Bitte. Okay, das ist ein Meinungsbild, richtig? Ja. Ja, also, wer, was? Ja, ich sage das jetzt nochmal. Meinungsbild. Wer sieht zwischen PA 149 und PA 151 eine Konkurrenzsituation? Der stimmt jetzt mit Ja. Wer das nicht sieht, gleich mit Nein. Wer ist für Ja? Okay, wer sieht das nicht so? Okay, ich gebe dem Meinungsbild, die meisten sehen eine Konkurrenz zwischen diesen beiden Anträgen. Wir fahren weiter fort in der Redeliste. Bitte. Dankeschön. Da ist halt schon deshalb eine Konkurrenz, weil ich bin auch Urheber und nicht Dieter Bohlen, wie ihr seht. Und der Herr Popp enteignet mich mit seinem Vorschlag. 149 verändert das Urheberrecht auch für die kleinen Urheber, denen das manchmal den Arsch retten kann, dass sie mit 50 plötzlich für eine Arbeit, die sie mit 30 gemacht haben, nochmal Geld kriegen. Und insofern muss ich mich vehement gegen 151 aussprechen und für 149. Dankeschön. Geo. Ah, okay. Ja, bitte, Maltes. Ja, wir stehen hier einen kurzen Schritt davor, tatsächlich endlich eine, oder Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, die uns eigentlich seit Parteigründung gestellt werden, nämlich die Frage nach dem Urheberrecht. Der Antrag PA 149 ist meiner Meinung nach eine detaillierte Ausarbeitung und Umwandlung der jetzigen Urheberrechtsgesetze. Und das ist mal endlich tatsächlich was Konkretes. So etwas hatten wir mit den Piraten noch nie. An diesem Entwurf haben wirklich Unmengen an Musikern und Urhebern mitgewirkt, die aus dem Umfeld zum Teil der Musikpiraten kommen und auch nicht freie Musiker und so weiter. Jeder konnte es an Senf dazugeben. Das war eine sehr transparente Arbeit und ich plädiere an die Anwesenden hier, den Antrag 149 anzunehmen. Dankeschön. Okay, danke. Ja, ich erteile jetzt einmal kurz Anipop zur Korrektur, weil es offentlich Fehlverständnisse gab. Für 30 Sekunden das Wort, nur um es sachlich zu sagen, ohne Argumentation bitte. Erstens, auch unser Antrag ist ausgearbeitet. Da ist ein kompletter Gesetzentwurf mit dran in der Begründung und der ist extra auf Englisch, dass man es europäisch ansetzen kann mit allen anderen europäischen Piratenparteien gemeinsam. Zweitens möchte ich feststellen, dass auch in unserem Entwurf die Urheber auch nach 50 Jahren noch Geld bekommen. Sie bekommen nur einen Vergütungsanspruch statt einem Monopol. Danke. Danke, das waren tatsächlich 20 Sekunden. Ich habe leider noch einen, ist es eigentlich ein Gewinner? Nee, es ist ein Verlierer. Denn Herr Urbach, das ist sehr peinlich, hat seine Stimmkarten verloren. Mit der Nummer. Und jetzt bitte alle nochmal nachgucken. 0, 9, 7, 4, 4, 8. 0, 9, 7, 4, 4, 8. Wer will, dass unser Wahlleiter noch was zu sagen hat, der kann ihm die ja wiedergeben. Gut, wir machen weiter in der Redeliste. Bitte. Ich möchte mich vehement gegen den PA149 aussprechen. Und zwar aus dem einfachen Grund, der stärkt meiner Meinung nach eher die Urheber als die Nutzer. Und ich denke, wir sollten uns vor allem für eine Stärkung der Nutzer einsetzen, ohne natürlich die Urheber komplett zu vergessen. Da sind zwar, da sind 21 Seiten, ist das auch sehr umfangreich, was auch schon für das Grundsatzprogramm ein Problem sein könnte. Aber das Hauptproblem ist, in dem Ding ist gegenüber dem momentanen Positionspapier fast eine Verlängerung der Schutzfristen. Da sind Schutzfristen von, ich gehe mal ungefähr 30, 50 Jahren. In unserem momentan beschlossenen Positionspapier sind es 10. Und ich denke, wir sollten kurze Schutzfristen beibehalten. Ich spreche mich für den PA151 aus, da da sehr klare Regelungen vor allem bezüglich der Schutzfrist sind. Ich bin auch Urheber, ich mache allerdings keine Musik, wie scheinbar die meisten, die am 149er mitgearbeitet haben. Ich mache Texte und es ist extrem ärgerlich, wenn ich in meinem Blog zum Beispiel ein Bild verwenden kann. Und das ist fünf Jahre alt, der Urheber ist nicht zu finden. Und ich kann es nicht verwenden, weil das Urheberrecht nach so vielen Jahren nicht zu klären ist. Danke. Nein. Aber ich möchte einen Fehler von dir korrigieren. Es sind alles Anträge zum Wahlprogramm, nicht zum Grundsatzprogramm. Zur Information. Ja, gut. Du, bitte. Ja, also ich würde auch sagen, dass ein 20-seitiger Antrag nichts in einem Wahlprogramm verloren hat. Ein Wahlprogramm ist etwas, das kompakt sein muss, was ich einem Wähler in die Hand geben kann. Wenn da irgendwo 20 Seiten zu einem Thema drinstehen, auch wenn es ein sehr wichtiges Thema ist, das kann niemand lesen. Vor allem, wenn es einfach nur darum geht, den bisherigen Gesetzestext, der alles andere als gut ausgearbeitet ist, einfach nur Stück für Stück abzuarbeiten und gewisse Anmerkungen zu jedem einzelnen Paragrafen zu machen. Das ist nichts, was ich einem Wähler in die Hand gebe. Ich persönlich bevorzuge den PA 331, zwar aus dem Grund, weil ich das ganze Konzept an sich, was Andi und auch viele international ausgearbeitet haben, gut finde. Ich aber gern diese Schutzfristendebatte erstmal noch raus hätte, weil ich nicht sehe, dass da irgendwie bisher eine konsistente Argumentation da ist und auch wissenschaftliche Untersuchungen, empirische Forschungen aus der Vergangenheit und logische Konsequenzen daraus irgendwo eingeflossen sind. Danke. Bitte. Schönen guten Tag, ich bin kein Urheber und habe auch von diesem Thema sehr wenig Ahnung, was ihr gleich merken werdet an meine Fragen. Für mich ist interessant, wie kriege ich das bei uns auf dem Dorf, meinen Bauern erklärt, das Thema. Die es mich zwar ansprechen dazu, aber bisher ich da nicht sagen konnte, deswegen sind meine Fragen vor allem zum PA 151, dass mal näher dieser Absatz 14 erklärt wird, wie ist das gemeint mit diesen Zeitläufen, so dass das zusammengezählt wird, so dass das auseinander dividiert und das aufrechende Zeitläufe und um das mal auch dann nachher den Leuten erklären zu können. Frage, darf ich antworten? Ja, du darfst antworten. Das dauert folgendermaßen ab. Du bekommst 25 Jahre Laufzeit. Für jedes dieser, wenn du deine Quellen nicht offenlegen willst, wird 10 Jahre abgezogen. Wenn du kommerzielle Verwertung vorbehältst, werden 10 Jahre abgezogen und wenn du entsprechend derivative Werke nicht gestattest, werden ebenfalls 5 Jahre, also zweimal 5 Jahre bei den letzten. Danach, nach dieser Laufzeit, wechselt dieser Anspruch. Ich darf also nicht mehr verbieten, dass mein Buch neu aufgelegt wird, aber ich habe den Anspruch von jedem, der mein Buch neu auflegt, Geld zu bekommen. Das heißt, das Monopol fällt nach dieser gestaffelten Laufzeit weg und danach kommt der Vergütungsanspruch. Das heißt also, für jeden dieser 5 Punkte wird abgezogen. Danke. Okay. Frage beantwortet? Ja, das ist beantwortet, würde ich sagen. Gut, ich möchte jetzt Christian, weil ich eben Andi die Möglichkeit gab, Fehlerausland jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, weil er auch was noch korrigieren wollte. Bitte. Also zwei Punkte, einmal zur Frage von Jan. Also auch in unserem Antrag wird ganz klar die Privatkopie gestärkt und auch erlaubt, sowohl halt auch über Tauschbörsen und es wird vor allem nicht dieses gesamte 20-seitige Papier als Wahlprogramm verwendet, sondern es steht bewusst in dem Antrag, dass dieses Papier als Grundlage für ein Wahlprogramm verwendet werden soll. Okay. Danke. Jetzt erteile ich dir das Wort, bitte. Okay, also ich bin auch keine Urheberin, bin aber auch für PA 149, weil dieser jetzt erstmal sehr detailliert unsere Forderung aus dem Grundsatzprogramm auch ausarbeitet. Da wird, wie eben schon gesagt, zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung unterschieden, also unsere Forderung nach Privatkopie. Es werden freie Bearbeitung, Sampling wird alles rausgenommen, also erweitert. Für die Bildung gibt es Ausnahmen, also sehr detailliert auch auf die einzelnen Vorschriften. Es ist keine Frist für alle. Es geht auch über die kommerziellen Verwertung maximal bis zum Tod des Urhebers, beziehungsweise für so einen Erben zehn Jahre, allerdings nur die kommerzielle Verwertung. Alles, was wir privat damit machen, ist auch nach diesem Entwurf frei. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir den wählen sollten. Danke. Ich weise darauf hin, dass ich weitere, ich bin auch, Redebeiträge nicht mehr zulassen werde, weil es etwas störend ist. Bitte. Ja, ich möchte darum bitten, Anträge nicht nur daran zu entscheiden, mit wie viel Werbe ein Antragsteller seinen Antrag begründet und wie viele Schlagwörter er bringt, die die Praten so gerne hören, sondern auch auf die Inhalte dahinter zu achten. Und PA149 beantwortet endlich all diese Fragen, deren Nichtbeantwortung uns von der Presse ja immer vorgehalten wird. Und zu dem Blogger, ich mache seit zehn Jahren Webseiten und es hat sich noch nie gehört, irgendein Foto zu verwenden, dessen Urheberschaft nicht geklärt war und das einfach in seine Webseite einzubinden. Danke. Ich darf um ein bisschen Ruhe in der Versammlung bitten und erteile dir jetzt das Wort. Sven Scholz, Musikpiraten. Mit Andy Pops Antrag wäre CC tot, weil das CC abschafft quasi. Also ein CC-Non-Commercial-Lied wäre damit nicht mehr möglich, weil bei allen Sanktionen eingerechnet fünf Jahren mein Song von irgendjemandem, von Dieter Bohlen oder sonst wem, kommerziell genutzt werden könnte. Da habe ich auch nichts davon, wenn meine Intention, meine künstlerische Freiheit, da eigentlich die Intention, die war, dass ich sage, nicht kommerziell Nutzung, da habe ich auch nichts davon, wenn ich noch ein paar Almosen dafür kriege. Zum Beispiel in der anderen Richtung ist es keine Schwächung der Lizenzindustrie, sondern ein der Lizenzindustrie schutzloses Ausliefern der Urheber. Ja, danke, da passt man einmal nicht aus, Sie nutzen es auch. Bitte. Karan, Musikerin, Musikpiratin. Ich finde, wir sollten auch bedenken, was es bedeutet, wenn man den Antrag von Andy Pops weiterdenkt, also eine minimale Schutzfrist von fünf Jahren, die mit Eintreten aller Sanktionen erreicht wird. Sie treibt faktisch Künstler in einen Bereich, wo ihre Existenz nicht mehr gesichert ist und wird auf langfristige Zeit hin dafür zu führen, was wir wieder eine Kunst haben, die dem Mäzenatentum und dem Sponsoring dienen muss. Das Urheberrecht ist Teil einer Freiheitsbewegung, die die freie bürgerliche Kunst überhaupt erst geschaffen hat. Wir wollen nicht zurück ins Mittelalter. Darum bitte ich um Unterstützung des PA 149. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, bitte. Peter Dambier. Das Mikrofon nach oben bewegen, damit du auch reinsprichst, bitte. Peter Dambier, Schriftsteller. Seit acht Jahren schreibe ich teilweise Zeitschriften, teilweise Bücher. Und wenn ich den 151 richtig verstehe, habe ich acht Jahre für die Affen gearbeitet. 149 versteht man einigermaßen. 151 ist ein bisschen schwierig, vielleicht auch, weil es Englisch ist. Ja, danke. Ein kurzer Crashkurs zum Urheberrecht. Es gibt nicht nur einen Weg, das Urheberrecht freizügiger auszugestalten, sondern zwei. Entweder man geht über die Schutzfristverkürzung, diesen Weg hat Andi mit seinem Antrag PA 151 gewählt, oder man geht den Weg von Urheberrechtsschranken Ausweitungen. Das Urheberrechtsschranken sind Ausnahmeregelungen, die der Allgemeinheit Zugeständnisse gewähren. Und diesen Weg, den hat er, der Daniel, mit dem Antrag 149 forciert. Christian, Entschuldigung. Oder Christian, Daniel, da waren so viele dabei, egal. Okay, ich beziehe mich auf die Antragsteller. Gut, du bitte. Ich möchte darum bitten, dass ihr für den Antrag 149 stimmt. Und zwar, die anderen Anträge haben einen großen Nachteil, die unterscheiden nämlich überhaupt nicht zwischen verschiedenen Kunstformen. Es wird hier immer nur auf die Musiker geguckt. Ich würde mal sagen, was eine Schutzfrist von 15 oder 25 Jahren für einen Autor bedeutet. Ein Autor schreibt an einem Buch mindestens drei Jahre, und ein Autor wird nicht mit seinem ersten Buch berühmt. Das heißt, ein Autor muss erst mal, um mit dem dritten Buch berühmt zu werden, circa zehn Jahre arbeiten, während er praktisch kein Geld bekommt. Und dann soll er seine ersten Bücher schon wieder nicht mehr vermarkten dürfen. Das ist in noch größerem Maße für Bildhauer und so weiter der Fall. Also, außerdem braucht er nur mit irgendeinem Künstler zu sprechen. Das, was gefordert wird in dem Antrag 151, dass die Leute alle ihre Quellen offenlegen sollen, das ist für die meisten Urheber nicht machbar. Oder dass sie auf kommerzielle Verwertung verzichten sollen, ist nicht machbar. Also, damit machen wir uns alle Urheber zu Feinden. Bitte unterstützt 149. Danke. So, wir sind bei den letzten Zweien. Bitte. Also, das Urheberrecht in seiner Art wird hier immer dargestellt, als dass das dann Schutz für die Urheber sein soll. Das Urheberrecht wurde mal eingeführt, um dem Volk mehr und höher qualitative Kunst zu bieten. Und das sollte sich eben machen, indem das sich für Urheber rechnet. Das ist die ursprüngliche Intention. Da jetzt nur noch aus der Sicht der Urheber zu sprechen, ist so ein grundsätzliches Problem. Alle diese Anträge sind sehr groß, sehr umfangreich und sehr detailliert. Vor allen Dingen der PA 149. Er enthält ganz viele Zahlen und so weiter. Das ist zwar auf der einen Seite ganz toll, gehört aber überhaupt nicht in ein Grundsatzprogramm. Ich muss dich zweimal korrigieren, das wurde auch schon gesagt. Erstens ist es für ein Wahlprogramm, zweitens steht er als Grundlage, soll dieses Papier herhalten. Ich möchte dich daran nochmal erinnern und alle anderen auch. Okay. Danke. So, der letzte. Cooles T-Shirt. Ja, der Juppie mit dem Telecomic-Shirt. PA 331 würde ich selber forcieren, weil es eine gute Grundlage bietet, um über ein wirkliches Verwertungssystem nachzudenken, das in 151 schon sehr weit ausgeführt ist, aber meiner Meinung nach zum Beispiel ein Punkt, nämlich die Vereinfachung des Urheberrechts, um Rechtssicherheit für Nutzer zu schaffen, nicht gut genug wahrnimmt, weil dieser PA 14 extrem kompliziert formuliert ist und gerade der letzte Punkt mit den Grundlagen für dieses Werk, die offengelegt werden sollen oder nicht, halte ich für sehr schwierig zu definieren, was Grundlagen sind und ich möchte das nicht den Gerichten überlassen, weil das für Unsicherheit sorgt. Danke. Wir kommen zur Abstimmung. Es sind drei konkurrierende Anträge. Das Verfahren sollte inzwischen klar sein. Approval Voting, Stichwahl, Abstimmung. Stichabstimmung klingt halt einfach blöd, Herr Lauer. So, dann fangen wir an. Wer ist für PA 149? Das ist ja fast einstimmig. Danke. Wer ist für PA 151? Danke. Wer ist für PA 331? 331? Und noch einen, wir brauchen eine Stichwahl. Wer war der Zweite? 149 und 151 sagen mir drei Leute unabhängig voneinander. Gut, dann. Wer ist für PA 149? Danke. Wer ist für PA 151? Danke. Wir stimmen über PA 149 ab. Wer ist für diesen Antrag, der eine Zweidrittelmehrheit braucht? Wer ist gegen diesen Antrag? Okay, danke, angenommen. So, da das das Letzte war, was ich... Wir haben doch keine Zeit. Ja, doch, haben wir eigentlich. So, im allgemeinen Jubel, ich übergebe jetzt wieder an Jan. Danke euch für eure Aufmerksamkeit, für einen tollen Parteitag und für euer Vertrauen in mich als Versammlungsleiter. So, hallo. Unser Chef geht nicht ans Telefon, das ist eine Schweinerei. Der Herr Tersales möge bitte an die Bühne... Oder Urban, ist es geklärt? Alles geklärt? Ach, wunderbar. Dann komm mal kurz vor, gib mir mal das Ergebnis. Ja, nee, den Urban Pirate suche ich, das ist ja alles geklärt. Komm mal hier vor, ja. Also, ja, alles geklärt? Der Herr Tersales möge bitte auf die Bühne kommen. Der Herr Tersales, bitte. Herr Nerz, ah, da kommt... Komm, auf, 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 wir haben doch keine Zeit, Herr Nerz. Das ist ja alles. So, Herr Nerz. Für eine Abschlussrede, für den Bundesparteitag, übergebe ich dir das Mikrofon und möchte es am Rednerpult haben. Vor zwei Minuten habe ich erfahren, dass ich hier eine Abschlussrede halten soll. Ich dachte, es ist dann um 18 Uhr. Schauen wir mal, wie es wird. Wie viele Minuten habe ich? 30 Minuten, na, das schaffe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Parteitag geil. Ich fand es super, wie ihr alle zusammengearbeitet habt. Ich glaube, wir haben hier bewiesen, dass man Basisdemokratie, dass man gelebte Demokratie, dass man Mitgliedervollversammlungen auch in einer großen Gruppe machen kann und dass wir dafür keine verdammten Delegiertenkongresse brauchen. Und wir haben gezeigt, dass auch eine chaotische Jungpartei wirklich ernsthafte Politik machen kann, neue Themen aufgreifen kann und da Lösungsvorschläge ausarbeiten kann, die alles in den Schatten stellen, was wir bisher von den Etablierten kennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und eine ganz persönliche Bitte. Ich habe in meiner Eröffnungsrede gesagt, dass ich möchte, dass wir die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen und nicht die Dinge, die uns trennen. Ich weiß, es gab auf diesem Parteitag auch ein oder zwei Beschlüsse, bei denen es ein oder zwei kontroverse Themen zu diskutieren gab und bei denen das Meinungsbild nicht ganz hundertprozentig eindeutig war, beziehungsweise bei denen es, naja, nicht alle einer Meinung waren. Ich würde mich freuen, wenn wir es auch bei diesen Themen schaffen, die demokratischen Entscheidungen zu akzeptieren, wenn wir es auch bei diesen Themen schaffen, unsere Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen und nicht die Themen, die uns trennen. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Heimreise, uns allen noch eine schöne Weiterarbeit und macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe heute einen Tag heute einen Redebeitrag total vergessen, immer weiterzugeben und habe ihn immer wieder verdröstet und gesagt, ich kümmere mich drum und habe es dann total vergessen. Deswegen jetzt der letzte Redebeitrag am heutigen Abend. Der Andreas soll mal hochkommen. Hat zwei Minuten. Ja, bei Kurzinterventionen kann man ja immer mal unterbrechen. Also, ich muss als allererstes mal sagen, ich bin total überwältigt, was wir heute hier geschafft haben. Wir haben nämlich tatsächlich geschafft, inhaltlich zu diskutieren. Wahnsinn. Was Ähnliches haben wir in Berlin geschafft. Und das zeigt sich in einer Fraktion, die ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist. Das sind aber dann letztendlich nicht die, auf die es ankommt, sondern wir haben mit diesem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus gezeigt, dass die Piratenpartei und die Piraten und alle Piraten, die hier sind und die zu Hause sind und wo sie sich auch immer befinden, auf dieser Welt, endgültig in der Politik angekommen sind und zwar dort, wo uns die anderen Parteien, die anderen Fraktionen nicht mehr ausweichen können. Wir haben, aber warum sind wir dort eingezogen? Wir sind dort eingezogen, weil wir einen Auftrag bekommen haben und zwar von den Berliner Piraten, in dem sie uns auf die Landesliste gewählt haben und die in den Bezirken auf die Bezirkslisten gewählt haben. Von den Berlinern, die uns in das Abgeordnetenhaus gewählt haben. Und wir wollen dieser großen Verantwortung mit Demut und Respekt begegnen. Ja, ich komme zum Schluss. Ich wiederhole mich nochmal ein ganz großes Dank an euch alle. Bitte helft uns, dass wir diesen Demut und den Respekt auch weiterhin behalten und wissen, wem wir zu dienen haben. Und zwar euch, den Berliner Piraten und allen anderen Piraten und den Berlinern. Danke. Dankeschön. Dann möchte der Wahlhelfer nochmal jemanden danken und noch eine Orga-Durchsage machen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Hierher. Ja, der Wahlleiter. Ja, das bist du. Danke. Gut, dass ich es jetzt weiß. Also, ich möchte mich, bevor sie alle abgehauen sind, die haben nämlich schon einige Urnen abgeliefert, bei meinen Wahlhelfern. Ausgesprochen herzlich bedanken. Ihr habt einen prima Job gemacht. Einige von euch hatten ja ein bisschen Muffe, weil sie nicht so ganz genau wussten, oh, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Aber ihr habt gut aufgepasst bei dem Briefing und ihr habt das tadellos durchgezogen. Herzlichen Dank nochmal. Und noch eins. Hier hinten sitzt einer. Das machst du? Okay. Der ist Wahnsinn. Ja genau, dem wollte ich nämlich danken. Vielen Dank, Graflo. So. Jetzt. Doch, doch, der kriegt das über seine Kopfhörer. Doch, 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 der kriegt das über seine Kopfhörer. Ja, der Dank in letzter Zeit ist mal etwas zu kurz gekommen, deswegen haben wir uns was ausgedacht. Wir hatten nämlich, mach ruhig weiter. Wir hatten nämlich auch eine tolle Orga und an die gebe ich. Hallo. Großes Team. Netzwerk wurde gemanagt von Patrick Krausche, Kai, Puzius, Möller, Chego, Lukas, Martinien. Das Bielenteam war Flores Dölschner und Team. Das Lied kam von Henning Halfpapp. Ton von Markus Dränger, Florian Staschek, Michael Kittlaus. Für das Presse-Team möchte ich bedanken Volke Berghaut, Alex A., Lena Provera und auch ein Riesenteam. Das Bielenteam. Das Bielenteam. Das Bielenteam. Das Bielenteam. Für die Presse-Team habe ich gemacht Tobias Eckrich. Eckrich, solle. Backoffice. Bedankt an Moritz Niemeyer, Stefan Uhrbach und besonders Dicke, bedankt an Faxe. Garderobe gemanagt wurde von Julia Reda und die BDW-Jungenpiraten.de und Team. Auch ein guter, auch soll ich sagen, ein besonderes Dank an die beiden Leute, die jetzt noch immer oben stehen, damit dieses Video läuft. Von dem Team. Die Orga-Info-Videos, danke für das Inside X und Mitschämung. Materialausgabe, Dominik Echterbrust, Michael Ebner, Patrick Krausche, Vicky Safler, Mädchen für alles, Team Gut, Sebastian 666 und Jan Läutert. Musik kam komplett als CC-Musik und ein besonderes Dank an Peter Dietrich, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nochmal komplette Musik hier programmiert hat für den Eröffnungen. Der Sammlungsleitung, danke an Philipp Brechler, Bütz, Johannes Thun, Protokoll wurde schon genannt, nochmal, danke Jens. Danke für das Glühwein, Gap Together, ein ungedankend Superheld und H-Tier und Dominik Echterbrust. Ich möchte auch noch bedanken bei der Halle, bei der Feuerwehr, der Security, der Polizei, dem Catering, der GBO, dem Bürgermeister und der ganze Stadt, die uns hier macht, bei der OVB für die Busse, für die Shuttle-Firma und für die Eröffnung, Grafik und Video bei Michamo. Besonders Dank, dass er gemacht hat. So, und da wir die Antragskommission, die Sylvie und der Nineberry, die haben auch das ganze Wochenende hinter uns gesessen, uns mit den Anträgen verfüttert, damit wir überhaupt wussten, was wir euch vorlesen müssen. Und da wir hier so als Partei, und Deutschland ja auch so ein Statistikamt hat, haben wir natürlich auch eigene Statistiken, die natürlich anonymer erhoben wurden. Die bringt euch gerade mal der Patrick, der Kai, die wichtigsten Zahlen. Also, damit ihr mal wisst, was ihr hier alles so benutzt habt, also es geht um Strom. 150 Kilowatt pro Stunde haben wir hier verbraucht. Wir hatten zwei Internetleitungen, eine mit Richtfunk über den Feldberg mit jeweils 10 Mbit ab und 10 Mbit down. Wir hatten eine VDSL-Leitung mit 50 Mbit down und 10 Mbit up. Wir hatten eine theoretische WLAN-Verfügbarkeit für 1500 Leute. Praktisch hat es aber nur für 400 gelangt. Das tut uns leider leid, aber war nicht anders zu regeln. Wir hatten hier ein Kabelnetzwerk mit circa 80 Switches, sechs Routern, 15 VLANs, die wir geschaltet haben. Wir hatten vier Server mit den Diensten DHCP, DNS, Proxy, Wiki, Pad und einen Stream-Server. Der effektive Traffic ins Internet hatte pro Tag im Schnitt 100 Gigabyte. Und wir haben 1775 IP-Adressen verteilt, was letztendlich dann auch 1700 Geräten entspricht, die wir hier mit Internet versorgt haben. So, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Dann möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die mitgearbeitet haben, die auch zwischendrin mal einfach spontan geholfen haben. Auch nochmal Danke an die, die uns jetzt helfen, abbauen, so als kleinen Heind. Ich freue mich, dass wir den Bundesparteitag, den größten, den wir bisher geschafft haben, so gut über die Bühne gebracht haben. Wir waren gestern maximal 1300 Leute hier drin. Was? 1.322 Leute hier drin. Und damit waren wir das größte... Über 1.400 akkreditierte Piraten. Ah, über 1.400 akkreditierte Piraten. Damit 400, nee, 378 mehr als in Bingen. Und das zeigt doch einfach, dass sich Mitgliederversammlungen doch noch lohnen. Damit möchte ich... Damit möchte ich den Bundesparteitag 2011 Punkt 2 schließen. Bedanke mich nochmal für das Vertrauen in mich als Versammlungsleitung. Das denke ich, kann ich von allen dreien an euch geben. Wir brauchen noch Helfer zum Abbauen, wurde mir gerade gesagt. Und ich wünsche euch ansonsten einen guten Nachhauseweg. Kommt gut heim. Ich freue mich schon auf den nächsten Parteitag. Danke. Macht's gut.